Der Sieg brachte mehr Qual als Triumph, denn nun musste Karim eine Entscheidung fällen. Er hatte den Sieg errungen, aber hatte er noch die Kraft, den Kaläb des Schahs zu gewinnen? Das königliche Gewand, 500 Goldstücke und die ehrenamtliche, aber einträgliche Ernennung zum Hauptmann der Tschatir würde demjenigen zufallen, der die gesamte Strecke in weniger als zwölf Stunden zurücklegte. Als Karim um den Maidan lief, sah er in die Sonne und betrachtete sie genau. Er war den ganzen Tag gelaufen, fast 95 Meilen. Eigentlich war das genug, und er wünschte sich nichts mehr, als seine neuen Pfeile abzugeben, den Geldpreis entgegenzunehmen und sich dann zu den anderen Läufern zu gesellen, die mittlerweile im Fluss des Lebens planschten. Er sehnte sich danach, in ihrem Neid, ihrer Bewunderung und im Fluss selbst zu baden. Den Sprung in das grüne Wasser hatte er sich mehr als verdient. Die Sonne stand dicht über dem Horizont. War noch Zeit? War noch genügend Kraft in seinem Körper? War es Allas Wille? Es würde sehr knapp werden, und vielleicht konnte er nicht noch weitere 31 Meilen schaffen, bevor der Ruf zum vierten Gebet den Sonnenuntergang anzeigte? Und doch wusste er, dass er Zaki Oma durch einen vollkommenen Sieg vielleicht nachhaltiger aus seinen Albträumen verbannen konnte, als durch den Beischlaf mit allen Frauen dieser Welt. Also wandte er sich, als er den nächsten Pfeil aufgenommen hatte, nicht den Zelten der Wettlaufrichter zu, sondern machte sich auf zur zehnten Runde. Die weiße, staubige Straße vor ihm war leer, und jetzt lief er gegen den dunklen Djinn des Mannes an, dessen Sohn er so gerne gewesen wäre und der ihn stattdessen zur Hure gemacht hatte. Da nur noch ein Wettläufer übrig und der Chatir damit entschieden war, hatten die Zuschauer begonnen, sich zu zerstreuen. Doch jetzt sahen sie Karim allein herankommen und drängten sich erneut an die Strecke, weil ihnen bewusst wurde, dass er den Kalett des Schahs erobern wollte. Sie wussten Bescheid über den jährlichen Chatir, wussten, was es bedeutete, einen ganzen Tag lang durch mörderische Hitze zu laufen, und deshalb brachen sie jetzt in lärmende Anfeuerungsrufe aus, die ihn förmlich über die Strecke zu ziehen schienen, eine Runde, die er fast genoss. Am Krankenhaus konnte er vor Stolz strahlende Gesichter ausmachen, Al-Yusjani, den Pfleger Rumi, den Bibliothekar Yusuf, den Haji Dawud Hussein, sogar Ibn Sina. Als er den alten Mann erkannte, wanderte sein Blick sofort zum Dach des Krankenhauses, und er sah, dass sie zurückgekommen war, und er wusste, dass sie sein wahrer Preis sein würde, wenn er wieder mit ihr allein war. Die zweite Hälfte dieser Runde erwies sich als besonders schwierig. Immer wieder nahm er Wasser an und goss es sich über den Kopf. Jetzt jedoch machte ihn die Erschöpfung unachtsam, und etwas Wasser tropfte auf seinen linken Schuh. Fast augenblicklich schürfte das nasse Leder die geschundene Haut auf. Vielleicht hatte das zu einer unmerklichen Änderung seines Laufrhythmus geführt, denn er bekam einen Krampf in der rechten Knie sehen. Schlimmer war, dass die Sonne, als er auf die Straße der Tore des Paradieses kam, bereits tiefer stand, als er erwartet hatte. Sie berührte schon fast die fernen Berge, und als er die, wie er betete, vorletzte Runde in Angriff nahm, wurde er von tiefer Traurigkeit erfasst, denn seine Kräfte schwanden so rasch, dass er befürchtete, nicht mehr genug Zeit zu haben. Alles wurde schwer. Er behielt seine Geschwindigkeit bei, aber seine Füße verwandelten sich in Stein. Der Köcher voller Pfeile schlug ihm bei jedem Schritt hart auf den Rücken, und selbst der kleine Beutel mit ihren Locken fühlte sich an wie ein Widerstand. Er schüttete sich noch häufiger Wasser über den Kopf und spürte, wie er immer schwächer wurde. Doch die Menschen am Straßenrand waren von einem seltsamen Fieber erfasst worden. Jeder von ihnen war jetzt Karim Harun. Frauen kreischten auf, als er vorüberlief, Männer stießen tausend Schwüre aus, lobten ihn aus vollem Halse, riefen Allah an, flehten zum Propheten und den zwölf gemarterten Imamen. Die Leute, die ihn aufgrund der lauter werdenden Jubelstürme schon erwarteten, besprengten die Straße mit Wasser, streuten Blumen auf seinen Weg, liefen neben ihm her und fächelten ihm Kühle zu oder spritzten ihm wohlduftendes Wasser ins Gesicht, auf die Schenkel, auf Arme und Beine. Er spürte, wie es ihm ins Blut ging, in die Knochen drang, und er ließ sich von ihrem Feuer anstecken. Seine Schritte wurden kraftvoller und ebenmäßiger. Seine Füße gingen auf und ab, auf und ab. Er hielt die Geschwindigkeit, doch jetzt entzog er sich dem Schmerz nicht mehr, sondern versuchte stattdessen die überwältigende Mattigkeit zu überwinden, indem er sich einließ auf den Schmerz in seiner Seite, den Schmerz in seinen Füßen, den Schmerz in seinen Beinen. Als er den elften Pfeil einsteckte, versank die Sonne allmählich hinter den Bergen und hatte jetzt die Form einer halben Münze. Er lief durch das schwächer werdende Licht, sein letzter Tanz, die erste kurze Steigung hinauf, das steile Gefälle zur Allee der Tausendgärten hinab, über das flache Stück, den langen Anstieg hinauf und sein Herz hämmerte wie wild. Als er die Allee von Ali und Fatima erreichte und sich Wasser über den Kopf goss, spürte er es nicht mehr. Nicht nur der Schmerz ließ nach, sondern überhaupt jedes Gefühl. Als er die Akademie erreichte, hielt er nicht mehr nach Freunden Ausschau, so sehr beschäftigte es ihn, dass er keinerlei Gefühle mehr in den Gliedern hatte. Doch die Füße, die er nicht mehr spürte, hoben und senkten sich weiter, trugen ihn vorwärts. Klatsch, Klatsch, Klatsch. Diesmal hatte auf dem Maidan niemand mehr Augen für die Darbietungen der Gaukler, aber Karim hörte das Jubelgeschrei nicht, sah nichts und niemanden, lief in seiner stillen Welt dem Ende eines erfüllten, sich neigenden Tages entgegen. Als er in die Allee der Tausendgärten einbog, blickte er in ein formloses, schwindendes, rotes Licht hinter den Bergen. Er hatte das Gefühl, sich langsam zu bewegen, ganz langsam über das gerade Stück und dann den Berg hinauf, den letzten Berg, den er bezwingen musste. Er lief bergab. Das war die gefährlichste Phase, denn wenn seine gefühllosen Beine jetzt strauchelten und ihn zu Fall brachten, würde er nicht wieder hochkommen. Als er auf die Straße der Tore des Paradieses einbog, war die Sonne verschwunden. Er sah schemenhafte Menschen, die über dem Bogen zu schweben schienen, ihn lautlos anfeuerten, doch im Geiste sah er ganz klar, wie ein Mullah die schmale Wendeltreppe der Moschee hochstieg, auf die kleine Plattform am höchsten Turm trat, darauf wartete, dass die letzten Sonnenstrahlen erloschen. Er wusste, dass ihm nur noch wenige Augenblicke blieben. Er versuchte, seine abgestorbenen Beine zu längeren Schritten zu zwingen, kämpfte darum, den Rhythmus, der in Fleisch und Blut übergegangen war, zu beschleunigen. Vor ihm riss sich ein kleiner Junge von der Hand des Vaters los und rannte hinaus auf die Straße. Er blieb wie angewurzelt stehen und starrte den Riesen an, der sich auf ihn zuschleppte. Im Laufen hob Karim das Kind hoch und setzte es sich auf die Schultern, und das Jubelgeschrei ließ die Erde erbeben. Als er mit dem Jungen die Pfosten erreichte, wartete dort Allah-Schar. Karim ergriff den zwölften Pfeil, und der Schar nahm seinen eigenen Turban ab und tauschte ihn gegen die federgeschmückte Mütze des Läufers aus. Der Ruf, der Muezzin von allen Minaretten der Stadt, gebot dem Toben der Menge Einhalt. Alle wandten sich Richtung Mekka und warfen sich im Gebet zu Boden. Das Kind, das er noch immer festhielt, fing an zu jammern, und er ließ es los. Dann war das Gebet vorüber, und als Karim sich erhob, stürmten der Schar und der Adel auf ihn ein. Hinter ihnen brachen die einfachen Leute erneut in Geschrei aus und drängten nach vorn, um ihm nahe zu sein, und es war, als hätte Karim Harun ganz Persien in Besitz genommen. Fünfter Teil Der Feldscher Geständnis »Warum muegen Sie mich nicht?«, fragte Mary Robb. »Ich weiß es nicht.« Er versuchte gar nicht erst, ihr zu widersprechen. Sie war nicht dumm. Als die jüngste Tochter der Hallewis aus dem Nachbarhaus auf sie zugewatschelt kam, stürzte ihre Mutter Judith, die dem fremden Juden kein warmes Brot mehr schenkte, eiligst herbei, riss ihre Tochter wortlos hoch und flüchtete wie vor der Sünde. Robb ging mit Mary zum jüdischen Markt und musste feststellen, dass man ihm, dem Juden, der den Kalet bekommen hatte, nicht mehr zulächelte und dass er auch bei der Marktfrau Hinder nicht mehr der Lieblingskunde war. Sie begegneten ihren anderen Nachbarn, Naoma und der stämmigen Tochter Lea, und beide Frauen blickten kühl beiseite, als hätte Jakob Ben Raschi beim Schabbatmalen niemals angedeutet, dass Robb ein Mitglied der Schumacherfamilie werden könne. Wo immer Robb in der Jehudi je hinkam, musste er erleben, dass Juden im Gespräch verstummten und ihn anstarrten. Er bemerkte, dass sie sich vielsagend anstießen, dass sie ihn mit Verachtung musterten, hörte sogar den halblauten Fluch, den der alte Beschneider-Rab Ascha Jakobi ausstieß, spürte die Verbitterung, die sich gegen einen der Iren richtete, der er von der verbotenen Frucht gekostet hatte. Er redete sich ein, dass es ihm nichts ausmache. Was bedeuteten ihm denn schon die Menschen des Judenviertels? Mit Mirdin Askari verhielt er sich anders. Es war nicht nur Einbildung des Mirdin in Miet. Robb vermisste Mirdins allmorgentliches breites Grinsen, seine beruhigende Freundschaft, denn Mirdin begegnete ihm stets mit versteinerter Miene, grüßte nur knapp und ging seines Weges. Schließlich machte Robb sich auf die Suche nach Mirdin und fand ihn ausgeschreckt im Schatten eines Kastanienbaumes auf dem Gelände der Madrassa in die Lektüre des zwanzigsten und letzten Bandes des Al-Hawi von Rases vertieft. Rases war gut. Al-Hawi behandelt jedes Gebiet der Medizin, sagte Mirdin verlegen. Ich habe zwölf Bände gelesen. Die anderen werde ich mir demnächst vornehmen. Robb sah ihn an. Ist es so schlimm, dass ich eine Frau gefunden habe, die ich liebe? Mirdin starrte ihn an. Wie konntest du nur eine Andersgläubige heiraten? Mirdin, sie ist ein Juwel. Denn die Lippen der fremden Frau triefen vor Honig. Glatter als Öl ist ihr Mund. Sie ist eine Nicht-Jüdin, Jesse. Du Narr! Wir sind ein verstreutes, gequältes Volk, das um sein Überleben kämpft. Jedes Mal, wenn einer von uns außerhalb unseres Glaubens heiratet, verlieren wir wieder zukünftige Generationen. Wenn du das nicht begreifst, bist du nicht der Mann, für den ich dich gehalten habe. Und ich will nicht länger dein Freund sein. Er hatte sich etwas vorgemacht. Die Menschen im jüdischen Viertel bedeuteten ihm etwas, denn sie hatten ihn freundlich aufgenommen. Und dieser Mann bedeutete ihm am meisten von allen, denn er hatte ihm seine Freundschaft geschenkt und Robb besaß nicht so viele Freunde, als dass er Mirdin einfach hätte aufgeben können. Ich bin wirklich nicht der Mann, für den du mich gehalten hast. Er konnte nicht anders. Er musste reden und war felsenfest davon überzeugt, dass sein Vertrauen nicht enttäuscht werden würde. Ich habe nicht außerhalb meines Glaubens geheiratet. Sie ist Christin? Ja. Alles Blut wich aus Mirdins Gesicht. Soll das ein dummer Scherz sein? Als Robb nichts erwiderte, packte er das Buch und sprang auf. Du Ungläubiger! Wenn das stimmt, wenn du nicht verrückt bist, dann riskierst du nicht nur deinen eigenen Kopf, sondern hast meinen auch noch aufs Spiel gesetzt. Klag in der Fick nach. Da steht, dass du mich jetzt, weil du es mir erzählt hast, zum Verbrecher und zum Mitschuldigen an deinem Betrug gemacht hast. Es sei denn, ich verrate dich. Er spuckte aus. Du Ausgeburt des Bösen! Du hast meine Kinder in Gefahr gebracht, und ich verfluche den Tag, an dem wir uns kennengelernt haben. Und Mirdin eilte davon. Tag um Tag verging, und die Männer des Kelonta kamen nicht, um Robb zu holen. Mirdin hatte ihn nicht verraten. Im Krankenhaus nahm niemand an Robs Heiratanstoß. Die Neuigkeit, dass er eine Christin geheiratet hatte, war bei den Mitarbeitern des Maristan wie ein Lauffeuer umgegangen, aber er galt ohnehin als Sonderling, als Ausländer. Der Jude, der es vom Kerker zum Kalett gebracht hatte, und man sah in dieser unschicklichen Verbindung lediglich eine weitere Verirrung. Abgesehen davon erregte der Umstand, dass jemand sich eine Frau genommen hatte in der mohammedanischen Gesellschaft, in der jeder Mann vier Frauen haben durfte, kein großes Aufsehen. Dennoch traf es ihn tief, dass er Mirdin verloren hatte. Auch Karim sah er in letzter Zeit nur selten. Der junge Hakim war von den Höflingen mit Beschlag belegt worden und wurde von früh bis spät auf Festen herumgereicht. Seit dem Chatir war Karims Name in aller Munde. Und so war Robb mit seiner Frau ebenso allein wie sie mit ihm. Und die beiden richteten sich mühelos in ihr gemeinsames Leben ein. Mary war genau das, was dem Haus gefehlt hatte, das jetzt ein behaglicherer und gemütlicher Ort geworden war. Hingerissen verbrachte er jeden freien Augenblick mit ihr, und wenn sie getrennt waren, musste er an ihr rosiges, feuchtes Fleisch denken, an die lange, zarte Linie ihrer Nase, an ihre lebhaften, klugen Augen. Sie ritten in die Berge und liebten sich in dem warmen, schwefeligen Wasser von Allas geheimem Teich. Er legte das alte indische Bilderbuch an einen Platz, wo sie es finden musste. Und als er die darin abgebildeten Stellungen ausprobierte, merkte er, dass sie es studiert hatte. Manches daraus bereitete ihnen Vergnügen, anderes reizte sie zum Lachen. Sie lachten oft und ausgelassen auf der Schlafmatte und spielten seltsame und sinnliche Spiele. Auch hierbei war er wie stets der Wissenschaftler. »Warum wirst du so nass? Du bist ein Brunnen, der mich in sich hineinsaugt.« Sie stieß ihm den Ellbogen in die Rippen. Aber ihre eigene Neugier brachte sie nicht in Verlegenheit. »Ich mag es, wenn er so klein ist, so schlaff und schwach und sich seidig anfühlt.« »Wodurch verändert er sich?« »Ich hatte früher eine Amme, die mir erzählt hat, dass er lang und schwer und fest wird, weil er sich mit Pneuma füllt.« »Meinst du, das stimmt?« Er schüttelte den Kopf. »Nein, nicht mit Luft.« »Er füllt sich mit Blut.« »Ich habe einmal einen Gehengten gesehen, dessen Schwanz steif war und so voller Blut, dass er rot wie ein Lachs aussah.« »Ich habe dich aber nicht aufgehängt, Robert Jeremy Cole.« »Es hat damit zu tun, was man riecht und sieht.« »Einmal bin ich auf einer anstrengenden Reise auf einem Hengst geritten, der so erschöpft war, dass er sich kaum noch rühren konnte. Aber dann hat er die Witterung einer Stute aufgenommen und noch bevor er das Tier sehen konnte, waren sein Organ und seine Muskulatur hart wie Holz und er hat sich so wild auf sie gestürzt, dass ich ihn zügeln musste.« Er liebte sie, und sie war jedes Opfer wert. Dennoch tat sein Herz einen Sprung, als eines Tages eine vertraute Gestalt vor der Tür stand und ihm grüßend zunickte. »Komm herein, Mirdin!« Als Mary der Besuch vorgestellt wurde, sah sie Mirdin neugierig an. Sie trug Wein und Kuchen auf und zog sich dann aber gleich zurück, um die Tiere zu füttern, ein erneuter Beweis für ihren klugen Instinkt, den er so schätzte. »Bist du wirklich Christ?« Rob nickte. »Ich kann dich an einen fernen Ort in Farce bringen. Der Rabbe nur dort ist mein Vetter. Wenn du den Waisenrat des Ortes darum bittest, Jude werden zu dürfen, nehmen sie dich vielleicht auf. Dann gäbe es keinen Grund mehr für Lügen und Betrug.« Rob sah ihn an und schüttelte langsam den Kopf. Mirdin seufzte. »Wenn du ein Scharlatan wärst, hättest du sofort Ja gesagt. Aber du bist ein ehrlicher und aufrechter Mann und zudem ein ungemein guter Arzt. Deshalb kann ich mich nicht von dir abwenden. Ich danke dir. Jesse Ben Benjamin ist nicht dein richtiger Name? Nein. In Wahrheit heiße ich, aber Mirdin schüttelte warnend den Kopf und hob eine Hand. Dein anderer Name darf nie zwischen uns fallen. Du musst Jesse Ben Benjamin bleiben.« Er sah Rob prüfend an. »Du hast dich gut in die Jehudi hier eingefügt.« Manches kam mir seltsam vor. Ich habe mir eingeredet, das käme daher, weil dein Vater ein europäischer Jude war, ein Abtrünniger, der unsere Sitten und Gebräuche vergessen und es vernachlässigt hat, sein Geburtsrecht an seinen Sohn weiterzugeben. Aber du musst ständig auf der Hut bleiben, sonst machst du irgendwann einen verhängnisvollen Fehler. Wenn dein Betrug ans Licht kommt, wird das Gericht der Mullahs dich zu einer grausamen Strafe verurteilen. Ganz sicher zum Tod. Wenn du ertappt wirst, könnte das die Juden hier in Gefahr bringen, auch wenn sie an deinem Betrug nicht mitschuldig sind. »Aber in Persien kann es leicht geschehen, das Unschuldige zu leiden haben.« »Bist du sicher, dass du eine so große Gefahr auf dich nehmen willst?« fragte Rob leise. »Ich habe darüber nachgedacht. Ich bleibe dein Freund.« »Das macht mich froh.« Mirdin nickte. »Ich habe meinen Preis.« Rob wartete. »Du musst das, was du zu sein vorgibst, verstehen.« Jude zu sein, erschöpft sich nicht darin, einen Kaftan überzuziehen und den Bart auf eine bestimmte Weise zu tragen. »Wie soll ich dieses Verständnis gewinnen?« »Du musst die Gebote des Herrn studieren.« »Ich kenne die Zehn Gebote.« Agnes Cole hatte sie all ihren Kindern beigebracht. Mirdin schüttelte den Kopf. »Diese Zehn sind nur ein Bruchteil der Gesetze, aus denen unsere Tora besteht. Die Tora enthält 613 Gebote. Die musst du lernen. Und zwar zusammen mit dem Talmud, das heißt den Kommentaren zu den jeweiligen Gesetzen. Erst dann wirst du die Seele meines Volkes erkennen.« »Das ist schlimmer als die Fick. Ich ersticke noch an Gelehrsamkeit,« entgegnete er verzweifelt. Mirdins Augen glimmten. »Das ist mein Preis,« sagte er. Rob sah, dass es ihm ernst war. Er seufzte. »Hohl dich, der Teufel!« »Einverstanden.« Jetzt lächelte Mirdin zum ersten Mal. Er goss sich etwas Wein ein, strafte den europäischen Tisch und die Stühle mit Verachtung und setzte sich auf den Boden, die Beine untergeschlagen. »Also fangen wir an.« »Das erste Gebot lautet, seid fruchtbar und mehret euch!« Rob merkte, wie gut es ihm tat, Mirdins freundliches, gütiges Gesicht hier in seinem Haus zu sehen. »Ich versuche es ja, Mirdin,« sagte er grinsend zu seinem Freund. »Ich tue wirklich mein Bestes.« Jesse wird geformt. »Sie heißt Mary, wie die Mutter Jesu,« erklärte Mirdin seiner Frau in ihrer Sprache. »Sie heißt Pharah,« sagte Rob auf Englisch zu Mary. Die beiden Frauen musterten einander. Mirdin hatte Pharah und seine braunhäutigen kleinen Söhne David und Issachar zu Besuch mitgebracht. Die Frauen konnten sich nicht unterhalten, weil sie keine gemeinsame Sprache hatten. Dennoch teilten sie einander schon bald kichernd gewisse Gedanken mit, durch Handzeichen, Augenrollen und enttäuschte Ausrufe. Vielleicht schloss Pharah auf Befehl ihres Mannes Freundschaft mit Mary, aber von Anfang an achteten und schätzten die beiden so unterschiedlichen Frauen sich gegenseitig. Pharah zeigte Mary, wie sie ihr langes, rotes Haar aufstecken und mit einem Tuch bedecken sollte, bevor sie das Haus verließ. Es gab jüdische Frauen, die Schleier trugen wie die Mohamedanerinnen, doch viele bedeckten einfach ihr Haar, und durch diese schlichte Maßnahme wurde auch Mary weniger auffällig. Pharah führte sie zu den Marktständen, wo die Ware frisch und das Fleisch gut war, und zeigte ihr die Händler, die sie meiden sollte. Pharah brachte ihr bei, wie man Fleisch koscher macht, indem man es einlegt und salzt, um das restliche Blut zu entfernen, und auch, wie man Fleisch mit gemahlenem Pfeffer, Knoblauch, Lorbeerblättern und Salz in einen geschlossenen, irdenen Topf gab, ihn dann mit heißen Kohlen bedeckte und das Gericht den ganzen langen Schabbat übergaren ließ, so dass es würzig und zart wurde, eine Köstlichkeit namens Schalend, die zu Robs Lieblingsspeise wurde. Ach, ich würde so gerne mit ihr reden, ihr Fragen stellen und so manches erzählen können, sagte Mary zu Rob. Ich werde dir Unterricht in ihrer Sprache geben. Aber sie wollte nichts wissen von der Sprache der Juden oder der Perser. Fremde Sprachen fallen mir nicht so leicht wie dir, sagte sie. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich Englisch konnte, und ich musste schuften wie eine Sklavin, um Latein zu lernen. Kehren wir denn nicht bald dorthin zurück, wo ich meine gälische Muttersprache hören kann? Wenn die Zeit reif ist, sagte er, machte er aber keine Versprechungen, wann das sein würde. Mirdin kümmerte sich darum, dass Jesse ben Benjamin wieder in der Jehudiä aufgenommen wurde. Seit den Tagen von König Salomo, nein, noch vor Salomo, haben Juden nicht jüdische Frauen geheiratet und innerhalb der jüdischen Gemeinde gelebt. Aber immer waren das Männer, die durch ihr tägliches Leben allen gezeigt haben, dass sie ihrem Volk weiter angehörten. Auf Mirdins Vorschlag hin machten sie es sich zur Gewohnheit, zweimal am Tag zum Gebet in der Jehudiä zusammenzukommen. Morgens zum Schacharit in der kleinen Synagoge namens Haus des Friedens, die Rob bevorzugte, und abends zum Marif in der Haus- von Zion-Synagoge unweit von Mirdins Wohnung. Das fiel Rob nicht schwer. Schon immer hatte er das Vor- und Zurückschwanken beim Beten, die Besinnlichkeit und den rhythmischen Gesang als beruhigend empfunden. Da ihm die Sprache immer vertrauter wurde, vergaß er allmählich, dass er die Synagoge aufsuchte, um seine Tarnung aufrecht zu erhalten, und mitunter hatte er das Gefühl, dass seine Gedanken zu Gott aufstiegen. Er betete nicht als Jesse der Jude oder als Rob der Christ, sondern als einer, der Verstehen und Trost suchte. Manchmal überkam ihn dieses Gefühl, wenn er ein jüdisches Gebet aufsagte, aber oft genug fand er innere Einkehr, wenn er sich an ein Bruchstück aus seiner Kindheit erinnerte. Während also um ihn herum Männer Segnungen murmelten, die so alt waren, dass sie vielleicht schon von einem Zimmermannssohn aus Galiläa gesprochen worden waren, konnte es geschehen, dass er einen von Moms Heiligen anrief, oder Jesus oder dessen Mutter. Immer seltener warf man ihm finstere Blicke zu und hörte bald ganz damit auf. Während die Monate verstrichen, gewöhnten sich die Bewohner der Jehudiä an den Anblick des großen englischen Juden, der zum Erntefest Sukkot, eine duftende Zitrone, in der Hand hielt und Palmzweige im Haus des Friedens schwenkte, der zum Jom Kippur mit den anderen fastete und in der Prozession mittanzte, die den Schriftrollen folgte, wenn Gottes Übergabe der Tora an das auserwählte Volk gefeiert wurde. Jakob ben Raschi sagte zu Mirdin, es sei offensichtlich, dass Jesse ben Benjamin sich alle Mühe gab, seine unbesonnene Heirat mit einer Nichtjüdin wieder gut zu machen. Der kluge Mirdin erkannte den Unterschied zwischen schützender Anpassung und völliger Hingabe der Seele. Ich bitte dich um eines, sagte er. Du darfst nie zulassen, dass du der zehnte Mann bist. Rob verstand ihn. Wenn die Gläubigen auf eine Minyan warteten, die Versammlung von zehn jüdischen Männern, die einen öffentlichen Gottesdienst ermöglichte, wäre es niederträchtig gewesen, sie um seiner Tarnung willen zu täuschen. Er versprach es ihm auf der Stelle und hielt sich gewissenhaft daran. Fast jeden Tag fanden Mirdin und er Zeit, die Gebote zu studieren. Sie brauchten kein Buch dazu. Mirdin kannte sie alle. Im Allgemeinen ist man sich darüber einig, dass aus der Tora 613 Gebote abgeleitet werden können, sagte er. Aber über deren genaue Form besteht keine Einigkeit. So betrachtet beispielsweise der eine Gelehrte eine Regel als eigenständiges Gebot, während der andere sie nur als Teil des vorhergehenden Gesetzes ansieht. Von mir hörst du die Version der 613 Gebote, die seit vielen Generationen in meiner Familie weitergegeben wird und die mich mein Vater, Reb Mulka Askar aus Maskat, gelehrt hat. Mirdin sagte, dass 248 Midswot positive Gebote seien, wie etwa die Regel, dass ein Jude für Witwen und Waisen sorgen müsse, und dass 365 negative Gebote und damit Verbote seien, wie die Ermahnung, dass ein Jude sich nicht bestechen lassen dürfe. Es machte Rob mehr Vergnügen, die Midswot von Mirdin zu lernen, als sich seinen anderen Studien zu widmen, weil er wusste, dass er darin keine Prüfung ablegen musste. Er genoss es, bei einem Becher Wein zu sitzen und dem jüdischen Gesetz zu lauschen, und schon bald merkte er, dass ihre Sitzungen auch sein Verständnis der mohammedanischen Fick vertieften. Er arbeitete mehr denn je, aber er genoss jeden Tag. Er wusste, dass das Leben in Isfahan für ihn sehr viel einfacher war als für Mary. Obwohl er jeden Abend freudig zu ihr zurückkehrte, machte er sich jeden Morgen mit einer anderen Art von Freude auf den Weg zum Maristan und der Madrasa. Es war das Jahr, in dem er Galen studierte, und er versenkte sich in die Beschreibung anatomischer Phänomene, die nicht erkennbar waren, wenn man einen Patienten bloß ansah. Den Unterschied zwischen Arterien und Venen, den Puls, die Arbeitsweise des Herzens als eine sich immer wieder schließende Faust, die das Blut während der Systole von sich stößt, sich dann entspannt und sich während der Diastole wieder mit Blut füllt. Er wurde von seinem Praktikum bei Yalal abgezogen und wandte sich nun von den Wundhaken, Verbindungsstücken und Seilen des Knocheneinrichters den chirurgischen Instrumenten zu, denn nun war er Al-Yusjani zugeteilt. Er kann mich nicht leiden. Ich darf immer nur seine Instrumente sauber machen und schärfen, beklagte er sich bei Karim, der mehr als ein Jahr lang für Al-Yusjani gearbeitet hatte. Das macht er zu Anfang mit jedem so, sagte Karim. Lass dich nicht entmutigen. Karim hatte jetzt gut reden. Zu seinem Khaled gehörte ein großes und elegantes Haus, von dem aus er nun zu seinen Patienten ging, die überwiegend den Familien bei Hofer angehörten. Die Adeligen fanden es schick, beiläufig zu erwähnen, dass ihr Medikus Persiens Läuferheld sei, der Karim, der den Tschatir gewonnen hatte, und die Schar seiner Patienten wuchs so rasch an, dass er selbst ohne das Preisgeld und die Leibrente, die der Schar ihm zugesprochen hatte, ein wohlhabender Mann geworden wäre. Er schmückte sich mit teuren Gewändern, und wenn er Rob und Mary besuchte, brachte er großzügige Geschenke mit, köstliche Speisen und Getränke, und einmal sogar einen dicken Hamadan-Teppich für den Boden. Ein Hochzeitsgeschenk. Er machte Mary schöne Augen und sagte auf Persisch die anzüglichsten Dinge zu ihr, sodass sie, wie sie erklärte, froh war, ihn nicht zu verstehen. Aber sie hatte ihn bald ins Herz geschlossen und behandelte ihn wie einen unartigen Bruder. Auch im Krankenhaus, wo Rob erwartet hatte, dass Karims Beliebtheit nicht ganz so groß sein würde, verhielt es sich ähnlich. Die Studenten folgten ihm in Scharen auf seinem Rundgang, als wäre er der Weiseste der Weisen. Und Rob konnte nicht widersprechen, als Mirdin Askari grinsend bemerkte, die beste Art, ein erfolgreicher Arzt zu werden, sei es, den Chattir zu gewinnen. Hin und wieder unterbrach Al-Yusjani Rob bei der Arbeit und forderte ihn auf, den Namen des Instrumentes zu nennen, das er gerade reinigte, oder dessen Verwendung zu beschreiben. Es gab wesentlich mehr Instrumente, als Rob aus seiner Baderzeit geläufig waren. Chirurgische Werkzeuge, die eigens für ganz besondere Aufgaben entworfen worden waren, und so säuberte und schärfte er abgerundete Bisturis, geschwungene Bisturis, Skalpelle, Knochensägen, Ohrküretten, Sonden, kleine Messerchen zum Öffnen von Zysten, Bohrer zum Entfernen von Fremdkörpern aus Knochen. Schließlich erwies sich Al-Yusjanis Vorgehensweise doch als sinnvoll, denn als Rob ihm zwei Wochen später im Operationssaal zur Hand gehen durfte, brauchte der Chirurg nur eine Bitte zu murmeln und Rob konnte ihm das gewünschte Instrument überreichen. Es gab noch zwei weitere Studenten, die schon seit Monaten für Al-Yusjani arbeiteten. Sie durften bei einfachen Fällen operieren, doch nicht ohne sich ständig die beißenden Bemerkungen und den strengen Tadel ihres Meisters anhören zu müssen. Rob musste zehn Wochen lang Handreichungen machen und zusehen, bevor Al-Yusjani ihm erlaubte, einen Schnitt zu setzen, wenn auch nur unter Aufsicht. Als es soweit war, sollte er den Zeigefinger eines Kameltreibers abnehmen, dessen Hand von einem Kamelhuf zerquetscht worden war. Er hatte durch Beobachtung gelernt. Al-Yusjani legte stets eine Aderpresse an, für die er einen dünnen Lederriemen benutzte, ganz ähnlich wie denjenigen, die vor dem Aderlass zum Hervorheben einer Vene verwendet wurden. Rob befestigte die Aderpresse geschickt und führte die Amputation ohne Zaudern durch, denn dieselbe Operation hatte er während seiner Jahre als Baderchirurg häufig ausgeführt. Damals jedoch war er bei der Arbeit immer durch Blutungen behindert worden und er war von Al-Yusjani's Technik begeistert, durch die er einen Hautlappen anlegen und den Stumpf verschließen konnte, ohne unablässig Blut abwischen zu müssen. Denn es blutete so gut wie gar nicht. Al-Yusjani, der wie üblich finster dreinblickte, beobachtete ihn genau. Als Rob fertig war, wandte sich der Chirurg ohne ein Wort des Lobes ab, aber immerhin hatte er nicht gemurrt oder auf ein anderes Verfahren hingewiesen, das besser gewesen wäre, und als Rob nach der Operation den Tisch sauber wischte, spürte er, dass sein Gesicht vor Stolz über den kleinen Triumph blühte. Vier Freunde Falls der König der Könige aufgrund der ihm von Rob übermittelten Nachrichten irgendwelche Schritte unternommen hatte, um die Macht seines Großvisiers zu beschneiden, so war nichts davon zu spüren. Kandraseys Mullahs schienen im Gegenteil allgegenwärtiger denn je, noch strenger und noch entschlossener in ihrem Eifer, die Einhaltung der im Koran geförderten mohammedanischen Lebensführung nach Auslegung des Imam in Isfahan zu überwachen. Sieben Monate waren vergangen, ohne dass der Schah Rob hatte rufen lassen. Er war froh darüber, denn die Stunden mit seiner Frau und seiner Ausbildung zum Arzt nahmen seine Zeit in Anspruch. Eines Morgens wurde er zu Marys Bestürzung, wie bei den früheren Gelegenheiten von Soldaten, abgeholt. Der Schah wünscht heute mit euch auszureiten. Mach dir keine Sorgen, beruhigte er seine Frau und ging mit ihnen. Vor den großen Stellen hinter dem Haus des Paradieses stieß er auf einen Aschfahlen Mirdin Askari. Sie berieten sich und kamen zu dem Schluss, dass Karim hinter ihrer Einladung stecken musste, der, seit er zu Läuferberühmtheit gelangt war, Alas Lieblingsbegleiter war. Und so war es, Als der Schah zu den Stellen kam, ging Karim gleich hinter dem Herrscher und auf seinem Gesicht lag ein breites Grinsen, während er dem Schah zu seinen beiden Freunden folgte. Das Grinsen verlor etwas an Selbstsicherheit, als der Schah sich zu Mirdin vorbeugte, als der sich zum Ravi Zemin niederwarf und hörbar Worte in seiner Muttersprache murmelte. Komm schon, sprich Persisch, damit wir verstehen, was du sagst, herrschte Allah ihn an. Das war ein Segensspruch, Herr. Ein Segen, den die Juden sprechen, wenn sie einen König sehen, brachte Mirdin hervor. Gesegnet seist du, O Herr, unser Gott, König des Universums, der auf Fleisch und Mensch den Abglanz seiner Herrlichkeit fallen lässt. Die Dimi sprechen ein Dankgebet, wenn sie ihren Schah sehen, sagte Allah verwundert und erfreut. Rob wusste, dass es eine Beracha war, eine Lobpreisung, die von den Gläubigen beim Anblick eines jeden Königs gesprochen wurde, doch weder er noch Mirdin hielten es für notwendig, darauf hinzuweisen. Und Allah war in strahlender Laune, als er sich auf seinen Schimmel schwang und sie hinter ihm her in die stille Landschaft hinausretten. Ich habe gehört, dass du eine europäische Frau genommen hast, rief er Rob zu und drehte sich dabei im Sattel um. Das ist wahr, Majestät. Man sagt, ihr Haar habe die Farbe von Henna. Ja, Majestät. Die Haare einer Frau sollten schwarz sein. Rob durfte dem Schah nicht widersprechen und er sah auch keine Notwendigkeit dafür. Er war dankbar, dass er eine Frau hatte, die dem Schah nicht gefiel. Sie verbrachten den Tag genauso wie damals, als Rob den Schah zum ersten Mal auf einem Ausritt begleitet hatte, nur waren diesmal noch zwei andere dabei, um die Last der hochherrschaftlichen Aufmerksamkeit mitzutragen, und so empfand er es weniger anstrengend und wesentlich vergnüglicher als bei ihrem ersten Ausritt. Allah stellte mit Entzücken fest, dass Mirdin ein profunder Kenner der persischen Geschichte war. Und während sie langsam in die Berge hineinritten, unterhielten sich die beiden über die Plünderung von Persepolis durch Alexander, die Allah als Perser verwerflich fand und als Heerführer bewunderte. Am späten Vormittag kämpfte Allah an einem schattigen Plätzchen mit dem krummen Säbel gegen Karim, und während die beiden herumwirbelten und die Säbel klirrend aufeinanderprallten, sprachen Mirdin und Rob leise über die verschiedenen Möglichkeiten des Abbindens für Operationen. Sie erörterten die jeweiligen Vorzüge von Seide, Leinenfäden, von denen sie übereinstimmend fanden, dass sie sich zu schnell zersetzten, Rosshaar und, von Ibn Sinna empfohlen, Menschenhaar. Gegen Mittag gab es im Schatten des königlichen Zeltes reichlich zu essen und zu trinken, und dann ließen die drei sich nacheinander beim Spiel des Schaars besiegen, obgleich Mirdin sich tapfer schlug und einmal fast gewonnen hätte, was den Sieg für Allah umso süßer machte. In Allahs geheimer Höhle ahlten sich die vier genüsslich im Teich, entspannten ihre Körper im warmen Wasser und gerieten durch einen unerschöpflichen Vorrat an erlesenen Getränken in heitere Stimmung. Karim kostete den Wein anerkennend und ausgiebig, bevor er ihn hinunterschluckte, und bedachte Allah mit einem Lächeln. »Ich war ein Betteljunge. Habe ich euch das schon erzählt, Majestät?« Allah erwiderte sein Lächeln und schüttelte den Kopf. »Ein Betteljunge trinkt heute den Wein des Königs der Könige.« »Ja, ich habe einen Betteljungen und zwei Juden zu meinen Freunden gemacht.« Allah lachte lauter und anhaltender als die anderen. »Für meinen Hauptmann, der Chattier, habe ich hochfliegende und wunderbare Pläne. Und diesen Dimi mag ich schon lange,« sagte er und versetzte, beschwipst wie er war, Rob einen freundschaftlichen Stoß. »Und jetzt scheint mir noch ein Dimi ein vortrefflicher Mann zu sein, dessen Name es sich zu merken lohnt. »Mirdin Askari.« »Wenn du mit der Madrassa fertig bist, musst du in Isfahan bleiben und Medikus an meinem Hofe werden.« Mirdin wurde rot vor Verlegenheit. »Das ist eine große Ehre, Herr. Ich bitte untertänigst, das nicht als Beleidigung aufzufassen, aber ich erflehe eure Gunst, mir zu erlauben, wenn ich einst Hakim bin, in meine Heimat am großen Golf zurückzukehren. Mein Vater ist alt und gebrechlich. Ich werde der erste Medikus in unserer Familie sein, und er soll doch noch erleben, dass ich in den Schoß unserer Familie zurückkehre.« Alain nickte beiläufig. »Was macht deine Familie am großen Golf?« »Solange man denken kann, haben die Männer unserer Familie die Küsten bereist und Perlen von den Tauchern gekauft, Majestät.« »Perlen? Das ist gut. Ich kaufe nämlich Perlen, wenn ich gute finde. Du wirst das Glück deiner Familie begründen, Dimi, denn du musst ihnen auftragen, die größte und schönste Perle zu finden und sie mir zu bringen. Ich werde sie kaufen und deine Familie reich machen.« Auf dem Heimweg saßen sie schwankend in ihren Sätteln. Allah versuchte, aufrecht zu sitzen und sprach mit einer Herzlichkeit zu ihnen, die die schmerzliche Ernüchterung, die unausweichlich folgen musste, vielleicht überstehen würde, vielleicht aber auch nicht. Als sie die herrschaftlichen Stelle erreichten und seine Diener und katzbuckelnden Höflinge sich um ihn scharten, geruhte der Schar mit den drei Medizinern zu prahlen. »Wir sind vier Freunde!« rief er so laut, dass der halbe Hof es hören konnte. »Einfach vier gute Männer, die Freunde sind!« Die Geschichte verbreitete sich in der Stadt wie ein Lauffeuer, wie jeder Klatsch, der den Schar betraf. »Bei manchen Freunden kann man nicht vorsichtig genug sein,« mahnte Ibn Sina Rob eines Morgens etwa eine Woche später. Sie befanden sich auf einem Fest zu Ehren des Schars, zu dem Pfad Ali geladen hatte, ein reicher Mann, dessen Handelshaus das Haus des Paradieses und die meisten Adligen am Hofe mit Wein belieferte. Rob freute sich, Ibn Sina zu sehen. Seit Robs Heirat hatte ihn der oberste Arzt mit der ihm eigenen Feinfühligkeit nur noch selten abends zu sich eingeladen. Sie schlenderten an Karim vorbei, der von einer ganzen Schar bewundernder Höflinge umringt war, und Rob kam es vor, als sei sein Freund nicht nur der Gegenstand, sondern auch der Gefangene dieser Bewunderung. Die Einladung war an sie ergangen, weil jeder von ihnen der Empfänger eines Kaläth war. Aber Rob langweilten die Feste des Schars. Auch wenn sie sich in Einzelheiten unterscheiden mochten, so herrschte im Großen und Ganzen auf allen die gleiche Eintönigkeit. Außerdem empfand er sie als pure Zeitverschwendung. Ich würde jetzt viel lieber im Maristan arbeiten, wo ich hingehöre, sagte er. Die Benziner sah sich vorsichtig um. Sie spazierten allein über das Anwesen des Kaufmanns und würden ein wenig Zeit für sich haben, da Ala kurz zuvor in Fad Alis Harem verschwunden war. Du darfst nie vergessen, dass der Umgang mit einem Monarchen etwas ganz anderes ist, als der Umgang mit einem normalen Menschen, sagte Ibenziner. Ein König ist nicht wie du und ich. Er lässt unbekümmert die Hand sinken und jemand wie wir verliert sein Leben. Oder er krümmt einen Finger und einem anderen wird das Leben geschenkt. Das ist absolute Macht und keiner auf dieser Welt kann ihr widerstehen. Selbst die besten Herrscher verlieren darüber den Verstand. Rob zuckte mit den Achseln. Ich suche nie die Gesellschaft des Schahs und ich habe auch keinerlei Verlangen, mich in die Politik einzumischen. Ibenziner nickte zustimmend. Viele Herrscher im Oriente nennen mit Vorliebe Ärzte zu ihren Visieren, weil sie das Gefühl haben, dass ein Heiler auf irgendeine Weise bereits Allahs Wohlwollen genießt. Ich weiß, wie leicht es ist, der Verlockung eines solchen Angebots zu erliegen und ich habe den berauschenden Wein der Macht gekostet. In jüngeren Jahren habe ich in Hamadan zweimal die Ernennung zum Visier angenommen. Das war gefährlicher als die Ausübung der Medizin. Nach dem ersten Mal entging ich der Hinrichtung nur um Haaresbreite. Man warf mich in den Burgkaker, den Ferdajan, wo ich monatelang schmachten musste. Nach meiner Freilassung aus dem Ferdajan Visier hin oder her wusste ich, dass ich in Hamadan nicht mehr sicher war. Also habe ich mich mit Aljusjani und meinem gesamten Haushalt auf den Weg nach Isfahan gemacht, wo ich seither unter Allahs Schutz stehe. Sie kehrten um und gingen den Weg, den sie gekommen waren, zurück zu den Gärten, wo das Fest stattfand. Ein Glück für Persien, das aller großen Ärzten gestattet, ihrem Beruf nachzugehen, sagte Rob. Ibn Sina lächelte. Das kommt seinen Plänen entgegen, als großer Schar bekannt zu werden, der Künste und Wissenschaften fördert, sagte er trocken. Schon als junger Mann hatte er das Verlangen, Herrscher eines mächtigen Reiches zu werden. Jetzt muss er versuchen, es zu vergrößern und seine Feinde aufzufressen, bevor sie ihn verschlingen. Die Seltschuken. Ah, ich würde die Seltschuken am meisten fürchten, wenn ich Visier in Isfahan wäre, sagte Ibn Sina. Aber Allah beäugte Mahmoud von Gasna mit dem größten Misstrauen, denn die beiden sind aus demselben Holz geschnitzt. Allah hat vier Raubzüge nach Indien unternommen und 28 Kriegselefanten erbeutet, aber Mahmoud sitzt näher an der Quelle, ist öfter in Indien eingefallen und besitzt über 50 Kriegselefanten. Allah beneidet und fürchtet ihn. Falls Allah seinen Traum verwirklichen will, muss er als nächstes Mahmoud ausschalten? Ibn Sina blieb stehen und legte eine Hand auf Robbs Arm. Du musst sehr vorsichtig sein. Aufmerksame Beobachter behaupten, dass Kandrassés Tage als Großvisier gezählt sind und dass ein junger Medikus seinen Platz einnehmen soll. Robb sagte nichts darauf, doch plötzlich fiel ihm ein, dass Allah erwähnt hatte, er habe hochfliegende und wunderbare Pläne mit Karim. Wenn das wahr ist, wird Kandrassé erbarmungslos jeden vernichten wollen, den er als Freund oder Anhänger seines Rivalen betrachtet. Es genügt nicht, dass du selbst keinen politischen Ehrgeiz hast. Wenn ein Arzt Umgang mit den Mächtigen pflegt, muss er lernen, sich zu beugen und mit dem Wind zu biegen, sonst kann er nicht überleben. Robb hatte seine Zweifel, ob er besonders geschickt darin sein würde, sich zu beugen und mit dem Wind zu biegen. Sei nicht allzu besorgt, sagte Ibn Sina. Allah ändert seine Meinung oft und rasch und man kann nicht wissen, was er in Zukunft tun wird. Sie gingen weiter und erreichten die Gärten, kurz bevor der Mann, um den sich ihre Unterhaltung gedreht hatte, entspannt und gut gelaunt aus Fahrt Alis Harem zurückkehrte. Irgendwann im Laufe des Nachmittags kam Robb die Frage in den Sinn, ob Ibn Sina je Gastgeber eines Festes für seinen Schar und Beschützer war. Er ging zu Kuff und fragte ihn möglichst beiläufig danach. Der grauhaarige Stadthauptmann kniff nachdenklich die Augen zusammen und nickte dann. Vor ein paar Jahren, erinnerte er sich. Es lag auf der Hand, dass Allah kein Interesse an Ibn Sinas erster Frau, Reza, der Frommen gehabt haben konnte. Also hatte er seine königlichen Rechte sicherlich bei Despina geltend gemacht. Robb stellte sich vor, wie der Schar die Wendeltreppe im steinernen Turm emporstieg, während Kuff den Eingang bewachte und wie er den kleinen, sinnlichen Körper des Mädchens bestieg. Gebannt betrachtete Robb die drei Männer. Jeder einzelne umringt von einer Schar bewundernder und kriecherischer Höflinge. Um den Schar drängte sich das übliche Gefolge von Dienern und Arschkriechern. Ibn Sina, ernst und ruhig, beantwortete leise die Fragen von gelehrt aussehenden Männern. Um Karim, wie stets in letzter Zeit, scharrten sich so viele Bewunderer, dass er kaum auszumachen war. Sie wollten mit ihm sprechen, seine Kleidung berühren, sich im strahlenden Glanz seiner begehrten Gegenwart sonnen. Dieses Persien versuchte offenbar der Reihe nach, aus jedem Mann einen Hahnreihe zu machen. Es war für Robb ein ganz natürliches und gutes Gefühl, chirurgische Instrumente in der Hand zu halten, als wären sie Teile seines Körpers, die er austauschen konnte. Al-Josjani schenkte ihm immer mehr von seiner kostbaren Zeit und zeigte ihm mit viel Sorgfalt und Geduld, wie die verschiedenen Verfahren angewendet wurden. Die Perser kannten Möglichkeiten, die Patienten bewegungsunfähig und empfindungslos zu machen. Wenn man Hanf tagelang in Gerstenwasser einweichte und diesen Aufguss trank, blieb man zwar bei Bewusstsein, aber der Schmerz wurde betäubt. Robb verbrachte zwei Wochen bei den Meisterapothekern des Kasanat al-Sharraf und lernte, Tränke zuzubereiten, die Patienten in Tiefschlaf versetzten. Ihre Wirkung war schwer abzuschätzen, doch mitunter versetzten sie die Chirurgen in die Lage, operieren zu können, ohne dass die Patienten vor Krämpfen bebten und stöhnten und schrien. Die Rezepte ließen ihn eher an Magie denken als an Medizin. Das Fleisch eines Schafes von Fett befreien und in große Stücke schneiden. Die Fleischstücke auf eine großzügige Menge gerösteten Bilsenkrautsamens häufen und damit bestreuen. Das Ganze in einen irdenen Topf füllen und diesen unter einen Haufen Pferdedung stellen, bis sich Würmer darin bilden. Dann die Würmer in ein Glasgefäß geben, bis sie schrumpfen. Zur Anwendung zwei Teile Würmer und einen Teil pulverisiertes Opium vermengen und die Mischung dem Patienten in die Nase einführen. Pferdedung stellen, bis sich Würmer darin bilden. Dann die Würmer in ein Glasgefäß geben, bis sie schrumpfen. Zur Anwendung zwei Teile Würmer und einen Teil pulverisiertes Opium vermengen und die Mischung dem Patienten in die Nase einführen. Opium gewann man aus dem Saft einer orientalischen Blume, der Mondblume. Sie wurde auf den Feldern um Isfahan angebaut, doch die Nachfrage war größer als das Angebot, denn Opium wurde sowohl bei den Gottesdiensten in den Moscheen der Ismailiten als auch für medizinische Zwecke verwendet, so dass es auch aus der Türkei und aus Gasna eingeführt wurde. Es war der Grundstoff für alle schmerztötenden Mittel. Reines Opium und Muskat zermahlen, zusammen aufkochen und das Ganze vierzig Tage in altem Wein ziehen lassen. Die Flasche stets in der Sonne aufbewahren. Bald entsteht eine Paste, aus der sich Pillen drehen lassen, die jeden nach Verabreichung augenblicklich bewusstlos und empfindungslos machen. Meistens verwendeten sie ein anderes Mittel, weil Iben Sina es bevorzugte. Zu gleichen Teilen Bilsenkraut, Opium, Wolfsmilch und Süßholz nehmen. Die Zutaten einzeln zerstoßen und in einem Mörser miteinander vermengen. Gibt man von der Mischung etwas auf eine beliebige Speise, wird jeder, der davon isst, auf der Stelle einschlafen. Obwohl Rob den Verdacht hegte, dass Al-Jusiani ihm seine Beziehung zu Iben Sina verübelte, wurde er häufig bei Operationen eingesetzt, so dass er schon bald die Handhabung aller chirurgischen Instrumente beherrschte. Die anderen Praktikanten Iusianis gewannen den Eindruck, dass der Neue bessere Arbeit zugewiesen bekam als sie, und sie machten ihrem Ärger und der Eifersucht auf Rob durch Gemurmel und gehässige Bemerkungen Luft. Rob scherte sich nicht darum, denn er lernte mehr, als er je zu träumen gewagt hätte. Eines Nachmittags, nachdem er zum ersten Mal allein die Operation durchgeführt hatte, die ihn von allen am meisten beeindruckte, das Stechen des grauen Starrs, wollte er Iusiani danken, doch der Chirurg unterbrach ihn schroff. Du hast ein Händchen dafür, ein menschliches Fleisch zu schneiden. Es gibt nicht viele Studenten, die dieses Geschick besitzen, und der Sonderunterricht, den ich dir erteile, ist purer Eigennutz, weil du mir sehr viel Arbeit abnehmen wirst. Das stimmte. Tag für Tag nahm er Amputationen vor, nähte jede Art von Wunden, zapfte Bäuche an, um den Druck der in der Bauchhöhle angestauten Flüssigkeit zu lindern, entfernte Hämorrhoiden, verödete Krampfadern. Ich finde, das Herumschnippeln macht dir allmählich zu viel Spaß, bemerkte Mirdin scharfsinnig, als sie eines Abends in Mirdins Haus beim Spiel des Schahs saßen. Im Nebenzimmer lauschte Farah, wie Mary ihre Söhne mit einem gälischen Lied in den Schlaf sang. Es fesselt mich, gab Rob zu. Wenn er es erst zum Hakim gebracht hatte. In England genossen die Chirurgen weniger Ansehen als die Ärzte, aber in Persien sprach man sie mit der Ehrenbezeichnung Ustad an, und sie waren ebenso geachtet und wohlhabend. Aber Rob hatte seine Einwände. Die Chirurgie hat enge Grenzen. Wir müssen uns damit begnügen, immer nur auf der Außenseite zu operieren. Das Innere des Weltkörpers ist ein Geheimnis, das uns aus Büchern überliefert ist, die über tausend Jahre alt sind. Wir wissen beinahe nichts über das Körper Innere. So muss es auch sein, sagte Mirdin ruhig und schlug mit einem seiner Fußsoldaten einen Ruck. Christen, Juden und Mohammedaner sind sich darin einig, dass es eine Sünde ist, die menschliche Gestalt zu entweihen. Ich rede nicht von Entweihung. Ich rede von der Chirurgie. Ich rede vom Sezieren. Die Alten haben ihre Wissenschaft nicht durch Sündendrohungen geknebelt und das bisschen, was wir wissen, kommt von den frühen Griechen, denen es erlaubt war, den Körper zu öffnen und ihn zu studieren. Sie haben die Toten seziert und untersucht, wie der Mensch im Innern gebaut ist. Einen kurzen Augenblick lang hat ihr Verstand damals die gesamte Medizin erleuchtet und dann versank die Welt in Dunkelheit. Er brütete vor sich hin und spielte weniger aufmerksam, so dass Mirdin rasch den anderen Ruck und eines seiner Kamele schlug. Ich denke, sagte Rob schließlich fast beiläufig, dass es in den vielen Jahrhunderten dunkler Unwissenheit immer auch kleine, geheime Feuer gegeben hat. Jetzt wurde Mirdins Männer, die die Kraft fanden, tote Menschen in aller Heimlichkeit zu sezieren, die sich den Geistlichen widersetzt haben, um Gottes Werk als Ärzte zu verrichten. Mirdin starrte ihn an. Großer Gott! Sie wurden bestimmt als Hexer betrachtet. Sie konnten ihr Wissen nicht weitergeben, aber zumindest hatten sie es für sich selbst gewonnen. Jetzt war Mirdin in höchster Unruhe. Rob lächelte ihn an. Nein, ich würde so etwas nicht tun, sagte er sanft. Ich habe schon genug Schwierigkeiten damit, mich als Jude auszugeben. Mir fehlt einfach der Mut dazu. Auch für kleine Segnungen muss man dankbar sein, entgegnete Mirdin trocken. Er war jetzt so beklommen und abgelenkt, dass er schlecht spielte und kurz hintereinander einen Elefanten und zwei Pferde verlor. Aber Rob hatte noch nicht richtig gelernt, wie man den Sieg erzwingt. Rasch und wohl überlegt sammelte Mirdin seine Kräfte wieder und nach zwölf Zügen musste Rob zu seinem Kummer erneut den Schadrang erleben, den Schmerz des Schahs. Marys Erwartungen Farah war Marys einzige Freundin, aber die Jüdin genügte ihr. Die beiden Frauen saßen oft stundenlang beisammen und unterhielten sich ohne die Fragen und Antworten der sonst üblichen Plaudereien. Manchmal sprach Mary und Farah lauschte einem Strom gälischer Worte, die sie nicht verstand, manchmal sprach Farah in ihrer Sprache mit einer verständnislosen Mary. Worte spielten seltsamerweise eine unbedeutende Rolle. Was zählte, war das Spiel der Gefühle in den Gesichtszügen, die ausdrucksvollen Handbewegungen, der Klang der Stimme, Geheimnisse, die sich die Augen verrieten. So teilten sie einander ihre Gefühle mit, und für Mary war das von Vorteil, denn sie sprach von Dingen, die sie niemandem je anvertraut hätte, den sie erst zur kurze Zeit kannte. Sie brachte ihre Trauer über den Verlust ihres Vaters zum Ausdruck, ihre Sehnsucht nach einer christlichen Messe, ihr brennendes Heimweh, wenn sie wieder einmal von der jungen und schönen Frau geträumt hatte, die Jura Cullen einst gewesen war, und dann nach dem Aufwachen feststellen musste, dass sie sich in dem kleinen Haus in der Jehudi je befand, während die Erkenntnis, dass ihre Mutter schon lange tot war, in ihr Bewusstsein kroch wie eine kalte und eklige Kreatur. Und sie sprach von Dingen, die sie sonst nie über die Lippen gebracht hätte, ganz gleich, wie lange sie und Fahrer befreundet gewesen wären, von ihrer Liebe zu Rob, die so groß war, dass sie manchmal unbeherrscht zu zittern begann, von den Augenblicken, wenn das Begehren sie mit einer solchen Wärme durchflutete, dass sie zum ersten Mal rossige Stuten verstand und davon, dass sie nie wieder zusehen konnte, wie ein Schafbock ein Schaf bestieg, ohne daran zu denken, wie ihre Arme und Beine Rob umschlossen, an den Geschmack in ihrem Mund, den Duft seines festen warmen Fleisches, den pulsierenden magischen Teil ihres Mannes, durch den sie eins mit ihm wurde, wenn er voller Begehren in sie eindrang. Sie wusste nicht, ob Farah von solchen Dingen redete, aber ihre Augen und Ohren verrieten ihr, dass Mirdins Frau mitunter über Geheimes und Wichtiges sprach, und die beiden ungleichen Frauen fanden durch Liebe und Achtung zu tiefer Freundschaft. Eines Morgens schlug Mirdin Rob fröhlich lachend auf die Schulter. Du hast das Gebot, dich zu vermehren, befolgt. Sie erwartet ein Kind, Du wirst schon sehen, dabei irrt Farah sich nie. Zwei Tage später wurde Mary nach dem Frühstück plötzlich blass und erbrach, was sie gerade gegessen und getrunken hatte, sodass Rob den Lehmboden reinigen, scheuern und mit frischem Sand bestreuen musste. Von dieser Woche an wurde sie regelmäßig von Brechreiz geplagt und als ihre Monatsblutung ausblieb, gab es keinen Zweifel mehr. Eigentlich hätte sie hatte schon eine ganze Weile befürchtet, dass Gott mit ihrer Verbindung vielleicht nicht einverstanden war. Meistens war ihre Regel heftig und schmerzhaft gewesen und Mary war froh, davon befreit zu sein, aber die häufige Übelkeit war nicht viel besser. Rob hielt ihr den Kopf und machte sie sauber, wenn sie sich erbrach. Er dachte sowohl mit Freude als auch mit dunklen Vorahnungen an das Kind und fragte sich, was für ein Mensch wohl aus seinem Samen erwachsen würde. Er entkleidete seine Frau jetzt mit noch größerer Leidenschaft, denn der Wissenschaftler in ihm war von der Möglichkeit hingerissen, alle Veränderungen bis hin zur kleinsten Einzelheit genau zu beobachten. Die Höfe um ihre Brustwarzen wurden größer und dunkler, ihre Brüste schwerer, der Leib fing sacht an, sich zu runden. Mund und Nase schwollen leicht an, wodurch ihr Gesicht einen anderen Ausdruck annahm. Er bestand darauf, dass sie sich auf den Bauch legte, damit er die Ansammlung von Fett an ihren Hüften und Gesäßbacken einschätzen konnte, das leichte dicker werden der Beine. Zunächst genoss Mary die Aufmerksamkeit, doch mit der Zeit verlor sie die Geduld. Und die Zehen? regte sie sich auf. Was ist mit den Zehen? Er musterte ernsthaft ihre Füße und berichtete dann, dass die Zehen unverändert seien. Eine wahre Flut von Kastrationen verdarb Rob die Lust an der Chirurgie. Männer zu Eunuchen zu machen, gehörte zum Arbeitsalltag, und es wurden zwei Formen der Kastration ausgeführt. Gut aussehende Männer, die dazu ausersehen waren, die Eingänge des Harems zu den Frauen des Hauses in Berührung kamen, büßten nur ihre Hoden ein. Für den Dienst im Harem selber wurden vor allem hässliche Männer gesucht. Besonders gefragt waren Männer mit Entstellungen wie zerquetschten oder von Natur aus abstoßenden Nasen, missgebildete Mund, aufgeworfenen Lippen und schwarzen oder unregelmäßigen Zähnen. Damit sie den Geschlechtsverkehr nicht mehr ausüben konnten, wurden ihnen sämtliche Geschlechtsteile entfernt, so dass sie zum Wasserlassen eine Feder zu Hilfe nehmen mussten. Häufig wurden auch Knaben kastriert. Manche von ihnen schickte man nach Bagdad auf die Eunuchenschule, wo sie zu Sängern und Musikanten ausgebildet wurden oder gründliche Kenntnisse in den Bereichen Handel oder Einkauf und Verwaltung vermittelt bekamen. Das machte sie zu hoch geschätzten Dienern, zu wertvollem Besitz, so wie Ibn Sinas Eunuchensklave Vasif. Entscheidend beim Kastrieren war die Technik. Mit der linken Hand packte der Chirurg den zu amputierenden Körperteil. In der rechten Hand hielt er eine scharfe Klinge und trennte die Teile mit einem einzigen raschen Schnitt ab, denn Schnelligkeit war entscheidend. Danach wurde sofort eine Packung mit warmer Asche auf das blutende Gebiet aufgebracht und der Mann war für immer verändert. Al Yusjani hatte ihm erklärt, dass die Kastration auch als Strafe ausgeführt wurde. In solchen Fällen wurde manchmal aus Barmherzigkeit keine Aschepackung aufgelegt, sodass der Patient verbluten konnte. Eines Abends kam Rob nach Hause, sah seine Frau an und versuchte nicht daran zu denken, dass keiner der Männer oder Knaben, die er operiert hatte, je eine Frau so mit Leben erfüllen würde. Er legte seine Hand auf ihren warmen Leib, der noch nicht viel größer geworden war. Bald wird er wie eine grüne Melone aussehen, sagte sie. Ich möchte ihn sehen, wenn er eine Wassermelone ist. Er war ins Haus der Weisheit gegangen und hatte über den Pfötus nachgelesen. Ibenzina hatte geschrieben, dass sich das Leben, sobald der Schoß den Samen aufgenommen habe, in drei Phasen Forme. Der Arzt aller Ärzte vertrat die Auffassung, dass das Klümpchen sich in der ersten Phase in ein kleines Herz verwandelt. In der zweiten Phase entsteht ein weiteres Klümpchen, das sich zur Leber entwickelt. Und in der dritten Phase bilden sich dann alle weiteren wichtigen Organe. Ich habe eine Kirche entdeckt, sagte Mary. fragte er und war erstaunt, als sie nickte. Er hatte nicht gewusst, dass es eine Kirche in Isfahan gab. In der Woche zuvor waren sie und Fahrer zum armenischen Markt gegangen, um Weizen zu kaufen. Sie waren falsch abgebogen und in eine schmale, nach Urin stinkende Gasse geraten und so auf die Kirche des Erzengels Michael gestoßen. Ostkatholiken? Sie nickte erneut. Es ist eine winzige, armselige Kirche, die von einer Handvoll elendarmer armenischer Tagelöhner besucht wird. Bestimmt wird sie geduldet, weil sie zu klein ist, um eine Bedrohung darzustellen. Sie war noch zweimal allein dorthin gegangen und hatte die zerlumpten Armenier aus der Ferne beneidet, die die Kirche betraten oder aus ihr kamen. Die Messe wird in ihrer Sprache abgehalten. Wir könnten nicht einmal die Liturgie mitsprechen. Aber sie feiern das Abendmahl. Christus ist an ihrem Altar anwesend. Wir würden mein Leben aufs Spiel setzen, wenn wir dort der Messe beiwohnen. Geh zum Beten mit Pfarrer in die Synagoge, aber sprich deiner eigenen stummen Gebete. Wenn ich in der Synagoge bin, bete ich zu Jesus und den Heiligen. Augen. Mir muss kein Jude das Beten erlauben, zürnte sie. Mirdin war mit ihm einer Meinung, dass die Chirurgie kein Beruf für sich sei. Es liegt nicht nur an den Kastrationen, obwohl sie schrecklich sind, aber an manchen Orten, wo es keine Studenten gibt, die für die Gerichte der Mullahs Dienst tun, muss der Chirurg die Gefangenen nach ihrer Bestrafung versorgen. Wir gegen Krankheit und Schmerz einsetzen, statt Stummel und Stümpfe zu behandeln, die gesunde Glieder und Organe hätten sein können. Sie saßen in der frühen Morgensonne auf den Steinstufen zur Madrassa und Mirdin seufzte, als Rob ihm von Mary und ihrer Sehnsucht nach einer Kirche berichtete. Du musst mit ihr eure Gebete sprechen, wenn ihr allein seid. Und du musst sie zurück zu eurem Volk bringen, sobald du kannst. Rob nickte und betrachtete sein Gegenüber nachdenklich. Mirdin war verbittert und voller Hass gewesen, als er Rob für einen Juden hielt, der seinen eigenen Glauben verraten hatte. Doch seit er wusste, dass Rob ein Andersgläubiger war, hatte er sich in jeder Hinsicht als Freund erwiesen. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, sagte Rob langsam, dass jeder Glaube für sich in Anspruch nimmt, ganz allein Gottes Herz und Ohr zu besitzen? Wir, ihr und der Islam, jeder beschwört seine einzig wahre Religion. Könnte es vielleicht sein, dass sich alle drei irren? Vielleicht haben wir alle drei recht, gab Mirdin zur Antwort. Ein warmes Gefühl der Zuneigung stieg in Rob auf. Bald würde Mirdin Medikus sein und zu seiner Familie in Maskat zurückkehren. Wenn Rob es zum Hakim gebracht hatte, würde auch er nach Hause reisen. Sie würden einander bestimmt nie wiedersehen. Als er Mirdin in die Augen sah, war er sicher, dass der Freund dasselbe dachte wie er. Werden wiedersehen? Mirdin blickte ihn ernst an. Ich werde dich im Paradies treffen. Feierliches Ehrenwort? Rob lächelte. Feierliches Ehrenwort. Sie fassten einander bei den Handgelenken. Ich stelle mir die Grenze zwischen Leben und Paradies als einen Fluss vor, sagte Mirdin. Wenn es viele Brücken gibt, die diesen Fluss überqueren, könnte es Gott doch eigentlich gleichgültig sein, in welche Brücke ein Reisender wählt. Stimmt, sagte Rob. Die beiden Freunde verabschiedeten sich herzlich und jeder eilte an seiner Arbeit. Rob saß mit zwei anderen Studenten im Operationsraum und hörte zu, wie Aljusiani sie beschwor, über die nun folgende Operation Stillschweigen zu bewahren. Er wollte den Namen der Patientin nicht nennen, um ihren Ruf zu schützen, aber er ließ sie wissen, dass es sich um die nahe Verwandte eines mächtigen und berühmten Mannes handelte und dass sie Brustkrebs hatte. Wegen der Schwere der Erkrankung sollte das religiöse Verbot, das Aurat, demzufolge es jedem, außer dem Ehemann einer Frau untersagt war, ihren Körper vom Hals bis zum Knie zu sehen, außer Acht gelassen werden, damit sie sie operieren konnten. Man hatte der Frau Opiate und Wein tragen. Sie war füllig und schwer und unter dem Tuch, das um ihren Kopf gewickelt war, lugten graue Haarsträhnen hervor. Sie war leicht verschleiert und vollständig eingehüllt bis auf die Brüste, die groß, weich und schlaff waren, ein Anzeichen, dass die Patientin nicht mehr jung war. Al-Yosiani forderte die Studenten nacheinander auf, beide Brüste sanft abzutasten, damit sie lernten, wie sich ein Brusttumor anfühlte. Er war sogar ohne Abtasten erkennbar, eine sichtbare Wucherung an der Seite der linken Brust, so lang wie Rob's Daumen und dreimal so dick. Rob war ein äußerst aufmerksamer Beobachter. Nie zuvor hatte er eine geöffnete menschliche Brust gesehen. Blut quoll hervor, als Al-Yosiani das Messer in das nachgiebige Fleisch drückte und ein gutes Stück unterhalb des Knotens schnitt, weil er ihn ganz entfernen wollte. Die Frau stöhnte auf und der Chirurg arbeitete rasch, um fertig zu werden, bevor sie aufwachte. Rob sah, dass das Innere der Brust Muskeln enthielt, graues Zellgewebe und Klümpchen aus gelbem Fett, wie bei einem ausgenommenen Huhn. Deutlich konnte er mehrere rosafarbene Milchgänge ausmachen, die, wie die Arme eines Flusses an der Brustwarze zusammenliefen. Vielleicht hatte Aljusiani einen der Gänge verletzt, denn rötliche Flüssigkeit quoll aus der Brustwarze wie ein Tropfen rosiger Milch. Aljusiani hatte den Tumor entnommen und vernähte die Wunde rasch. Wenn der gleichen überhaupt möglich war, hätte Rob gesagt, dass der Chirurg nervös war. Sie ist mit dem Schar verwandt, dachte er. Vielleicht eine Tante. Vielleicht sogar die Frau, von der Schar ihm in der Höhle erzählt hatte, die Tante, die Allah in die körperliche Liebe eingeführt hatte. Stöhnend und beinahe wieder bei vollem Bewusstsein wurde sie fortgetragen, kaum dass die Brust geschlossen war. Aljusiani seufzte. Es gibt keine Heilung. Der Krebs wird sie am Ende umbringen, aber wir können versuchen, sein Fortschreiten zu verlangsamen. Er sah Ibn Sina draußen und ging hinaus, um ihm über die Operation zu berichten, während die Studenten den Operationsraum sauber machten. Bald darauf betrat Ibn Sina den Operationssaal, sprach kurz mit Rob und klopfte ihm auf die Schulter, bevor er sich von ihm verabschiedete. Rob war benommen. Was der oberste Arzt ihm mitgeteilt hatte, setzte ihm zu. Er verließ den Operationsraum und ging zum Kasanad Al-Sharraf, wo Mirdin arbeitete. Sie trafen sich auf dem Gang, der zur Apotheke führte. In Mirdins Gesicht erkannte Rob die gleichen Gefühle, die auch in ihm tobten. Du auch? Mirdin nickte. In zwei Wochen? Ja. Panik überfiel ihn. Ich bin noch nicht zur Prüfung bereit, Mirdin. Du bist schon vier Jahre hier, aber ich erst seit drei Jahren und ich bin einfach noch nicht so weit. Mirdin vergaß seine eigene Angst und lächelte. Du bist so weit. Du warst Badachirurg und alle deine Lehrer wissen mittlerweile, was du kannst. Wir haben noch zwei Wochen, um zusammen zu lernen und dann machen wir unsere Prüfung. Die Zeichnung Ibn Sina war in einer kleinen Siedlung namens Afshanah in der Nähe des Dorfes Karmaitan zur Welt gekommen und kurz nach seiner Geburt war die Familie in die nahegelegene Stadt Bukhara übersiedelt. Als er noch ein kleiner Junge war, schickte ihn sein Vater, ein Steuereintreiber, zu einem Lehrer des Koran und zu einem Lehrer der Literatur. Als Ibn Sina zehn Jahre alt war, kannte er den gesamten Koran auswendig und hatte einen Großteil der mohammedanischen Kultur in sich aufgenommen. Sein Vater lernte einen gelehrten Gemüsehändler der Mahmud der Mathematiker genannt wurde und dem Knaben indische Rechenkunst und Algebra beibrachte. Noch ehe dem begabten Jungen die ersten Barthaare sprossen, hatte er sich in Rechtskunde hervorgetan, Euklid und Geometrie studiert und seine Lehrer beschworen, den Vater, ihm das Leben eines Gelehrten zu ermöglichen. Mit elf Jahren nahm er das Studium auf und als er sechzehn war, hielt er Rechtswissenschaft. Sein ganzes Leben lang würde er sowohl Rechtskundler als auch Philosoph sein, doch er erkannte, dass diese gelehrten Berufe zwar in der persischen Welt in der erlebte großes Ansehen genossen, dass dem einzelnen Menschen aber nichts wichtiger war, als sein Wohlergehen und die Frage, ob er leben oder sterben würde. Das Schicksal wollte es, dass Ibn Sina schon in jungen Jahren zum Diener einer Reihe von Herrschern wurde, die seine außerordentliche Begabung zur Bewahrung ihrer Gesundheit nutzten. Und obwohl er zahlreiche Bücher über Recht und Philosophie verfasste, so viele, dass ihm das den liebevollen Beinamen zweiter Lehrer eintrog, der erste Lehrer war Mohamed, erntete er vor allem als Arzt aller Ärzte Ruhm und Bewunderung, wohin er auch kam. In Isfahan, wo er es im Nu vom politischen Flüchtling zum Hakim Baschi, dem obersten Arzt, gebracht hatte, waren zahllose Ärzte tätig, und es kamen ständig neue hinzu, denn jeder, der wollte, konnte sich Heiler nennen. Nur wenige dieser Möchtegernärzte besaßen den unermüdlichen Wissensdurst oder den scharfsinnigen Geist, wie sie für Iben Sinas Auseinandersetzung mit der Medizin prägend gewesen waren, und ihm wurde klar, dass ein Verfahren benötigt wurde, mit dem sich feststellen ließ, wer für den Arztberuf qualifiziert war und wer nicht. Schon seit über einem Jahrhundert mussten sich zukünftige Ärzte in Bagdad einer Prüfung unterziehen, und Iben Sina überzeugte die medizinische Gemeinschaft davon, dass die Madrasa in Isfahan eine Zulassungsprüfung für Ärzte einführen sollte. Er selbst erklärte sich zur Leitung dieser Prüfung bereit. Obwohl Iben Sina der herausragende Medikus des östlichen und westlichen Kalifats war, arbeitete er an einer Ausbildungsstätte, die weder den Ruf noch die Möglichkeiten der größten Akademien besaß. Die Akademie von Toledo hatte ihr Haus der Wissenschaft. Die Universität Bagdad hatte ihre Schule für Übersetzer. Kairo rühmte sich einer großen und ungebrochenen medizinischen Tradition, die viele Jahrhunderte zurückreichte. An jedem dieser Orte befand sich eine berühmte und große Bibliothek. Im Gegensatz dazu gab es in Isfahan nur die kleine Madrasa und eine Bibliothek, die von den Almosen der größeren und reicheren Einrichtungen in Bagdad abhängig war. Der Maristan war eine kleinere und bescheidenere Ausgabe des großen Adzudi-Krankenhauses in Bagdad. Die Anwesenheit Ibn Sinas musste den Mangel an Größe und Ruhm der Akademie ausgleichen. Ibn Sina bekannte sich der Sünde des Stolzes schuldig. Sein eigener Ruf war überragend und damit gleichsam unanfechtbar, und so legte er auf das Ansehen der Ärzte, die er ausbildete, den größten Wert. Am achten Tag des Monats Schawal brachte ihm eine Karawane aus Bagdad einen Brief von Ibn Sabur Jagut, dem dortigen Prüfungsleiter in Medizin. Ibn Sabur wollte in der ersten Hälfte des Monats Zilgada nach Isfahan kommen und den Maristan besuchen. Ibn Sina war Ibn Sabur schon einmal begegnet und wappnete sich innerlich gegen die herablassende Art und die ständigen selbstgefälligen Vergleiche seines Bagdater Rivalen. Trotz aller kostspieligen Vorteile, Medizin in Bagdad genoss, waren die Prüfungen dort, wie er wusste, bekanntermaßen Lachs. Aber hier am Maristan gab es zwei Medizinstudenten, die zu den Besten gehörten, die er je erlebt hatte. Und er erkannte die Möglichkeit, der Medizinergemeinde in Bagdad eindrucksvoll vor Augen zu führen, was für Ärzte Ibn Sina in Isfahan ausbildete. Weil also Ibn Sabur Jagut den Maristan besuchen würde, wurden Jesse Ben Benjamin und Mirdin Askari zu der Prüfung aufgerufen, die ihnen das Recht, sich Hakim zu nennen gewähren oder verweigern würde. Ibn Sabur Jagut war ganz so, wie Ibn Sina ihn in Erinnerung hatte. Der Erfolg Der Erfolg hatte seinen Augen unter den schweren Lidern einen leicht herrschen Ausdruck verliehen. Das Haar war grauer als damals bei ihrer Begegnung vor zwölf Jahren in Hamadan und er trug jetzt ein auffälliges teures Gewand aus buntem Stoff, das seinen Rang und Wohlstand unterstrich, aber trotz der wunderbaren Verarbeitung nicht kaschieren konnte, dass er seit den Tagen seiner Jugend erheblich an Körperumfang zugelegt hatte. Auf seinem Rundgang durch die Madrassa und den Maristan umspielte ein Lächeln seine Lippen, das seine hochmütige gute Laune zum Ausdruck brachte. Er seufzte und bemerkte, es müsse doch die reinste Erholung sein, sich mit Schwierigkeiten so kleiner Größenordnung auseinandersetzen zu dürfen. Der berühmte Besucher schien geschmeichelt, als man ihm die Mitgliedschaft in einer Prüfungskommission antrug, die zwei Kandidaten befragen würde. Die akademische Elite Isfahans war nicht sonderlich reich bestückt, aber an der Spitze der meisten Disziplinen standen hervorragende Köpfe, so dass Ibn Sina keine Schwierigkeiten hatte, eine Prüfungskommission zusammenzustellen, die auch in Kairo oder Toledo Respekt geerntet hätte. Al-Yusjani würde die Fragen zur Chirurgie stellen. Der Imam Yussef Gamali von der Freitagsmoschee sollte in Theologie prüfen. Musa Ibn Abbas, ein Mullah, der zum Stab des Imam Mirza Abul Kandrasse, des Großvisiers von Persien gehörte, würde Rechtskunde und Jurisprudenz abfragen. Ibn Sina selbst würde die Philosophie übernehmen und der Besucher aus Bagdad wurde dezent dazu ermutigt, die schwierigsten Fragen in Medizin zu stellen. Der Umstand, dass seine beiden Kandidaten Juden waren, störte Ibn Sina nicht. Natürlich waren unter den Hebräern auch Hohlköpfe, die schlechte Ärzte abgaben, doch seiner Erfahrung nach hatten die meisten klugen Dimi, die ein Medizinstudium begannen, die Prüfung schon halb in der Tasche. Denn gründliches Nachforschen und kluge Schlussfolgerungen, die Suche nach Wahrheiten und Beweisen, waren Bestandteile ihrer Religion, die ihnen in den Studierhäusern in Fleisch und Blut übergegangen waren, lange bevor aus ihnen Medizinstudenten wurden. Mirdin Askari wurde als erster hereingerufen. Sein freundliches Gesicht mit dem langen Kinn war aufmerksam, aber ruhig, und als Musa Ibn Abbas eine Frage zum Besitzrecht stellte, antwortete er schlicht, aber vollständig und ausführlich. Zitierte Beispiele und Präzedenzfälle und aus der Fick und der Scharia. Die anderen Prüfer merkten auf, als Yussef Gamali in seinen Fragen Rechtskunde und Theologie vermischte. Doch jedwede Befürchtung, dass der Kandidat vielleicht benachteiligt sein könnte, weil er nicht dem wahren Glauben anhing, wurden durch Mirdins Scharfsinn zerstreut. Für seine Argumente führte er Beispiele aus dem Leben Mohammeds und seinen überlieferten Gedanken ins Feld. Berücksichtigte die rechtlichen und gesellschaftlichen Unterschiede zwischen dem Islam und seinem eigenen Glauben, wenn diese bedeutsam waren? Und wenn nicht, flocht er die Tora als eine Untermauerung des Koran oder den Koran als eine Verteidigung der Tora in seine Antworten ein. Er benutzt seinen Verstand wie ein Schwert, dachte Ibn Sina. Täuscht an, pariert und landet dann und wann einen Treffer, als wäre sein Geist aus kaltem Stahl. Seine Gelehrsamkeit war derart vielschichtig, dass alle Anwesenden von dem klugen Verstand, der sich ihnen offenbarte, tief beeindruckt waren. Als Ibn Sabur zum Zuge kam, schoss er seine Fragen wie Pfeile ab. Stets kamen die Antworten ohne Zögern, doch sie gaben nie die Meinung von Mirdin Askari wieder. Stattdessen bestanden sie aus Zitaten von Ibn Sina Und einmal zitierte Mirdin aus Ibn Sabur Yakuts über niedrige Fieber und der Arzt aus Bagdad hörte mit unbewegtem Gesicht zu, als ihm seine eigenen Worte vorgetragen wurden. Die Prüfung dauerte wesentlich länger, als es sonst die Regel war, bis der Kandidat schließlich verstummte und sie ansah und keine Fragen mehr von den sitzenden Männern kamen. Ibn Sina entließ Mirdin freundlich und ließ Jesse Ben Benjamin hereinholen. Er spürte eine fast unmerkliche Veränderung der Atmosphäre, als der neue Kandidat eintrat, der so groß und breitschultrig gebaut war, dass er für die älteren asketischen Männer eine optische Herausforderung darstellen mochte. Seine Haut war von der Sonne des Westens und Ostens gegerbt, die weit auseinanderstehenden braunen Augen verrieten eine argwöhnische Unschuld Nase, verlieh ihm er das Aussehen eines Sperrträgers als das eines Arztes. Seine großen kantigen Hände schienen dafür geschaffen, Eisen zu biegen, doch Iben Sina hatte gesehen, wie diese Hände sanft über fiebrige Gesicht erstrichen und mit vollkommener Sicherheit in blutendes Fleisch schnitten. Sein Geist war schon lange der eines Arztes. Iben Sina hatte Mirdin absichtlich zuerst prüfen lassen, damit er das Feld bereiten konnte und weil Jesse Ben Benjamin so ganz anders war als die Studenten, die diese Prüfer gewohnt waren und weil er Qualitäten besaß, die bei einer akademischen Befragung nicht zutage treten konnten. Er hatte sich in drei Jahren ungemein viel Wissen angeeignet, aber seine Gelehrsamkeit war nicht so tiefgründig wie Mirdins und er hatte Ausstrahlung, selbst jetzt in seiner Nervosität. Er starrte auf Musa Ibn Abbas und war weiß um den Mund, angespannt als Mirdin es gewesen war. Der Berater des Imam Kandrass hatte den starren Blick, der beinahe unhöflich wirkte, bemerkt und unvermittelt eröffnete der Mullah die Prüfung mit einer politischen Frage, deren Tücken er gar nicht erst zu verbergen suchte. Gehört das Reich der Moschee oder dem Palast. Rob antwortete nicht mit der raschen und unfehlbaren Sicherheit, die bei Mirdin so beeindruckend gewesen war. Es steht im Koran geschrieben, sagte er in seinem fremdländisch klingenden Persisch, in der Sura 2 sagt Allah, sehe, ich will auf der Erde einen einsetzen an meiner Stadt. Und in Sura 38 wird die Aufgabe eines Schahs mit den Wörtern beschrieben, O David, siehe, wir machten dich zu einem Stellvertreter auf Erden. So richte zwischen den Menschen in Wahrheit und folge nicht dem Gelüst, denn es führt dich abseits von Allahs Weg. Daher gehört das Reich Allah. Indem er das Reich Gott zusprach, hatte er die Wahl zwischen Kandrasse und Allah vermieden. Es war eine gute und kluge Antwort. Der Mullah widersprach nicht. Ibn Sabur forderte den Kandidaten auf, den Unterschied zwischen Pocken und Masern zu beschreiben. Rob zitierte aus Rases Abhandlung mit dem Titel Bestimmung von Krankheiten und wies darauf hin, dass die Frühsymptome von Pocken, Fieber und Rückenschmerzen seien, während das Fieber bei Masern höher sei und ausgeprägte Niedergeschlagenheit auftrete. Er zitierte Ibn Sina, als ob der Arzt nicht anwesend wäre und erwähnte, dass in Buch 4 des Kanun festgestellt werde, dass der Ausschlag bei Masern gewöhnlich auf einen Schlag erscheint, während der Ausschlag bei Pocken nach und nach auftritt. Er war ruhig und sicher und versuchte nicht, seine Erfahrung mit der Pest in die Antwort einfließen zu lassen, wie es ein weniger souveräner Mann vielleicht getan hätte. Ibn Sina wusste um seinen Wert. Von allen Prüfern konnten nur er und Aljusjani ermessen, welche Leistung dieser Mann in den letzten drei Jahren erbracht hatte. Was macht ihr, wenn ihr ein gebrochenes Knie behandeln müsst? fragte Aljusjani. Ist das Bein gerade, wird es ruhig gestellt, indem man es zwischen zwei starre Schienen bindet. Wenn es verdreht ist, lässt sich die von Hakim Yalal Aldin entwickelte Schienen Methode anwenden, die sowohl beim Knie als auch bei einem gebrochenen oder ausgerengten Ellbogen gute Dienste leistet. Neben dem Besucher aus Bagdad lagen Papier, Tusche und eine Schreibfeder und der Kandidat ging auf diese Gegenstände zu. Ich kann anhand einer Zeichnung verdeutlichen, wo die Schiene angelegt wird, erklärte er. Ibn Sina war entsetzt. Der Dimi war zwar Europäer, aber er musste doch wissen, dass jemand, der eine menschliche Gestalt ganz oder nur teilweise abbildete, in den schrecklichsten Höllenfeuern schmoren würde. Für einen strenggläubigen Mohammedaner war es eine Sünde und ein Vergehen, sich so ein Bild auch nur anzuschauen. Da der Mullah und der Imam zugegen waren, würde der Künstler, der Gott verspottete und die Moral gefährdete, zweifellos vor ein islamisches Gericht gestellt und niemals zum Hakim ernannt werden. Die sitzenden Prüfer spiegelten unterschiedliche Empfindungen wieder. Al-Yusianis Gesicht verriet ein tiefes Bedauern. Ein leises Lächeln umspielte Ibn Saburs Mund. Der Imam war verstört, der Mullah bebte bereits vor Zorn. Die Feder flog zwischen Tuschefässchen und Papier hin und her. Sie kratzte rasch über das Papier und dann war es auch schon zu spät. Die Zeichnung war fertig. Rob reichte sie Ibn Sabur und der Mann aus Bagdad studierte sie offensichtlich fassungslos. Als er sie an Al-Yusiani weiterreichte, konnte der Chirurg ein Grinsen nicht unterdrücken. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis die Zeichnung bei Ibn Sina ankam, doch als sie schließlich bei ihm war, sah er, dass Rob kein Bein und auch keinen verbogener Ast eines Aprikosenbaums, denn er war mitsamt den Blättern dargestellt. Ein knotiger Knorren war geschickt dort platziert, wo ein verletztes Kniegelenk hätte sein können, und die Enden der Schiene waren ein gutes Stück Ober- und unterhalb des Knorrens befestigt. Zu der Schiene wurden keine weiteren Fragen mehr gestellt. Ibn Sina sah Jesse an und gab sich alle Mühe, sowohl seine Erleichterung als auch seine Zuneigung zu verbergen. Ein Blick in das Gesicht des Besuchers aus Bagdad bereitete ihm ungeheures Vergnügen. Er lehnte sich zurück und fing an, seinem Studenten die schwierigsten philosophischen Fragen zu stellen, die er ersehnen konnte, denn er war sicher, dass der Maristan von Isfahan es sich leisten konnte, noch ein kleines bisschen dicker aufzutragen. Rob war erschüttert, als er Musa Ibn Abbas erkannte. den Berater des Großvisiers, den er bei einem heimlichen Treffen mit dem Gesandten der Seltschuken beobachtet hatte. Doch dann hatte er sich rasch klar gemacht, dass er selbst damals nicht gesehen worden war und die Anwesenheit des Muller in der Prüfungskommission also keine besondere Bedrohung darstellte. Als die Prüfung beendet war, ging er schnurstracks in den Flügel des Maristan, in dem die Chirurgie-Patienten untergebracht waren, denn er und Mirdin waren sich einig darin, dass sie es nicht aushalten würden, gemeinsam untätig abzuwarten, wie das Schicksal entschieden hatte. Es war am besten, die Wartezeit mit Arbeit auszufüllen, und so stürzte er sich in Betriebsamkeit, untersuchte Patienten, wechselte Verbände, zog Fäden, die altvertrauten Tätigkeiten, an die er sich so gewöhnt hatte. Die Zeit verstrich, aber es kam keine Nachricht. Dann betrat Yalal al-Din den Operationsraum, was bedeuten musste, dass die Prüfer auseinander gegangen waren. Rob war versucht, ihn zu fragen, ob er wüsste, wie sie sich entschieden hatten, aber er brachte es nicht über sich. Als Yalal ihn wie immer begrüßte, war ihm nicht anzumerken, dass er die qualvolle Ungewissheit des Studenten spürte. Tags zuvor hatten sie gemeinsam gerichtet worden war. Der Unterarm des Mannes war wie ein Ast an zwei Stellen gebrochen, als das Tier darauf getreten war, und dann hatte der Stier sein Opfer auf die Hörner genommen, bevor die anderen Hirten ihn ablenken konnten. Rob hatte die zerfetzten Muskeln und die Fleischpartien an Schulter und Arm in Ordnung gebracht und genäht, und Yalal hatte die Brüche eingerichtet und die Verbände im Vergleich zu den Schienen unförmig wirkten. Kann man die Verbände nicht abnehmen? Rob wunderte sich, denn Yalal hätte es eigentlich besser wissen müssen. Dazu ist es noch zu früh. Yalal zuckte mit den Achseln. Er sah Rob warmherzig an und lächelte. Wenn ihr das sagt, Hakim, entgegnete er und verließ den Raum. So erfuhr Rob die Neuigkeit. Er war wie benommen, schlusslos dastand. Schließlich nahmen ihn seine Alltagspflichten wieder in Anspruch. Er musste sich noch vier Kranke ansehen und er arbeitete weiter, zwang sich ihnen die Pflege eines guten Medikus angedeihen zu lassen, als wäre sein Geist die Sonne, deren Strahl sich auf jeden einzelnen von ihnen durch den Kristall seiner Konzentration richtete. Aber als der letzte Patient versorgt war, ließ er seinen Gefühlen wieder freien Lauf und er empfand die reinste Freude seines Lebens. Trunken von Glück eilte er nach Hause, um es Mary zu erzählen. Der Befehl Rob war sechs Tage vor seinem fünfundzwanzigsten Geburtstag Hakim geworden. Und das Hochgefühl hielt wochenlang an. Er war froh, dass Mirdin nicht vorschlug, auf die Maidan zu gehen, um ihren neuen Rang als Ärzte zu feiern. Er sprach zwar nicht viel darüber, aber er hatte das Gefühl, dass diese Wendung in ihrem Leben zu bedeutsam war, um sie mit einem Besäufnis zu feiern. Stattdessen kamen die beiden Familien in Askaris Haus zusammen und feierten das Ereignis mit einem gemeinsamen Abendessen. Rob und Mirdin gingen zum Schneider und sahen abwechselnd zu, wie bei ihnen für das schwarze Gewand und den Umhang eines Hakim Maas genommen wurde. Gehst du jetzt zurück nach Maskat? fragte Rob seinen Freund. Ich werde noch ein paar Monate hierbleiben, weil ich noch einiges was im Kasanat Al-Sharaf lernen möchte. Und du? Wann willst du nach Europa zurückkehren? Für Mary ist es zu gefährlich, während der Schwangerschaft zu reisen. Wir warten besser, bis das Kind geboren und kräftig genug ist, um die Reise zu überstehen. Er lächelte Mirdin an. Deine Familie wird den Maskat feiern, wenn ihr Medikus heimkehrt. Hast du sie schon wissen lassen, dass der Schar ihnen eine große Perle abkaufen will? Mirdin schüttelte den Kopf. Meine Verwandten ziehen durch die Dörfer der Perlfischer und kaufen winzige Perlen. Die verkaufen sie dann messbecherweise an Händler, die sie weiterverkaufen, damit sie auf Stoffe gestickt werden. Meiner Familie würde es sehr schwer fallen, das Geld aufzubringen, um große Perlen zu kaufen. Außerdem würden sie auch keinen Wert Preis für die großen Perlen zu zahlen, die sie so sehr lieben. Ich für meinen Teil hoffe, dass Allah das große Glück vergessen hat, das er meinen Verwandten bescheren wollte. Gestern Abend haben Mitglieder des Hofes nach dir gefragt und deiner Abwesenheit bedauert, sagte Alascha. Ich habe eine todkranke Frau versorgt, erwiderte Karim. In Wahrheit war er zu Despina gegangen. Sie hatten sich beide nacheinander verzehrt. Es war das erste Mal seit fünf Nächten gewesen, dass er den drängenden Schmeichlereien verwöhnter Höflinge hatte entkommen können, und er hatte jeden Augenblick mit ihr genossen. Auch an meinem Hof sind Kranke, die deiner Weisheit bedürfen, sagte Allah mürrisch. Ja, Majestät. Allah hatte deutlich gemacht, dass Karim in der Gunst des Thrones stand, aber Karim hatte längst genug von den Angehörigen der adeligen Familien, die häufig mit eingebildeten Krankheiten zu ihm kamen. Ihm fehlten das geschäftige Treiben und die ehrliche Arbeit am Maristan, wo er wirklich als Arzt gebraucht wurde und sich niemand mit ihm schmücken wollte. Dennoch war er jedes Mal, wenn er in das Haus des Paradieses ritt und von den Wachleuten begrüßt wurde, von Neuem bewegt. Oft fragte er sich, wie verblüfft Saki Omar wohl gewesen wäre, wenn er gesehen hätte, dass sein Knabe Seite an Seite mit dem Schah von Persien ritt. Ich schmiede Pläne, Karim, sagte der Schah gerade, bereite große Ereignisse vor. Möge Allah ihnen holt sein. Lass deine beiden Freunde herkommen, die beiden Juden. Ich will mit euch dreien reden. Zwei Tage später wurden Rob und Mirdin morgens gerufen, um mit dem Schah auszureiten. So hatten sie wieder Gelegenheit, mit Karim zusammen zu sein, dessen Zeit ansonsten gänzlich von Allahs Gesellschaft in Anspruch genommen wurde. Im Stallhof des Hauses des Paradieses gingen die drei jungen Ärzte zu Karims Vergnügen noch einmal die Prüfungen durch, und als der Schah eintraf, stiegen sie auf ihre Pferde und ritten hinter ihm her hinaus aufs Land. Mittlerweile war ihnen der Ablauf dieser Ausflüge vertraut, nur übten sie diesmal besonders lange den Parterschuss, den lediglich Karim und Allah einigermaßen erfolgreich ausführen konnten. Sie speisten gut und plauderten über Belanglosigkeiten, bis sie schließlich alle vier in dem warmen Wasser der Höhle saßen und Wein tranken. Und hier eröffnete Allah ihnen ruhig, dass er in fünf Tagen zu einem Beutezug aus Isfahan aufbrechen werde. Und was ist euer Ziel, Majestät? fragte Rob. Die Elefantengehege in Südwestindien. Majestät, darf ich euch begleiten? fragte Karim sofort mit leuchtenden Augen. Ich hoffe, dass ihr alle drei mitkommen werdet, sagte Allah. Er sprach lange auf sie ein, schmeichelte ihnen, indem er sie in Pläne einweihte. Die Seltschuken im Westen trafen offenkundig Kriegsvorbereitungen. In Gazna war Sultan Mahmud aufsässiger denn je, und irgendwann würde man auch ihm entgegentreten müssen. Jetzt war für Allah die Zeit gekommen, seine Streitkräfte auszubauen. Seine Spione hatten berichtet, dass in Mansura eine schwache indische Garnison viele Elefanten bewachte. Ein Beutezug dorthin wäre eine nützliche Gefechtsübung und könnte ihm, was noch wichtiger war, wertvolle Tiere einbringen, die mit Kettenpanzern bedeckt angsteinflößende Waffen darstellten und den Ausgang einer Schlacht entscheidend beeinflussen konnten. Und ich habe noch ein weiteres Ziel, sagte Allah. Er griff nach der Scheide, die neben dem Teich lag, und zog einen Dolch hervor, dessen Klinge aus einem fremdeartigen, mit kleinen Wirbeln gemaserten blauen Stahl gefertigt war. Das Metall, aus dem dieses Messer gemacht ist, gibt es nur in Indien. Es ist anders als alle Metalle, die wir hier kennen. Es lässt sich schärfer schleifen als unser heimischer Stahl und bleibt länger scharf. Es ist so hart, dass es andere Waffen durchdringt. Wir werden nach Schwertern suchen, die aus diesem blauen Stahl gemacht sind, denn ein Heer, das mit solchen Waffen eingedeckt ist, wird siegen. Er reichte den Dolch weiter, damit jeder selbst überprüfen konnte, wie hart und scharf die Klinge war. Wirst du mit uns kommen? fragte er Rob. Sie wussten beide, dass es ein Befehl und keine Bitte war. Die Rechnung war fällig und es war Zeit für Rob seine Schuld zu bezahlen. Ja, ich werde mitkommen, Majestät, sagte er in bemüht heiterem Tonfall. Ihm war nicht nur vom Wein schwindelig und er spürte sein Herz Rasen. Und du, Dimi, sagte Allah zu Mirdin. Mirdin war blass. Eure Majestät, ihr habt mir die Erlaubnis gegeben, zu meiner Familie in Maska zurückzukehren. Erlaubnis? Natürlich hast du die Erlaubnis. Jetzt ist es an dir zu entscheiden, ob du uns begleiten willst oder nicht, sagte Allah förmlich. Karim griff hastig nach dem Ziegenlederschlauch und ließ Wein in ihre Becher spritzen. Komm mit nach Indien, Mirdin. Ich bin kein Soldat, erwiderte er langsam. Sein Blick ruhte auf Rob. Komm mit uns, Mirdin, hörte Rob sich selber drängen. Wir haben noch nicht mal ein Drittel der Gebote besprochen. Unterwegs könnten wir zusammen studieren. Wir werden Wundärzte brauchen, sagte Karim. Soll Jesse etwa der einzige kampfeswillige Jude sein, den ich in meinem Leben kennengelernt habe? Das war als nette, leicht barsche Stichelei gemeint, doch irgendetwas in Mirdins Blick verhärtete sich. Das ist nicht wahr. Karim, der Wein macht dich blöde, sagte Rob. Ich komme mit, sagte Mirdin und sie jubelten vor Freude. Stellt euch das einmal vor. Alasha war zufrieden. Vier Freunde überfallen gemeinsam Indien. Am Nachmittag des selben Tages suchte Rob die Hebamme Nitka auf. Sie war eine hagere, strenge, aber noch nicht alte Frau mit einer scharf geschnittenen Nase in einem blässlichen Gesicht und blitzenden dunkelblauen Augen. Sie bot ihm eher halbherzig eine Erfrischung an und hörte sich dann ruhig an, was er zu sagen hatte. Er erklärte lediglich, dass er verreisen müsse. Ihr Gesicht verriet ihm, dass dies für sie nichts Ungewöhnliches war. Der Gatte verreist, die Frau bleibt zu Hause und muss allein leiden. Ich habe eure Frau gesehen, die rothaarige Andersgläubige. Sie ist eine europäische Christin, ja. Nitka sah ihn lange nachdenklich an und schien dann zu einem Entschluss zu kommen. Na schön, ich werde ihr helfen, wenn ihre Zeit kommt. Sollte es Schwierigkeiten geben, werde ich die letzten Wochen in eurem Haus wohnen. Ich danke euch. Er gab ihr fünf Münzen, vier davon waren aus Gold. Ist das genug? Es ist genug. Anstatt nach Hause zu gehen, verließ er die Jehudi je erneut und begab sich ungeladen zu Ibn Sinas Haus. Der oberste Arzt begrüßte ihn und hörte ihm dann voller Ernst zu. Und wenn du nun in Indien den Tod findest? Mein Bruder Ali wurde getötet, als er an einem ähnlichen Unternehmen teilnahm. Dir mag der Gedanke noch nicht gekommen sein, weil du jung und stark bist und nur an dich denkst. Aber was ist, wenn der Tod dich holt? Ich lasse meine Frau nicht mittellos zurück. Sie hat Geld. Nur wenig davon ist meines. Das Meister hat ihrem Vater gehört, stellte er gewissenhaft klar. Würdet ihr, falls ich sterbe, dafür sorgen, dass sie und das Kind in ihre Heimat zurückreisen können? Ibn Sina nickte. Pass gut auf dich auf, damit mir diese Aufgabe erspart bleibt. Er lächelte. Hast du schon über das Rätsel nachgedacht, das ich dir gestellt habe? Nein, oberster Arzt. Das tut nichts. Wenn es Allahs Wille ist, wirst du noch viel Zeit haben, das Rätsel zu lösen. Sein Tonfall veränderte sich, und er sagte unvermittelt, und nun setz dich näher zu mir, Hakim. Ich denke, von Wunden zu unterhalten. Rob sprach mit Mary, als sie im Bett lagen. Er erklärte ihr, dass er keine andere Wahl habe, dass er verpflichtet sei, Allah, seine Schuld zurückzuzahlen, und dass seine Teilnahme an dem Unternehmen im Grunde ein Befehl sei. Es versteht sich ja wohl von selbst, dass weder Mirdie noch ich einem verrückten Abenteuer nachjagen würden, wenn es sich vermeiden ließe. Er ging nicht im Einzelnen darauf ein, was alles an Schlimmem geschehen konnte, sondern sagte ihr nur, dass er sich der Dienste Nitkas für die Geburt versichert hatte und dass Iben Sina ihr helfen würde, falls irgendwelche anderen Schwierigkeiten auftauchten. Sie musste zu Tode erschrocken sein, aber sie machte ihm keine Vorhaltungen. Als sie Fragen stellte, meinte er, einen zornigen Unterton herauszuhören, aber vielleicht schlug ihm nur sein schlechtes Gewissen ein Schnippchen, denn tief in seinem Inneren spürte er, dass ihn die Aussicht Soldat zu werden auch in Begeisterung versetzte, dass er sich freute, einen Kindheitstraum verwirklichen zu können. Einmal legte er in der Nachtsach die Hand auf ihren Bauch und spürte den warmen Leib, der sich langsam sichtlich rundete. Vielleicht wirst du ihn nun doch nicht sehen können, wenn er so groß ist wie eine Wassermelone, sagte sie in der Dunkelheit. Bis dahin bin ich bestimmt zurück, entgegnete er. Mary zog sich in sich selbst zurück, als der Tag seiner Abreise kam, und wurde wieder zu der harten Frau, die er allein in Amazwadi vorgefunden hatte und die wild entschlossen ihren sterbenden und striegelte ihren Rappen. Sie weinte nicht, als sie ihn zum Abschied küsste und ihm nachsah, eine hochgewachsene Frau mit dicker werdendem Leib, die ihren Körper jetzt so hielt, als wäre sie ständig müde. Der Kamelreiter Als Heer wären sie eine kleine Streitmacht gewesen, doch für einen Beutezug war die Truppe groß. Sechshundert Kämpfer, ein Großteil davon auf Pferden und vierundzwanzig Elefanten. Kuff requirierte den Braunen, sobald Rob zum Musterungsplatz auf den Maidan geritten kam. Ihr bekommt euer Pferd zurück, wenn wir wieder in Isfahan sind. Wir verwenden nur Reittiere, die so abgerichtet sind, dass sie nicht scheuen, wenn sie Elefanten wettern. Der Braune wurde in eine Herde eingegliedert, die zu den königlichen Ställen geführt werden sollte. Und zu Rob's Entsetzen und Mirdins große Erheiterung wurde ihm eine schmuddelige graue Kamelstute zugeteilt, die ihn kühl ansah, während sie wieder keute, wobei ihre gummiartigen Lippen zuckten und die Kiefer gegenläufig malten. Mirdin bekam einen braunen Kamelhengst. Er hatte sein ganzes Leben lang Kamele geritten und zeigte Rob, wie man an den Zügeln zog und Befehle bellte, damit das Kamel seine Vorderbeine einknicken ließ und auf die Knie sank, dann die Hinterbeine zusammenfaltete und zu Boden sackte. Der Reiter setzte sich seitlich auf das Tier, riss an den Zügeln und brüllte einen anderen Befehl und zugleich faltete sich das Kamel in umgekehrter Reihenfolge wie beim Hinlegen wieder zu voller Größe auseinander. Es gab 250 Fußsoldaten, 200 Meelen. Dann erschien Ala, der einen prächtigen Anblick bot. Sein Elefant war um Ellen höher als die anderen. Um die gefährlichen Stoßzähne waren Goldringe gelegt. Der Mahut saß stolz auf dem Kopf des Elefantenbrüllen und lenkte ihn, indem er dem Tier mit den Füßen von hinten gegen die Ohren stieß. Der Schar saß aufrecht in einer gepolsterten Sänfte auf dem großen, gewölbten Rücken, war in dunkelblaue Seide gekleidet und trug einen roten Turban. Das Volk brüllte vor Begeisterung. Vielleicht jubelten einige von ihnen auch dem Helden des Tschattir zu, denn Karim ritt auf einem nervösen, grauen Araberhengst mit feurigen Augen unmittelbar hinter dem Elefanten des Schars. Kuf brüllte einen rauen, donnernden Befehl, sein Pferd trabte hinter dem königlichen Elefanten und und verließen den Platz. Nach ihnen kamen die Pferde und dann die Kamele und dann hunderte von Lasteseln, denen man die Nüstern aufgeschlitzt hatte, damit sie mehr Luft bekamen, wenn sie sich abschleppten. Den Abschluss bildeten die Fußsoldaten. Wieder einmal befand Rob sich im hinteren Viertel des Zuges, offenbar dem Ort, wo er hingehörte, wenn er mit großen Gruppen unterwegs war. Das bedeutete, dass er und Mirdin ständig mit Staubwolken fertig werden mussten. In weiser Voraussicht hatten sie beide ihren Turban gegen den ledernen Judenhut ausgetauscht, der besseren Schutz vor Staub und Sonne bot. Rob fand das Kamel beängstigend. Als die Stute niederkniete und er mit seinem erheblichen Gewicht auf ihren Rücken stieg, grunzte und stöhnte sie, während sie sich wieder hochwuchtete. Der Ritt selber spottete jeder Beschreibung. Er saß höher als auf einem Pferd, er wurde durchgerüttelt und schwankte und er spürte kaum Fett und kaum Fleisch, sodass er nicht gerade weich saß. Als sie die Brücke über den Fluss des Lebens überquerten, warf Mirdin ihm einen Blick zu und grenzte. Sie wird dir noch ans Herz wachsen, rief er seinem Freund zu. Doch Rob wuchs sein Kamel nicht ans Herz. Bei jeder Gelegenheit bespuckte ihn das Vieh mit zähem Speichel und schnappte wie ein böser Köter, sodass er ihm das Maul zubinden musste. Außerdem trat es heimtückisch nach hinten aus, wie ein bockiges Maultier, sodass er sich ständig in Acht nehmen musste. Er genoss es, in einem langen Zug von Soldaten zu reisen. Sie hätten eine römische Kohorte aus Tour in alle Länder trug. Doch jeden Tag am frühen Abend wurden seine Fantasien je zerstört, denn sie errichteten kein ordentliches römisches Lager. Allah hatte sein Zelt, weiche Teppiche, Musikanten und Köche und Diener in Hülle und Fülle, die ihm jeden Wunsch von den Augen ablasen. Die anderen suchten sich ein Plätzchen auf der nackten Erde und wickelten sich in ihre Gewänder. Der und wenn sie an einen Bach kamen, war er vollkommen verdreckt, noch bevor sie wieder weiter zogen. Nachts, wenn sie auf dem harten Boden lagen, nahm Mirdin den Unterricht wieder auf und lehrte ihnen die Gebote des jüdischen Gottes. Der altvertraute Rhythmus von Lehren und Lernen half ihnen, Unannehmlichkeiten und Angst zu vergessen. Sie befassten sich immer mit zwölf Gesetzen auf einmal und kamen gut voran, was Rock zu der Bemerkung veranlasste, dass ein Feldzug eigentlich die idealen Bedingungen zum Studieren bot. Mirdins ruhige Stimme wirkte wie eine Verheißung, dass sie auch wieder bessere Zeiten erleben würden. Ihre Vorräte reichten wie geplant eine Woche und waren dann aufgebraucht. 100 Fußsoldaten wurden als Furiere eingesetzt und zogen vor dem Haupttrupp her. Sie machten sich sachkundig auf die Suche und es wurde zum alltäglichen Anblick, dass die Männer Ziegen führten oder Schafe vor sich her trieben, dackerndes Federvieh trugen oder schwer beladen mit anderen Lebensmitteln zurückkamen. Das Beste wurde für den Schar ausgesucht und der Rest verteilt, so dass jeden Abend an 100 Feuern gekocht wurde und die Männer gut zu essen hatten. Jedes Scharzeltes um Simulanten einzuschüchtern. Dennoch bildete sich immer eine lange Schlange. Eines Abends kam Karim dorthin. Willst du arbeiten? Wir könnten Hilfe brauchen, sagte Rob. Ich darf das nicht. Ich muss in der Nähe des Schars bleiben. Ach, sagte Mertin. Karim grinste sie schief an. Wollt ihr mehr Essen haben? Wir haben genug, erwiderte Mertin. Ich kann euch alles besorgen, was ihr wollt. Es wird etliche Monate dauern, bevor wir die Elefantengehege in Mansura erreichen. Deshalb solltet ihr euch das Leben auf dem Marsch so angenehm wie möglich machen. Rob musste an die Geschichte denken, die Karim ihm während der Pest in Shiraz erzählt hatte. Von dem Heer, das durch die Provinz Hamadan gezogen war und Karims gegen einen Felsen geschlagen würden, damit ihnen der Hungertod erspart bliebe, weil dieses Heer vorbeigezogen war. Dann schämte er sich seiner feindseligen Gedanken, denn dieser Feldzug nach Indien war nicht Karims schuld. Ich habe eine Bitte. Ich möchte, dass in jedem neuen Lager an allen vier Seiten Gräben ausgehoben werden, die als Latrinen benutzt werden können. Karim nickte. Der Vorschlag gegeben, dass dieser neue Befehl auf Anregung der Ärzte erging. Sie ernteten keine Dankbarkeit dafür, denn von nun an wurden jeden Abend müde Soldaten zum Ausheben von Gräben abgestellt, und jeder, der nachts wach wurde, weil sein Darm sich meldete, musste durch die Dunkelheit stolpern, um einen der Gräben aufzusuchen. Wenn jemand dabei erwischt wurde, dass er den Befehl nicht mehr ständig Gefahr lief, in menschliche Exkremente zu treten. Die meisten Kämpfer betrachteten sie mit unverhohlener Verachtung. Keinem war entgangen, dass Mirdin sich unbewaffnet auf den Feldzug begeben hatte, und Kuff ihm das Schwert eines Gardesoldaten geben musste, das Mirdin aber die meiste Zeit zu tragen vergaß. Zudem hoben sie sich nicht nur durch ihre Lederhüte von den Sternen, um Gebetsschals anzulegen, Segnungen zu murmeln und sich Lederriemen um Arme und Hände zu wickeln. Mirdin wunderte sich. Hier sind keine anderen Juden, die dich beobachten und verdächtigen könnten. Warum also betest du mit mir? Er grinste, als Rob mit den Schultern zuckte. Ich glaube, fast ein Teil von dir ist Jude geworden. Nein. Er erzählte Mirdin, dass er an dem Tag, als er sich zum Juden machte, in die Kathedrale der Heiligen Sophia in Konstantinopel gegangen war und Jesus gelobt hatte, ihn nie zu verlassen. Mirdin nickte, nun wieder ernst. Sie waren beide klug genug, das Thema nicht zu vertiefen. Sie wussten, dass es Dinge gab, über die sie nie einer Meinung sein würden, weil sie in unterschiedlichem Glauben an Gott und die menschliche Seele aufgewachsen waren, aber es genügte ihnen, die Fallgruben zu umgehen und sich ihrer Freundschaft als vernunftbetonte Männer, als Ärzte und derzeit als stümperhafte Soldaten zu erfreuen. Als sie Schiras erreichten, wartete der Kilonter wie vereinbart mit einer Kolonne von mit Proviant beladenen Packtieren vor der Stadt auf sie. Dieses Opfer bewahrte das Gebiet um Schiras vor rücksichtsloser Plünderung. Als der Kilonter dem Schar seine Reverenz erwiesen hatte, umarmte er Rob und Mirdin und Karim und sie setzten sich zusammen und tranken Wein und erinnerten sich an die Zeit der Pest. Rob und Karim ritten mit ihm gemeinsam bis vor die Tore der Stadt. Auf dem Rückweg ließen sie sich von einem flachen, glatten Wegstück und von dem Wein in ihren Adern dazu verführen, mit ihren Kamelen ein Rennen zu veranstalten. Für Rob war das eine Offenbarung, denn der wiegende, schwerfällige Gang veränderte sich von Grund auf, wenn das Kamel schneller lief. Die Schritte des Tieres verlängerten sich, wurden zu kraftvollen Sprüngen, die es selbst und seine Reiter gleichmäßig und atemberaubend durch die Luft trugen. Rob saß entspannt auf der Kamelstute und genoss lustvoll unterschiedliche Empfindungen. Er schwebte, er flog, er wurde zum Wind. Jetzt erst begriff er, warum die persischen Juden einen hebräischen Namen für diese Tierart geprägt hatten, der von der Bevölkerung übernommen worden war, Gemala Sarca, die fliegenden Kamele. Die graue Stute gab sich alle Mühe und zum ersten Mal empfand Rob so etwas wie Zuneigung für sie. Komm, meine Süße, komm, mein Mädchen, schrie er, während sie zum Lager zurückjagten. Mirdins brauner Hengst trug den Sieg davon, doch das Wettrennen hatte Rob fröhlich gestimmt. Er bat die Elefantenhüter um eine Sonderation Futter und brachte es der Stute, die ihn prompt in den Unterarm biss. Es war keine Fleischwunde, aber immerhin ein böser, tiefroter Bluterguss, der ihm tagelang wehtat. und er taufte sie Biest. Indien Südlich von Schiras stießen sie auf die Gewürzstraße und folgten ihr, bis sie um das bergige Gebiet im Landesinneren zu umgehen bei Hormuz zur Küste vorstießen. Es war Winter, aber die Luft am Golf war warm und voller Düfte. Manchmal, wenn sie am frühen Abend ihr Lager aufgeschlagen hatten, badeten Soldaten und Tiere in dem warmen Salzwasser dicht am heißen sandigen Strand, während Wachen ängstlich nach Haien Ausschau hielten. Die Menschen, die ihnen nun begegneten, waren ebenso häufig Schwarze oder Baluchis. Es waren Fischersleute oder Bauern, die in Oasen, Datteln und Granatäpfel anbauten. Sie wohnten in Zelten oder in mit Lehm beworfenen flachen Steinhäusern. Hin und wieder kamen wo ganze Familien in Höhlen lebten. Rob fand das Land sehr arm, aber Mirdin wurde ganz aufgeregt, je weiter sie kamen und betrachtete alles mit warmen Blicken. Als sie das Fischerdorf Thies erreichten, nahm Mirdin Rob bei der Hand und führte ihn zum Strand. Dort drüben auf der anderen Seite, sagte er und deutete über den azurblauen Golf, da liegt Maskat. Von hier aus könnte uns ein Boot in wenigen Stunden zum Haus meines Vaters bringen. Mirdins Heimat war so nah, dass es schmerzte, doch schon am nächsten Tag brachen sie das Lager ab und entfernten sich mit jedem Schritt weiter von der Familie Askari. Fast einen Monat, nachdem sie Isfahan verlassen hatten, überschritten sie die persische Grenze und nun wurde manches anders. Allah ließ nachts um das Lager herum drei Ringe von Wachposten aufstellen und jeden Morgen wurde ein neues Losungswort ausgegeben. Jeder Versuch, in das Lager zu dringen, ohne die Parole zu kennen, sollte mit dem Tod bestraft werden. Sobald sie den Boden des Landes Sint betreten hatten, ließen die Soldaten ihrer Lust am Plündern freien Lauf und eines Tages trieben die Furiere Frauen ins Lager wie Vieh. Allah gab bekannt, dass er ihnen nur für diese eine Nacht erlauben würde, Frauen im Lager zu haben. Es war schwierig genug, mit 600 Mann unbemerkt bis Mansura zu gelangen, und er wollte nicht, ihnen Gerüchte vorauseilten, weil sie unterwegs Frauen geraubt hatten. Es würde eine wilde Nacht werden. Sie sahen Karim sorgfältig vier Frauen aussuchen. Wieso braucht er gleich vier? fragte Rob. Er sucht sie nicht Mirdin. Es stimmte. Sie konnten sehen, dass Karim die Frauen ins Zelt des Schahs führte. Haben wir uns deshalb so viel Mühe gegeben, dass er seine Prüfung besteht und Medikus wird? fragte Mirdin verbittert. Rob entgegnete nichts darauf. Die Soldaten reichten die Frauen von einem zum anderen und losten die Reihenfolge aus. Sie standen in Gruppen zusammen, die grüllenden Zuschauer der Vergewaltigungen. Die Wachen wurden abgelöst, damit auch sie von der ersten Beute etwas abbekamen. Mirdin und Rob saßen abseits und tranken aus einem Ziegenlederschlauch bitteren Wein. Eine Zeit lang versuchten sie zu lernen, aber das war nicht die rechte Zeit, um die Gebote des Herrn zu studieren. Du hast mich über vierhundert Gebote gelehrt, sagte Rob nachdenklich. Bald haben wir alle durch. Ich habe sie lediglich aufgezählt. Es gibt weise Männer, die sich ihr ganzes Leben lang darum bemüht haben, die Kommentare zu nur einem einzigen Gebot zu verstehen. Die Nacht war erfüllt von Schreien und vom Lärm der Betrunkenen. Jahrelang hatte Rob stets nur in Maßen getrunken, doch nun fühlte er sich einsam und er war voller Verlangen, dass durch die abstoßenden Szenen um ihn herum nicht erstickt wurde. Er trank zu schnell und schon bald war er streitlustig. Mirdin, verwundert, dass sein sanfter und vernünftiger Freund sich derart gebärdete, gab ihm keinen Anlass. Doch dann wurde Rob von einem vorbeitorkelnden Soldaten angerempelt, der sicherlich zum Ziel seines Zauns geworden wäre, hätte Mirdin ihn nicht beschwichtigt und beruhigt. Er kümmerte sich um Rob wie um ein verwöhntes Kind und führte ihn zu einem Schlafplatz. Als Rob am nächsten Morgen erwachte, waren die Frauen verschwunden und er büßte für seine Dummheit, indem er mit einem entsetzlichen Brummschädel auf dem Kamel reiten musste. Zu allem Übel fragte Mirdin, der ewige Medizinstudent, ihn auch noch nach Einzelheiten darüber aus, so dass er am Ende etwas besser verstehen konnte, warum Wein für manche Männer eine Art Gift und Hexentrank war. Mirdin hatte zwar nicht daran gedacht, eine Waffe mit auf den Feldzug zu nehmen, aber er hatte das Spiel des Schahs dabei. Und das war ein Segen, denn sie spielten jeden Abend, bis es dunkel war. Jetzt endlich wurden ihre Kämpfe hart und eng, und manchmal, wenn Rob das Glück lachte, gewann er sogar. Beim Spielen sprach er mit Mirdin auch von seinen Sorgen um Mary. Es geht ihr bestimmt gut. Farah sagt jedenfalls immer, dass Frauen es im Laufe der Jahrtausende nun wirklich gelernt haben, Kinder zu bekommen, sagte Mirdin fröhlich. Rob überlegte laut, ob das Kind wohl ein Junge oder ein Mädchen werden würde. Wann nach ihrer letzten Regel habt ihr miteinander geschlafen? Die Antwort war ein Schulterzucken. Al-Habib hat geschrieben, wenn die Zeugung zwischen dem ersten und dem fünften Tag nach dem Ende der Blutung stattfindet, wird es ein Junge. Erfolgt sie zwischen dem fünften und dem achten Tag nach der Periode, wird es ein Mädchen. Er stockte. Und Rob wusste warum. Al-Habib hatte nämlich auch geschrieben, wenn die Paarung nach dem fünfzehnten Tag erfolgte, bestand die Möglichkeit, dass das Kind ein Zwitter würde. Al-Habib behauptet auch, dass braunäugige Väter Söhne zeugen und blauäugige Väter Töchter. Aber ich komme nun einmal aus einem Land, wo die meisten Männer blaue Augen haben, und doch haben sie immer viele Söhne gehabt, sagte Rob gereizt. Zweifellos hat Al-Habib nur über Menschen geschrieben, wie sie im Orient zu finden sind, sagte Mirdin. Manchmal, wenn sie sich nicht dem Spiel des Schahs widmeten, wiederholten sie Ibenzinas Lehren zur Behandlung von Kampfwunden, oder sie überprüften ihre Vorräte, um auch sicherzugehen, dass sie gut vorbereitet waren. Das erwies sich als klug, denn eines Abends wurden sie in Allas Zelt gerufen, um mit dem Schah gemeinsam zu essen und seine Fragen nach ihren Vorbereitungen zu beantworten. Auch Karim war zugegen und begrüßte seine Freunde verlegen, denn schon bald stellte sich heraus, dass er beauftragt war, sie zu befragen und ihre Leistungsfähigkeit zu beurteilen. Diener brachten Wasser und Tücher, damit sie sich vor dem Mal die Hände waschen konnten. Allah tauchte seine Hände in eine wunderschön getriebene Goldschale und trocknete sie an blassblauen Leinentüchern, in die mit Goldfäden Sprüche aus dem Koran eingewirkt waren. Erzählt uns, wie ihr Schwertwunden behandelt, sagte Karim. Rob trug vor, was Ibn Sina gelehrt hatte. Öl sollte zum Kochen gebracht und so heiß wie möglich in die Wunde gegossen werden, um das Entstehen von Eiter und üblen Säften zu verhindern. Karim nickte. Allah hatte mit blassem Gesicht zugehört. Nun befahl er mit Entschiedenheit, dass man ihn im Falle einer tödlichen Verletzung mit Schlafmitteln ruhig stellen solle, um seine Schmerzen zu lindern, sobald ein Mullah mit ihm das letzte Gebet gesprochen habe. Gemessen am üblichen Aufwand des Schahs wurde ein einfaches Mahl Gesammelt hatte. Das Essen war allerdings edler zubereitet, als die Kost, an die sie gewöhnt waren, und es wurde auf Tellern hereingebracht. Danach stellte Mirdin, während drei Musikanten auf Zimbeln spielten, Allah beim Spiel des Schahs auf die Probe, geriet jedoch rasch in Bedrängnis. Der Abend war eine willkommene Abwechslung vom Alltag, doch Rob war nicht traurig, als er den Schah wieder verlassen der mittlerweile häufig auf dem Elefanten zieh ritt und in der Senfte neben dem Schah saß. Rob Begeisterung für Elefanten hatte noch immer nicht nachgelassen, und er beobachtete sie, so oft er konnte. Manche waren mit schweren Kettenpanzern beladen, den Kriegsrüstungen der Menschen nicht unähnlich. Fünf Elefanten trugen zwanzig zusätzliche Mahut, die Allah in der hoffnungsvollen Voraussicht mitgenommen hatte, dass sie auf dem Rückweg nach Isfahan die in Mansura erbeuteten Elefanten versorgen würden. Alle Mahut waren Inder, die bei früheren Feldzügen gefangen genommen worden waren, aber man hatte sie ihrem Wert gemäß vorzüglich behandelt und verschwenderisch entlohnt, so dass der Schah sich ihrer Ergebenheit sicher war. Die Elefanten suchten sich ihre Nahrung selbst. Am Ende eines jeden Tages führten ihre kleinen, dunklen Wärter sie zu Stellen mit Pflanzen und Baum bewuchs und sie aßen sich satt an Gras, Blättern, Zweigen und Rinde, wobei sie sich ihr Futter oft dadurch zugänglich machten, dass sie mit verblüffender Leichtigkeit ganze Bäume umstießen. Eines Abends jagten die weidenden Elefanten ein lärmendes Rudel von menschenähnlichen behaarten Wesen mit Schwänzen vom Baum und Rob wusste aus Büchern, dass es sich um Affen handeln musste. Danach sahen sie jeden Tag Affen und vielerlei bunte Vögel und gelegentlich auch Schlangen auf dem Boden und in den Bäumen. Harscha, der Mahut des Schahs, erklärte Rob, dass Schlangenbisse tödlich sein konnten. Ist jemand gebissen worden, muss man die Bissstelle mit einem Messer aufschneiden und alles Gift heraussaugen und ausspucken. Danach muss man ein kleines Tier töten und dessen Leber auf die Wunde binden, damit sie besser heilt. Der Inder mahnte, dass derjenige, der das Blut aussaugte, keine wunde Stelle oder Verletzung im Mund haben dürfe. Denn sonst dringt das Gift dort ein und er stirbt noch am selben Tag. Sie kamen an Buddhas vorbei, großen sitzenden Göttern, die einige der Männer beklommen verhöhnten, die jedoch von niemandem geschändet würden, denn obgleich sie sich sagten, dass Allah der einzig wahre Gott sei, ging von diesen zeitlosen Gestalten eine gelassene, unterschwellige Bedrohung aus, die sie spüren ließ, dass sie sich weit weg von zu Hause befanden. Rob blickte zu den gewaltigen Steingöttern auf und wappnete sich gegen sie, indem er stumm das Pater Noster des heiligen Matthäus aufsagte. als sie umgeben von dem persischen Heer auf dem Boden lagen, war sein Gesetzesunterricht von besonders großer Begeisterung getragen. Sie kamen zum 524. Gebot, das sich zunächst einfach nur verwunderlich anhörte. Wenn ein Mensch eine Sünde begangen hat, für die er den Tod verdient und ihr ihn richtet und am Baume aufhängt, so soll sein Leichnam nicht die ganze Nacht am Baume hängen, sondern er soll noch am selben Tage begraben werden. Mirdin forderte Rob auf, sich die Worte gut zu merken. Sie sind der Grund dafür, warum wir tote Menschen nicht studieren, wie es die heidnischen Griechen getan haben. Rob spürte ein Prickeln auf der Haut und setzte sich auf. Die Weisen und Gelehrten haben aus diesem Gebot drei Vorschriften abgeleitet, fuhr Mirdin fort. Erstens, wenn die Leiche eines verurteilten Verbrechers solche Achtung erfährt, dann sollte der Leichnam eines Unbescholtenen erst recht rasch bestattet werden, ohne Schimpf und Schande erdulden zu müssen. Zweitens, wer seine Toten über Nacht unbestattet lässt, übertritt ein Verbot. Und drittens, der Leichnam muss zur Gänze und unversehrt bestattet werden, denn wird auch nur ein einziges Stückchen Gewebe vergessen, ist es, als hätte kein Begräbnis stattgefunden. Das ist also die Wurzel dieses ganzen Übels, verwunderte sich Robb. Weil dieses Gesetz es verbietet, dass die Leiche eines Mörders unbestattet werden, denn wird auch nur ein einziges Stückchen Gewebe vergessen, ist es, als hätte kein Begräbnis stattgefunden. Das ist also die Wurzel dieses ganzen Übels, verwunderte sich Robb. Weil dieses Gesetz es verbietet, dass die Leiche eines Mörders unbestattet bleibt, haben Christen, Mohammedaner und Juden uns Ärzte daran gehindert, das zu studieren, was wir heilen möchten? Es ist Gottes Geburt, sagte Mirdin unnachgiebig. Robb legte sich wieder hin und starrte in die Dunkelheit. In der Nähe schnarchte laut ein Fußsoldat, irgendjemand räusperte sich und spuckte aus. Zum hundertsten Male fragte Robb sich, was er eigentlich hier zu suchen hatte. Ich denke, eure Sitte ist eine Missachtung der Toten. Sie mit solcher Hass gleichsam in die Erde zu stopfen, als ob ihr es kaum erwarten könnt, sie aus den Augen zu bekommen. Es ist wahr, wir machen nicht viel Wesen um den Leichnam. Nach der Beerdigung irren wir das Andenken des Verstorbenen durch die Shiva. Sieben Tage, in denen die Hinterbliebenen das Haus nicht verlassen und trauern und beten. Hilfloser Zorn stieg in Robb auf, und er war so wütend, als hätte er sich mit starkem Alkohol betrunken. Es macht keinen Sinn, es ist ein törichtes Gebot. Sag nicht, dass Gottes Wort töricht ist. Ich rede nicht von Gottes Wort. Ich rede von der Auslegung des Wortes Gottes durch die Menschen. Das hält die Welt seit tausend Jahren in Unwissenheit und Dunkel. Mirdin schwieg. Deine Zustimmung ist nicht von Nöten, sagte er schließlich, ebenso wenig wie die Weisheit oder Anstand. Unsere Abmachung lautet lediglich, dass du Gottes Gesetz studierst. Ja, ich habe versprochen, es zu studieren. Ich habe nicht versprochen, meinen Verstand auszuschalten oder mit meiner Meinung hinter dem Berg zu halten. Diesmal erwiderte Mirdin nichts. Zwei Tage später kamen sie an das Ufer eines großen Flusses, des Indus. Wenige Meilen weiter nördlich war eine seichte Furt, doch von den Mahut kam die Warnung, dass dort manchmal Soldaten postiert seien, und so zogen sie weiter nach Süden zu einer anderen Furt, die zwar tiefer, aber noch passierbar war. Kuff ließ einen Trupp Männer Flöße bauen. Wer schwimmen konnte, schwamm mit den Tieren ans andere Ufer. Die Nichtschwimmer stagten mit den Flößen hinüber. Ein paar Elefanten gingen einfach durch den Fluss, wobei nur noch ihre Rüssel aus dem Wasser schauten, die sie zum Atmen hoch streckten. Als der Fluss selbst für sie zu tief wurde, schwammen die Elefanten genauso gut wie Pferde. Am anderen Ufer formierten sich die Soldaten neu, wandten sich wieder nach Norden in Richtung Mansura und umgingen die bewachte Furt in einem weiten Bogen. Karim bestellte Mirdin und Rob zum Schar und eine Zeit lang ritten sie gemeinsam mit Allah auf C's Rücken. Rob musste sich zusammennehmen, um dem Schar auch wirklich zuzuhören, denn wenn man hoch oben auf dem Rücken eines Elefanten saß, sah die Welt ganz anders aus. Allahs Spione hatten ihm noch in Isfahan gemeldet, dass Mansura nur schwach bewacht sei. Der alte Ratscha des Ortes, ein entschlossener Kriegsherr, war vor einiger Zeit gestorben und von seinen Söhnen hieß es, sie seien schlechte Soldaten und ihre Garnisonen nicht ausreichend bemannt. Da ich dafür eine Bestätigung brauche, muss ich Kundschafter entsenden, sagte Allah. Ich werde euch schicken, wenn ich denke mir, dass zwei Dimmi-Kaufleute sich Mansura nähern können, ohne Verdacht zu erregen. Rob widerstand dem Impuls, Mürdin einen Blick zuzuwerfen. Ihr müsst vor allem auf Elefanten Fallen in der Nähe des Dorfes achten. Manchmal bauen die Leute hier Holzrahmen, aus denen spitze Eisenpfähle ragen, und verstecken sie in niedrigen Gräben außerhalb ihrer Mauern. Solche Fallen dass sie hier nicht eingesetzt werden, ehe wir unsere Tiere in Gefahr bringen. Rob nickte. Wenn man auf einem Elefanten ritt, schien alles möglich. Ja, Majestät, sagte er zum Schar. Die Soldaten schlugen ein Lager auf, in dem man auf die Rückkehr der Kundschafter warten wollte. Rob und Mirdin ließen ihre Kamele zurück, da diese Tiere offensichtlich auf Kampfeinsätze und Schnelligkeit abgerichtet waren, nicht aber zum Tragen von Lasten und so zogen sie mit zwei Eseln dahin. Es war ein frischer, sonniger Morgen. In dem üppigen Wald sangen und kreischten Vögel und von einem Baum aus beschimpfte sie eine Horde Affen. Ich würde gerne einmal einen Affen sezieren. Mirdin war noch immer wütend auf ihn und seine Aufgabe als Geheimkundschafter machte ihm noch weniger Spaß als das Soldaten Leben. Warum? wollte er wissen. Nun, um wer weiß was zu entdecken, sagte Rob, so wie Galen Berberaffen seziert hat, um zu lernen. Ich dachte, du hättest dich entschieden, ein Arzt zu sein. Das bedeutet, ein Arzt zu sein. Das bedeutet, ein Sezierer zu sein. Ich werde ein Arzt sein und mein Leben lang die Menschen von Mask hat, von ist. Du kannst dich nicht entscheiden, ob du Chirurg oder Sezierer oder Arzt werden willst oder eine Hebamme mit Hoden. Du willst alles auf einmal. Rob musste lächeln über seinen Freund, erwiderte aber nichts darauf. Er hätte auch nur wenig zu seiner Verteidigung vorbringen können, denn vieles von dem, was Mirdin gesagt hatte, stimmte. Eine Zeitlang zogen sie schweigend weiter. Zweimal kamen sie an Indern vorbei, einem Bauern, der knöcheltief im Schlamm eines Entwässerungsgrabens entlang der Straße stand, und zwei Männern auf der Straße, die eine Stange zwischen sich trugen, an der ein Korb voller gelber Pflaumen hing. Die beiden grüßten sie in einer Sprache, die weder Rob noch Mirdin verstanden, und sie konnten lediglich mit einem Lächeln antworten. Rob hoffte, dass ihr Weg sie nicht zum Lager führte, denn von nun an würde jeder, der den Soldaten in die Arme lief, auf der Stelle zum Sklaven oder zur Leiche gemacht werden. Bald darauf kamen ihnen an einer Biegung der Straße sechs Männer entgegen, die Esel hinter sich herzogen, und Mirdin grinst Rob zum ersten Mal an, denn diese Reisenden trugen, wie sie, staubige Judenhüter aus Leder und schwarze Kafthane, die von einer beschwerlichen Reise zeugten. »Shalom!« rief Rob, als sie nah genug heran waren. »Shalom Aleichem! Seid gegrüßt!« Ihr Leiter und Wortführer stellte sich als Hillel Naftali, Gewürzhändler aus Avas, vor. Er war rau, aber freundlich, mit einem leuchtend roten Muttermal auf der Wange unter seinem linken Auge, und es schien, als Tausch von Höflichkeiten und dem Aufzählen von nahen und entfernten Verwandten verbringen. Einer der anderen Männer war sein Bruder Ahn, ein weiterer sein Sohn, und die übrigen drei waren die Ehemänner seiner Töchter. Er kannte Mirdins Vater nicht, hatte aber von der Perlenhändler Familie Askari in Maskat gehört, und man tauschte unablässig Namen aus, bis sie schließlich einen entfernten Naftali sein konnten, nicht völlig Fremden gegenüber zu stehen. Kommt ihr von Norden? fragte Mirdin. Wir sind in Multan gewesen, ein kleines Geschäft, sagte Naftali mit einer Befriedigung, die auf eine Transaktion von erheblichem Umfang schließen ließ. Wohin reist ihr? Mansur. Geschäfte. Ein bisschen von diesem, ein bisschen von jenem, antwortete Rob, und die Männer nickten voller Hochachtung. Kennt ihr Mansura gut? Sehr gut. Wir haben sogar die letzte Nacht bei Ezra Ben Husig verbracht, der mit Pfefferkörnern handelt. Ein ehrenwerter Mann, stets ungemein gastfreundlich. Dann habt ihr auch die dortige Garnison gesehen? erkundigte sich Rob. Die Garnison? Naftali blickte sie verwundert an. Wie viele Soldaten sind in Mansura stationiert? fragte Mirdin ruhig. Allmählich dämmerte es ihnen und Naftali wich entsetzt zurück. Mit so etwas wollen wir nichts zu tun haben, sagte er mit leiser, fast flüsternder Stimme. Sie wandten sich zum Gehen und würden gleich fort sein. Rob wusste, dass es an der Zeit für einen Vertrauensbeweis war. Diese Straße hier solltet ihr nicht sehr viel weiter gehen. Es könnte euch das Leben kosten und ihr solltet auch nicht nach Mansura zurückkehren. Sie starrten ihn schreckensbleich an. Wohin sollen wir dann gehen? fragte Naftali. Führt eure Tiere von der Straße weg und verbergt euch im Wald. Haltet euch so lange versteckt wie nötig, bis ihr hört, dass sehr viele Männer vorbeiziehen. Wenn sie alle fort sind, kehrt auf die Straße zurück und macht euch so schnell ihr schreckensbleich. Wir danken euch, sagte Naftali düster. Können wir uns Mansura ungefährdet nähern? fragte Mertin. Der Gewürzhändler nickte. Sie sind an jüdische Händler gewöhnt. Rob war noch nicht zufrieden. Er erinnerte sich an die Zeichensprache, die Löb ihm auf dem Weg nach Isfahan beigebracht hatte, die geheimen Signale, mit denen jüdische Kaufleute im Osten wortlos er streckte eine Hand aus und drehte sie. Das Zeichen für wie viele. Naftali starrte ihn an. Schließlich legte er die rechte Hand an den linken Ellbogen, das Zeichen für hunderte. Dann spreizte er alle fünf Finger. Er bog den Daumen der linken Hand nach innen, spreizte die übrigen Finger ab und legte sie an den rechten Ellbogen. Rob musste sicher gehen, dass er richtig verstanden hatte. Neunhundert Soldaten? Naftali nickte. Schalom, sagte er mit leiser Ironie. Friede sei mit euch, sagte Rob. Der Wald lichtete sich und sie konnten Mansura sehen. Das Dorf lag in einem kleinen Tal am Fuße eines steinigen Hanges. Von der Höhe aus konnten sie den Standort der Garnison überblicken. Baracken, Übungsplätze, Pferdekoppeln, Elefantengehege. Rob und Mirdin nahmen alles genau zur Kenntnis und prägten sich die Anlage im Einzelnen ein. Sowohl das Dorf als auch die Garnison waren von einer geschlossenen Palisade aus Pfählen umgeben, die nebeneinander in die Erde gerammt und von oben angespitzt waren, eine Barrikade, die nicht leicht zu erklettern war. Kurz vor dem Dorf pikste Rob einen der Esel mit einem Stock und jagte das Tier, gefolgt von jauchzenden und lachenden Kindern um die Außenseite der Palisade herum, während Mirdin in die entgegengesetzte Richtung lief und so tat, als wolle er dem Esel den Weg abschneiden. Von Elefantenfallen war nichts zu sehen. Sie hielten sich nicht lange auf, sondern schlugen den Rückweg ein, und schon bald waren sie wieder im Lager. Das Losungswort des Tages lautete Mahdi, was so viel hieß wie Erlöser. Nachdem sie es den drei Reihen von Wachposten genannt hatten, wurden sie von Kuf zum Schar geführt. Allah runzelte die Stirn, als er von den neunhundert Soldaten erfuhr, denn nach den Meldungen seiner Spione hatte er mit weit weniger Verteidigern in Mansura gerechnet. Doch er war unverzagt. Wenn wir sie überrumpeln können, haben wir den Vorteil auf unserer Seite. Rob und Mirdin zeichneten mit einem Stock die Umrisse der Verteidigungsanlage und die Lage der Elefantengehege auf den Boden, während der Schar aufmerksam lauschte und seine Pläne schmiedete. Den ganzen Morgen über hatten die Männer ihre Ausrüstung gepflegt, die Geschirre eingefettet, die Klingen messerscharf gewetzt. Die Elefanten bekamen Wein in ihre Eimer geschüttet. Nicht viel, nur so viel, dass sie mürrisch und kampfeslustig werden, erklärte Harsha Rob, der darüber staunte. Wein bekommen sie nur vor einer Schlacht. Die Tiere schienen das zu spüren. Sie bewegten sich unruhig und ihre Mahut mussten sich in Acht nehmen, als sie die Kettenpanzer für die Elefanten entrollten, sie den Tieren anlegten und festzorten. An den Stoßzähnen wurden lange Schwerter befestigt, die keinen Knauf hatten, sondern unten hohl waren und aufgesteckt werden konnten. Und jetzt verströmten die Tiere nicht nur die Aura unzähmbarer Kraft, sondern wirkten dazu bösartig und gemeingefährlich. Als Allah den Marschbefehl für die gesamte Truppe erteilte, setzte allerseits hektische Betriebsamkeit ein. Langsam, ganz langsam, denn es hing alles von der richtigen zeitlichen Abstimmung ab, und Allah wollte, dass sie Mansura gegen Abend erreichten. Niemand sprach. Unterwegs begegneten ihnen nur wenige Unglückliche, die sofort gefangen genommen, gefesselt und von den Fußsoldaten bewacht wurden, damit sie nicht Alarm schlagen konnten. Als sie die Stelle erreichten, an der Rob die Juden aus Avas zuletzt gesehen hatte, musste er an die Männer denken, die jetzt irgendwo in der Nähe versteckt lagen und auf die Geräusche der Pferdehufe, der marschierenden Füße und das leise Klirren der Elefantenpanzer lauschten. Sie kamen aus dem Wald, als die Dämmerung sich über die Erde senkte, und im Schutze der Dunkelheit verteilte Allah seine Männer auf dem Bergkamm. Auf jedem Elefanten saßen vier Bogenschützen Rücken an Rücken. Dahinter Reitmacht folgten die Fußsoldaten mit Lanzen und Krumsäbeln. Zwei Elefanten, die keinen Kettenpanzer, sondern nur ihre Mahut trugen, setzten sich auf ein Zeichen hin in Bewegung. Vom Berg aus beobachteten die Soldaten, wie sie langsam im friedlichen Abendlicht hinabstiegen. Im Dorf vor ihnen glühten die Feuerstellen, an denen die Frauen das Abendessen zubereiteten. Als die beiden Elefanten die Palisade erreichten, senkten sie die Köpfe und blickten sie gegen das Holz. Der Schar hob den Arm. Die Elefanten schoben sich vorwärts. Man hörte es splittern und krachen, als die Palisade umstürzte. Jetzt senkte der Schar den Arm und die Perser rückten vor. Die Elefanten liefen angriffslustig den Hang hinab. Hinter ihnen fielen die Kamele und Pferde zunächst in Trab und dann in Galopp. Aus dem Dorf drangen die ersten Schreie. Rob hatte sein Schwert gezogen und schlug Biest damit in die Flanken, aber sie musste nicht angetrieben werden. Zuerst war nur das rasende Trommeln der Hufe und das melodiöse Klirren der Kettenpanzer zu hören. Dann drang aus sechshundert Kehlen der Schlacht Ruf und die Tiere fielen ein, die Kamele brüllten, die Elefanten trompeteten wild und schrill. Rob sträubten sich die Nackenhaare und er brüllte wie ein Tier, als Allahs Männer zum Angriff auf Mansura stürmten. Der indische Schmied Rob gewann nur flüchtige Eindrücke, wie beim Blick auf eine Reihe von Zeichnungen. Das Kamel raste in vollem Lauf über die zersplitterten Überreste der Palisade. Er ritt durch das Dorf und die Angst in den Gesichtern der verzweifelt fliehenden Menschen gab ihm ein seltsames Gefühl von Unverletzlichkeit, die sinnliche Empfindung von Macht und Scham zugleich, so wie damals in England, als er den alten jüdischen Kaufmann aus dem Gasthof hinaus geekelt hatte. Als er die Garnison erreichte, war bereits eine erbitterte Schlacht im Gange. Die Inder kämpften zu Fuß, aber sie waren mit Elefanten vertraut und wussten, wie man sie angreifen konnte. Fußsoldaten mit langen Spießen versuchten den Elefanten die Augen auszustechen und Rob sah, dass es ihnen bei einem der ungepanzerten Tiere, die die Palisade eingedrückt hatten, gelungen war. Der Mahut war verschwunden, vermutlich getötet, und der Elefant hatte beide Augen verloren, stand blind und zitternd da und schrie vor Schmerz. Plötzlich blickte Rob mitten in ein verzerrtes braunes Gesicht, sah ein blankes Schwert und die sausende Klinge. Ohne nachzudenken benutzte er sein Breitschwert wie eine dünne französische Klinge, stieß einfach zu, und die Spitze bohrte sich in die Kehle des Inders. Der Mann stürzte nach hinten, und Rob wandte sich einer Gestalt zu, die von der anderen Seite seines Kamels auf ihn zustürmte und fing an, wild drauf loszuschlagen. Einige der Inder kämpften mit Äxten und Krummsäbeln und versuchten, die Elefanten kampfunfähig zu machen, indem sie auf ihre Rüssel und die wuchtigen Beine einschlugen, aber es war ein ungleicher Kampf. Die Elefanten griffen an, die Ohren wütend aufgestellt wie Segel. Sie rollten die Rüssel unter ihren mit tödlichen Schwertern gewappneten Stoßzähnen zusammen und stießen vor wie Kriegsschiffe, rammten und trampelten alles nieder, was sich innen in den Weg stellte. Die gewaltigen Tiere hoben die Füße hoch wie in einem wilden Tanz und stampften so kraftvoll auf, dass die Erde erbebte. Menschen, die unter die rasenden Beine gerieten, wurden zermalmt wie weiche Trauben. Rob war gefangen in einer Hölle aus tot- und grauenerregenden Geräuschen, Fauchen, Trompeten, Schreie, Fluchen, das Stöhnen der Sterbenden. Zieh, der größte und königlich geschmückte Elefant, zog mehr Angreifer auf sich als jeder andere, und Rob sah, dass Kuff neben seinem Schar kämpfte. Kuff hatte sein Pferd verloren. Er schlug mit seinem schweren Schwert um sich, ließ es über dem Kopf kreisen und stieß dabei wilde Flüche und Verwünschungen aus. Allah saß auf dem Elefanten und setzte seinen Langbogen ein. Die Schlacht tobte, die Männer kämpften in wilder Raserei, das blutige Handwerk des Abschlachtens hatte sie alle in Bann geschlagen. Als Rob auf seinem Kamel einen Lanzenträger verfolgte, der seine Waffe fallen ließ und floh, erblickte er Mirdin zu Fuß. Das Schwert an seinem Gürtel sah aus, als wäre es schleppen, ohne sich um irgendetwas anderes zu kümmern. Der Anblick war wie ein Guss mit kaltem Wasser. Rob blinzelte, riss an den Zügeln seines Kamels und ließ sich von Biest heruntergleiten, noch bevor das Tier in die Knie gegangen war. Er lief zu Mirdin und half ihm, den Verletzten zu tragen, der von einer Wunde im Hals schon grau angelaufen war. Von diesem Augenblick an vergaß Rob das Töten und kämpfte als Arzt. Die beiden Ärzte brachten die Verwundeten in einem Dorfhaus unter, schleppten sie eine nach dem anderen vom Schlachtfeld, während das Gemetzel weiterging. Sie konnten nicht mehr tun, als die am Boden liegenden Verwundeten einzusammeln, denn ihre sorgfältig vorbereitete Ausrüstung befand sich auf den Rücken von einem Ballen sauberer Tücher hatten. Wenn sie Lappen brauchten, um den Blutfluss zu stillen, schnitten Rob oder Mirdin sie aus der Kleidung eines Gefallenen. Der Kampf verwandelte sich schon bald in ein Massaker. Die Inder waren überrumpelt worden, und während die eine Hälfte von ihnen noch Zeit gehabt hatte, zu den Waffen zu greifen, hatte die andere Hälfte lediglich mit Stöcken und Steinen Widerstand geleistet. Sie wurden mühelos überwältigt, doch die meisten von ihnen kämpften verzweifelt, weil sie wussten, dass sie, wenn sie sich ergaben, eine schmähliche Hinrichtung oder das Leben eines Sklaven oder Eunuchen in Persien erwartete. Das Blutbad dauerte auch in der Dunkelheit noch an. Rob zog sein Schwert und ging mit einer Fackel in der Hand zum Nachbarhaus. Er stieß auf einen kleinen dünnen Mann, seine Frau und zwei kleine Kinder. Die vier Gesichter wandten sich ihm zu, die Augen starr auf das Schwert gerichtet. »Mach, dass ihr wegkommt,« sagte Rob zu dem Mann, »solange noch Zeit ist, aber man darf euch nicht sehen.« Doch sie verstanden kein Persisch, und der Mann sagte etwas in einer fremden Sprache. Rob ging zur Tür und deutete hinaus in die Nacht und auf den Wald in der Ferne. Dann trat er wieder in den Raum und gestikulierte beschwörend, um sie zur Flucht zu bewegen. Der Mann nickte. Er war voller Angst. Vielleicht warteten im Wald schon die Raubtiere. Aber er scharrte seine Familie um sich und kurz darauf waren sie alle durch die Tür verschwunden. In diesem Haus fand Rob Lampen, in anderen entdeckte er der Kampf. Die persischen Soldaten töteten alle verwundeten Feinde und das Plündern und Vergewaltigen begann. Rob, Mirdin und eine Handvoll Kämpfer suchten das Schlachtfeld mit Fackeln ab. Die Toten oder Sterbenden ließen sie liegen und hielten lediglich nach Persern Ausschau, die vielleicht gerettet werden konnten. Mirdin entdeckte zwei der kostbaren Packesel und die Wundärzte machten sich bei Lampenschein daran, Wunden mit heißem Öl zu behandeln, sie zu vernähen und zu verbinden. Sie mussten vier Gliedmaßen amputieren, doch von diesen Patienten starben alle, bis auf einen. So arbeiteten sie die ganze schreckliche Nacht hindurch. Sie hatten siebenunddreißig Patienten und als der Morgen die Stätte des Grauens erhellte, fanden sie weitere sieben, die verwundet waren, aber noch lebten. Nach dem ersten Gebet überbrachte Kuff den Befehl, dass die Ärzte sich zuerst um fünf verletzte Elefanten kümmern sollten, bevor sie weiter Soldaten versorgten. Drei der Tiere hatten Schnittwunden an den Beinen, einem steckte ein Pfeil im Ohr und dem fünften Elefanten war der Rüssel abgehackt worden. Dieser und der geblendete Elefant wurden auf Rops Geheiß hin von Lanzenwerfern getötet. Nach dem Frühstückspilaf begaben sich die Mahut in die Elefantengehege von Mansura und fingen an, die Tiere auszulesen. Sie redeten leise auf sie ein und führten sie herum, indem sie sie mit den Hakenstöcken, Ankuscha genannt, an den Ohren zogen. Hier entlang, mein Vater, voran, meine Tochter. Ganz ruhig, Zeigt mir, was ihr könnt, meine Kinder. Nie nieder, Mutter, und lass mich auf deinem schönen Kopf reiten. Mit leisen Rufen trennten die Mahut die abgerichteten Tiere von denen, die noch halb wild waren. Sie konnten nur gefügige Tiere mitnehmen, die ihnen auf dem Weg zurück nach Isfahan gehorchen würden. Die anderen sollten freigelassen werden und wieder in die Wälder zurückkehren dürfen. Zu den Stimmen der Mahut gesellte sich ein weiterer Klang, der immer lauter wurde, das Summen der Schmeißfliegen, die bereits die Leichen entdeckt hatten. Schon bald würde der Gestank in der Hitze des Tages unerträglich werden. 73 Perser waren umgekommen. Nur 103 Inder hatten sich ergeben und überlebt und als Allah ihnen anbot, sich seinem Heer als Lastenträger anzuschließen, nahmen In ein paar Jahren würde man ihnen vielleicht Vertrauen schenken, so dass sie für Persien kämpfen durften und sie wollten lieber Soldaten sein als Eunuchen. Jetzt waren sie dabei, ein Massengrab für die persischen Gefallenen auszuheben. Mirdin sah Rob an. Schlimmer als ich befürchtet hatte, sagten seine Augen. Rob dachte dasselbe, tröstete sich aber mit dem Gedanken, dass es jetzt überstanden war und sie bald beherren würden. Doch dann suchte Karim sie auf. Kuff hatte einen indischen Offizier getötet, berichtete Karim, aber zuvor hatte das Schwert des Inders den weicheren Stahl von Kuffs Breitschwert fast halb durchtrennt. Karim holte Kuffs Schwert, um ihnen zu zeigen, wie tief die Kerbe war. Das erbeutete indische Schwert war aus dem kostbaren, mit Wirbeln gemaserten Stahl gefertigt, und nun trug es Allah Schah. Er selbst hatte die Gefangenen verhört, bis er herausgefunden hatte, dass dieses Schwert von einem Handwerker namens Dan Wang Galil in Kausambi geschmiedet worden war. Das Dorf lag drei Tagesreisen nördlich von Mansura. Allah hat beschlossen, nach Kausambi zu ziehen, sagte Karim. Sie würden den indischen Schmied gefangen nehmen und nach Isfahan bringen, wo er Waffen aus dem geriffelten Stahl fertigen sollte, mit denen der Schah seine Nachbarn besiegen und Persien wieder zu dem großen, mächtigen Reich machen konnte, das es einst gewesen war. Das war leichter gesagt als getan. Kausambi war ein unscheinbares kleines Dorf am Westufer des Indus mit ein paar dutzend windschiefen Holzhütten an vier staubigen Straßen, von denen jede zur Garnison führte. Weder gelang ihnen ein Überraschungsangriff, weil sie sich durch den Wald heranschlichen, der bis zum Dorfrand reichte. Als die indischen Soldaten erkannten, dass sie angegriffen wurden, rannten sie wie eine Horde verschreckter Affen aus dem Dorf und flüchteten in die Wälder. Allah war entzückt, weil er glaubte, dass die Feigheit des Feindes ihm einen leichten Sieg geschenkt hatte. Kaum war er dann Vangalil zu führen. Der Schwertmacher war ein drahtiger Mann mit unerschrockenen Augen, grauem Haar und einem weißen Bart, der fast das gesamte alterslose Gesicht verbarg. Vangalil erklärte sich sogleich bereit, mit nach Isfahan zu kommen, um Allah Shah zu dienen, sagte aber, er würde den Tod wählen, wenn der Shah ihm nicht erlaubte, seine Frau, zwei Söhne und eine Tochter mitzunehmen, sowie verschiedene Materialien, die er zur Herstellung des geriffelten Stahls benötigte, darunter einen großen Stapel rechteckiger Blöcke aus hartem indischem Stahl. Der Shah war einverstanden. Bevor sie jedoch das Dorf verlassen konnten, kamen Kundschafter mit beunruhigenden Meldungen zurück. Die indischen Soldaten waren ganz und gar nicht geflohen, sondern hatten sich im Wald und entlang der Straße verschanzt, um jeden anzugreifen, der Kausambi verlassen wollte. Allah wusste, dass die Inder sie nicht endlos belagern konnten. Wie in Mansura waren auch hier die Soldaten schlecht bewaffnet. Zudem mussten sie sich von dem ernähren, was sie im Wald fanden. Die Offiziere des Schahs wiesen ihn darauf hin, dass sicherlich Läufer losgeschickt worden waren, um Verstärkung herbeizuholen, doch die nächste, größere Heeresmacht war im Sechstagesreisen entfernten Seewan stationiert. Den Wald durchkämmen, befahl Allah. Die 500 Perser wurden in zehn Einheiten von jeweils fünfzig Kämpfern unterteilt, alles Fußsoldaten. Sie verließen das Dorf und suchten den Wald nach Feinden ab, als gingen sie auf Wildschweinjagd. Wenn sie auf Inder stießen, war der Kampf erbittert, blutig und zäh. Allah ließ alle toten Perser aus dem Wald schaffen, damit der Feind sie nicht zählen und sich somit ausrechnen konnte, wie sehr die gegnerische Streitmacht geschrumpft war. Und so wurden die Gefallenen in den grauen Staub einer Straße in Kausambi gelegt, um von den in Mansura gemachten Gefangenen in einem Massengrab beerdigt zu werden. Der erste Leichnam, der gleich zu Beginn des Dschungelkampfes ins Dorf getragen wurde, war der des Stadthauptmanns. Kuf war von einem indischen Pfeil in den Rücken getroffen worden. Er war ein strenger, ernster Mann gewesen, aber auch eine feste Größe und schon zu Lebzeiten eine Legende. Die Narben auf seinem Körper erzählten die Geschichte der harten Feld Züge unter zwei Schaas. Den ganzen Tag über kamen persische Soldaten, um einen letzten Blick auf ihn zu werfen. Sein Tod versetzte sie in kalte Wut, und diesmal machten sie keine Gefangenen, sondern töteten die Inder selbst dann, wenn diese sich ergeben wollten. Die Folge war, dass ihnen die verzweifelte Entschlossenheit von Gejagten entgegenschlug, die wussten, dass sie keine Gnade zu erwarten hatten. Die Kämpfe verliefen unvermindert grausam, Pfeile mit Widerhaken gegen Männer mit scharfem Metall, die unter Kriegsgebrüll unbarmherzig drauf loshackten. Zweimal am Tag wurden die Verwundeten auf einer Lichtung zusammengetragen, und einer der Feldschere ging unter schwerer Bewachung hinaus, um erste Hilfe zu leisten und die Patienten ins Dorf bringen zu lassen. Die Kämpfe hielten drei Tage an. Von den 38 in Mansura verwundeten Männern waren elf gestorben, noch bevor die Perser das Dorf verlassen hatten. Sechzehn weitere hatten den Drei-Tages-Marsch nach Kausambi nicht überlebt. Zu den elf Verwundeten, die dank Mirdins und Robbs Pflege überlebt hatten, kamen während des dreitägigen Dschungelkampfes weitere 36 Verletzte hinzu. 47 weitere Perser wurden getötet. Mirdin führte noch eine Amputation durch und Robb drei. Bei einer handelte es sich lediglich um das Vernähen eines Hautlappens über einem sauberen Stumpf unterhalb des Ellbogens eines persischen Soldaten, dem ein indisches Schwert den Unterarm abgetrennt hatte. Zuerst behandelten sie die Wunden so, wie sie es von Iben Sina gelernt hatten. Sie brachten Öl zum Kochen und gossen es so heiß wie möglich in die Wunde, um Eiterbildung zu verhindern. Doch am Morgen des dritten Tages ging Rob das Öl aus. Da erinnerte er sich daran, dass der Bader Fleischwunden mit Methiglin gereinigt hatte, also nahm er einen Ziegenlederschlauch mit Wein und wusch jede neue Wunde mit starkem Alkohol, bevor er sie verbannt. An diesem Morgen waren die Kämpfe unmittelbar nach Tagesanbruch ausgebrochen. Am späten Vormittag traf eine neue Gruppe von Verwundeten ein, und Träger erbrachten einen, der von Kopf bis Fuß in eine erbeutete indische Decke gehüllt war. Hierhin nur Verwundete, sagte Rob schneidend. Aber sie legten ihn nieder und blieben verlegen stehen, und plötzlich merkte Rob, dass der Tote Mirdins Schuhe trug. Wenn er ein gewöhnlicher Soldat gewesen wäre, hätten wir ihn auf die Straße gelegt, sagte einer der Träger. Aber er ist ein Hakim. Deshalb haben wir ihn zum Hakim gebracht. Sie erzählten, dass sie schon auf dem Rückweg waren, als ein Mann mit einer Axt aus einem Gebüsch hervorsprang. Der Inder hatte nur Mirdin getroffen, ehe er selbst niedergestreckt wurde. Rob dankte ihnen und sie gingen. Als er die Decke vom Gesicht zog, sah er, dass es wirklich Mirdin war. Das Gesicht war verzerrt, verblüfft und auf liebenswerte Weise wunderlich. Rob drückte ihm die sanften Augen zu und band den langen Unterkiefer hoch. Er konnte nicht denken und bewegte sich wie ein Betrunkener. Von Zeit zu Zeit ging er, um die Sterbenden zu beruhigen und die Verwundeten zu versorgen, kam aber immer zurück und setzte sich wieder. Einmal küsste er den kalten Mund, aber er und so ging es ihm auch, als er Mirdins Hand hielt. Mirdin war nicht mehr bei ihm. Er hoffte, dass Mirdin eine seiner Brücken überschritten hatte. Schließlich verließ Rob den Toten und versuchte, sich von ihm fernzuhalten, indem er sich blindwütig in die Arbeit stürzte. Ein Mann mit einer verstümmelten Hand wurde hereingebracht und Rob führte die letzte Amputation des Feldzuges durch, er trennte die Hand knapp oberhalb des Handgelenks ab. Als er mittags zu Mirdin zurückkehrte, hatten sich schon die Fliegen versammelt. Er entfernte die Decke und sah, dass die Axt Mirdins Brust gespalten hatte. Als Rob sich über die Wunde beugte, konnte er sie mit den Händen etwas weiter öffnen. Er nahm nichts mehr wahr, weder den Gestank des Todes im Zelt noch den Duft des heißen zertrampelten Grases auf dem Boden. Das Stöhnen der Verwundeten, das Summen der Fliegen, die fernen Schreie und Kampfgeräusche drangen nicht länger an sein Ohr. Er vergaß, dass sein Freund tot war, und er vergaß die erdrückende Last der Trauer. Zum ersten Mal griff er mit der Hand in den Körper eines Menschen und berührte das menschliche Herz. Vier Freunde Rob wusch Mirdin, schnitt ihm die Nägel, kämmte sein Haar und hüllte ihn in seinen Gebetsschal, von dem er dem Brauch gemäß die Hälfte der Fransen abgeschnitten hatte. Er machte Karim ausfindig und brachte ihm die Nachricht. Karim blinzelte, als hätte er einen Schlag ins Gesicht bekommen. Ich will nicht, dass er in das Massengrab kommt, sagte Rob. Seine Familie wird bestimmt herkommen und ihn nach Maskat holen, um ihn bei seinem Volk in geweihter Erde zu bestatten. Sie entschieden sich für einen Platz vor einem Felsen, der so groß war, dass selbst Elefanten ihn nicht hätten bewegen können, maßen die genaue Lage aus und schritten die Entfernung vom Felsen zum Rand Feder und Tusche zu besorgen und nachdem sie das Grab ausgehoben hatten, zeichnete Rob alles ganz genau auf. Er wollte die Karte später ins Reine zeichnen und nach Maskat senden. Ohne einen unanfechtbaren Beweis für Mirdins Tod würde Farah als Aguna gelten, als eine verlassene Frau und dürfte nie wieder heiraten. So lautete das Gesetz. Mirdin hatte es ihn gelehrt. Allah will bestimmt dabei sein, sagte er. Er sah zu, wie Karim sich dem Schah näherte. Allah trank gerade mit seinen Offizieren und sonnte sich im warmen Schein seines Sieges. Rob beobachtete, wie er Karim einen Moment lang zuhörte und dann ungehalten abwinkte. Eine Welle von Hass stieg in ihm auf, denn er hatte noch die Stimme des Königs im Ohr, wie er damals in der Höhle zu Mirdin gesagt hatte, wir sind vier Freunde. Karim kam zurück und sagte beschämt, sie müssten weitermachen. Er murmelte ein paar Bruchstücke islamischer Gebete, als sie die Grube auffüllten. Rob machte keinen Versuch zu beten. Mirdin hätte es verdient, trauernde Stimmen das Haskarat sangen, den Beerdigungsgesang und das Kaddisch sprachen, doch das Kaddisch und er war ein Christ, der vorgab, Jude zu sein und so stand er taub und stumm da, als die Erde seinen Freund bedeckte. Am Nachmittag dieses Tages stießen die Perser im Wald nicht mehr auf Inder, die sie töten konnten. Der Weg aus Kausambi war frei. Allah ernannte einen erfahrenen Veteranen namens Farad zum neuen Stadthauptmann und der Offizier brüllte sogleich Befehle, damit sich die Truppe in Windeseiler Abmarsch bereit machte. Unter allgemeinem Jubelgeschrei gab Allah seine Erfolge bekannt. Er hatte seinen indischen Schwertmacher bekommen. Er hatte in Mansura zwei Elefanten verloren, aber achtundzwanzig erbeutet. Darüber hinaus hatten die Mahut noch vier weitere junge, gesunde Elefanten in einem Gehege in Kausambi entdeckt. Es waren Arbeitstiere, nicht für die Schlacht geeignet, aber dennoch wertvoll. Die indischen Pferde waren kümmerlich kleine Tiere, die von den Persern mit Verachtung gestraft wurden, aber in Mansura war ihnen eine kleine Herde schöner, schneller Kamele in die Hände gefallen und in Kausambi Dutzende von Lasttieren. Allah strahlte über den Erfolg seines Beutezuges. Von den sechshundert Männern, die dem Schah aus Isfahan gefolgt waren, hatten 120 ihr Leben gelassen und Rob trug die Verantwortung für 47 Verwundete. Viele von ihnen waren so schwer verletzt, dass sie den Rückmarsch nicht überleben würden, aber es war ausgeschlossen, sie in dem verwüsteten Dorf zurück zu lassen. Wenn die indische Verstärkung eintraf, würde jeder Perser, den man vorfände, auf der Stelle den Tod finden. Rob schickte Soldaten in jedes Haus, auf Als sie am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang loszogen, trugen Inder die Tragen. Nach einem dreieinhalb tägigen Gewaltmarsch hatten sie eine Furt erreicht, wo sie den Indus überqueren konnten. Gleich zu Anfang wurden zwei Männer von den Fluten mitgerissen und ertranken. In der Mitte des Flusses war das Wasser zwar seicht, aber reißend, und die Mahut stellten die Elefanten Strom aufwärts auf, damit sie als lebende Mauer die Gewalt des Wassers brachen, ein erneuter Beweis für den wahren Wert dieser Tiere. Die Schwerverletzten starben zuerst, also die mit durchbohrter Brust oder aufgeschlitztem Bauch, wie auch ein Mann, dem in den Hals gestochen worden war. Allein an einem einzigen Tag holte der Tod sechs von ihnen. Nach fünfzehn Tagen erreichten sie Beluchistan, wo sie auf freiem Feld das Lager aufschlugen und Rob seine Verwundeten in einer offenen Scheune unterbrachte. Als er Verrat entdeckte, bat er um eine Audienz, doch Verrat, der vor Stolz und Wichtigtuerei platzte, hieß ihn warten. Glücklicherweise hörte Karim ihr Gespräch und brachte ihn sofort in das Zelt des Schars. Ich habe noch einundzwanzig, aber sie müssen für eine Weile an einem Ort ausruhen können, sonst verlieren wir sie auch noch Majestät. Ich kann auf Verwundete keine Rücksicht nehmen, erwiderte Allah, der seinen Triumphzug durch Isfahan kaum erwarten konnte. Dann bitte ich um die Erlaubnis mit ihnen hier bleiben zu dürfen. Der Schar starrte ihn an. Ich werde Karim nicht als Hakim hier bei dir lassen. Er muss mit mir heimkehren. Rob nickte. Sie ließen ihm fünfzehn Inder und siebenundzwanzig Soldaten da, um die Tragen zu schleppen, sowie zwei Mahut und alle fünf verwundeten Elefanten, damit die Tiere weiter von ihm gepflegt werden konnten. Karim ließ Säcke mit Reis für sie abladen. Am nächsten Morgen herrschte wie üblich geschäftige Betriebsamkeit im Lager. Als der Haupttrupp loszog und schließlich auch die eintretende Stille war wohltuend und beklemmend zugleich. Die Ruhe im Schatten und ohne Staub kam seinen Patienten zugute und erlöste sie auch von den ständigen Erschütterungen und Stößen während des Marsches. Zwei Männer starben am ersten Tag in der Scheune und ein weiterer am vierten Tag, aber die übrigen waren zähe Burschen, die sich ans Leben klammerten und Robs Entscheidung in Beluchistan eine längere Rast einzulegen war ihre Rettung. Zuerst waren die Soldaten erbost über ihre Aufgabe, die anderen würden schon bald wieder im sicheren Isfahan sein und jubelnd empfangen werden, während sie weiter in Gefahr schwebten und Drecksarbeit verrichten mussten. In der zweiten Nacht schlichen sich zwei Wachposten auf Nimmerwiedersehen davon. Die unbewaffneten Inder machten anderen Wachposten. Sie waren Soldaten von Beruf und sahen rasch ein, dass es beim nächsten Mal einen von ihnen treffen könnte und dass sie dem Hakim dankbar sein konnten, weil er sein Leben aufs Spiel setzte, um ihren Kameraden zu helfen. Rob schickte jeden Morgen Männer auf die Jagd und das Niederwild, das sie ins Lager brachten, wurde zubereitet und zusammen mit dem Reis gedünstet, den Karim ihnen dagelassen hatte, sodass seine Patienten von Tag zu Tag kräftiger wurden. Rob behandelte die Elefanten genauso wie die Menschen, wechselte regelmäßig ihre Verbände und wusch ihre Wunden mit Wein aus. Die gewaltigen Tiere standen still da und ließen es zu, dass er ihnen Schmerzen zufügte, als hätten sie begriffen, dass er ihr Wohltäter war. Die Männer waren ebenso unerschütterlich wie die Tiere, selbst wenn Verletzungen sich entzündet hatten und er Wundnähte wieder aufschneiden und heilendes Fleisch öffnen musste, um den Eiter zu entfernen und die Wunde mit Wein auszuwaschen, bevor er sie wieder schloss. Etwas Merkwürdiges fiel ihm auf. Praktisch jede mit kochendem Öl behandelte Wunde hatte sich entzündet, war angeschwollen und vereitert. Viele dieser Patienten waren gestorben, während sich bei den meisten Männern, die er behandelt hatte, nachdem das Öl verbraucht war, kein Eiter gebildet hatte und diese Männer überlebten. Er fing an, sich Aufzeichnungen zu machen und ahnte, dass sich sein indisches Abenteuer schon allein aufgrund dieser Beobachtung gelohnt hatte. Sein Weinvorrat war fast erschöpft, doch er wusste aus gab, bei denen man Krüge mit starken Getränken kaufen konnte. Als sie nach drei Wochen die Scheune endlich verließen, ging es vier seiner Patienten wieder so gut, dass sie reiten konnten. Zwölf Soldaten mussten keine Lasten schleppen und konnten sich daher mit den Kameraden an den Tragen ablösen, sodass sich immer einige ausruhen konnten. Bei der ersten Gelegenheit führte Rob sie von der sein, was seine Soldaten mit Missmut erfüllte, aber Rob wollte seine kleine Karawane nicht in Gefahr bringen, indem er sie durch eine Gegend führte, in der nach den Plünderungen der Perser Hass und Hunger regierten. Drei Elefanten lahmten noch und konnten keine Lasten tragen. Rob ritt auf dem Elefanten, der nur eine leichte Rüsselverletzung hatte. Er war froh, nicht mehr auf Biest sitzen zu müssen und schwor sich nie wieder auf einem Kamel zu reiten. Dagegen bot der breite Elefantenrücken bequemen Sitz, Sicherheit und einen königlichen Blick auf die Welt. Da diese Reise nicht beschwerlich war, blieb ihm unbegrenzt Zeit zum Nachdenken und die Erinnerung an Mirdin begleitete ihn auf Schritt und Tritt, so dass die einfachen kleinen Wunder einer Reise, tausende von Vögeln, die plötzlich aufflogen, einen Sonnenuntergang, der den Himmel in Brand setzte, die Art, wie ein Elefant auf den Rand eines steilen Grabens trat und dann wie ein Kind über die entstandene Erdrampe nach unten rutschte, ihm zwar auffielen, aber kaum Freude bereiteten. Jesus, dachte er, oder Shaddai, oder Allah, wer immer du bist, wie kannst du eine solche Verschwendung zulassen? Könige führten gewöhnliche Menschen in die Schlacht und manche, die überlebten, waren jämmerliche Kreaturen oder einfach nur böse, dachte er voll Bitterkeit. Und doch hatte Gott zugelassen, dass einer niedergestreckt wurde, der so gut war wie ein Heiliger und so klug, dass Gelehrte ihn beneideten. Mirdin hätte sein ganzes Leben in den Dienst der Kranken, ja der Menschheit gestellt. Seit der Beerdigung des Baders hatte der Tod Rob nicht mehr so tief und so heftig erschüttert. Und als sie sich Isfahan näherten, war er noch immer niedergeschlagen und verzweifelt. Sie kamen am späten Nachmittag an, und die Stadt sah aus wie damals, als er sie das erste Mal erblickt hatte. Weiße Häuser, die in blauen Schatten lagen, und Dörfer, die das rosa der weiteren Pflege untergebracht wurden. Dann ging es zu den Stellen des Hauses des Paradieses, wo Rob die Tiere, die Soldaten und die Sklaven in die Verantwortung anderer übergab. Nachdem das geschehen war, verlangte er nach seinem braunen Wallach. Fahad, der neue Stadthauptmann, hielt sich in der Nähe auf und hatte ihn gehört. Er befahl dem Stallburschen, keine Zeit damit zu verlieren, in dem Gewühl der Herde nach einem bestimmten Tier zu suchen. Gib dem Hakim irgendein anderes Pferd. Kuff hat gesagt, ich würde mein Pferd zurück bekommen. Es musste sich schließlich nicht alles ändern, sagte er sich. Kuff ist tot. Trotzdem. Zu seiner eigenen Überraschung merkte Rob, dass seine Stimme und sein Blick hart wurden. Er hatte entsetzliche Gemetzel erlebt, und doch spürte er jetzt das Verlangen zuzuschlagen, Gewalt als Befreiung. Ich verlange dasselbe Pferd. Verharrt war ein alter Haudegen, und er erkannte die Herausforderung in der Stimme des Hakim. Bei einem Streit mit diesem Demi hatte er nichts zu gewinnen, aber viel zu verlieren. Er zuckte mit den Achseln und wandte sich ab. Rob ritt neben dem Stallburschen kreuz und quer durch die Herde. Als er den wütenden Auftritt. Sie trennten das Pferd von den anderen und sattelten es, während Fahad zusah und keinen Hehl aus seiner Verachtung darüber machte, dass der Dimi bereit gewesen war, sich wegen eines so jämmerlichen Tieres zu schlagen. Aber der Braune trabte freudig durch die Abenddämmerung in die Jehudie. Mary hörte ungewohnte Geräusche bei den Tieren, nahm das Schwert Er war heimgekehrt. Er hatte dem Braunen bereits den Sattel abgenommen und führte ihn gerade rückwärts in seinen Verschlag. Er wandte sich um und in dem schwachen Licht konnte sie sehen, dass er erheblich an Gewicht verloren hatte. Fast sah er wieder so aus wie der magere, halbwilde Junge, den sie in Karl Fritters Karawane kennengelernt hatte. Mit drei Schritten war er bei ihr und umarmte sie stumm. Dann legte er die Hand auf ihren flachen Bauch. Ist es gut gegangen? Sie lachte zittrig, denn sie war müde und erschöpft. Er hatte ihre Schmerzensschreie nur um fünf Tage verpasst. Dein Sohn hat zwei Tage gebraucht, um auf die Welt zu kommen. Ein Sohn! Er legte seine große Hand an ihre Wange. Bei dieser Berührung durchströmte sie eine solche Erleichterung, dass sie erbebte und beinahe Öl aus der Lampe vergossen hätte, die Flamme flackerte. Als er fort war, hatte sie sich selbst hart und stark gemacht, eine lederne Frau. Aber es tat so gut, wieder jemanden an seiner Seite zu haben, der einen beschützte und stark war, als würde sich Leder in Seide verwandeln. Sie legte das Schwert beiseite, nahm seine Hand und führte ihn nach drinnen, wo der Säugling in einem mit Decken ausgelegten Korb schlief. Plötzlich sah sie das rundgesichtige Bisschen Mensch durch Rob's Augen. Die winzigen roten Gesichtszüge, noch verquollen von den Wehen, den dunklen Haarflaum auf dem Kopf. Sie fühlte Ärger in sich aufsteigen, denn sie hätte nicht sagen können, ob er vor Glück überwältigt oder enttäuscht war. Als er aufsah, las sie neben der Freude auch Schmerz in seinem Gesicht. Wie geht es, Farah? Karim hat es ihr gesagt. Ich habe die Shiva mit ihr eingehalten. Sieben Tage. Dann hat sie David und Isachar genommen und sich einer Karawane nach Maskat angeschlossen. Mit Hilfe Gottes sind sie jetzt bei ihrer Familie. Es wird schwer für dich werden ohne sie. Für sie ist es schwerer, sagte sie bitter. Der Kleine fing an zu jammern und Rob nahm ihn aus dem Korb und hielt ihm den kleinen Finger hin, den er hungrig in den Mund nahm. Mary trug ein weites Kleid mit einem Zugband um den Hals, das Farah für sie genäht hatte. Sie öffnete es und zog es unter ihre vollen Brüste, dann nahm sie Rob das Kind aus den Armen. Als sie anfing den Kleinen zu stillen, streckte Rob sich neben ihnen beiden auf der Matte aus. Er legte seinen Kopf auf ihre freie Brust und bald darauf spürte sie, dass seine Wangen nass wurden. Sie hatte weder ihren Vater noch irgendeinen anderen Mann je weinen sehen und Rob instinktiv lenkte ihre freie Hand ihn, bis sein Mund auf ihrer Brust Warze lag. Er war behutsamer als sein Sohn und als er saugte und an ihr trank war sie zutiefst gerührt und zärtlich amüsiert. Dieses eine Mal drang etwas von ihr in seinen Körper ein. Sie musste an Fahrer denken und sie dankte der heiligen Jungfrau schuldbewusst, dass nicht sie ihren Lippenpaare auf ihr, das eine winzig klein, das andere groß und so vertraut, erfüllten sie mit einer prickelnden Wärme. Vielleicht lag es daran, dass die gebenedeite Mutter oder die Heiligen sie mit einem Zauber umgaben, aber für kurze Zeit wurden die drei wahrhaft eins. Schließlich setzte Rob sich auf und als er sich zu ihr beugte und sie küsste, schmeckte sie ihre eigene warme Nahrung. Ich bin kein Römer, sagte er. Sechster Teil Hakim Ernennung Am nächsten Morgen nach seiner Rückkehr betrachtete Rob seinen Sohn bei Tageslicht und sah, dass es ein schönes Kind war, mit tiefblauen englischen Augen und großen Händen und Füßen. Er zählte und krümmte sachte jeden winzigen Finger, jede Zehe und freute sich über die leicht gebogenen kleinen Beine. Ein kräftiger Bursche. Das Kind war von seiner Mutter eingeölt worden und roch wie eine Olivenpresse. Dann roch er weniger angenehm und Rob wechselte zum ersten Mal wieder eine Säuglingswindel, seit er damals seine Brüder und seine kleine Schwester versorgt hatte. Tief in seinem Innern gab es noch immer die Sehnsucht eines Tages William Stewart, Anne Mary und Jonathan Carter wiederzufinden. Wäre das nicht eine Freude, den so lange vermissten Coles ihren Neffen zu zeigen? Er und Mary stritten sich über die Beschneidung. Es wird ihm nicht wehtun. Hier ist jedermann beschnitten und so wird er leichter von allen anerkannt. Ich will nicht, dass er in Persien anerkannt wird, widersetzte sie sich müde. Ich will, dass er daheim anerkannt wird, wo Männer nicht gestutzt und zurecht gebogen werden, sondern so bleiben, wie sie von Natur aus sind. Er lachte und sie fing an zu weinen. Er tröstete sie und sobald es möglich war, verschwand er, um sich mit Ibn Sina zu besprechen. Der Arzt aller Ärzte begrüßte ihn herzlich, dankte Allah für seine gesunde Rückkehr und sprach mit großer Bewegung von Mirdin. Ibn Sina lauschte aufmerksam, als Rob ihm von den Behandlungen und Amputationen nach den beiden Schlachten berichtete als ihm die unterschiedlichen Erfolge bei der Reinigung von Wunden mit heißem Öl und mit Weinbädern geschildert wurden. Ibn Sina bewies, dass ihm die wissenschaftliche Erkenntnis mehr am Herzen lag als seine eigene Unfehlbarkeit. Obgleich Rob's Beobachtungen dem widersprachen, was er selbst gelehrt uns geschrieben hatte, bestand er darauf, dass Rob seine Erkenntnisse schriftlich niederlegen sollte. Außerdem solltest du deine erste Vorlesung als Hakim über die Wirksamkeit von Wein in Wunden halten, sagte er, und Rob stimmte seinem Mentor gern zu. Dann sah der alte Mann ihn an. Ich möchte, dass du mit mir arbeitest, Jesse Ben Benjamin, als mein Assistent. Davon hätte er nie zu träumen gewagt. Er wollte dem obersten Arzt sagen, dass er den weiten, schwierigen Weg durch die halbe Welt nach Isfahan nur auf sich genommen hatte, um den Saum von Iben Sinas Gewand zu berühren. Stattdessen nickte er. Hakim Baschi, das würde ich sehr gern. Mary erhob keine Einwände, als er es ihr mitteilte. Sie war lange genug in Isfahan, um gar nicht erst auf den Gedanken zu kommen, ihr Mann könne eine solche Ehre ablehnen, denn abgesehen von dem schönen Gehalt würde die Zusammenarbeit mit einem Mann, der als eine Art Halbgott verehrt wurde und beliebter war als der Shah, auch ein hohes Ansehen und Achtung mit sich bringen. Als Rob sah, wie sehr sie sich für ihn freute, nahm er sie in die Arme. Ich werde dich wirklich nach Hause bringen, das verspreche ich, Mary, aber vorläufig noch nicht. Bitte vertrau mir. Und das tat sie. Sie sah auch ein, dass sie sich ändern musste, wenn sie noch länger in Isfahan blieben. Sie wollte sich Mühe geben, sich dem Land besser anzupassen. Und so gab sie in der Frage der Beschneidung des Kleinen nach, wenn auch nur widerwillig. Rob suchte Nitka die Hebamme auf, um sich Rat zu holen. Komm, sagte sie, und führte ihn zwei Straßen weiter zu Reb Asher Mohel. Die Mutter, nachdenklich betrachtete er Nitka durch zusammengekniffene Augen und seine Finger krauten seinen Bart. Eine Andersgläubige, es muss ja nicht gleich eine Berit sein mit der ganzen Beterei, sagte Nitka ungeduldig. Nachdem sie den schweren Schritt getan hatte, der Andersgläubigen bei der Geburt ihres Knaben zu helfen, konnte sie mühelos in die Rolle der Fürsprecherin schlüpfen. Wenn der Vater um das Siegel des Abraham auf seinem Kind bittet, ist es doch ein Segen, ihn zu beschneiden, oder etwa nicht? Ja, gab Reb Asher zu. Euer Vater? Wird er das Kind halten? Warte er sich an Rob. Mein Vater ist tot. Reb Asher seufzte. Werden andere Mitglieder eurer Familie zugegen sein? Nur meine Frau. Wir haben hier sonst keine Verwandtschaft. Ich werde das Kind selbst halten. Ein Anlass zum Feiern, meinte Nitka freundlich. Wäre euch das Recht? Meine Söhne Shemuel und Khufni, ein paar Nachbarn. Rob nickte. Ich kümmere mich darum, sagte Nitka. Am nächsten Morgen standen sie und ihre stämmigen Söhne beide Steinmetze als erste vor Rob's Tür. Hinda die abweisende Händlerin vom jüdischen Markt kam mit ihrem Mann Tal Isak einem graubärtigen Gelehrten mit nachdenklichen Augen. Hinda lächelte immer noch nicht, aber sie hatte ein Geschenk dabei, ein Wickeltuch. Jakob der Schuhmacher und seine Frau Naoma brachten einen Krug Wein mit. Mika Halevi, der Bäcker, kam und seine Frau Judith überreichte ihnen zwei große laibe gezuckertes Brot. Rob hielt den wonnigen kleinen Körper auf seinem Schoß und sah besorgt zu, als Reb Ascher die Vorhaut von dem winzigen Penis schnitt. Möge der Knabe stark werden an Geist und Körper und ein Leben voller guter Werke führen, erklärte der Mohel, als der Säugling losbrüllte. Die Nachbarn hoben weingefüllte Schalen und jubelten und Rob gab dem Jungen den jüdischen Namen Mirdin Ben Jesse. Für Mary war das alles eine Qual. Eine Stunde später, als die Gäste sich verabschiedet hatten und sie und Rob mit dem Kind allein waren, tauchte sie die Finger in aromatisiertes Wasser und betupfte damit leicht Stirn, Kinn und die beiden Ohrläppchen ihres schreienden Sohnes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes taufe ich dich auf den Namen Robert James Cole, sagte sie mit klarer Stimme, denn er sollte nach seinem Vater und seinem Großvater heißen. Von da an nannte sie ihren Mann, wenn sie allein waren, Rob und das Kind Rob James. An den hochgeehrten Reb Mulca Askari, Perlenhändler in Maskat, er sei gegrüßt. Euer verstorbener Sohn Mirdin war mein Freund. Möge er in Frieden ruhen. Wir waren gemeinsam als Feldschere in Indien, von wo ich diese wenigen Dinge mitgebracht habe, die ich euch nun durch die Freundlichkeit von Reb Mäuse Ben Savil, Händler aus Kum übersende, dessen Karawane heute mit einer Ladung Olivenöl nach Maskat aufbricht. Reb Mäuse wird euch ein Pergament mit einer Karte überreichen, auf der die genaue Lage von Mirdins Grab in dem Dorf Kausambi eingezeichnet ist, damit ihr seine Gebeine eines Tages von dort heimholen könnt, falls es euer Wunsch ist. Ich sende auch die Tefillin, die er sich jeden Tag um Stirn und Arm gebunden hat und die ihr ihm, wie er mir erzählte, geschenkt habt, als er mit Erreichen seines Außerdem sende ich euch die Figuren und das Brett des Spiels des Schahs, bei dem Mirdin und ich viele glückliche Stunden verbracht haben. Er hatte in Indien keine anderen Habseligkeiten bei sich. Er wurde natürlich in seinem Taut bestattet. Ich bete, dass der Herr eure und unsere Trauer mit Verstehen segnen möge. Mit seinem Hinscheiden ist ein Licht in unserem Leben erloschen. Er war der beste Mensch, den ich je kennen lernen durfte. Ich weiß, dass Mirdin nun bei Hashem weilt und ich hoffe, dass ich eines Tages würdig sein werde, ihm dort wieder zu begegnen. Bitte übermittelt seiner Witwe und seinen tapferen kleinen Söhnen meine Liebe und meine Achtung und teilt ihnen mit, dass meine Frau einen gesunden Sohn Mirdin Ben Jesse zur Welt gebracht hat und ihnen ihre besten Wünsche für ein gutes Leben sendet. Möge der Herr euch segnen und beschützen, euer Ergebener Jesse Ben Benjamin Hakim. Al-Yusjani war jahrelang Ibn Sinas Assistent gewesen. Als Chirurg hatte er es selbst zu Größe und Ansehen gebracht und war der erfolgreichste der ehemaligen Assistenten. Aber alle von ihnen hatten ihren Weg gemacht. Der Hakim Baschi verlangte viel von seinen Assistenten und die Stellung war eine Fortsetzung der Ausbildung, eine Gelegenheit noch mehr zu lernen. Von Anfang an war es nicht so, dass Rob Ibn Sina nur begleitete und ihm zur Hand ging, wie andere große Ärzte es von ihren Assistenten verlangten. Ibn Sina erwartete, dass man ihn um Rat fragte, wenn es Schwierigkeiten gab oder sein Sachverstand gefordert war, aber der junge Hakim besaß sein Vertrauen und sollte möglichst unabhängig arbeiten. Für Rob war es eine glückliche Zeit. Er hielt in der Madrassa eine Vorlesung über Weinbäder für offene Wunden, hatte aber nur wenige Zuhörer, weil zur gleichen Zeit ein zu Besuch weilender Medikus aus Al-Rai über das Thema der körperlichen Liebe sprach. Die persischen Ärzte Hasten, was Rob verwunderlich fand, denn in Europa fiel dieses Thema nicht in den Zuständigkeitsbereich eines Medikus. Also hörte auch er sich viele solcher Vorlesungen an, und ob nun Dank oder Trotz des Gelernten war seine Ehe glücklich. Mary erholte sich rasch von der Geburt. Sie befolgten die Vorschriften Ibn Sinas, der dazu riet, dass Mann und Frau die ersten sechs Scham der jungen Mutter sanft mit Olivenöl zu behandeln und mit einer Mischung aus Honig und aromatisiertem Gerstenextrakt zu massieren. Die Behandlung schlug bestens an. Die sechs Wochen Wartezeit erschienen ihnen wie eine Ewigkeit, und als sie vorüber waren, wandte sich Mary Rob mit dem gleichen Verlangen zu, mit dem er sie umarmte. Einige Wochen später begann die Milch in ihren Das kam überraschend, denn bis dahin war sie immer reichlich geflossen. Mary hatte Rob erzählt, dass sie wahre Milch Ströme in sich habe, Milch genug, um die ganze Welt zu nähren. Wenn sie den Knaben gestillt hatte, war der Druck in ihren Brüsten nicht mehr ganz so schmerzhaft. Jetzt tat es ihr weh, wenn sie das dünne, hungrige Wimmern des kleinen Rob James hörte. Hermenierin namens Priska, die mehr als genug Milch für ihre kleine Tochter und den Sohn des Hakim hatte. Viermal am Tag trug Mary das Kind zu dem Ledergeschäft von Priskas Mann die Kran und wartete, während der kleine Rob James die Brust bekam. Abends kam Priska in das Haus in der Jehudie und übernachtete in dem zweiten Raum mit den beiden Säuglingen, während Mary und Rob versuchten sich möglichst leise zu lieben und den ungestörten Schlaf genossen. Mary war rundum zufrieden und schien vor Glück von innen zu leuchten. Eine neue Selbstsicherheit ließ sie förmlich aufblühen. Manchmal hatte Rob den Eindruck, dass Mary sich benahm, als wäre das kleine, laute Wesen, das sie zusammen geschaffen hatten, allein ihr Verdienst, aber er liebte sie dafür nur umso mehr. In der ersten Woche des Monats Schaban kam die Karawane von Rep Mäuse Ben Savil auf dem Weg nach Kum erneut durch Isfahan und der Händler brachte ihnen Geschenke von Rep Mulka Askari und dessen Schwiegertochter Fahrer. Sie schickte dem Kind Mirdin Ben Jesse sechs kleine Leinenkleidchen, die sie mit Liebe und Fürsorge genäht hatte. Der Perlenhändler sandte Rob Es war das letzte Mal, dass Mary um Fahrer weinte. Als sie sich die Augen getrocknet hatte, stellte Rob Mirdins Figuren auf dem Brett auf und erklärte ihr die Regeln. Danach spielten sie oft miteinander. Er hatte keine hohen Erwartungen an sie, denn es war ein kriegerisches Spiel und sie war schließlich eine Frau. Aber sie lernte rasch, und wenn sie eine seiner Figuren erbeutete, schließ sie ein Triumphgeheul aus, das einem seltschukischen Plünderer zur Ehre gereicht hätte. Wenngleich es ihm unweiblich erschien, dass sie so schnell lernte, wie eine Armee einzusetzen war, überraschte es ihn doch nicht allzu sehr, denn er hatte schon lange erkannt, dass Mary Cullen ein ganz ungewöhnliches Geschöpf war. Der Ramadan traf Karim völlig unvorbereitet. Denn er war so sehr mit seinem sündigen Leben beschäftigt, dass ihm die Reinigung und Buße, wie sie im Fastenmonat verlangt wurden, unerreichbar und die Besinnung darauf einfach zu schmerzlich erschienen. Nicht einmal die Gebete und das Fasten vermochten seine Gedanken an Despina und seine unerschöpfliche Sehnsucht nach ihr auszulöschen. Tatsächlich machte es der Ramadan den beiden Liebenden möglich, sich gefahrloser zu treffen, denn Ibn Sina verbrachte etliche Abende in verschiedenen Moscheen und brach mit Mullahs und Gelehrten des Koran das Fasten. Während des Ramadan war auch Allah Schah durch Gebetsrunden und andere Verpflichtungen in Anspruch genommen und eines Tages konnte Karim zum ersten Mal seit Monaten wieder den Maristan aufsuchen. Glücklicherweise war Ibn Sina an dem Tag nicht im Krankenhaus, sondern versorgte ein Mitglied des Hofes, das mit Fieber da niederlag. Karim kannte den Geschmack der Schuld. Ibn Sina hatte ihn stets anständig und gut behandelt und er hatte keinerlei Verlangen, mit Despinas Gatten zusammen zu treffen. Der Besuch im Krankenhaus war eine grausame Enttäuschung. Wie gewöhnlich folgten ihm Medizinstudenten durch die Seele, vielleicht sogar noch mehr als zuvor, denn sein legendärer Ruf war größer geworden. Aber er kannte keinen der Patienten mehr. Jeder, den er behandelt hatte, war entweder tot oder schon längst wieder gesund. Und während er früher im stolzen Bewusstsein seiner Fähigkeiten durch diese Seele geschritten war, merkte er jetzt, dass er unsicher war, nervöse Fragen stellte und gar nicht wirklich wusste, was er von den Patienten wollte, für die andere zuständig waren. Es gelang ihm, den Rundgang zu überstehen, ohne sich selbst zum Narren zu machen, doch ihm war erschreckend klar geworden, dass er das Können, das er so mühsam in vielen Jahren erworben hatte, bald verlieren würde, wenn er sich nicht wieder der wahren Ausübung der Medizin widmete. Er hatte keine Wahl. Al-Ashah hatte ihm versichert, dass die Medizin im Vergleich zu dem, was sie bei der erwartete, blass erscheinen würde. In diesem Jahr nahm Karim nicht am Tschatir geworden. Er sah sich den Wettkampf gemeinsam mit Al-Ashah an. Der erste Tag des Monats Schawal zog noch heißer herauf, als der Tag, an dem Karim gewonnen hatte, und das Rennen war sehr langsam. Der Schah hatte sein Angebot erneuert, einen Kaled dem Läufer zu gewähren, der Karims Heldentat wiederholte und alle zwölf Runden durch die Stadt vor dem letzten Gebet schaffte. Meilen laufen würde. Nach der fünften Runde wurde das Rennen ernst und geriet zu einem Zweikampf zwischen Al-Harad aus Hamadan und einem jungen Soldaten namens Nafis Yurgis. Beide hatten im Jahr zuvor gleich nach dem Start ein zu schnelles Tempo vorgelegt und waren schließlich zusammengebrochen. Um das zu vermeiden, liefen sie diesmal beide zu langsam. Karim feuerte Nafis an, was er Allah gegenüber damit mitgemacht hatte. Er mochte den jungen Soldaten zwar, aber der wahre Grund war, dass er Al-Harad den Sieg nicht gönnte, denn er kannte ihn aus seiner Kindheit in Hamadan und wenn sie einander begegneten, spürte Karim noch immer dessen Verachtung für Zaki Omas Lustknaben. Aber nachdem Nafis seinen achten Pfeil eingesteckt hatte, verließen ihn die Kräfte und Al-Harad lief allein weiter. Es war schon spät am Nachmittag und die Hitze war mörderisch. Vernünftigerweise gab Al-Harad zu verstehen, dass er diese Runde noch zu Ende laufen und dann seinen Siegespreis entgegennehmen wolle. Karim und der Schah ritten die letzte Runde ein gutes Stück vor dem Läufer her, sodass sie ihn am Ziel begrüßen konnten. Allah saß auf seinem ungestümen weißen Hengst und Karim ritt seinen unruhigen grauen Araber. Unterwegs hob sich Karims Stimmung, denn die Leute wussten, dass es lange dauern würde, falls es überhaupt dazu kam, ehe wieder ein Läufer einen Tschatir so laufen würde wie er. Dafür und, weil er ein Held von Mansura und Kausambi war, jubelten sie ihm lauthals zu. Allah strahlte, und Karim wusste, dass er mit Großmut auf den armen Al-Harad herabblicken konnte, denn der Läufer war ein Bauer mit einem kargen Stück Land, und Karim würde bald Großwesier von Persien sein. Als sie an der Madrassa vorbeikamen, entdeckte er den Eunuchen Vaziv auf dem Dach des Krankenhauses und daneben die verschleierte Despina. Bei ihrem Anblick tat Karims Herz einen Sprung und er lächelte. So an ihr vorbeizureiten, auf einem edlen kleinen gekleidet, war doch besser als nach Schweiß stinkend und blind vor Erschöpfung vorbeizutaumeln. Nicht weit von Despina entfernt wurde einer unverschleierten Frau die Hitze zu viel. Sie nahm ihr schwarzes Tuch ab und schüttelte den Kopf, als wollte sie Karims Pferd nachahmen. Ihr Haar fiel herab und breitete sich lang und schwingend aus wie ein Fächer. Der Schimmer der Sonne fiel darauf und ließ es in allen Farben von Gold bis Rot erstrahlen. Neben sich hörte er die Stimme des Schahs. Ist das die Frau des Dimi, die Europäerin? Ja, Majestät, die Frau unseres Freundes Jesse Ben Benjamin. Das habe ich mir gedacht, sagte Allah. Der Schah betrachtete die Frau, deren Haar nicht bedeckt war, bis sie an ihr vorbei waren. Er stellte keine weiteren Fragen und bald konnte Karim ihn in ein Gespräch über den indischen Schmied Dan Vang Galil verwickeln, der jetzt mit seinem neuen Ofen in der Schmiede hinter den Stellen des Hauses des Paradieses die Schwerter für den Schah fertigte. Ein Angebot Für Rob fing immer noch der Tag in der Synagoge des Hauses des Friedens an. Denn die eigenartige Mischung aus gesungenen jüdischen und stummen christlichen Gebeten hatte inzwischen auf ihn eine wohltuende stärkende Wirkung. Der eigentliche Grund für seinen täglichen Besuch der Synagoge war jedoch, dass er auf unerklärliche Weise das Gefühl hatte, es Mirdin zu schulden. Aber er brachte es nicht über sich, das Haus von Zion zu betreten, Mirdin Synagoge. Und obwohl im Haus des Friedens die Ältesten jeden Tag zusammensaßen und das Gesetz auslegten und es ein leichtes gewesen wäre, jemanden zu bitten, ihn die 89 Gebote zu lehren, die er noch nicht kannte, war es ihm unmöglich, die Aufgabe ohne Mirdin zu Ende zu führen. Er sagte sich, dass 524 Gesetze einem unechten Juden ebenso gut ausreichten wie 613 und wandte seine Gedanken anderen Dingen zu. Der Meister hatte über nahezu jedes Thema geschrieben. Rob hatte als Student Gelegenheit gehabt, viele Werke Iben Sinas zur Medizin zu lesen, jetzt jedoch studierte er andere Schriften von ihm und wurde von noch größerer Ehrfurcht erfüllt. Er hatte über Musik und Poesie und Astronomie geschrieben, über Metaphysik und östliches Denken, über Philologie und Den Schöpferischen Geist sowie Kommentare zu sämtlichen Büchern des Aristoteles verfasst. Während seiner Gefangenschaft in der Festung Fardajan hatte er ein Buch mit dem Titel Anleitung geschrieben, das alle Disziplinen der Philosophie zusammenfasste. Es gab sogar ein Handbuch zur Kriegskunst, die Führung und Versorgung von Soldaten, Sklaventruppen und Armeen, das für Rob von Nutzen gewesen wäre, wenn er es gelesen hätte, bevor er als Feldscher mit nach Indien gezogen war. Ibn Sina hatte über Mathematik, über die Seele des Menschen und über das Wesen der Trauer geschrieben und immer und immer wieder über den Islam, die Religion, die ihm sein Vater vermittelt hatte und der er, trotz aller Wissenschaftlichkeit, die ihn prägte, gläubig diente. Und deshalb liebten und ehrten die Menschen ihn. Denn trotz seines stattlichen Anwesens und all der Vorteile, die ihm der königliche Kaläth bescherte, trotz der Tatsache, dass die Gelehrten und Ruhmreichen aus aller Welt zu ihm kamen, um von ihm zu lernen und Könige um die Ehre wetteiferten in der Gunst des Meisters zu stehen, war Ibn Sina ein Mann, der wie der ärmste Schlucker unter ihnen die Augen zum Himmel hob und rief La Ilaha 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 Muhammadun Rasul Allah Es gibt keinen Gott außer Allah Mohammed ist der Prophet Gottes. Jeden Morgen vor dem ersten Gebet versammelten sich mehrere hundert Menschen vor seinem Haus. Es waren Bettler, Mollas, Hirten, Kaufleute, Arme und Reiche, Männer aller Art. Der Arzt aller Ärzte trug seinen Gebetsteppich hinaus und betete mit seinen Bewunderern. Wenn er danach zum Maristan ritt, gingen sie neben seinem Pferd her, sangen den Propheten und sprachen Verse aus dem Koran. An einigen Abenden die Woche kamen Schüler in sein Haus. Für gewöhnlich wurden medizinische Texte gelesen. Seit einem Viertel Jahrhundert las Al-Yosiani jede Woche aus Ibn Sinas Werken vor, vor allem aus dem berühmten Kanun, dem Kanon der Medizin. Manchmal wurde Rob gebeten, laut aus Ibn Sinas Buch Schifa zu lesen. Dann folgte eine lebhafte Diskussion, eine Mischung aus Trinkgelage und Fachdebatte, häufig hitzig und manchmal erheiternd, aber immer lehrreich. Wie gelangt das Blut in die Finger? Wiederholte beispielsweise Al-Yosiani die verzweifelte Frage eines Studenten. Hast du vergessen, dass Galen zufolge das Herz eine Pumpe ist, die das Blut in Bewegung setzt? Ach ja, warf Ibn Sinas ein, und der Wind setzt ein Segelschiff in Bewegung. Aber wie findet es den Weg nach Bach Rhein? Wenn Rob sich verabschiedete, erhaschte er manchmal einen Blick auf den Eunuchen Vasiv, der versteckt im Schatten neben der Tür zum Südturm stand. Eines Abends schlich Rob sich davon und ging auf das Feld hinter der Mauer von Ibn Sinas Anwesen. Er war nicht erstaunt, als er Karims grauen Araberhengst dort angebunden stehen sah, der ungeduldig den Kopf hin und her warf. Auf dem Rückweg zu seinem eigenen Monsterschlitze in der runden Steinwand drang flackerndes, zuckendes Licht, und ohne Neid oder Bedauern erinnerte er sich daran, dass Despina gerne bei Kerzenschein liebte. Ibn Sinas weihte Rob in Geheimnisse ein. In uns lebt ein seltsames Wesen. Manche nennen es Geist, andere die Seele, das eine große Auswirkung auf unseren Körper und unsere Gesundheit hat. Zum ersten Mal wurde mir das durch die Begegnung mit einem jungen Mann in Bukhara klar, als ich mich für das Thema zu interessieren begann, das mich schließlich dazu brachte, der Puls zu verfassen. Ich hatte einen Patienten, einen jungen Burschen in meinem Alter namens Ahmed. Sein Appetit war verschwunden und er hatte an Gewicht verloren. Sein Vater, ein reicher Kaufmann des Ortes, war besorgt und bat mich um Hilfe. Als ich Ahmed untersuchte, konnte ich zunächst nichts Ungewöhnliches feststellen. Aber als ich noch bei ihm saß, geschah etwas Merkwürdiges. Meine Finger lagen auf der Arterie an seinem Handgelenk und wir plauderten nett und angeregt über verschiedene Orte in der Region Bukhara. Der Puls war langsam und regelmäßig, bis ich das Dorf F. Sene erwähnte, in dem ich geboren wurde. Da war plötzlich ein solches Rasen in seinem Handgelenk, dass ich es mit der Angst bekam. Ich kannte das Dorf gut und fing an, die verschiedenen Straßen aufzuzählen, was keine sonderliche Wirkung zeigte, bis ich zu der Gasse des elften Imam kam, woraufhin er erwähnte, in dem ich geboren wurde. Da war plötzlich ein solches Rasen in seinem Handgelenk, dass ich es mit der Angst bekam. Ich kannte das Dorf gut und fing an, die verschiedenen Straßen aufzuzählen, was keine sonderliche Wirkung zeigte, bis ich zu der Gasse des elften Imam kam, woraufhin der Puls erneut schneller wurde und anfing zu stolpern. Ich kannte nicht mehr alle Familien in dieser Gasse, aber auf weiteres Fragen und Nachhaken Schmied mit drei Töchtern, von denen die Älteste Ribka hieß und sehr schön war. Als Ahmed von dieser Frau sprach, erinnerte mich das Flattern in seinem Handgelenk an einen verwundeten Vogel. Ich sprach mit seinem Vater und sagte ihm, dass sein Sohn Heilung finden würde durch die Heirat mit dieser Ribka. Die Hochzeit wurde festgesetzt und bald gefeiert. Kurz darauf kehrte Achmeds Appetit zurück. Vor einigen Jahren habe ich ihn wieder gesehen und da war er ein dicker zufriedener Mann. Galin sagt, dass das Herz und alle Arterien im selben Rhythmus pulsieren, sodass man von einem auf alle schließen kann und dass ein langsamer und regelmäßiger Puls gute Gesundheit bedeutet. Doch seit Ahmed weiß ich, dass der Puls auch Aufschluss über den Erregungszustand oder den inneren Frieden eines Patienten gibt. Ich habe es immer wieder festgestellt und der Puls hat sich als der Bote, der niemals lügt erwiesen. So lernte Rob, dass ihm neben seiner Gabe, die Lebenskraft eines Menschen zu ermessen, der Puls Hinweise auf die Gesundheit und den Gemütszustand eines Patienten geben konnte. Gelegenheit zu üben hatte er reichlich. Verzweifelte Trotz aller Ärzte und erhofften sich Wunderheilungen, ob reich oder arm, sie wurden alle gleich behandelt, doch Ibn Sina und Rob konnten nur wenige Patienten annehmen. Die meisten wurden an andere Ärzte verwesen. Einen Großteil seiner Arbeitszeit widmete Ibn Sina dem Schah und besonders geachteten Mitgliedern aus dessen Gefolge. So kam es, dass Rob eines Morgens von seinem Meister zum Haus des Paradieses geschickt wurde. Siddha, die Frau des indischen Schwertmachers Dan Vangalil, litt unter einer Kulik. Als Übersetzer nahm Rob Allas persönlichen Mahut mit, den Inder Harsha. Siddha war eine freundliche Frau mit vollen Wangen und angegrautem Haar. Die Familie Vangalil verehrte Buddha. Daher galt für Siddha nicht das Aurat Verbot und Rob konnte ihren Leib abtasten, ohne befürchten zu müssen, zu werden. Nachdem er sie gründlich untersucht hatte, kam er zu dem Schluss, dass ihre Beschwerden auf falsche Ernährung zurückzuführen waren, denn Harsha erklärte ihm, dass weder die Familie des Schmiedes noch die Mahut mit genügend Kümmel, Kurkuma oder Pfeffer versorgt wurden, Gewürze, an die sie ihr ganzes Leben lang gewöhnt waren und die sie für ihre Verdauung brauchten. Rob brachte die Sache bereits die Achtung von einigen Mahut, seit er die Kampfhunden ihrer Elefanten versorgt hatte, und nun war ihm auch die Dankbarkeit der Vangalils sicher. Einmal nahm er auf einen Besuch bei ihnen Mary und Rob James mit, in der Hoffnung, dass die Schwierigkeiten von Fremden, die es nach Persien verschlagen hatte, sich zur Grundlage einer Freundschaft eignen könnten. Doch der Funke der Sympathie, der bei Farah und Mary sofort übergesprungen war, entzündete sich nicht. Die beiden Frauen beäugten einander misstrauisch und mit steifer Förmlichkeit, wobei Mary versuchte, nicht auf den runden schwarzen Punkt zu starren, der mitten auf Siddars Stirn gemalt war. Rob nahm seine Familie nicht wieder mit zu den Vangalils. Aber er suchte sie allein auf, weil er fasziniert davon war, was Dan Vangalil mit Stahl anstellen konnte. Über einer flachen Grube im Boden hatte Dan einen Schmelzofen errichtet. Lehmwände, die von einer dicken Außenwand aus Stein und Schlamm umhüllt wurden. Ein geflochtenes Band aus Ästen hielt das Ganze zusammen. Der Ofen war so hoch wie die Schultern eines Mannes, etwa einen Schritt breit und verjüngte sich nach oben hin, um die Hitze zu bündeln und die Wände zu verstärken, damit sie nicht so leicht brüchig wurden. In diesem Ofen fertigte Dan Schmiede Eisen, indem er abwechselnd Schichten aus Erbsen bis Nuss großen Stücken Holzkohle und persisches Erz brannte. Um den Ofen herum war ein flacher Graben ausgehoben worden. Dan saß auf dem äußeren Rand, streckte die Füße in den Graben und betätigte einen Blasebalk aus dem Fell einer ganzen Ziege, mit dem er genau berechnete Mengen Luft in die glühende Masse blies. Über der heißesten Stelle im Feuer wurde das Erz zu Eisenperlen wie metallische Regentropfen. Sie flossen durch den Ofen nach unten und sammelten sich auf dem Boden zu einer formlosen Masse aus Kohle, Schlacke und Eisen, die Luppe genannt wurde. Dan hatte das Spundloch mit Lehm verschlossen, den er jetzt wegbrach, um die Luppe aus dem Ofen zu holen. Anschließend wurde sie durch starkes Bearbeiten mit dem Hammer und oftmaliges Neues Erhitzen im Ofen verfeinert. Das meiste Eisen im Erz landete bei Schlacke und Abfall. Doch das, was übrig blieb, ergab hochwertiges Schmiedeeisen. Aber es sei weich, erklärte er Rob mit Harjahs Hilfe. Die Barren aus indischem Stahl, die die Elefanten von Kausambi hergetragen hatten, waren sehr hart. Er zerschmolz mehrere von ihnen in einem Tiegel und löschte dann das Feuer. Nach dem Abkühlen war der Stahl äußerst spröde und Dan zerschlug ihn und häufte ihn auf das Schmiedeeisen. Dann ließ der drahtige Inder zwischen den Ambossen, Spielen und fing an, die weichen und die harten Metalle ineinander zu arbeiten. Er schmiedete im Feuer mehrere Lagen Eisen und Stahl zusammen, hämmerte wie ein Besessener, Drähte und Schnitt, ließ sie überlappen, faltete sie zusammen und hämmerte wieder und wieder. Er walkte die Metalle, so wie ein Töpfer den Ton oder eine Frau den Brotteig knetet. Während Rob ihm zusah, wusste er genau, dass er niemals all die Kniffe, die unterschiedlichen Verfahren lernen könnte, für die ein feines Geschick erforderlich war, das indische Schmiede seit Generationen weitergegeben hatten, aber durch unablässiges Fragen verschaffte er sich ein ungefähres Verständnis von den Arbeitsvorgängen. Dan machte einen Krumsäbel und härtete die Waffe in Ruß, den er mit Zitronenessig befeuchtet hatte. Das Ergebnis war eine säuregeätzte Klinge mit Wasserzeichen, die eine rauchblaue Farbe aufwies. Ausschließlich aus Eisen gemacht, wäre sie weich und stumpf gewesen. Ausschließlich aus hartem indischem Stahl gemacht, wäre sie leicht zersprungen. Doch dieser Säbel hatte eine so scharfe Schneide, dass er einen Faden in der Luft zerschnitt und er war eine geschmeidige Waffe. Die Schwerter, die Allah bei Dan Dacht, es waren schmucklose Waffen für Soldaten, Waffen, die auf Vorrat für einen zukünftigen Krieg hergestellt wurden, in dem die hochwertigen Krummsäbel Persien vielleicht den entscheidenden Vorteil verschaffen würden. In ein paar Wochen wird er den indischen Stahl aufgebraucht haben, bemerkte Harscher. Trotzdem erbot Dan sich, einen Dolch für Rob zu fertigen, aus Dankbarkeit dafür, dass der Hakim sich für Waffen waren schön, aber er wollte mit dem Geschäft des Tötens nichts mehr zu tun haben. Doch dann konnte er sich nicht beherrschen, öffnete seinen Beutel und zeigte Dan ein Skalpell, ein paar Bisturis und zwei Messer für Amputationen, eines mit gebogener dünner Klinge und ein größeres mit gezahnter Klinge zum Durchsägen von Knochen. Dan lächelte so breit, dass man seine vielen Zahnlücken sah und nickte dann. Eine Woche später überreichte ihm Dan Instrumente aus dem gemaserten Stahl, die so scharf geschliffen waren und so hart wie kein anderes Chirurgen Werkzeug, das Rob je gesehen hatte. Sie würden länger halten, als er lebte. Das wusste er. Das war ein fürstliches Geschenk und verdiente ein großzügiges Gegengeschenk, doch er war so überwältigt, dass er vorläufig nicht darüber nachdenken konnte. Rob's überschwängliche Freude machte Dan glücklich. Sie konnten sich nicht mit Worten verständigen und so umarmten sich die beiden Männer. Gemeinsam ölten sie die stählernen Klingen und wickelten sie einzeln in Tücher. Dann trug Rob sie in einem Lederbeutel nach Hause. Er hatte das Haus des Paradieses gerade hinter sich gelassen und war noch ganz von Begeisterung erfüllt, als ihm eine heimkehrende Jagdgesellschaft unter Führung des Schahs entgegen kam. In seiner groben Jagdkleidung sah Allah genauso aus wie damals, als Rob ihn das erste Mal erblickt hatte. Er zügelte sein Pferd und verbeugte sich in der Hoffnung, dass sie an ihm vorbeireiten würden, doch gleich darauf kam Fahrrad vor Scheran galoppiert. Er wünscht, dass ihr zu ihm kommt. Der Stadthauptmann riss sein Pferd herum und Rob folgte ihm zum Schah. Ah, Dimi, du musst ein Stück mit mir reiten. Allah machte ein Zeichen, dass die Soldaten ihn begleiteten, etwas zurückbleiben sollten und er und Rob ritten im Schritt Richtung Palast. Ich habe dich noch nicht für die Dienste entlohnt, die du Persien geleistet hast. Rob war verwundert, denn er hatte geglaubt, dass das Verteilen von Belohnungen für die Teilnahme am Beutezug nach Indien schon längst abgeschlossen war. Etliche Offiziere waren aufgrund der erwiesenen Tapferkeit befördert worden und die Soldaten hatten Geld bekommen. Karim war in der Öffentlichkeit so überschwänglich vom Schah gelobt worden, dass er, wollte man dem Klatsch auf dem Markt glauben, schon nichts aus, dass man ihn übergangen hatte. Er war froh darüber, dass der Beutezug der Vergangenheit angehörte. Ich beabsichtige, dir einen weiteren Kalett zu schenken, mit einem schöneren Haus und einem größeren Landbesitz, einem Anwesen, das sich für ein Fest des Schahs eignet. Ein Kalett ist nicht von Nöten Herr. Ohne Überschwang in der Stimme dankte Rob dem Schafe dessen Großzügigkeit. Meine Teilnahme war nur ein kleiner Beweis meiner unendlichen Dankbarkeit euch gegenüber. Es wäre geschickter von ihm gewesen, seine Liebe zum Schah zu beschwören, doch er konnte sich nicht dazu überwinden und Allah schien sich seine Worte ohnehin nicht sonderlich zu Herzen zu nehmen. Trotzdem verdienst du eine Belohnung. Dann bitte ich den Schah, mich damit zu belohnen, dass ich in dem wo ich zufrieden und glücklich bin. Der Schah sah ihn scharf an. Schließlich nickte er. Du kannst gehen, Dimi. Er grub dem Schimmel die Fersen in die Flanken und der Hengst sprengte davon. Die etwas auf Abstand gebliebene Leibwache beeilte sich ihm zu folgen und kurz darauf galoppierten die Soldaten mit stampfenden Hufen und Geklirr an Rob vorbei. Nachdenklich wendete er den braunen und machte sich erneut auf den Weg nach Hause, um Mary die gemaserten Stahlinstrumente zu zeigen. Die Reise nach Idai In diesem Jahr setzte der Winter in Persien früh ein und war besonders streng. Eines Morgens waren alle Berggipfel weiß und am nächsten Tag fegte ein gewaltiger kalter Wind ein Gemisch von Salz, Sand und Schnee in die Stadt. Auf den Marktplätzen deckten die Händler ihre Waren ab und warteten sehnsüchtig auf den Frühling. Wie aufgeplustert hockten sie, in knöchellange Kadabi aus Schaffell gehüllt um die Holzkohlen Pfannen und wärmten einander mit Klatsch und Tratsch über ihren Schar. Obwohl sie meist mit verhaltenem Lachen oder einem gequälten Seitenblick auf Allas Großtaten reagierten, lag jetzt ein verkniffener Ernst in den Gesichtern, der nicht auf die rauen Winde zurückzuführen war, sondern auf den jüngsten Skandal. Angesichts der täglichen Trinkelage und Ausschweifungen des Schars hatte Imam Mirza Abul Kandrassa seinen Freund und wichtigsten Berater, den Mullah Musa ibn Abbas zum Schar gesandt, damit er ihn mahnend daran erinnerte, dass das Trinken gegen Allas Willen und die Gesetze des Koran verstieß. Der Schar hatte schon stundenlang gezecht, als er den Gesandten des Großviziers empfing. Er hörte Musa ernst zu. Als er den Kern der Botschaft erkannte und den vorsichtig mahnenden Unterton vernahm, stieg er von seinem Thron und näherte sich dem Mullah. Musa war beunruhigt, wusste sich aber nicht zu helfen und sprach weiter. Und schon hatte der König dem alten Mann Wein über den Kopf geschüttet, zur Verblüffung aller anwesenden Höflinge, Diener und Sklaven und ohne dabei auch nur eine Miene zu verziehen. Während Musa noch weitersprach, schüttete er ihm Wein über Bart und Kleidung und sandte ihn schließlich mit einem Wink zurück zu Kandrassel, durchnässt und zutiefst erniedrigt. Es war eine Demonstration der Verachtung für die heiligen Männer von Isfahan und wurde weithin als Beweis dafür gedeutet, dass Kandrassels Tage als Großvisier gezählt waren. Die Mullahs hatten sich an den Einfluss und die Vorrechte gewöhnt, die Kandrassel ihnen gewährt hatte, und am nächsten Morgen hörte man in jeder Moschee der Stadt düstere und beängstigende Prophezeiungen für die Zukunft Persiens. Karim Harun sprach mit Ibn Sina und Rob über Allah. Er ist nicht immer so. Er kann ein so selbstloser Gefährte sein, fröhlich und liebenswert. Du hast ihn in Indien erlebt Dimi. Er ist ein mutiger Kämpfer, und wenn er den Ehrgeiz hat, ein großer Schahen Schah zu werden, dann nur, weil er mit Persien noch größere Dinge vorhat. Sie hörten ihm schweigend zu. Ich versuche ja, ihn vom Trinken abzuhalten, sagte Karim. Er blickte seinen ehemaligen Lehrer und seinen Freund unglücklich an. Ibn Sina seufzte. Am gefährlichsten für andere ist er frühmorgens, wenn er aufwacht und sich von dem vielen Wein Elend fühlt, den er am Vorabend getrunken hat. Gib ihm dann Sennesblättertee zu trinken, damit das Gift aus seinem Körper geschwemmt wird und seine Kopfschmerzen nachlassen und streue gemahlenen armenischen Steinen sein Essen, der seine Melancholie vertreibt. Doch nichts kann ihn beschützen vor sich selbst. Und wenn er trinkt, dann geh ihm aus dem Weg, so gut du kannst. Er sah Karim ernst an. Du solltest auch sehr vorsichtig sein, wenn du dich in der Stadt bewegst, denn jeder weiß, dass du in der Gunst des Schars stehst, und du gehst allgemein als Kandrassés größter Rivale. Du hast jetzt mächtige Feinde, für die viel davon abhängt, deinen Aufstieg zur Macht zu verhindern. Rob sah Karim in die Augen. Du musst darauf achten, ein untadeliges Leben zu führen, mahnte er vielsagend, denn deine Feinde werden sich auf jede noch so kleine Schwäche stürzen. Er erinnerte sich, wie er sich selbst verachtet hatte, als er seinen Meister zum Hahnrei gemacht hatte. Er kannte Karim. Trotz seines Ehrgeizes und seiner Liebe zu dieser Frau war Karim ein guter Mensch. Und Rob konnte sich vorstellen, wie sehr er darunter litt, Ibenzina zu hinter gehen. Karim nickte. Als er sich verabschiedete, drückte er fest Rob's Handgelenk und lächelte ihn an. Auch Rob lächelte. Es war unmöglich, sich seiner Ausstrahlung zu entziehen. Karim war noch immer liebenswert und gewandt, aber längst nicht mehr so unbekümmert. Rob entdeckte Anspannung, Unrast und Unsicherheit in Karims Gesicht und er sah seinem Freund mitleidig nach. Die blauen Augen des kleinen Rob schauten furchtlos in die Welt. Er war mittlerweile im Krabbelalter und seine Eltern freuten sich, als er zum ersten Mal aus einem Becher trank. Auf Ibenzinas Empfehlung hin, versuchte Rob ihm Kamelmilch zu trinken zu geben, die der Meister für die gesündeste Kindernahrung hielt. Sie roch streng und gelbliche Butterfettklumpen schwammen darin, aber der Kleine trank sie gierig. Und von da an säugte Priska ihn nicht mehr. Jeden Morgen holte Rob Kamelmilch in einem irdenen Krug vom armenischen Markt. Und jeden Morgen hielt die ehemalige Amme stets mit einem ihrer Kinder auf dem Arm vor dem Ladengeschäft ihres Mannes nach ihm Ausschau. Meister Dimi, Meister Dimi, wie geht es meinem kleinen Jungen, rief Priska und schenkte ihm ein strahlendes Lächeln, wenn er ihr versicherte, dass es dem Kind gut gehe. Die bittere Kälte brachte den Ärzten viele Patienten mit Kataren, mit schmerzenden Knochen und entzündeten geschwollenen Gelenken ein. Plinius, der Jüngere, Heilmittel gegen Erkältung, dass der Erkrankte die haarige Schnauze einer Maus küssen solle, aber Ibn Sina hatte von der Lektüre Plinius des Jüngeren abgeraten und sein eigenes Mittel gegen Rachenverschleimung und rheumatische Versteifungen empfohlen. Er wies Rob sorgfältig an, jeweils zwei Dirham der folgenden Zutaten zusammen zu mischen. Castoreum, Galbanum aus Isfahan, übelriechende Asaphotida, Sellerisamen, griechisches Heu, Galban, Sterndistel, Harmelrautensamen, Gummiharz, Gartenrautenharz und geschälte Kürbiskerne. Die trockenen Zutaten wurden zerstoßen, die Harze über Nacht in Öl eingelegt und dann zerstoßen. Darüber goss man warmen Honig, von dem der Schaum abgeschöpft worden war, anschließend wurde das nasse Gemisch mit den trockenen Zutaten vermengt und die so entstandene Paste in ein Glasgefäß gefüllt. Die Dosis beträgt ein Mit Kal, sagte Ibenzina. Wenn Allah will, ist es sehr wirksam. Rob ging zu den Elefantengehegen, wo die Mahut schnieften und husteten. Sie litten unter der Jahreszeit, die so ganz anders war als die milden indischen Winter. Drei Tage hintereinander suchte er sie auf und verabreichte ihnen Erdrauch und Sakapen und Ibenzinas Paste, allerdings mit so zweifelhaften Ergebnissen, dass er ihnen lieber das Universalspezifikum des Baders eingeflößt hätte. Die Elefanten sahen nicht mehr so prachtvoll aus wie damals in der Schlacht, sie waren abgedeckt wie Zelte und mit Decken behängt, damit sie es einigermaßen warm hatten. Rob stand mit Harsha zusammen und beobachtete Zie, den großen Elefantenbullen des Schaas, der sich gerade mit Heu vollstopfte. Meine armen Kinder, sagte Harsha leise, in alter Zeit, noch vor Buddha oder Brahma oder Vishnu oder Shiva, waren die Elefanten allmächtig und mein Volk betete sie an. Jetzt sind sie so weit unter die Götter gesunken, dass man sie fängt und ihnen unseren Willen aufzwingt. Sie sahen, dass Zie bebte und Rob ordnete an, dass den Tieren einmal mit warmem Wasser hingestellt werden sollten, damit sie sich von innen wärmen konnten. Harsha war skeptisch. Wir arbeiten mit ihnen und dabei machen sie trotz der Kälte einen guten Eindruck. Aber Rob hatte sich im Haus der Weisheit einiges über Elefanten angelesen. Hast du schon einmal etwas von Hannibal gehört? Nein, antwortete der Mahut. Ein Soldat, ein großer Heerführer. So groß wie Al-Ashah? Mindestens so groß, aber vor langer Zeit. Er hat ein Heer mit 37 Elefanten über die Alpen geführt, hohe, schreckliche Berge, steil und schneebedeckt, und dabei nicht ein einziges Tier verloren. Aber die Kälte und die Strapazen hatten sie geschwächt. Und als er später über kleinere Berge zog, sind bis auf einen alle Elefanten gestorben. Das zeigt, dass ihr eure Tiere schonen und warm halten solltet. Harsha nickte respektvoll. Wisst ihr, dass man euch verfolgt, Hakim? Rob erschrak. Der Mann da drüben, der in der Sonne sitzt. Er sah bloß einen Mann, der mit dem Rücken an der Mauer lehnte, um sich gegen den kalten Wind zu schützen und sich in das Fell seines Kadabi gehüllt hatte. Bist du sicher? Ja, Hakim. Gestern ist er euch auch gefolgt. Und auch jetzt behält er euch im Auge. Kannst du ihm unauffällig folgen, wenn ich gehe, damit wir herausfinden, wer er ist? Harshas Augen glänzten. Ja, Hakim. Am späten Abend kam Harsha in die Yehudie und klopfte an Rob's Tür. Er ist euch bis nach Hause gefolgt, Hakim. Von hier aus bin ich ihm dann bis zur Freitagsmoschee nachgegangen. Ich wirklich unsichtbar. Er ist in das Haus des Mullah gegangen, immer noch mit dem zerlumpten Kadabi bekleidet und kurz danach ist er in schwarzen Gewändern wieder herausgekommen und rechtzeitig zum letzten Gebet in der Moschee verschwunden. Er ist ein Mullah, Hakim. Rob dankte ihm nachdenklich und Harsha verabschiedete sich. Den Mullah hatten ihm Kandrases Anhänger geschickt, davon war er überzeugt. Bestimmt waren sie Karim zu seinem Treffen mit Iben Sina und Rob gefolgt und hatten dann beschlossen, ihn zu beobachten, um festzustellen, wie viel Rob mit dem angehenden Großvisier zu tun hatte. Vielleicht kamen sie zu dem Schluss, dass er harmlos war, denn am nächsten Tag hielt er zwar ständig Ausschau, konnte aber niemanden entdecken, der ihm folgte, und auch in den darauf folgenden Es blieb kalt, aber der Frühling kündigte sich an. Nur die Spitzen der rot-grauen Berge waren noch schneeweiß, und im Garten waren die kahlen Zweige der Aprikosenbäume von winzigen schwarzen, kugelrunden Knospen überzogen. Eines Morgens kamen zwei Soldaten und begleiteten Rob ins Haus des Paradieses. In dem kalten, steinernen Thronsaal standen frierende Höflinge um. Karim war nicht unter ihnen. Der Schah saß an dem Tisch über dem Boden Rost, durch den die Ofenwärme aufstieg. Nach dem Ravi Zemin forderte er Rob durch einen Wink auf, sich zu ihm zu setzen. Die Wärme unter dem schweren Filztischtuch war wohltuend. Das Spiel des Schahs war bereits aufgestellt und ohne ein Wort zu verlieren machte Allah den ersten Zug. Ah, Timmy, du bist ja ein hungriger Kater geworden, sagte er kurze Zeit später. Es stimmte. Rob hatte gelernt anzugreifen. Der Schah spielte mit finsterer Miene, die Augen unverwandt auf das Brett gerichtet. Rob setzte seine beiden Elefanten ein, um dem Gegner Verluste beizubringen und schlug in rascher Folge ein Kamel, ein Pferd mit Reiter, drei Fußsoldaten. Die Umstehenden verfolgten das Spiel in gespannter, ausdrucksloser Stille. Zweifellos waren einige entsetzt und andere entzückt, weil ein europäischer Ungläubiger dem Schah derart zusetzte. Doch der König hatte einen gewaltigen Erfahrungsschatz als durchtriebener Kriegsherr. Gerade als Rob anfing, sich für einen tollen Burschen und Meister der Strategie zu halten, opferte Allah ein paar Figuren, um ihn in eine Falle zu locken. Er setzte seine beiden Elefanten geschickter ein als Hannibal seine siebenunddreißig, bis Rob's Elefanten und Reiter geschlagen waren. Dennoch wehrte Rob sich verbissen und wandte alle Kniffe an, die Mirdin ihm beigebracht hatte. Es dauerte recht lange, bis er Schah Trang war. Anschließend beklatschten die Höflinge den Sieg des Schahs und Allah ließ sich dazu herab, erfreut Gold vom Finger und legte ihn in Rob's rechte Hand. Übrigens, der Kalett, wir schenken ihn dir jetzt. Du wirst ein Haus bekommen, das groß genug ist, um ein Fest für den Schah zu veranstalten. Mit einem Harem und mit Mary in dem Harem. Die Höflinge sperrten Augen und Ohren auf. Ich werde diesen Ring voller Stolz und Dankbarkeit tragen, aber was den Kalett betrifft, so bin ich vollends zufrieden mit dem großzügigen Geschenk, das Eure Majestät mir in der Vergangenheit gemacht hat, und ich werde in meinem Haus bleiben. Seine Stimme klang ehrerbietig, aber sie war bestimmt, und er schlug die Augen nicht schnell genug nieder, um seine Unterwürfigkeit zu zeigen. Und alle Anwesenden hatten gehört, was der Dimi gesagt hatte. Am nächsten Morgen war es bis zu Ibn Sina gedrungen. Der oberste Arzt war nicht umsonst zweimal Visier gewesen. Er hatte Informanten im Gefolge des Schahs und unter den Dienern im Hause des Paradieses und gleich von mehreren Seiten wurde ihm zugetragen, wie unbesonnen und töricht sich sein Assistent verhalten hatte. Wie immer in kritischen Augenblicken setzte sich Ibn Sina hin und dachte nach. Er war sich darüber im Klaren, dass seine Anwesenheit in Allas Hauptstadt den Schah mit Stolz erfüllte und es ihm ermöglichte sich als Förderer von Kultur und Wissenschaft mit den Kalifen von Bagdad zu vergleichen. Aber Ibn Sina wusste auch, dass sein Einfluss nicht unbegrenzt war. Er konnte Jesse ben Benjamin nicht retten, indem er sich offen für ihn einsetzte. Sein Leben lang möglich war. Jetzt bereitete er sich auf einen Krieg vor, der ihm entweder Unsterblichkeit bescheren oder seinen Untergang besiegeln würde, und er konnte es derzeit unmöglich dulden, dass jemand sich seinem Willen widersetzte. Ibn Sina wusste, dass der König Jesse ben Benjamin töten lassen würde. Vielleicht war schon der Befehl ergangen, dass gedungene Mörder den jungen Hakim auf offener Straße überfallen sollten, oder dass er von Soldaten festgenommen und vor ein islamisches Gericht gestellt werden sollte. Allah war politisch gewieft, und er würde die Hinrichtung dieses Dimi so nutzen, wie es für ihn am vorteilhaftesten war. Ibn Sina hatte Allah Schah jahrelang beobachtet. Er durchschaute, was im Kopf des Königs vor sich ging. Er wusste, was zu tun war. Noch am selben Morgen versammelte er seine Mitarbeiter im sich. Wir haben erfahren, dass in der Stadt Idai etliche Patienten so schwer erkrankt sind, dass sie nicht hierher ins Krankenhaus gebracht werden können, sagte er, was auch stimmte. Deshalb erwandte sich an Jesse Ben Benjamin, musst du nach Idai reiten und diese Menschen dort behandeln. Danach erörterten sie, welche Kräuter und Arzneien er auf einem Lastesel mitnehmen sollte und welche er vor Ort bekommen konnte und sie besprachen auch die Krankengeschichten einiger Patienten. Dann verabschiedete Jesse sich und machte sich unverzüglich auf den Weg. Bis Idai war es ein langer, beschwerlicher Ritt in Richtung Süden und Rob würde drei Tage unterwegs sein. Die Behandlung der Kranken würde mindestens weitere drei Tage erfordern, damit gewann Iben Sina ausreichend Zeit. Am Nachmittag des folgenden Tages ritt er allein in die Jehudiye zum Haus seines Assistenten. Als die Frau die Tür öffnete, hielt sie ihr Kind auf dem Arm. Erstaunen und kurze Verwirrung spiegelten sich in ihrem Gesicht, als sie den Arzt aller Ärzte vor ihrer Schwelle stehen sah, aber sie fasste sich rasch wieder und bat ihn mit gebührender Höflichkeit ins Haus. Es war ein einfaches, aber gepflegtes Haus und es war behaglich eingerichtet, mit Wandbehängen und Teppichen auf dem Lehmboden. Mit löblicher Flinkheit stellte sie eine irdene Schüssel mit süßem Kümmelkuchen und ein Scherbett aus Rosenwasser mit Kardamomaroma vor ihn hin. Er hatte nicht bedacht, dass sie seine Sprache nicht beherrschte. Als er versuchte, sich mit ihr zu unterhalten, wurde rasch deutlich, dass sie nur ein paar Brocken persisch verstand. Er wollte ausführlich mit ihr reden und sie überzeugen, wollte er sagen, dass er, kaum hatte er den ungewöhnlichen Verstand und die Begabung ihres Gatten erkannt, von diesem großen jungen Ausländer begeistert gewesen war und ihn haben wollte, so wie ein Geizhals nach einem Schatz giert oder ein Mann eine Frau begehrt. Er wollte diesen Europäer für die Medizin haben, Benjamin dazu bestimmt hatte, ein Heiler zu sein. Er wird ein strahlendes Licht werden. Es ist fast schon so weit, aber noch nicht ganz. Es ist noch zu früh. Alle Könige sind wahnsinnig. Jemand, der die uneingeschränkte Macht besitzt, kann ein Leben genauso mühelos vernichten, wie er einen Kalett gewährt. Doch wenn er jetzt flieht, wird er es sein Leben lang bereuen, wo er doch so viel erreicht hat, so viel gewagt hat. Ich weiß, dass er kein Jude ist. Die Frau saß da mit dem Kind auf dem Schoß und betrachtete Ibn Sina mit wachsender Anspannung. Er versuchte erfolglos Hebräisch mit ihr zu sprechen, dann in rascher Folge Türkisch und Arabisch. Er war Philologe und Linguist, aber er kannte nur wenige europäische Sprachen, denn Fremdsprachen hatte er immer nur dann erlernt, wenn er sie für seine Wissenschaft brauchte. Auch als er auf Griechisch etwas zu ihr sagte, bekam er keine Antwort. Dann versuchte er es mit Latein und sah, dass sie den Kopf leicht neigte und ihre Augen flimmerten. Er wiederholte es. Der König wünscht, dass ihr zu ihm kommt. Wenn ihr nicht geht, wird euer Mann getötet. Quid Dicis, was sagt ihr da? fragte sie. Das Kind auf ihrem Arm fing an zu zappeln, aber sie achtete nicht auf den Säugling. Sie starrte Iben Sina an. Alle Farbe war aus ihrem Gesicht gewichen. Es war ein Gesicht wie aus Stein, aber er entdeckte etwas darin, das ihm zuvor nicht aufgefallen war. Der alte Mann kannte die Menschen und zum ersten Mal ließ seine Angst nach, denn er erkannte die Kraft dieser Frau. Er würde die entsprechenden Anordnungen treffen und sie würde tun, was getan werden musste. Sklaven holten sie mit einer Sänfte ab. Sie wusste nicht, wohin mit Rob James, also nahm sie ihn mit. Das war eine glückliche Lösung, denn im Harem im Haus des Paradieses wurde das Kind von einer Vielzahl entzückter Frauen in Empfang genommen. Sie wurde zu den Bädern geleitet und das war höchst peinlich. Rob hatte ihr von dem religiösen Gebot erzählt, dass Mohammedanische Frauen verpflichtete sich, die Schamhaare alle zehn Tage mit einem Entharungsmittel aus Kalk und Arsen zu entfernen. Auch die Haare in den Achselhöhlen wurden ausgerupft oder abrasiert, und zwar bei einer verheirateten Frau einmal die Woche, bei einer Witwe alle zwei Wochen und bei einer Jungfrau einmal im Monat. Die Frauen, die sie bedienten, starrten sie mit unverhohlenem Ekel an. Nachdem sie gebadet war, bot man ihr drei Tabletts mit Düften und Farbstoffen dar, aber sie nahm nur ein wenig Duftwasser. Dann wurde sie in einen Raum geführt und man wiss sie an zu warten. Die ganze Einrichtung bestand aus einem großen Lager, aus Kissen und Decken und einer geschlossenen Truhe, auf der eine Schüssel mit Wasser stand. Irgendwo in der Nähe spielten Musikanten. Ihr war kalt. Als sie, wie es erschien, lange Zeit gewartet hatte, nahm sie eine Decke und hüllte sich darin ein. Dann kam Allah. Sie war voller Angst, doch er lächelte, als er sie in die Decke gehüllt sah. Mit dem Wink eines Fingers bedeutete er ihr, die Decke abzulegen und gab ihr dann ungeduldig zu verstehen, dass sie auch das Kleid ausziehen sollte. Sie wusste, dass sie im Vergleich zu den meisten orientalischen Frauen zu dünn war, und persische Frauen hatten ihr mehr als deutlich zu verstehen gegeben, dass Sommersprossen die gerechte Strafe Allahs waren, wenn rote Haar auf ihrem Kopf, hielt sich eine Strähne davon unter die Nase. Sie hatte es nicht parfümiert, und als er merkte, dass es nicht duftete, verzog er das Gesicht. Einen Augenblick lang konnte sich Mary der Situation entziehen, indem sie sich Gedanken um ihr Kind machte. Würde sich Rob James, wenn er älter war, noch daran erinnern können, dass er in diesen Palast gebracht worden war, an die fröhlichen Rufe und das sanfte Säuseln der Frauen, an ihre zärtlichen strahlenden Gesichter, die auf ihn herabblickten, an ihre Hände, die ihn liebkosten. Die Hände des Königs ruhten noch immer auf ihrem Kopf. Er sagte etwas auf Persisch, ob zu sich selbst oder zu ihr, hätte sie nicht sagen können. Sie wagte es nicht einmal den Kopf zu schütteln, zum Zeichen, dass sie ihn nicht verstand, weil sie befürchtete, er könnte dies als Ablehnung deuten. Dann ging er unvermittelt dazu über, ihre Schamhaare zu untersuchen. Ihr Haar erregte wohl am meisten seine Neugier. Henna? Dieses eine Wort verstand sie, und in einer Sprache, die er natürlich nicht verstand, versicherte sie ihm, dass die Farbe nicht von Henna stammte. Sanft ließ er eine Haarsträhne durch die Finger gleiten und versuchte, das Rot herauszureiben. Dann streifte er sein weites Baumwollgewand ab. Er hatte muskulöse Arme, eine breite Taille und einen vorstehenden behaarten Bauch. Sein ganzer Körper war behaart, und sein Glied kam ihr kleiner vor als das von Rob und dunkler. In der Senfte auf dem Weg Vorstellungen hingegeben. In einer hatte sie geweint und dem Schar erklärt, dass Jesus es den Christinnen verboten habe, diesen Akt außerhalb der Ehe zu vollziehen und wie in einer der vielen heiligen Legenden hatte er sich ihrer Tränen erbarmt und sie voller Güte nach Hause geschickt. In einer anderen Vision hatte sie, die zu diesem Schritt gezwungen war, um ihren Mann zu retten, die wollüstigste körperliche Befriedigung ihres Lebens erfahren und sich von einem himmlischen Liebhaber betören lassen, der, obwohl die schönsten Frauen Persiens ihm zu Willen waren, sie erwählt hatte. Doch keine ihrer Fantasien entsprach der Wirklichkeit. Er untersuchte ihre Brüste, berührte ihre Brustwarzen. Vielleicht hatten sie eine andere Farbe, als er es gewohnt war. Von der Kälte waren ihre Brüste hart geworden, aber sein Interesse an ihnen war nur von kurzer Dauer. Als er sie auf das Lager stieß, er flehte sie stumm die Hilfe der heiligen Mutter Gottes, ihrer Namenspatronen. Sie war ein unwilliges Gefäß. Die Angst und der Zorn auf diesen Mann, der beinahe den Tod ihres Mannes befohlen hatte, machten sie spröde und trocken. Es gab keine süßen Liebkosungen wie mit Rob, der ihre Leidenschaft weckte und sie zerfließen ließ. Und Allas Glied stand nicht fest, sondern war leicht schlaff und es fiel ihm schwer, in sie einzudringen, so dass er Olivenöl zu Hilfe nahm, das er gereizt auf sie goss, statt auf sich selbst. Endlich drückte er sich ölig in sie hinein und sie blieb mit geschlossenen Augen unbeweglich liegen. Sie war gebadet worden, er jedoch nicht, wie sie jetzt bemerkte. Er war nicht leidenschaftlich. Fast wirkte er gelangweilt, während er sich leise ächzend abmühte. Nach wenigen Augenblicken durchlief ihn ein für einen so großen Mann unköniglich kleiner Schauer und er stöhnte angewidert auf. Dann rutschte der König der Könige mit einem leise schmatzenden öligen Geräusch aus ihr heraus und schritt aus dem Raum, ohne sie eines Wortes oder eines Blickes zu würdigen. Sie blieb liegen, angewidert und erniedrigt und wusste nicht, was sie nun tun sollte. Sie zwang sich nicht zu weinen. Schließlich wurde sie von denselben Frauen wieder abgeholt und zu ihrem Sohn gebracht. Sie kleidete sich hastig an und nahm Rob James auf den Arm. Zum Abschied stellten die Frauen ihr noch einen Beutel mit grünen Melonen in die Sänfte. Als sie und Rob James in der Jehudi ihr ankamen, wollte sie die Melonen schon auf der Straße stehen lassen, doch dann schien es ihr einfacher, sie ins Haus zu tragen und die Sänfte fortzuschicken. Die Melonen, die es auf dem Markt gab, waren kümmerlich, denn sie waren den persischen Winter über in Höhlen gelagert worden und viele waren verdorben. Diese dagegen waren vorzüglich und wunderbar reif, als Rob von seiner Reise nach Idai zurückkehrte und sie hatten einen ungewöhnlich lieblichen Geschmack. Das Beduinenmädchen seltsam, den Maristan zu betreten, diesen kühlen, geweihten Raum, über dem der Gestank von Krankheiten und ein durchdringender Arzneigeruch lagen, der von Stöhnen und Schreien und geschäftigem Treiben widerhallte, dem Lied des Krankenhauses. Noch immer stockte Rob der Atem, noch immer klopfte sein Herz schneller, wenn er den Maristan betrat und eine plappernde Schar von Studenten ihm folgte ihm folgte, der er doch vor gar nicht so langer Zeit noch anderen gefolgt war. Stehen zu bleiben und einen Studenten aufzufordern, eine Krankengeschichte zu schildern, dann an das Lager zu treten und mit dem Patienten zu sprechen, ihn zu betrachten, zu untersuchen, zu berühren, die Witterung der Krankheit aufzunehmen, wie ein Fuchs herumzuschnüffeln, um ein Ei zu finden, zu versuchen, den verdammten schwarzen Ritter zu überlisten, ausführlich mit der Gruppe über den Kranken zu sprechen und sich ihre Einschätzungen anzuhören, die manchmal lächerlich und manchmal wunderbar waren. Für die Studenten war es eine Gelegenheit zu lernen, für Rob eine Gelegenheit, diese Köpfe zu kritischen Werkzeugen zu formen, die analysierten und Behandlungen vorschlugen und ablehnten und wieder vorschlugen, so dass er mitunter als Ergebnis dieser Erörterungen zu Erkenntnissen gelangte, die ihm sonst verwehrt geblieben wären. Iben Sina drängte ihn, Vorlesungen zu halten, und wenn er es tat, kamen andere, um ihn zu hören. Aber er fühlte sich nie wirklich unbefangen dabei, sondern stand da und schwitzte angestrengt, wenn er ein Thema erläuterte, dass er sich sorgfältig aus Büchern erarbeitet hatte. Er war sich darüber im Klaren, wie er auf sie wirken musste, größer als die meisten und mit seiner schiefen englischen Nase, und er wusste auch, wie er klang, denn mittlerweile beherrschte er die Sprache so gut, dass ihm sein eigener Akzent auffiel. Außerdem wollte Iben Sina, dass er sich als Autor betätigte, und so verfasste er eine kurze Schrift über die Behandlung von Wunden mit Wein. Er gab sich richtig Mühe damit, aber es machte ihm keine Freude, auch nicht, als das Traktat fertig und abgeschrieben war und im Haus der Weisheit seinen Platz gefunden hatte. Er wusste, dass er sein Wissen und seine Fähigkeiten vermitteln musste, so wie sie ihm vermittelt worden waren, aber Mirdin hatte sich geirrt. Rob wollte nicht alles machen. Er würde nicht versuchen, es Ibn Sina gleich zu tun. Er hatte nicht den Ehrgeiz, Philosoph und Lehrer und Theologe zu sein, kein Bedürfnis danach zu schreiben oder zu predigen. Er empfand den Drang zu lernen und zu forschen, damit er wusste, was zu tun war, wenn er handeln musste. Für ihn kam die Stunde der Wahrheit immer dann, wenn er die empfunden hatte. Eines Morgens wurde ein Mädchen namens Sitara von ihrem Vater einem beduinischen Zeltmacher in den Maristan gebracht. Es war schwer krank, litt an Übelkeit und Erbrechen und wurde von schrecklichen Schmerzen im unteren rechten Teil ihres harten Bauches gequält. Rob erkannte die Anzeichen, hatte aber keine Vorstellung davon, wie er die Seitenkrankheit behandeln sollte. Das Mädchen stöhnte und konnte kaum sprechen, aber er befragte es eingehend und versuchte irgendetwas in Erfahrung zu bringen, das ihm weiterhelfen könnte. Er gab ihr Abführmittel, legte heiße Packungen und kalte Umschläge auf, und am Abend erzählte er Mary von dem Beduinen Mädchen und bat sie, für das Kind zu beten. Mary war erschüttert bei dem Gedanken, dass ein junges Mädchen unter derselben Krankheit litt, an der James Geiki Cullen gestorben war. Und es erinnerte sie daran, dass ihr Vater in einem einsamen Grab in Amad Swadi in Hamadan ruhte. Am nächsten Morgen ließ Rob das Beduinen Mädchen zur Ader und verabreichte Drogen und Kräuter, doch alles war vergebens. Er musste mit ansehen, wie das Fieber stieg, die Augen glasig wurden und sie verwelkte wie ein Blatt nach dem ersten Frost. Sie starb am dritten Tag. Er ging alle Einzelheiten ihres kurzen Lebens gewissenhaft durch. Bis zu der letzten Reihe von schmerzhaften Anfällen, die sie schließlich getötet hatten, war sie gesund gewesen. Eine zwölfjährige Jungfrau, die erst vor kurzem ihre erste Regelblutung gehabt hatte. Was hatte sie mit einem kleinen Jungen und seinem Schwiegervater in den besten Jahren gemeinsam? Rob konnte nichts entdecken. Und doch waren alle drei auf genau die gleiche Weise ums Leben gekommen. Der Bruch zwischen Allah und seinem Großvisier, dem Imam Kandraseh, trat bei der Audienz des Schahs noch deutlicher zutage. Der Imam saß wie üblich etwas tiefer auf dem kleineren Thron rechts von Allah, doch er richtete mit derart kalter Höflichkeit das Wort an den Schah, das allen Anwesenden klar war, wie es um ihn stand. Am selben Abend besuchte Rob Ibn Sina zu Hause und sie spielten das Spiel des Schahs. Es war eher eine Unterrichtsstunde und nicht so sehr ein Wettstreit, als spielte ein Erwachsener mit einem Kind. Ibn Sina schien das gesamte Spiel im Voraus durchdacht zu haben und bewegte die Figuren ohne Zögern. Rob konnte sich nicht mit ihm messen, aber er erkannte, wie wichtig eine gute Vorausplanung war, und diese Weitsicht wurde bald zu einem Bestandteil seiner Strategie. In den Straßen und auf den Maidan sammeln sich Grüppchen und die Menschen tuscheln miteinander, sagte Rob. Es versetzt sie in Angst und Verwirrung, wenn die Diener Allahs im Streit mit dem Herrn im Haus des Paradieses liegen, weil sie befürchten, dass ein solcher Kampf die Welt zerstört. Ibenzina schlug einen Ruck mit seinem Reiter. Es wird vorbeigehen. Es geht immer vorbei, und die vom Glück Gesegneten werden überleben. Eine Weile spielten sie schweigend weiter, und dann erzählte Rob dem Alten vom Tod des Beduinen Mädchens, schilderte die Symptome und beschrieb die beiden anderen Fälle der Seitenkrankheit, die ihm nicht Tara war der Name meiner Mutter. Ibenzina seufzte, aber er hatte keine Erklärung für den Tod des Mädchens. Es gibt viele Antworten, die uns noch nicht geschenkt wurden. Sie werden uns nicht geschenkt werden, wenn wir nicht versuchen, sie zu finden, sagte Rob langsam. Ibenzina zuckte mit den Achseln und zog es vor, das Thema zu wechseln. Er berichtete Neuigkeiten vom Hofe, denen zufolge der Schar Männer nach Indien entsenden wollte. Aber diesmal sollten es nicht Soldaten sein, sondern Kaufleute, die ermächtigt waren, indischen Stahl zu kaufen, oder das Erz, aus dem man ihn gewann, denn Dan Wang Galil hatte keinen Stahl mehr, um die gemaserten blauen Klingen herzustellen, die Allah so schätzte. Er hat ihnen befohlen, nicht ohne eine ganze Karawane mit Erz oder hartem Stahl zurückzukehren, und wenn sie dafür bis ans Ende der Seidenstraße ziehen müssten. Was liegt am Ende der Seidenstraße, fragte Rob. Tschung Kuo, ein gewaltiges Land. Und dahinter? Ibn Sina hob die Schultern. Wasser, Ozeane. Reisende haben mir erzählt, dass die Welt flach ist und von Feuer umgeben, dass man, wenn man sich zu weit vorwagt, in das Feuer der Hölle stürzt. Ammenmärchen, sagte Ibn Sina verächtlich. Das ist nicht wahr. Ich habe gelesen, dass außerhalb der bewohnten Welt nur Salz und Sand zu finden sind, dass ein Großteil der Welt aus Eis besteht. Er sah Rob versonnen an. Was ist jenseits deines eigenen Landes? Britannien ist eine Insel, dahinter ist ein Meer und dann kommt Dänemark, das Land der Nordländer, aus dem unser König gekommen ist. Und dahinter, so sagt man, liegt ein Land aus Eis. Und wenn man von Persien aus nach Norden geht, liegt jenseits von Gasna das Land der Rus und jenseits davon ein Land aus Eis. Ja, ja, ich glaube, es ist wahr, dass ein Großteil der Welt mit Eis bedeckt ist, sagte Ebensina. Aber an ihren Rändern liegt keine feurige Hölle, denn kluge Männer wissen schon lange, dass die Erde rund wie eine Pflaume ist. Du bist doch auf dem Meer gefahren. Wenn man in der Ferne ein Schiff erspäht, sieht man die Spitze des Mastes zuerst am Horizont auftauchen und dann mehr und mehr von seiner Gestalt, weil es über die gewölbte Oberfläche der Welt segelt. Er machte Rob auf dem Spielbrett den Gar aus, indem er, fast geistesabwesend, seinem König eine Falle stellte und ließ dann einen Sklaven Scherbett und eine Schüssel Pistazien bringen. Erinnerst du dich nicht mehr an den Astronomen Ptolemaios? Rob lächelte. Er hatte nur so viel Astronomie studiert, wie nötig war, um den Anforderungen der Madrassa zu genügen. Ein alter Grieche, der seine Schriften in Ägypten verfasst hat. So ist es. Er hat geschrieben, dass die Erde rund ist und als Zentrum des Universums unter einem konkaven Firmament hängt. Um sie herum kreisen die Sonne und der Mond und bewirken so die Nacht und den Tag. Dieser Weltenball mit seiner Oberfläche aus Meer und Land, Bergen und Flüssen, Wäldern und Wüsten und Eisflächen, ist er hohl oder massiv? Und falls er massiv ist, was steckt in seinem Inneren? Der alte Mann lächelte und zuckte mit den Achseln. Er war jetzt in seinem Element und genoss das Gespräch. Das können wir nicht weist, der du ein großes Stück von ihr zu Pferd oder zu Fuß überquert hast. Und wir sind bloß kleine Menschen, die nicht tief genug graben können, um eine solche Frage zu beantworten. Aber wenn ihr imstande wärt, in das Zentrum der Erde zu blicken, würdet ihr es tun? Natürlich. Ihr seid aber imstande, in das Innere des menschlichen Körpers zu blicken, und doch tut er es nicht. Ibn Sinas Lächeln erstarb. Die Menschheit steht immer an der Grenze zur Barbarei, und sie muss nach bestimmten Regeln leben. Täte sie das nicht, würden wir auf unsere tierische Natur zurückfallen und zugrunde gehen. Eine unserer Regeln verbietet die Verstümmelung der Toten, die eines Tages vom Propheten aus ihren Gräbern auferweckt werden. Warum leiden Menschen an der Seiten Krankheit? Ibn Sinah hob die Schultern, öffne den Bauch eines Schweines und ergründe das Rätsel. Die Organe des Schweines sind mit den Organen des Menschen identisch. Seid ihr dessen sicher, Meister? Ja, so steht es geschrieben, seit Galen, dessen griechische Zeitgenossen ihm nicht erlaubten, Menschen aufzuschneiden. Die Juden und die Christen haben ein ähnliches Verbot. Alle Menschen teilen diese Abscheu vor dem Sezieren. Ibn Sinah sah ihn mit wohlwollender Besorgnis an. Du hast viele Hürden überwinden müssen, um Medikus zu werden. Aber du musst deine Heilkunst innerhalb der von der Religion und dem sittlichen Empfinden der Allgemeinheit vorgegebenen Regeln ausüben. Tust du das nicht, wird ihre zerstören. Als Rob nach Hause ritt, starrte er zum Himmel empor, bis die Lichtpunkte vor seinen Augen verschwammen. Von den Planeten konnte er nur den Mond und den Saturn ausmachen, sowie einen Lichtschein, der möglicherweise Jupiter war, denn er leuchtete ruhig und gleichmäßig inmitten der funkelnden Sterne. Er begriff, dass Ibn Sinah kein Halbgott war. Der Arzt aller Ärzte war bloß ein alternder Gelehrter, gefangen zwischen der Medizin und dem Glauben, in dem er zur Frömmigkeit erzogen worden war. Rob liebte den alten Mann gerade wegen seiner menschlichen Grenzen umso mehr. Und doch kam er sich irgendwie betrogen vor, wie ein kleiner Junge, der die Schwächen seines Vaters durchschaut. In der Jehudi je angekommen, hing er weiter seinen Gedanken nach, während er den Braunen versorgte. Mary und das Kind schliefen und er zog sich behutsam und leise aus. Dann lag er wach und dachte darüber nach, was wohl die Seitenkrankheit auslösen mochte. Mitten in der Nacht fuhr Mary plötzlich aus dem Schlaf und rannte nach draußen, wo sie wirkte und sich erbrach. Er folgte ihr. Die Krankheit, die ihren Vater geholt hatte, ging ihm nicht mehr aus dem Kopf und er wusste, dass Erbrechen ein erstes Anzeichen war. Sie wehrte sich dagegen, aber er untersuchte sie trotzdem, als sie wieder im Haus waren. Doch ihr Unterleib war weich und sie hatte auch kein Fieber. Schließlich legten sie sich wieder hin. Rob, rief sie nach einer Weile, und dann noch einmal, mein Rob, ein verzweifelter Aufschrei, wie aus einem Albtraum. Psst, sonst wächst du noch den Kleinen, flüsterte er. Er hatte nicht gewusst, dass sie schlimme Träume hatte. Er strich ihr übers Haar und tröstete sie, und sie zog ihn an sich mit verzweifelter Kraft. Ich bin ja da, Mary, ich bin da, Liebste. Er sprach ihr leise und tröstend zu, bis sie ruhiger wurde, flüsterte Zärtlichkeiten auf Englisch und Persisch und Hebräisch. Sie schreckte noch einmal hoch, doch dann berührte sie sein Gesicht, seufzte und schlang die Arme um seinen Kopf. Und Rob lag da, die Wange auf der weichen Brust seiner Frau, bis das gleichmäßige, langsame Klopfen ihres Herzens auch ihn zur Ruhe kommen ließ. Karim Die wärmende Sonne ließ grüne Triebe aus der Erde sprießen, als der Frühling in Isfahan Einzug hielt. Vögel schossen durch die Luft und trugen Stroh und Zweige zum Nestbau im Schnabel. Das Schmelzwasser rauschte aus Bächen und Wadis in den Fluss des Lebens, dessen Fluten tosend anschwollen. Es war, als habe Rob die Hände der Erde ergriffen und verspürte jetzt die grenzenlose ewige Lebenskraft der Natur. Ein Beweis dieser Fruchtbarkeit war auch Mary. Die Übelkeit trat häufiger und heftiger auf und diesmal brauchten sie keine Fahrer, um zu erkennen, dass sie schwanger war. Rob war überglücklich, doch Mary wurde launisch und war öfter gereizt als zuvor. Er verbrachte mehr Zeit denn je mit seinem Sohn. Das kleine Gesicht leuchtete auf, wenn Rob James ihn erblickte und der Junge quietschte und zappelte wie ein verspielter Welpe. Rob ermunterte ihn, seine Kräfte am Vater auszuprobieren. Zieh Pa am Bart, sagte er und war stolz, wie kräftig der Ruck ausfiel. Zieh Pa an den Ohren. Zieh Pa an der Nase. In derselben Woche, als das Kind die ersten zögernden, unsicheren Schritte machte, fing es auch an zu sprechen. Kein Wunder, dass sein erstes Wort Pa lautete. Zu hören, wie das kleine Geschöpf ihn rief, erfüllte Rob mit so ehrfürchtiger Liebe, dass er sein Glück kaum fassen konnte. An einem milden Nachmittag überredete er Mary mit ihm zum armenischen Markt zu gehen. Er trug Rob James auf dem Arm. Land mit Lederwaren auf die Erde, damit er ein paar wackelige Schritte auf Priska zulaufen konnte, und die ehemalige Amme kreischte vor Freude und fing das Kind in ihren Armen auf. Auf dem Heimweg durch die Jehudie grüßten sie lächelnd ein paar bekannte Gesichter, denn obwohl seit Pharah fort war, keine Frau mehr Mary so richtig ins Herz geschlossen hatte, wurde die europäische Andersgläubige doch auch von niemandem verdammt, und die Juden im Viertel hatten sich an ihren Anblick gewöhnt. Später, als Mary Pilaf kochte und Rob einen der Aprikosenbäume beschnitt, kamen die beiden kleinen Töchter des Bäckers Mika Halevi aus dem Nachbarhaus und spielten im Garten mit seinem Sohn. Rob freute sich an ihrem kindlichen Geschrei und ihrer Ausgelassenheit. Es gab schlimmere Menschen als die Juden in der Jehudiäe, dachte er, und schlimmere Orte als Isfahan. Eines Tages kam Rob zu Ohren, dass Al-Yusjani seinen Studenten das Sezieren eines Schweines vorführen wollte, und er meldete sich freiwillig, um ihm zu assistieren. Das fragliche Tier war ein wuchtiger Eber mit Hauern, so beeindruckend wie die eines kleinen Schweinsäuglein, einem langen, mit groben, grauen Borsten bedeckten Körper und einem kräftigen, behaarten Glied. Das Schwein war schon etwa einen Tag lang tot und roch dementsprechend, aber es war mit Getreide gefüttert, und als der Bauch geöffnet wurde, drang vor allem ein bierartiger, säuerlicher Gärungsgeruch hervor. Rob hatte gelernt, dass solche Düfte weder gut noch schlecht waren. Alle Gerüche Doch weder seine Nase noch seine Augen noch seine tastenden Hände verrieten ihm irgendetwas über die Erkrankung des Unterleibes, während er Bauch und Gedärme nach Anzeichen absuchte. Aljusiani, der schließlich seine Studenten unterrichten und nicht Rob allein die Möglichkeit geben wollte, das Schwein zu untersuchen, war mit Recht verärgert, weil Rob so lange in den Innereien herumwühlte. Nach dem Unterricht ging Rob unverrichteter Dinge in den Maristan, wo er Ibn Sina traf. Sobald er den obersten Arzt erblickte, wusste er, dass etwas Schlimmes geschehen sein musste. Meine Despina und Karim Harun, sie sind verhaftet worden. Setzt euch, Meister, und beruhigt euch, sagte Rob sanft, denn Ibn Sina war erschüttert und verwirrt und wirkte um Jahre gealtert. Rob's ärgste Befürchtungen hatten sich bewahrheitet. Er zwang sich, die Fragen zu stellen, die gestellt werden mussten, und wie er erwartet hatte, warf man den beiden Ehebruch und Hurerei vor. Kandrassays Spitzel waren Karim an diesem Morgen zu Ibn Sinas Haus gefolgt, Mullahs und Soldaten waren in den Steinturm eingedrungen und hatten die beiden Liebenden überrascht. Was war mit dem Eunuchen? Ibn Sina sah ihn einen flüchtigen Augenblick lang an, und Rob hätte sich ohrfeigen können, weil ihm klar wurde, was er alles mit seiner Frage verraten hatte. Aber Ibn Sina schüttelte bloß den Kopf. Basif ist tot. Sie müssen ihn heimtückisch getötet haben, sonst wären sie nicht in den Turm gelangt. Wie können wir Karim und Desbina helfen? Nur aller ließ sie und kehrte kurz darauf zurück, um ihnen mitzuteilen, dass der Schar sie zu seinem Bedauern heute nicht empfangen könne. »Dann warten wir«, sagte Ebensina. »Vielleicht ergibt sich doch eine Gelegenheit.« Fahrrad ergötzte sich am Sturz des Mächtigen. Er lächelte Rob an, als er sich verbeugte. Sie warteten den ganzen Nachmittag, und dann brachte Rob Ebensina nach Hause. Am Morgen wurden sie wieder vorstellig. Wieder war Fahrrad betont höflich. Sie wurden in dasselbe Vorzimmer geführt und durften warten, aber nach einer quälend langen Zeit wurde ihnen klar, dass der Schar sie nicht empfangen würde. Dennoch warteten sie. Ebensina sagte nur selten etwas. Einmal seufzte er auf. »Sie ist für mich immer wie eine Tochter gewesen«, sagte er. »Es ist einfacher für den Schar Kandresses kühnen Handstreich wie eine kleine Niederlage zu behandeln, als dem Großvisier die Stirn zu bieten.« Auch den zweiten Tag verbrachten sie wartend im Haus des Paradieses. Allmählich erkannten sie, dass der Schar trotz Ebensinas herausragender Stellung als Arzt aller Ärzte und trotz der Tatsache, dass Karim Alas Günstling war, nichts unternehmen würde. »Er ist bereit, Karim Kandrasse kampflos zu überlassen«, sagte Rob Düster, als ob sie das Spiel des Schars spielten und Karim eine Figur wäre, deren Verlust ihn nicht allzu sehr schmerzt. »In zwei Tagen findet eine Audienz statt«, sagte Ebensina. »Wir müssen dem Schar goldene Brücken bauen. Ich werde öffentlich darum bitten, dass er ihnen Gnade gewährt. Ich bin der Ehemann der Frau, und Karim ist ein Liebling des Volkes. Sie werden den Helden des Tschatir retten wollen und meine Bitte lautstark unterstützen.« »Dann kann der Schar es so aussehen lassen, als stimme er dem Gnadengesuch zu, weil seine Untertanen es so wollen.« »Und wäre das der Fall«, so meinte Ebensina, »dann käme Karim vielleicht mit zwanzig Stockschlägen davon, und Despina würde nach einer Prügelstrafe auf Lebzeit im Haus ihres Herrn eingesperrt.« Als sie jedoch das Haus des Paradieses verließen, trat ihnen Aljuziani entgegen, der auf sie gewartet hatte. Der Meisterchirurg liebte Ebensina aus ganzem Herzen, und aufgrund dieser Liebe überbrachte er ihm jetzt die schlimme Nachricht. Karim und Despina waren vor ein mohammedanisches Gericht gestellt worden. Drei Zeugen hatten ausgesagt, jeder von ihnen ein Mullah. Wohl aus Angst, gefoltert zu werden, hatten weder Despina noch Karim versucht, sich zu verteidigen. Der vorsitzende Mufti hatte beide zum Tode verurteilt. Das Urteil sollte am folgenden Morgen vollstreckt werden. »Bespina wird geköpft, Karim Harun wird der Bauch aufgeschlitzt.« Sie starrten einander voller Entsetzen an. Rob wartete darauf, dass Ebensina nun Aljuziani erklären würde, wie Karim und Despina doch noch gerettet werden konnten. Doch der alte Mann schüttelte den Kopf. »Wir können das Urteil nicht abwenden«, sagte er mit schwerer Stimme. »Wir können nur dafür sorgen, dass Sie ein barmherziges Ende finden.« »Dann gilt es, einiges in die Wege zu leiten«, sagte Aljuziani ruhig. »Wir müssen Bestechungsgelder zahlen. Und statt des Medizinstudenten, der im Gefängnis des Kelonter Dienst tut, müssen wir einen Arzt hinschicken, dem wir vertrauen.« Trotz der warmen Frühlingsluft überlief es Rob kalt. »Schickt mich«, sagte er. In dieser Nacht konnte er nicht schlafen. Vor Sonnenaufgang stand er auf und ritt auf seinem Braunen durch die noch dunkle Stadt. An Ebensinas Haus angekommen, rechnete er fast damit, Vasiv den Eunuchen in der Dämmerung stehen zu sehen. Aus dem Turmzimmer drang kein Licht und kein Laut. Ebensina überreichte ihm einen Krug mit Traubensaft. »Er ist stark mit Opiaten und das Buying, einem Pulver aus reinem Hanfsamen vermischt«, sagte er. »Das Gefährliche dabei ist, sie müssen viel davon trinken. Aber wenn einer von beiden zu viel trinkt und nicht mehr gehen kann, wenn sie sie holen kommen, stirbst du mit ihnen.« Rob nickte, um zu zeigen, dass er verstanden hatte. »Gott sei mir gnädig«. »Gott sei dir gnädig«, sagte Ebensina. Er stimmte einen Gesang aus dem Koran an, noch bevor Rob den Raum verlassen hatte. Im Gefängnis erklärte er dem Wachmann, dass er der Medikus sei, und bekam einen Mann als Eskorte zugeteilt. Sie gingen zuerst in den Frauentrakt, wo man aus einer der Zellen eine Frau hörte, die abwechselnd sang und schluchzte. Er fürchtete schon, dieser schreckliche Klang käme von Despina, aber dem war nicht so. Sie wartete in einer winzigen Zelle. Sie war ungewaschen und unparfümiert, und ihr Haar hingen Strähnen herab. Ihr kleiner, zierlicher Körper war in ein schmutziges Gewand gehüllt. Er stellte den Krug mit Buying ab, ging zu ihr und hob ihren Schleier. »Ich habe dir etwas zu trinken gebracht.« Von da an sollte sie für ihn immer die Femina Schlechtin sein, eine Mischung aus seiner Schwester Anne Mary, aus Mary seiner Frau, aus der Hure, die ihm in der Kutsche auf dem Maidan zu Diensten gewesen war, und allen Frauen dieser Welt. In ihren Augen standen ungeweinte Tränen, aber sie wies das Buying zurück. »Du musst trinken. Es wird dir helfen.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich werde bald im Paradies sein«, schienen diese angstvollen Augen zu sagen, als wollten sie ihn um Bestätigung anflehen. »Gib es ihm«, flüsterte sie, und Rob sagte ihr Liebewohl. Die Schritte heilten laut, als er dem Soldaten einen Gang entlang folgte, zwei kurze Treppen hinunter, durch einen weiteren steinernen Gang und dann erneut eine winzige Zelle betrat. Sein Freund war blass. »Na, Europäer?« »Na, Karim?« Sie fielen sich in die Arme und hielten einander fest. »Ist sie...« »Ich habe sie gesehen. Sie ist wohl auf.« Karim seufzte. »Ich hatte seit Wochen nicht mehr mit ihr gesprochen. Ich wollte bloß ihre Stimme hören, verstehst du? Ich war mir sicher, dass mir an dem Tag niemand gefolgt war.« Rob nickte. Karims Mund bebte. Als Rob ihm den Krug reichte, nahm er ihn hastig und trank ihn in tiefen Zügen zu zwei Dritteln leer, bevor er ihn zurückgab. »Es wird wirken.« Ibn Sina hat es selbst zusammengemischt. »Der alte Mann, den du so verehrst.« »Ich habe oft davon geträumt, ihn zu vergiften, um sie ganz für mich zu haben.« »Wir alle kennen böse Gedanken. Du hättest es nie getan.« Aus irgendeinem Grund war es ihm wichtig, dass Karim das erkannte, bevor die Droge wirkte. »Verstehst du das?« Karim nickte. Rob beobachtete ihn genau, voller Angst, er könnte vielleicht zu viel Buying getrunken haben. Falls der Aufguss schnell wirkte, würde wieder ein Gericht der Muftis zusammenkommen und den Tod eines weiteren Medikus beschließen. Karims Augenlider sanken herab. Er blieb wach, wollte aber nicht mehr sprechen. Rob harte schweigend bei ihm aus, bis er dann schließlich Schritte näher kommen hörte. »Karim?« Er blinzelte. »Ist es soweit?« »Denk daran, wie du den Tschattier gewonnen hast,« sagte Rob sanft. Die Schritte hielten an, die Tür ging auf. Es waren drei Soldaten und zwei Mullahs. »Denk an den glücklichsten Tag deines Lebens.« »Zaki, Oma, konnte auch gütig sein,« sagte Karim. Er schenkte Rob ein schwaches, leeres Lächeln. Zwei Soldaten packten seine Arme. Rob ging unmittelbar hinter ihnen her, aus der Zelle, den steinernen Gang entlang, die beiden Treppen hinauf, in den Hof, wo die Sonne ihnen grell ins Gesicht schlug. Der Morgen war strahlend und schön, eine letzte Grausamkeit. Rob sah, dass Karims Knie im Gehen nachgaben, aber wohl jeder Zuschauer hätte das auf seine Angst zurückgeführt. Sie gingen an der Doppelreihe mit Karkan-Opfern vorbei hin zu den Richtblöcken, dem Schauplatz seiner schlimmsten Träume. Etwas Entsetzliches lag bereits neben einem schwarzgewandeten Umriss auf dem blutgetränkten Boden. Doch das Buing machte den Mullahs einen Strich durch die Rechnung. Karim sah Desbina nicht. Der Henker war kaum älter als Rob, ein untersetzter, fleischiger Mann mit mächtigen Armen und gleichgültigen Augen. Seine Kraft und Geschicklichkeit und die schärfste, geschliffene Klinge waren mit Ibn Senas Geld gekauft worden. Karims Augen waren glasig, als die Soldaten ihn vorwärts schleiften. Es kam zu keinem Abschiedswort. Der Hieb des Henkers kam schnell und sicher. Die Spitze drang ins Herz und brachte auf der Stelle den Tod. Auch dafür hatte das Bestechungsgeld gesorgt, und Rob hörte seinen Freund einen Laut ausstoßen, der wie ein unglückliches Seufzen klang. Es blieb Rob überlassen, dafür zu sorgen, dass Desbina und Karim aus dem Gefängnis zu einem Friedhof vor den Stadtmauern gebracht wurden. Er zahlte gut dafür, dass über den beiden frischen Gräbern ein Gebet gesungen wurde, und es schien wie bitterer Hohn, dass die betenden Mullas auch Zeugen der Hinrichtung gewesen waren. Als das Begräbnis vorüber war, lehrte Rob den Krug in einem Zug und ließ sich von dem Braune nach Hause tragen. Als er jedoch am Haus des Paradieses vorbeikam, zügelte er sein Pferd und betrachtete den Palast, der an diesem Tag besonders schön aussah. Die bunten Wimpel wehten und flatterten im Frühlingswind, und die Sonne glitzerte auf den Standarten und Hellebarden und ließ die Waffen der Wachen aufblitzen. Er hörte Allas Stimme. »Wir sind vier Freunde! Wir sind vier Freunde!« Er schüttelte die Faust. »Unwürdiger!« Der Ruf hallte die Mauern entlang, erreichte die Wachen und ließ sie zusammenfahren. Ein Offizier kam auf den vordersten Posten zu. »Wer ist das? Kannst du ihn erkennen?« »Ja.« »Ich glaube, es ist der Hakim Jesse.« »Der Dimi.« Sie betrachteten den Mann auf dem Pferd, sahen, wie er erneut die Faust schüttelte, bemerkten aber auch den Weinkrug und die lose herabhängenden Zügel des Pferdes. Der Offizier wusste, dass dieser Jude bei der Heimkehr vom Beutezug nach Indien zurückgeblieben war, um die Wunden der Soldaten zu behandeln. »Er sieht betrunken aus!« Er grinste. »Aber er ist kein übler Kerl.« »Lasst ihn ziehen!« sagte er, und sie sahen dem braunen Pferd nach, das den Medikus zu den Stadttoren trug. Die graue Stadt Nun war er also der letzte noch lebende Teilnehmer der einstigen Medizinergesandtschaft aus Isfahan. Wenn er daran dachte, dass Mirdin und Karim beide unter der Erde lagen, war es, als flöße man ihm einen Sud ein aus Wut und Reue und Trauer. Und doch versüßte ihr Tod auf seltsame Weise seine Tage wie ein liebevoller Kuss. Er kostete die alltäglichen Freuden des Lebens aus. Ein tiefer Atemzug, ein geruhsames Pissen, ein gemächlicher Furz. Altbackenes Brot zu kauen, wenn er hungrig war, zu schlafen, wenn er müde war. Die rundliche Taille seiner Frau zu umfassen, ihrem Schnarchen zu lauschen. Seinen Sohn in den Bauch zu beißen, bis er so ausgelassen gluckste und lachte, dass es Rob die Tränen in die Augen trieb. Und das, obwohl sich ein Schatten über Isfahan gelegt hatte. Wenn Allah und der Imam Kandraseh sogar den Läuferhelden von Isfahan niederstrecken konnten, welcher gewöhnliche Mensch sollte es dann noch wagen, die Gebote des Propheten zu übertreten? Die Huren verschwanden von den Straßen und auf den Maidan herrschte nachts kein fröhliches Treiben mehr. Mullahs patrouillierten zu zweit durch die Straßen der Stadt und achteten auf jeden Schleier, der das Gesicht einer Frau nicht vollständig bedeckte, auf jeden Mann, der sich etwas zu langsam zum Gebet auf den Boden warf, wenn der Ruf der Muezzin erklang, auf jede Schenke, deren Besitzer so töricht war, Wein zu verkaufen. Sogar in der Yehudie, wo die Jüdinnen stets ihre Haare sorgfältig bedeckten, gingen immer mehr Frauen dazu über, die schweren mohammedanischen Schleier zu tragen. Manche seufzten heimlich, denn sie vermissten die Musik und die Heiterkeit früherer Nächte. Andere jedoch machten aus ihrer Zufriedenheit keinen Hehl, und im Maristan dankte der Hadji Davud Hossein Allah beim Morgengebet. Die Moschee und das Reich entstammen ein und demselben Schoß. Sie gehören zusammen und dürfen niemals voneinander getrennt werden, erklärte er. Morgens kamen jetzt mehr Gläubige denn je zu Ibn Sinas Haus und beteten mit ihm, aber sobald die Andacht beendet war, ging der Arzt aller Ärzte zurück ins Haus und zeigte sich erst wieder, wenn es Zeit zum nächsten Gebet war. Er gab sich ganz seiner Trauer und Einkehr hin und kam auch nicht mehr in den Maristan, um zu lehren oder Patienten zu behandeln. Manche, die sich nicht von einem Dimi berühren lassen wollten, wurden von Aljusiani versorgt, doch das waren nicht viele, und Rob hatte ständig alle Hände voll zu tun, weil er neben seinen sonstigen Aufgaben nun auch Ibn Sinas Patienten übernommen hatte. Eines Morgens kam ein magerer alter Mann mit übel riechendem Atem und schmutzigen Füßen ins Krankenhaus getrottet. Kasim ibn Sadi hatte Beine wie ein Kranich mit knorrigen Knien und ein mottenzerfressenes, fransiges Bärtchen. Er wusste nicht, wie alt er war, und er hatte kein Zuhause, weil er die längste Zeit seines Lebens als Handlanger mit Karawanen herumgezogen war. Ich bin überall gewesen, Herr. Auch in Europa, wo ich herkomme? Fast überall. Er hatte keine Familie, wie er sagte, aber Allah wachte über ihn. Ich bin gestern mit einer Karawane angekommen, die Wolle und Datteln aus Kum gebracht hat. Unterwegs hat mich ein Schmerz überfallen wie ein böser Djinn. Wo hast du Schmerzen? Kasim stöhnte und hielt sich die rechte Seite. Ist dir schlecht geworden? Ja, mir ist speiübel und ich fühle mich furchtbar schwach. Doch während ich so vor mich hindämmerte, sprach Allah zu mir und hat gesagt, dass nicht weit entfernt jemand ist, der mich heilen wird. Und als ich wach wurde, habe ich die Leute gefragt, ob ein Ort der Heilkunst in der Nähe ist. Und sie haben mich zu diesem Maristan geschickt. Man führte ihn zu einem Strohlager, wusch ihn und gab ihm leichte Kost. Er war der erste Patient mit der Seitenkrankheit, den Rob im Frühstadium des Leidens beobachten konnte. Vielleicht wusste Allah, wie Kasim behandelt werden sollte. Rob wusste es nicht. Er verbrachte Stunden in der Bibliothek. Schließlich erkundigte sich der höfliche Yusuf al-Gamal, der Bibliothekar im Haus der Weisheit, wonach er denn so emsig suche. Nach dem Geheimnis der Seitenkrankheit. Ich möchte Berichte von Ärzten aus früherer Zeit finden, die den menschlichen Leib geöffnet haben, bevor das verboten wurde. Der ehrwürdige Bibliothekar blinzelte und nickte freundlich. Ich werde versuchen, euch zu helfen. Lasst mich sehen, ich suche. Nach dem Geheimnis der Seitenkrankheit. Ich möchte Berichte von Ärzten aus früherer Zeit finden, die den menschlichen Leib geöffnet haben, bevor das verboten wurde. Der ehrwürdige Bibliothekar blinzelte und nickte freundlich. Ich werde versuchen, euch zu helfen. Lasst mich sehen, was ich finden kann. Ibn Sina war nicht erreichbar. Und Rob ging zu Al-Yusiani, der jedoch nicht die Geduld des alten Mannes hatte. Häufig sterben die Menschen an der Seitenkrankheit, sagte Al-Yusiani. Aber manche kommen in den Maristan und klagen über Schmerz und brennen rechts im Unterleib. Und dann verschwinden die Schmerzen. Und die Patienten werden nach Hause geschickt. Warum? Al-Yusiani zuckte mit den Achseln, warf ihm einen gereizten Blick zu und wollte sich nicht weiter über dieses Thema auslassen. Auch Kasims Schmerzen verschwanden nach ein paar Tagen, aber Rob wollte ihn nicht gehen lassen. Wohin gehst du von hier aus? Der alte Treiber hob die Schultern. Ich werde mir eine Karawane suchen, Hakim, denn sie sind mein Zuhause. Nicht alle, die hierher kommen, können auch wieder gehen. Manche sterben, wie du dir denken kannst. Kasim nickte ernst. Alle Menschen müssen am Ende sterben. Die Toten zu waschen und auf die Beerdigung vorzubereiten, ist ein Dienst an Allah. Könntest du sie einer Arbeit verrichten? Ja, Hakim. Denn es ist Gottes Arbeit, wie ihr sagt, erklärte er feierlich. Allah hat mich hierher geführt und vielleicht ist es sein Wille, dass ich bleibe. Neben den beiden Räumen, die als Leichenhaus dienten, lag eine kleine Vorratskammer. Sie räumten sie zusammen leer und Kasim ibn Saadi bezog darin Quartier. Du kannst deine Mahlzeiten hier einnehmen, nachdem die Patienten verpflegt worden sind, und in den Bädern des Maristan kannst du dich waschen. Ja, Hakim. Rob gab ihm eine Schlafmatte und eine Tonlampe. Der alte Mann entrollte seinen abgenutzten Gebetsteppich und erklärte, dass diese Kammer das schönste Zuhause sei, das er je gehabt habe. Es waren fast zwei Wochen vergangen, ehe Rob bei seinen vielen Verpflichtungen die Zeit fand, Yusuf Al-Gamal im Haus der Weisheit aufzusuchen. Er brachte dem Bibliothekar ein Geschenk mit, um sich für dessen Hilfe erkenntlich zu zeigen. Es gab überall große, dicke Pistazien zu kaufen, doch Yusuf hatte nur noch wenige Zähne, mit denen er Nüsse kauen konnte, und deshalb überreichte ihm Rob einen Schilfkorb mit weichen Wüstendatteln. Die beiden saßen zu später Stunde im Haus der Weisheit zusammen und aßen die Früchte. Die Bibliothek war menschenleer. Ich bin zeitlich so weit zurückgegangen, wie ich nur konnte, sagte Yusuf, bis in die Antike. Selbst die Ägypter, die, wie ihr wisst, für ihre Kunst der Einbalsamierung berühmt waren, glaubten, dass es böse und eine Verunstaltung der Toten sei, den Bauch zu öffnen. Aber wie haben sie denn dann ihre Mumien gemacht? Sie waren Heuchler. Sie haben ehrlose Männer, die man Paraschistes nannte, dafür bezahlt, dass sie die Sünde des verbotenen ersten Schnitts auf sich nahmen. Sobald dieser erste Schnitt getan war, flohen die Paraschistes, weil sie sonst gesteinigt worden wären, und ihre Flucht galt als Anerkenntnis ihrer Schuld, so dass die ehrbaren Balsamierer die Organe aus dem Leib entnehmen und mit der Balsamierung fortfahren konnten. Haben sie die entfernten Organe untersucht? Haben sie Aufzeichnungen über ihre Beobachtungen hinterlassen? Sie haben 5000 Jahre lang einbalsamiert und alles in allem fast eine Dreiviertelmilliarde Menschen ausgeschlachtet, die an jeder nur erdenklichen Krankheit gestorben waren, und sie haben die Eingeweide in Gefäßen aus Ton, Kalkstein oder Alabaster aufbewahrt oder schlicht weggeworfen. Aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass sie die Organe je untersucht hätten. Bei den Griechen war das anders, und dabei war's in demselben Landstrich am Nil. Yusuf nahm sich noch ein paar Tatteln. Neunhundert Jahre bevor Mohammed geboren wurde, ist Alexander der Große durch unser Persien gestürmt wie ein schöner junger Kriegsgott. Er hat die alte Welt erobert, und am nordwestlichen Rand des Nil-Deltas, auf einem Landstreifen zwischen dem Mittelmeer und dem Mariutsee, hat er eine wunderschöne Stadt gegründet. Zehn Jahre später starb er am Sumpffieber. Doch Alexandrien war ein Brennpunkt griechischer Kultur geworden. Das Reich Alexanders zerfiel, und Ägypten fiel mit Alexandrien in die Hände von Ptolemaios von Makedonien, einem der gelehrtesten Gefährten Alexanders. Ptolemaios gründete das Museum von Alexandria, die erste Universität der Welt, und die große Bibliothek von Alexandria. Sämtliche Wissenschaften erlebten eine Blütezeit. Doch die Schule der Medizin zog die begabtesten Studenten aus aller Welt an. Zum ersten und einzigen Mal in der langen Geschichte der Menschheit wurde die Anatomie zum Grundpfeiler der Medizin, und dreihundert Jahre lang wurde das Sezieren des menschlichen Körpers ausgiebig praktiziert. Rob beugte sich gespannt vor. Dann ist es also möglich, aus jener Zeit Beschreibungen der Krankheiten nachzulesen, die die inneren Organe befallen? Yusuf schüttelte den Kopf. Dreißig Jahre vor dem Beginn der christlichen Zeitrechnung wurden die Bücher ihrer wundervollen Bibliothek vernichtet, als Octavians Legionen Alexandria plünderten. Die Römer haben die meisten Schriften der Ärzte Alexandrias zerstört. Zelsus hat die wenigen spärlichen Überreste gesammelt und versucht sie in seinem Werk »De Re Medizina« der Nachwelt zu erhalten. Aber darin findet sich nur die kurze Erwähnung einer Krankheit mit Sitz im Dickdarm, die den Teil befällt, wo sich, wie ich beschrieb, der Blinddarm befindet und die mit einer heftigen Entzündung und starken Schmerzen einhergeht, besonders auf der rechten Seite. Rob stöhnte enttäuscht auf. »Ich kenne die Passage. Ebenzina verweist in seinen Vorlesungen darauf.« Yusuf zuckte die Achseln. »Dann seid ihr also trotz meiner Durchforschung der Vergangenheit genau dort, wo ihr vorher auch wart. Die Beschreibungen, die ihr sucht, gibt es nicht.« Rob nickte bedrückt. »Was meint ihr? Warum hat der einzige kurze Zeitraum in der Geschichte, in dem Erzen erlaubt war, menschliche Körper zu öffnen, ausgerechnet mit den Griechen begonnen?« »Sie genossen nicht den Vorzug eines einzigen starken Gottes, der ihnen verbot, das Werk seiner Schöpfung zu entweihen. Stattdessen glaubten sie an all diese ehebrecherischen, schwachen und zänkischen Götter und Göttinnen. Der Bibliothekar spuckte einen Mund voll Dattelkerne in die hohle Hand und lächelte liebenswürdig. »Sie konnten sezieren, weil sie letztlich doch nur Barbaren waren, Hakim.« Marys Schwangerschaft war zu weit fortgeschritten, als dass sie noch hätte reiten können, und so ging sie zu Fuß, um für ihre Familie einzukaufen. Dabei führte sie den Esel am Zügel, der ihre Einkäufe, und auch Rob James trug, der in einem Tragetuch auf dem Rücken des Tieres saß. Die Last des ungeborenen Kindes ermüdete sie und verursachte ihr Rückenschmerzen, daher ging sie ganz langsam von einem Markt zum nächsten. Wie immer, wenn sie zum armenischen Markt kam, blieb sie am Lederwarenstand stehen, um mit Priska ein Scherbet zu trinken und ein warmes, persisches Fladenbrot zu essen. Priska freute sich immer, wenn sie ihre ehemalige Herren und das Kind sah, das sie gestillt hatte, doch heute war sie besonders redselig. Mary lernte zwar bereits fleißig Persisch, doch sie konnte nur ein paar Worte verstehen. »Fremder. Von weit her. So wie der Hakim. Wie ihr.« Mary war nicht klüger als zuvor, und die beiden Frauen verabschiedeten sich etwas enttäuscht, und als Mary abends ihrem Mann von dem Vorfall berichtete, war sie wirklich ärgerlich. Er wusste nämlich, was Priska ihr hatte erzählen wollen, denn das Gerücht hatte sich rasch bis zum Maristan herumgesprochen. Ein Europäer ist in Isfahan eingetroffen. »Aus welchem Land?« »Aus England.« »Er ist Kaufmann.« »Ein Engländer?« Sie starrte ihn an. Ihr Gesicht hatte sich gerötet, und er bemerkte das Interesse und die freudige Erregung in ihren Augen und dass sie die Hände unbewusst auf die Brust gelegt hatte. »Warum bist du nicht gleich zu ihm gegangen?« »Mary!« »Aber du musst!« »Weißt du, wo er wohnt?« »Im armenischen Viertel. Deshalb hat Priska von ihm gehört. Man sagt, dass er zuerst nur bei Christenwohnungen nehmen wollte.« Rob lächelte. »Aber als er dann die armseligen Hütten sah, in denen die armenischen Christen hausen, hat er doch schnell ein schönes Haus von einem Mohamedaner gemietet.« »Du musst ihm eine Botschaft senden.« »Lade ihn zum Abendessen zu uns ein.« »Ich kenne doch nicht einmal seinen Namen.« »Was macht das schon?« »Besorge dir einen Boten.« »Im armenischen Viertel wird ihm jeder den Weg zeigen können,« sagte sie. »Rob!« »Er kann uns bestimmt Neuigkeiten erzählen.« Die Verbindung zu einem englischen Christen war das Letzte, was er gebrauchen konnte, denn es war nicht ungefährlich. Aber er wusste, dass er Mary diese Gelegenheit nicht verwehren durfte, von Orten zu erfahren, an denen ihr Herz weit mehr hing als an Persien. Also setzte er sich hin und schrieb den Brief. »Mein Name ist Bostock. Charles Bostock.« Rob erkannte ihn auf den ersten Blick. Bei seiner ersten Rückkehr nach London als Baderlehrling waren er und der Bader zwei Tage unter dem Schutz von Bostocks langer Kolonne mit Paktieren geritten, die mit Salz aus den Bergwerken von Arundel beladen waren. Abends hatten sie im Lager jongliert und der Kaufmann hatte Rob zwei Pens geschenkt, die er in London ausgeben sollte. »Jesse ben Benjamin. Arzt an diesem Ort.« »Eure Einladung war in Englisch geschrieben. Und ihr sprecht meine Sprache?« Rob konnte darauf nur mit der Erklärung antworten, die er sich für Isfahan ausgedacht hatte. »Ich bin in der Stadt Leeds aufgewachsen.« Er war eher erheitert als beunruhigt. Vierzehn Jahre waren seither vergangen. Der Welpe von damals war zu einem seltsamen Hund herangewachsen, so sagte er sich, und es war höchst unwahrscheinlich, dass Bostock den jonglierenden Jungen mit dem übergroßen jüdischen Medikus in Verbindung bringen würde, in dessen persisches Haus er gelockt worden war. »Und das ist meine Frau Mary, eine Schottin aus dem hohen Norden.« »Mistress?« Mary hätte sich gern hübsch angezogen, doch mit dem gewölbten Leib passte sie nicht mehr in ihr schönstes blaues Kleid, und so trug sie ein weites, sackartiges, schwarzes Gewand. Aber ihr frisch gewaschenes Haar schimmerte üppig. Sie trug ein besticktes Stirnband, und daran ihren einzigen Schmuck, eine kleine Häkelarbeit aus Staubperlen, die zwischen ihren Brauen hing. Bostock trug sein langes Haar noch immer mit Schleifen und Bändern zusammengebunden, doch inzwischen war es eher grau als blond. Das reich verzierte rote Samtgewand mit der angeschmuddelten Stickerei war zu warm für dieses Klima und zu edel für den Anlass. Noch nie hatte Rob Augen gesehen, die derart scharf abschätzten, so offensichtlich den Wert jedes Tieres, des Hauses, ihrer Kleidung und jedes einzelnen Möbelstücks berechneten, und die mit einer Mischung aus Neugier und Abscheu den braungebrannten, bärtigen Juden und die rothaarige Kältin musterten, die kurz vor der Niederkunft stand, sowie das schlafende Kleinkind, das einen weiteren Beweis für die schändliche Verbindung dieses ungleichen Paares lieferte. Trotz seiner unverhohlenen Ablehnung sehnte sich der Besucher ebenso danach, englische Worte zu hören wie sie, und schon bald waren die drei in ein Gespräch vertieft. Rob und Mary konnten sich nicht beherrschen und bestürmten ihn mit Fragen. »Habt ihr Nachrichten aus dem Land der Schotten?« »Waren die Zeiten gut oder schlecht, als ihr von London aufgebrochen seid?« »Herrscht dort Frieden?« »War Knut noch immer König?« Bostock musste sich sein Abendessen schwer verdienen, obwohl das Neueste, das er berichten konnte, auch schon fast zwei Jahre alt war. Er wusste nichts über das Land der Schotten oder den Norden Englands. Die Zeiten waren weiterhin gut geblieben und London wuchs erstaunlich schnell. Jedes Jahr wurden neue Häuser gebaut und die Hafenanlagen an der Thämse konnten die Schiffe korn noch fassen. Zwei Monate bevor Bostock England verlassen hatte, war König Knut eines natürlichen Todes gestorben. Und an dem Tag, an dem er in Calais gelandet war, hatte er erfahren, dass Robert I., Herzog der Normandie, tot war. Jetzt sind auf beiden Seiten des Ärmelkanals Bastarde an der Macht. In der Normandie wurde Roberts illegitimer Sohn William, obwohl noch ein Knabe, mithilfe der Freunde und Verwandten seines toten Vaters zum Herzog der Normandie gemacht. In England wäre eigentlich Hertha Knut, der Sohn von Knut und Königin Emma, der rechtmäßige Thronfolger gewesen. Doch er hat jahrelang ein ganz und gar unbritisches Leben in Dänemark geführt und deshalb hat sein jüngerer Halbbruder den Thron an sich gerissen. Harold Herford, den Knut als seinen unehelichen Sohn mit einer unbekannten Frau aus Northampton namens Elf Gifu anerkannt hat, ist jetzt König von England. Was geschah mit Edward und Alfred, den beiden Prinzen, die Emma, dem König Atheret, geboren hat, bevor sie Königin Knuts Frau wurde, wollte Rob wissen. Sie leben in der Normandie, im Schutze des Hofes von Herzog William. Und man darf annehmen, dass sie mit großem Interesse über den Kanal blicken, sagte Bostock. Sie hungerten zwar nach Nachrichten aus der Heimat, doch inzwischen hatten die Düfte von Marys Abendessen bei allen dreien auch den Hunger nach Nahrung geweckt. Und die Augen des Kaufmanns blickten ein wenig wärmer, als er sah, was sie ihm zu Ehren zubereitet hatte. Zwei Fasane, die in reichlich Öl und häufig begossen und nach persischer Art mit Reis und Trauben gefüllt, langsam und lange im Topf gegart worden waren. Einen Sommersalat, süße Melonen, eine Aprikosenhonigtorte und, nicht zu vergessen, einen Schlauch mit gutem, rosigem Wein, den sie teuer und unter Gefahren erstanden hatten. Mary war mit Rob zum jüdischen Markt gegangen, wohin da zunächst heftig bestritten hatte, Wein zu verkaufen. Dabei hatte sie sich ängstlich umgeschaut, um sich zu vergewissern, dass auch niemand mithörte. Nachdem Rob und Mary lange gebettelt und den dreifachen Preis bezahlt hatten, hatte sie einen Weinschlauch aus einem Sack Korn ausgegraben und Mary hatte ihn, vor den Augen der Mullahs, geschützt, in dem Tragetuch neben ihrem schlafenden Kind nach Hause gebracht. Bostock widmete sich genüsslich dem Essen und verkündete dann nach einem herzhaften Hülpser, dass er in wenigen Tagen wieder zurück nach Europa reisen wolle. Nachdem ich in kirchlichen Angelegenheiten bis nach Konstantinopel gelangt war, konnte ich nicht widerstehen und bin weiter nach Osten gereist. Wusstet ihr, dass der König von England jeden unternehmungsfreudigen Kaufmann zum Gefolgsadligen macht, der dreimal in fremde Länder reist, um sie dem englischen Handel zu öffnen? Jedenfalls verhält es sich so. Und das ist eine gute Möglichkeit für einen freien Mann, in den Adelsstand erhoben zu werden und zugleich schöne Gewinne zu erzielen. Seide, habe ich gedacht. Wenn ich der Seidenstraße folgen würde, könnte ich Waren nach Hause bringen, mit deren Erlös ich ganz London kaufen könnte. Ich war froh, als ich Persien erreicht hatte, wo ich nicht Seide, sondern Teppiche und feine Webarbeiten erstanden habe. Aber ich werde nie wieder hierher kommen, denn man verdient nicht viel dabei. Ich muss eine kleine Armee bezahlen, um alles sicher nach England zu schaffen. Als Rob ihre Reisewege nach Osten miteinander verglich, erklärte Bostock, dass er sich von England aus zunächst nach Rom begeben hatte. Ich habe meine Geschäfte mit einem Auftrag von Athelnot, dem Erzbischof von Canterbury, verbunden. Im Lateranpalast versprach mir Papst Benedikt IX. eine reiche Belohnung für Expeditiones in Terra et Man und gebot mir im Namen Jesu Christi, meine Geschäftsreise bis nach Konstantinopel fortzuführen und dort päpstliche Briefe an den Patriarchen Alexios zu übergeben. Ein päpstlicher Legat, rief Mary aus. Eher ein Bote als ein Legat, vermutete Rob nüchtern, aber es war offensichtlich, dass Bostock Marys Staunen genoss. Seit 600 Jahren liegt die Ostkirche im Streit mit der Westkirche, sagte der Kaufmann wichtig-tuerisch. In Konstantinopel stellt man Alexios dem Papst gleich, sehr zum Ärger der heiligen Kirche in Rom. Die verdammten bärtigen Priester des Patriarchen heiraten. Sie heiraten! Und sie beten weder zu Jesus und Maria, noch zeigen sie die angemessene Ehrfurcht gegenüber der heiligen Dreifaltigkeit. Aus diesem Grund werden ständig Beschwerdebriefe hin und her geschickt. Der Krug war leer, und Rob trug ihn in den Nebenraum, um ihn aus dem Weinschlauch erneut aufzufüllen. Seid ihr Christin? Das bin ich, antwortete sie. Wie konntet ihr dann die Sklavin dieses Juden werden? Seid ihr von Piraten oder Mohammedanern geraubt und dann ihn verkauft worden? Ich bin seine Frau. So, sagte sie mit klarer Stimme. Im Nebenzimmer hörte Rob auf, den Krug mit Wein zu füllen, und lauschte, die Lippen zu einem traurigen Lächeln verzogen. Der Engländer brachte ihm so viel Verachtung entgegen, dass er sich nicht einmal die Mühe gab, leiser zu sprechen. Ich könnte euch und das Kind in meiner Karawane mitnehmen. Ich würde euch eine Senfte und Träger geben, bis ihr niedergekommen seid und wieder reiten könnt. Das ist vollkommen unmöglich, Master Bostock. Ich gehöre zu meinem Mann, und das aus freiem Willen und frohem Herzen, sagte Mary, dankte ihm aber kühl. Er entgegnete mit feierlicher Höflichkeit, dass er es als seine Christenpflicht erachte und hoffe, dass ein anderer Mann dergleichen auch seiner Tochter anbieten würde. Sollte sie, Gott bewahre, in ähnliche Lebensumstände geraten? Als Rob Cole zurückkehrte, hätte er sich Bostock am liebsten ordentlich vorgeknöpft. Doch Jesse Ben Benjamin legte orientalische Gastfreundschaft an den Tag und goss seinem Gast frischen Wein ein, anstatt ihm an die Gurgel zu gehen. Das weitere Gespräch verlief jedoch kühl und schleppend. Der englische Kaufmann verabschiedete sich, fast unmittelbar nachdem er mit dem Essen fertig war, und Rob und Mary waren wieder allein. Während sie die Reste der Mahlzeit abräumten, hing jeder seinen eigenen Gedanken nach. Schließlich sagte sie, »Werden wir je wieder nach Hause zurückkehren?« Er war verwundert. »Natürlich.« »Bostock war nicht meine einzige Chance?« »Ich schwöre es.« Ihre Augen glänzten. Er tut gut daran, eine Armee zu seinem Schutz anzuheuern. Die Reise ist so gefährlich. Wie sollen zwei Kinder unbeschadet eine so weite Reise überstehen? Sie war so rund geworden, dass er sie nicht mehr ganz umfassen konnte, aber er nahm sie behutsam in die Arme. »Wenn wir Konstantinopel erreicht haben, werden wir Christen sein. Und dann schließen wir uns einer großen Karawane an.« »Und von hier bis Konstantinopel?« »Auf meiner Reise hierher habe ich ein Geheimnis erfahren.« Er half ihr, sich auf die Matte niederzulassen. Das fiel ihr jetzt schwer, denn ganz gleich, wie sie sich hinlegte, irgendein Körperteil bereitete ihr immer Beschwerden. Er hielt sie fest und streichelte ihren Kopf, als ob er einem Kind zum Trost eine Geschichte erzählte. »Von Isfahan bis Konstantinopel werde ich Jesse ben Benjamin bleiben, und wir werden von einem jüdischen Dorf zum nächsten jüdischen Dorf reisen, wo man uns aufnimmt, verpflegt, beschützt und uns den Weg zeigt. So wie jemand, der einen gefährlichen Fluss überquert und dabei von einem sicheren Stein zum nächsten hüpft.« Er berührte ihr Gesicht. Dann legte er die flache Hand auf den großen warmen Bauch, und als er spürte, wie das ungeborene Kind sich bewegte, erfüllten ihn Dankbarkeit und Mitgefühl. »So würde es sein«, sagte er sich. »Aber wann es sein würde, konnte er ihr nicht sagen.« Er hatte sich daran gewöhnt, seinen Körper im Schlaf an die große pralle Wölbung ihres Leibes zu schmiegen. Doch eines Nachts erwachte er und spürte warmen Nässe. Und als er richtig zu sich gekommen war, stieg er hastig in seine Kleider und rannte zu Nidgar, der Hebamme. Obwohl sie es gewohnt war, dass mitten in der Nacht, wenn alle Welt schlief, jemand bei ihr an die Tür hämmerte, war sie mürrisch und brummig und hieß ihn, leise und geduldig zu sein. »Sie hat ihr Wasser verloren.« »Ja, ja, schon gut«, gräute sie. Bald darauf bewegte sich ein kleiner Zug durch die nächtliche Straße. Rob erhellte den Weg mit einer Fackel, Nidgar folgte mit einem großen Beutel sauberer Tücher und hinter ihr schleppten ihre beiden stämmigen Söhne ächzend und keuchend den schweren Geburtsstuhl. Chofni und Shemuel stellten den Stuhl wie einen Thron gleich neben die Feuerstelle. Und Nidgar befahl Rob, ein Feuer zu entzünden, denn die Nachtluft war kühl. Mary kletterte in den Stuhl wie eine nackte Königin. Als die Söhne gingen, nahmen sie Rob James mit, um während der Niederkunft seiner Mutter auf ihn aufzupassen. In der Jehudie waren die Nachbarn in solchen Fällen füreinander da, selbst wenn eine von ihnen eine Andersgläubige war. Als die Wehen einsetzten, verlor Mary ihre königliche Haltung und der stöhnende, gequälte Schrei, der sich ihrer Kehle entrang, erfüllte Rob mit Entsetzen. Der Stuhl war solide gebaut, so dass er allen Stößen und Dritten standhielt, und Nidgar faltete und stapelte ihre Tücher, ohne sich davon beunruhigen zu lassen, dass Mary schluchzend die Lehnen des Stuhls umklammerte. Ihre Beine zitterten die ganze Zeit, aber wenn die schrecklichen Krämpfe kamen, schlugen und zuckten sie. Nach der dritten Wehe stand Rob hinter ihr und zog ihre Schultern nach hinten, gegen die Rückenlehne des Stuhls. Mary bläckte die Zähne und knurrte wie ein Wolf. Er wäre nicht überrascht gewesen, wenn sie ihn gebissen oder angefangen hätte zu heulen. Er hatte Gliedmaßen abgeschnitten und sich an jede widerwärtige Krankheit gewöhnt, doch jetzt spürte er, wie ihm alles Blut aus dem Kopf wich. Die Hebamme warf ihm einen schneidenden Blick zu, nahm eine Hautfalte von seinem Arm zwischen ihre senigen Finger und kniff. Der Schmerz belebte seine Sinne, so dass er sich nicht gänzlich gehen ließ. »Raus!«, befahl Nitka. »Raus!« »Hinaus!« Also ging er hinaus in den Garten, blieb in der Dunkelheit stehen und lauschte den Geräuschen, die aus dem Haus drangen. Es war kühl und still. Er dachte kurz an Schlangen, die aus der Steinmauer krochen, und beschloss, sich nicht daran zu stören. Er verlor jegliches Zeitgefühl, aber schließlich fiel ihm ein, dass er sich um das Feuer kümmern musste, und so ging er wieder hinein, um Holz nachzulegen. Als er zu Mary hinübersah, waren ihre Beine weit gespreizt. »Jetzt müsst ihr pressen!«, befahl Nitka unnachgiebig. »Weiter, mein Mädchen! Weiter!« Wie erstarrt, sah Rob den Scheitel des Kindes zwischen den Schenkeln seiner Frau auftauchen, wie die Glatze eines Mönchs mit einer nassen, roten Tonsur, und er flüchtete sich erneut in den Garten. Dort wartete er lange, bis er ein dünnes Wimmern hörte, dann ging er wieder hinein und sah das Kind. »Wieder ein Junge!«, sagte Nitka munter und entfernte mit ihrem kleinen Finger Schleim aus dem winzigen Mund. Die dicke, klebrige Nabelschnur sah im schwachen Licht des frühen Morgens bläulich aus. »Es war viel leichter als beim ersten Mal!«, sagte Mary zu ihm. Nitka reinigte und tröstete sie und übergab Rob dann die Nachgeburt, um sie im Garten zu vergraben. Mit zufriedenem Nicken nahm die Hebamme dann eine großzügige Bezahlung entgegen und ging nach Hause. Als sie allein in ihrem Schlafzimmer waren, umarmten sie sich. Dann bat Mary um Wasser und taufte das Kind auf den Namen Thomas Scott Cole. Rob hielt ihn im Arm und betrachtete ihn. Etwas kleiner als sein großer Bruder gewesen war, aber kein Winzling. Ein kräftiger, gesunder Junge mit runden, braunen Augen und einem Büschel dunkler Haare, die schon jetzt an den rötlichen Schimmer aufwiesen und an das Haar seiner Mutter erinnerten. Er fand, dass das Neugeborene um die Augen herum und durch die Kopfform den breiten Mund und die langen, schlanken, kleinen Finger eine recht große Ähnlichkeit zu seinen Brüdern William Stewart und Jonathan Carter auffies, als diese zur Welt gekommen waren. Es sei immer leicht, einen kleinen Cole zu erkennen, erklärte er Mary. Die Diagnose Kasim hatte zwei Monate lang als Totenwäscher gearbeitet, der kehrte der Schmerz in seinem Unterleib zurück. »Wie ist er?«, fragte Rob ihn. »Er ist schlimm, Hakim.« »Aber offensichtlich doch nicht so schlimm, wie er gewesen war.« »Ein dumpfer oder ein stechender Schmerz?« »Es ist, als würde ein Djinn in mir brunnen, der mir mit seinen Klauen die Eingeweide verdreht und zerreißt.« Der ehemalige Treiber hatte sich selbst Angst eingejagt. Er blickte Rob flehentlich an, damit der ihn beruhigte, dass das nicht der Fall sei. Anders als bei dem Anfall, der ihn zum Maristan geführt hatte, war er nun fieberfrei, zudem war auch sein Unterleib nicht verhärtet. Rob ordnete an, ihm häufig einen Aufguss aus Honig und Wein zu verabreichen, den Kasim eifrig trank, denn er war ein Trinker, und die von der Religion auferlegte Enthaltsamkeit hatte ihm schwer zu schaffen gemacht. Kasim verlebte einige angenehme Wochen, in denen er leicht berauscht im Krankenhaus faulenzte und mit aller Welt plauderte, wenn sich die Gelegenheit bot. Es gab viel Klatsch und Tratsch. Die letzte Neuigkeit war, dass Imam Kandrassé trotz seines offenkundigen politischen und taktischen Triumphes über den Schaab die Stadt verlassen hatte. Man munkelte, dass Kandrassé zu den Seltschuken geflohen sei und von dort mit einer ganzen Armee zurückkehren werde, um Isfahan anzugreifen, Allah abzusetzen und einen strenggläubigen Mohamedaner vielleicht sogar sich selbst auf den Thron von Persien zu setzen. Derweil blieb alles beim Alten, und finstere Mullahs patrouillierten weiterhin zu zweit durch die Straßen, denn der gerissene Imam hatte seinen Schüler Musa ibn Abbas als Hüter des Glaubens in Isfahan gelassen. Der Schaab blieb im Haus des Paradieses wie in einem Versteck. Er hielt keine Audienzen mehr ab. Seit Karims Hinrichtung hatte Rob nichts mehr von Allah gehört. Er wurde nicht mehr zu irgendwelchen Festen bestellt und auch nicht mehr zur Jagd oder zu Spielen oder Empfängen am Hof eingeladen. Wenn im Haus des Paradieses ein Arzt gebraucht wurde, ließ man anstelle des unpässlichen Ibn Sina entweder Al-Yosiani oder jemand anderen kommen, aber niemals Rob. Doch der Scha hatte ein Geschenk für den neugeborenen Sohn geschickt. Es kam nach der hebräischen Namensgebung des Kindes an. Diesmal wusste Rob Bescheid und lud die Nachbarn selbst ein. Reb Asher Jacobi, der Mohel, betete, dass das Kind gesund aufwachsen und ein Leben voller guter Taten führen möge, und schnitt die Vorhaut ab. Man ließ den Säugling an einem Stück in Wein getunktes Brot saugen, damit sein Schmerzensgeschrei aufhörte und erklärte in der Sprache der Juden, dass sein Name Tam, Sohn des Jesse sei. Zur Geburt des kleinen Rob James hatte Allah kein Geschenk geschickt. Jetzt jedoch traf ein schöner kleiner Teppich ein. Er war aus hellblauer Wolle, durchwebt mit schimmernden Seidenfäden in der gleichen Farbe und verziert mit dem königlichen Wappen der Sammaniden. Rob fand den Teppich schön und wollte ihn auf den Boden neben die Wiege legen, doch Mary, die nach der Niederkunft reizbar war, wollte ihn dort nicht haben. Stattdessen kaufte sie eine Truhe aus Sandelholz, die ihn vor Motten schützen sollte, und verstaute ihn dort. Rob wurde Mitglied einer Prüfungskommission. Er wusste, dass er Iben Sina vertreten sollte, und es beschämte ihn, dass jemand ihn vielleicht für so anmaßend hielt zu glauben, er könne den Platz des Arztes aller Ärzte einnehmen. Aber es ließ sich nicht ändern. Also tat er sein Möglichstes und bereitete sich so gründlich vor, als wäre er selbst ein Prüfling und kein Prüfer. Er stellte wohldurchdachte Fragen, die einen Kandidaten nicht in die Enge treiben, sondern sein Wissen hervorlocken sollten, und er lauschte den Antworten aufmerksam. Die Kommission nahm vier Prüfungen ab und ernannte drei Kandidaten zu Ärzten. Der vierte Fall war unangenehm. Gabri Baidhavi war seit fünf Jahren Medizinstudent. Er war schon zweimal durchgefallen, doch sein Vater war ein reicher und bedeutender Mann, der dem Leiter der Madrassa Haji Davut Hossein geschmeichelt und ihn bestochen hatte, sodass Hossein beantragt hatte, Baidhavi noch einmal zu prüfen. Rob hatte zusammen mit Baidhavi studiert und wusste, dass er ein fauler Nichtsnutz war, der die Patienten nachlässig und gefühllos behandelte. Im Verlauf der dritten Prüfung erwies es sich, dass er auch noch schlecht vorbereitet war. Rob wusste, was Ibn Sina getan hätte. »Ich lehne den Kandidaten ab«, sagte er mit Bestimmtheit und wenig Bedauern. Die anderen Prüfer pflichteten ihm eilig bei und die Sitzung wurde geschlossen. Einige Tage nach den Prüfungen kam Ibn Sina in den Maristan. »Ihr seid zurück.« »Willkommen, Meister«, sagte Rob froh. Ibn Sina schüttelte den Kopf. »Ich bin nicht zurück.« Er wirkte müde und erschöpft, und er erklärte Rob, dass er gekommen sei, um sich untersuchen zu lassen, und zwar von Aljusiani und Jesse Ben Benjamin. Sie setzten sich in den Untersuchungsraum und trugen im Gespräch mit ihm seine Krankengeschichte zusammen, so wie er es sie gelehrt hatte. Er war zu Hause geblieben, so erzählte er ihnen, hatte aber gehofft, seine Pflichten bald wieder aufnehmen zu können. Doch von dem entsetzlichen Schmerz, zuerst Resa und dann Despina zu verlieren, hatte er sich nicht erholt, und er sah allmählich immer schlechter aus und fühlte sich auch immer schlechter. Er war matt und schwach und nicht mehr in der Lage, die einfachsten Arbeiten zu verrichten. Zunächst hatte er diese Symptome einer akuten Melancholie zugeschrieben. Denn wir wissen alle, dass der Geist dem Körper schlimme und seltsame Dinge zufügen kann. Doch in letzter Zeit entleerte sich sein Darm mit plötzlicher Wucht, und er hatte Schleim, Eiter und Blut im Stuhl, deshalb hatte er um diese Untersuchung gebeten. Sie gingen so gründlich vor, als hätten sie nie wieder Gelegenheit, einen Menschen zu untersuchen. Sie übersahen nichts. Iben Sina saß geduldig da und ließ sie klopfen und drücken und tasten und horchen und fragen. Als sie fertig waren, sah Aljusiani bleich aus, aber er setzte ein optimistisches Gesicht auf. Es ist die rote Ruhemeister, die durch die Belastung des Gemüts ausgelöst wurde. Aber Robbs Intuition hatte ihm etwas anderes gesagt. Er sah seinen geliebten Lehrer an. Ich glaube, es ist des Giruss im Frühstadium. Iben Sina blinzelte einmal. Darmkrebs? fragte er so ruhig, als spreche er mit einem Patienten, den er noch nie gesehen hatte. Robb nickte und versuchte nicht, an den langen, qualvollen Verlauf dieser Krankheit zu denken. Aljusiani war rot vor Zorn, weil seine Diagnose abgelehnt worden war, doch Iben Sina beruhigte ihn. Das war der Grund, warum er sie beide gebeten hatte, erkannte Robb. Er hatte gewusst, dass Aljusiani aus lauter Liebe nicht fähig sein würde, die entsetzliche Wahrheit zu erkennen. Robb fühlte sich schwach auf den Beinen. Er ergriff Iben Sinas Hand und sie sahen sich lange in die Augen. Ihr seid noch stark, Meister. Ihr müsst eure Därme offen halten, damit sich keine schwarze Galle ansammelt, die das Wachstum des Krebs beschleunigt. Der oberste Arzt nickte. »Ich bete, dass ich mich irre«, sagte Robb. Iben Sina schenkte ihm ein schwaches Lächeln. »Wir bete können nie schaden.« Robb erklärte, dass er Iben Sina gern besuchen würde, um einen Abend beim Spiel des Schahs mit ihm zu verbringen, und der alte Mann erwiderte, dass Jesse ben Benjamin in seinem Hause stets willkommen sei. Grüne Melonen An einem trockenen und staubigen Tag im Spätsommer tauchte aus dem Dunst im Nordwesten eine Karawane mit 116 Glöckchen behangenen Kamelen auf, die mit schwerem Eisenerz beladen waren. Die Tiere, denen von der Anstrengung klebriger Speichel von den Mäulern tropfte, zogen am späten Nachmittag in Reih und Glied in Isfahan ein. Allah hatte gehofft, dass Dan van Galil mit diesem Erz viele Waffen aus dem blau gemaserten Stahl fertigen würde. Doch als der Waffenschmied das Erz später prüfte, stellte sich leider heraus, dass das darin enthaltene Eisen zu weich für diesen Zweck war. Aber als der Abend hereinbrach, hatte eine Neuigkeit, die die Karawane mitbrachte, einige Menschen in der Stadt bereits in heller Aufregung versetzt. Ein Mann namens Kendi, der oberste Treiber der Karawane, wurde in den Palast gerufen, um dem Schar höchstpersönlich die Nachricht in allen Einzelheiten zu schildern. Anschließend brachte man ihn in den Maristan, damit er auch den dortigen Ärzten seine Geschichte erzählte. Mahmoud, der Sultan von Gazna, war mehrere Monate lang schwer krank gewesen. Er hatte Fieber gehabt, und in seiner Brust hatte sich so viel Eiter gesammelt, dass er auf dem Rücken eine breite, weiche Beule bekommen hatte. Seine Ärzte hatten entschieden, dass Mahmouds Leben nur dadurch gerettet werden konnte, wenn diese Eiterbeule geöffnet würde. Kendi wusste unter anderem zu berichten, dass man den Rücken des Sultans mit einer dünnen Tonschicht bestrichen hatte. »Aus welchem Grund?« fragte einer der frischgebackenen Ärzte. Kendi zuckte mit den Achseln, aber Aljusjani, in Abwesenheit von Ibn Sina, der leitende Arzt, konnte die Frage beantworten. »Man muss den Ton sorgsam beobachten, denn die Stelle, die zuerst trocknet, zeigt an, wo die Haut am heißesten ist und wo man demnach am besten den Schnitt ansetzt.« Als die Ärzte den Sultan aufschnitten, so erzählte Kendi, spritzte der Eiter hervor, und um Mahmoud auch von dem verbleibenden Sekret zu befreien, führten sie Drainageröhrchen in die Wunde ein. »Hatte das Skalpell, mit dem sie geschnitten haben, eine abgerundete oder eine spitze Klinge?« wollte Aljusjani wissen. »Haben sie ihm Schmerzmittel verabreicht?« »Waren die Drainageröhrchen aus Metall oder aus Leinenstreifen?« »War der Eiter dunkel oder hell?« »War er mit Blut durchsetzt?« »Erlauchte, Herren!« »Erlauchte, Herren! Ich bin oberster Treiber und kein Hakim,« rief Kendi gequält. »Ich weiß auf keine dieser Fragen eine Antwort.« »Ich weiß nur eines, Meister.« »Und das wäre?« fragte Aljusjani. »Drei Tage, nachdem sie ihn geschnitten hatten, erlauchte, Herren, war der Sultan von Gazna tot.« Sie waren wie zwei junge Löwen gewesen, Allah und Mahmud. Beide waren sie in jungen Jahren einem starken Vater auf den Thron gefolgt, und einer hatte den anderen im Auge behalten, während ihre Untertanen mit bangen Blicken zusahen, wohl wissend, dass ihre Herrscher eines Tages aneinandergeraten würden, dass Gazna Persien oder Persien gasnah verschlingen würde. Doch dazu war es nie gekommen. Sie hatten einander argwöhnisch umkreist, und gelegentlich war es zwischen ihren Soldaten zu kleinen Scharmützeln gekommen, aber sie hatten abgewartet, weil sie beide spürten, dass die Zeit noch nicht reif war für den großen Krieg. Dennoch, Mahmud ging Allah nie aus dem Sinn. Häufig hatte der Schar von ihm geträumt. Es war immer der gleiche Traum. Beide Heere hatten sich zum Kampf formiert. Allah ritt allein auf Mahmuds wilde afghanische Stammeskrieger zu, schleuderte dem Sultan seine Aufforderung zum Zweikampf entgegen, so wie Ardashir damals Ardewan herausgefordert hatte, damit der Überlebende sein ihm vom Schicksal bestimmtes Recht als wahrer und echter König der Könige beanspruchen konnte. Jetzt hatte Allah eingegriffen, und Allah Schar würde Mahmud nie im Kampf gegenüberstehen. Innerhalb von vier Tagen nach der Ankunft der Kamelkarawane ritten erfahrene und verlässliche Spione getrennt in Isfahan ein und kamen in das Haus des Paradieses. Aus ihren Berichten konnte sich der Schar allmählich ein klares Bild von den Ereignissen in der Hauptstadt von Gazna machen. Unmittelbar nach dem Tod des Sultans hatte Mahmuds Sohn Muhammad versucht, den Thron zu besteigen. War jedoch von seinem Bruder Abu Said Massoud daran gehindert worden, einem jungen Krieger, der die Unterstützung des gesamten Heeres genoss. Binnen Stunden war Muhammad in Ketten gelegt und Massoud zum Sultan erklärt worden. Mahmuds Beerdigung war ein leidenschaftliches Ereignis, teils bitterer Abschied und teils ausgelassene Feier. Und im Anschluss daran hatte Massoud seine Stammesfürsten zusammengerufen und erklärt, dass er das tun werde, was sein Vater nie getan hatte. Dem Heer wurde kundgetan, dass es in wenigen Tagen gen Isfahan ziehen würde. Diese Nachricht lockte Allah endlich aus dem Haus des Paradieses. Der geplante Angriff war ihm aus zweierlei Gründen nicht unlieb. Massoud war ungestüm und unerfahren, und Allah freute sich über die Gelegenheit, seine Kriegskunst mit der dieses Grünschnabels zu messen. Und weil es in der persischen Seele etwas gab, das den Krieg liebte, wusste er, dass sein Volk diesen Kampf unterstützen würde, erst recht, da es schon so lange unter den Einschränkungen lebte, die ihnen von den Mullahs aufgezwungen wurden. Er hielt militärische Besprechungen ab, die kleine Freudenfeste waren. Es gab Wein und, wenn der rechte Augenblick gekommen war, auch Frauen, ganz wie in alten Zeiten. Allah und seine Feldherren brüteten über den Karten und stellten fest, dass es von Gasna aus nur eine Route gab, über die ein großes Heer nach Isfahan ziehen konnte. Massoud musste die Lehmhügel und Vorgebirge im Norden der Dashti-Kavir durchqueren und die große Wüste umgehen. Dabei würden sie tief nach Hamadan hineingeraten und sich anschließend nach Süden wenden. Und Allah beschloss, dass ein persisches Heer nach Hamadan marschieren und ihnen entgegentreten sollte, bevor sie über Isfahan herfallen konnten. Die Mobilisierung von Allahs Heer war das vorherrschende Gesprächsthema, dem man selbst dem Mahristan nicht entfliehen konnte, obwohl Rob sich alle Mühe gab. Er dachte nicht an den bevorstehenden Krieg, weil er nichts damit zu tun haben wollte. Seine Schuld Allah gegenüber war zwar beträchtlich gewesen, aber er hatte sie bezahlt. Auf dem Beutezug nach Indien war ihm klar geworden, dass er nie wieder Soldat spielen wollte. Also war er beunruhigt und wartete auf eine königliche Einberufung, die nicht kam. In der Zwischenzeit arbeitete er schwer. Kasims Unterleibsschmerzen waren wieder verschwunden. Zum Entzücken des ehemaligen Kameltreibers verordnete Rob ihm weiterhin eine tägliche Dosis Wein und schickte ihn wieder an seine Arbeit im Leichenhaus. Rob hatte mehr Patienten denn je zu versorgen, denn Al Yusiani hatte viele Aufgaben von Ibn Sina übernommen und etliche seiner eigenen Patienten an andere Ärzte abgegeben, so auch an Rob. Der war bestürzt, als er erfuhr, dass Ibn Sina sich freiwillig als Leiter der Ärzte gemeldet hatte, die Allahs Heer in den Norden begleiten sollten. Al Yusiani, der seinen Groll überwunden oder in seinem Herzen verborgen hatte, teilte ihm die Nachricht mit. Was für eine Verschwendung, einen so großen Geist in den Krieg zu schicken. Al Yusiani hob die Schultern. Der Meister wünscht sich einen letzten Feldzug. Er ist alt und wird es nicht überleben. Alt sah er schon immer aus, aber er ist noch keine sechzig. Al Yusiani seufzte bitter. Ich glaube, er hofft darauf, von einem Pfeil oder Speer getroffen zu werden. Es wäre kein schlechtes Los, einen rascheren Tod zu sterben als den, der ihm offenbar jetzt bevorsteht. Der Arzt aller Ärzte gab bald darauf bekannt, dass er elf Männer ausgesucht habe, die mit ihm zusammen als Feldschere das persische Heer begleiten sollten. Vier von ihnen waren noch Studenten, drei waren soeben erst zu Ärzten ernannt worden und vier waren erfahrene Mediziner. Nun übernahm Al Yusiani nicht nur die Aufgaben, sondern auch den Titel des obersten Arztes. Diese Beförderung löste allenthalben Trauer aus, denn sie machte der Ärzteschaft deutlich, dass Ibn Sina nicht mehr als ihr Leiter zurückkehren würde. Zu Robbs Verblüffung und Bestürzung übertrug man ihm einige der Pflichten, die Al Yusiani für Ibn Sina übernommen hatte, obwohl es eine ganze Anzahl erfahrenerer Ärzte gab, die Al Yusiani hätte benennen können. Und da fünf der zwölf Ärzte, die mit dem Heer aufgebrochen waren, Lehrer waren, teilte man ihm mit, dass man von ihm mehr Vorlesungen und auch mehr Unterricht erwartete, wenn er seine Patienten im Maristan aufsuchte. Zusätzlich ernannte man ihn zum ständigen Mitglied der Prüfungskommission und bat ihn, in dem Komitee mitzuarbeiten, das die Zusammenarbeit zwischen Krankenhaus und Schule überwachte. Die erste Sitzung des Komitees, an der er teilnahm, wurde in dem prächtigen Haus von Rotun bin Nazar abgehalten, dem Leiter der Schule. Es war ein Ehrentitel, und Rotun machte sich nicht die Mühe, der Sitzung beizuwohnen, sondern hatte lediglich sein Haus zur Verfügung gestellt und dafür gesorgt, dass den versammelten Ärzten ein erlesenes Essen aufgetischt wurde. Der erste Gang bestand aus in Scheiben geschnittenen, großen, grünfleischigen Melonen, die einen einzigartigen Geschmack hatten und köstlich süß waren. Rob hatte diese Art von Melonen erst ein einziges Mal gekostet und wollte gerade eine Bemerkung darüber machen, als sein ehemaliger Lehrer Yalal Aldin ihn breit angrenzte. Wir sollten uns bei der neuen Frau unseres Gastgebers für diese köstliche Frucht bedanken. Rob verstand ihn nicht. Der Knocheneinrichter blinzelte ihm zu. Rotun bin Nazar ist General und ein Vetter des Schahs, wie ihr vielleicht wisst. Allah war letzte Woche hier, um den Feldzug zu planen, und hat dabei zweifellos die jüngste Frau des Hauses kennengelernt. Wenn der königliche Samen gepflanzt worden ist, gibt es als Geschenk immer die besonderen Melonen Allahs. Und wenn der Samen einen männlichen Spross hervorbringt, dann gibt es ein fürstliches Geschenk, einen Samanidenteppich. Rob brachte es nicht über sich, das Essen durchzustehen. Er gab vor, sich nicht wohl zu fühlen und verließ die Sitzung. Innerlich aufgewühlt ritt er geradewegs zu seinem Haus in der Jehudi. Rob James spielte im Garten mit seiner Mutter, doch der Säugling lag in seiner Wiege, und Rob nahm Tom auf den Arm und betrachtete ihn genau. Ein kleines, neugeborenes Kind. Dasselbe Kind, das er noch am Morgen, als er das Haus verließ, geliebt hatte. Er legte den Jungen wieder in die Wiege und ging zu der Sandelholztruhe, in der der Teppich verstaut war, den der Schah geschenkt hatte. Er breitete ihn auf dem Boden neben der Wiege aus. Als er aufblickte, stand Mary in der Tür. Sie blickten einander in die Augen. Da wurde es für ihn zur Gewissheit, und der Schmerz und das Mitleid, das er für sie empfand, zerrissen ihn fast. Er ging zu ihr und wollte sie in die Arme schließen, doch stattdessen spürte er, dass seine Hände sie fest umklammerten. Er versuchte zu sprechen, brachte aber kein Wort heraus. Sie riss sich von ihm los und massierte ihre Oberarme. »Deinetwegen sind wir noch hier. Meinetwegen sind wir noch am Leben«, sagte sie voller Verachtung. Die Trauer in ihren Augen hatte sich in Kälte verwandelt, das Gegenteil von Liebe. An diesem Nachmittag zog sie aus ihrem Schlafzimmer aus. Sie kaufte eine schmale Strommatte und blickte sie zwischen die Schlafstellen ihrer Kinder, neben den Teppich der Sermonidenprinzen. Kasims Kammer In dieser Nacht konnte er nicht schlafen. Er fühlte sich wie verhext, so als ob der Boden unter seinen Füßen sich aufgelöst hätte und er einen weiten Weg durch die Luft zurücklegen müsste. So manch einer in seiner Lage hätte vielleicht Mutter und Kind getötet, dachte er, aber er wusste, dass Tom und Mary im Nebenraum vor ihm sicher waren. Er wurde von wahnsinnigen Gedanken heimgesucht, aber er war nicht wahnsinnig. Am Morgen stand er auf und ging zum Maristan, wo auch nicht alles zum Besten stand. Vier Pfleger hatte Ibn Sina für den Transport von Verwundeten mit auf den Feldzug genommen, und Al-Yosiani hatte noch keinen Ersatz gefunden, der seinen Anforderungen genügte. Die im Maristan verbliebenen Pfleger waren überarbeitet und mürrisch, so dass Rob bei der Versorgung seiner Patienten und den anderen ärztlichen Aufgaben niemanden hatte, der ihm zur Hand ging. Manchmal musste er, weil ein Pfleger nicht dazu gekommen war, selbst etwas sauber machen, ein fieberndes Gesicht kühlen oder Wasser holen, um damit einen ausgetrockneten, durstigen Mund zu befeuchten. Er stieß auf Kasim Ibn Sadi, der Kalk weiß und stöhnend zwischen den Kranken lag. Der Boden neben ihm war mit Erbrochenem besudelt. Kasim hatte sich aus seiner Kammer neben dem Leichenhaus auf ein Lager geschleppt, weil er wusste, dass Rob ihn dort finden würde, wenn er seine Runde durch den Maristan machte. »In der letzten Woche habe er mehrere Anfälle gehabt,« berichtete Kasim. »Aber warum hast du mir nichts davon gesagt?« »Herr, ich hatte meinen Wein. Ich habe meinen Wein getrunken und der Schmerz verging. Aber jetzt hilft der Wein nicht mehr, Hakim, und ich halte es nicht mehr aus.« Er fühlte sich fiebrig an, war aber nicht brennend heiß, und sein Unterleib war empfindlich, aber weich. Manchmal hechelte er vor Schmerzen wie ein Hund. Seine Zunge war belegt und der Atem übel riechend. »Ich mache dir einen Aufguss.« »Allah, segne euch, Herr.« Rob ging sofort zur Apotheke. In den roten Wein, den Kasim so liebte, mischte er Opiate und Buing, dann eilte er zurück zu seinem Patienten. In den Augen des alten Leichenwäschers standen ängstliche Vorahnungen, als er den Trunk in sich hineinschüttete. Der Lärm, der durch die dünnen Stoffvorhänge der geöffneten Fenster in den Maristan drang, war immer lauter geworden, und als Rob nach draußen ging, sah er, dass die ganze Stadt auf den Beinen war, um den Soldaten Lebewohl zu sagen. Er folgte den Menschen zu den Maidan. Dieses Heer war zu groß, als dass die Plätze es hätten fassen können, und alle Straßen waren mit Soldaten überschwemmt. Nicht Hunderte, wie bei dem Beutezug nach Indien, sondern Tausende. Lange Reihen von schwer bewaffneten Fußsoldaten noch längere Reihen mit leicht bewaffneten. Speerwerfer, Lanzenträger zu Pferde und Schwertkämpfer auf Ponys und Kamelen. Die ungeheuren Massen von Menschen verursachten einen ohrenbetäubenden Lärm. Abschiedsrufe, Weinen, das Kreischen der Frauen, zotige Scherze, Befehle, Worte des Abschieds und des Trostes. Rob bahnte sich seinen Weg wie ein Mann, der gegen eine menschliche Springflut ankämpft, durch den Gestank, die Mischung aus Körpergeruch und Kamelschweiß und Pferdedung. Die Sonne funkelte blendend grell auf den polierten Waffen. An der Spitze der Marschkolonne standen die Elefanten. Rob zählte vierunddreißig. Allah setzte alle Kriegselefanten ein, die er besaß. Rob konnte Ibn Sina nirgends entdecken. Er hatte sich von einigen der mitziehenden Ärzte im Maristan verabschiedet, aber Ibn Sina war nicht gekommen, um auf Wiedersehen zu sagen, und er hatte Rob auch nicht zu sich rufen lassen. Offensichtlich wollte er keinen großen Abschied. Dann erschienen die königlichen Musikanten. Manche stießen in lange, goldene Fanfaren, andere ließen silberne Glöckchen erklingen und kündeten so das schwankende Herannahen des großen Elefanten Tsi an, eine gewichtige Macht. Der Mahut Harsha war ganz in weiß gekleidet. Der Shah trug blaue Seide und einen roten Turban, wie immer, wenn er in den Krieg zog. Die Menschen tobten vor Begeisterung, als sie ihren Kriegerkönig sahen. Er hob die Hand zum königlichen Gruß, und sie wussten, dass er ihnen mit dieser Geste gasnah versprach. Rob betrachtete den steil aufgerichteten Rücken des Shahs. In diesem Augenblick war Allah nicht Allah. Er war zu Xerxes geworden, er war zu Darius geworden, er war zu Zyrus dem Großen geworden. Alle Eroberer für alle Menschen. Wir sind vier Freunde. Wir sind vier Freunde. Rob wurde schwindelig, als er an die vielen Gelegenheiten dachte, wo es so leicht gewesen wäre, ihn zu töten. Er stand weit hinten in der Menge. Selbst wenn er sich ganz vorne befunden hätte, wäre er augenblicklich niedergestreckt worden, wenn er sich auf den König gestürzt hätte. Er wandte sich ab. Er wollte nicht länger der Parade von Menschen zusehen, denen entweder Rom oder Tod beschieden war. Er kämpfte sich durch die Menge und ging dann mit leerem Blick weiter, bis er zum Ufer des Zayendi kam, zum Fluss des Lebens. Er zog den Ring aus massivem Gold vom Finger, den Ring, den Allah ihm für seine Dienste in Indien geschenkt hatte, und warf ihn in das braune Wasser. Dann kehrte er zurück in den Maristan, während die Menge in der Ferne jubelte und tobte. Kasim war von dem Trunk ganz ruhig geworden, aber er schien sehr krank zu sein. Seine Augen waren leer, sein Gesicht blass und eingefallen. Obwohl es ein warmer Tag war, zitterte er, und Rob breitete eine Decke über ihn. Bald war die Decke nass geschwitzt, und als er Kasims Gesicht fühlte, glühte es. Am späten Nachmittag waren die Schmerzen so stark geworden, dass der alte Mann aufschrie, wenn Rob seinen Unterleib abtastete. Rob ging nicht nach Hause. Er blieb im Maristan und begab sich häufig an Kasims Lager. Am Abend, als Kasims Qualen fast unerträglich waren, besserte sich sein Zustand schlagartig. Eine Zeit lang war seine Atmung regelmäßig, und er schlief. Rob fasste wieder Hoffnung, aber schon wenige Stunden später kehrte das Fieber zurück, und Kasims Körper glühte heißer denn je. Sein Puls raste und war zeitweise kaum noch spürbar. Er warf sich im Delirium hin und her. »Nur was?« rief er. »Ah, nur was?« Manchmal sprach er mit seinem Vater oder mit seinem Onkel Nili und immer und immer wieder mit der oder dem unbekannten »Nur was?« Rob ergriff Kasims Hände, und ihm wurde schwer ums Herz. Er ließ sie nicht mehr los, denn nun konnte er nichts mehr für ihn tun, als bei ihm bleiben und ihm den mageren Trost einer menschlichen Berührung schenken. Nach einer Weile wurde das mühsame Keuchen langsamer und hörte dann auf. Rob hielt noch immer die schwierigen Hände, als Kasim starb. Rob schob einen Arm unter die knorrigen Knie, den anderen unter die nackten, mageren Schultern und trug den Leichnam ins Leichenhaus. Dann ging er in die Kammer nebenan. Dort stank es. Er würde dafür sorgen müssen, dass man sie reinigte. Er setzte sich zwischen Kasims weniger Habseligkeiten, ein schäbiges Gewand zum Wechseln, ein abgenutzter Gebetsteppich, einige Blätter Papier und ein gegerbtes Stück Leder, auf das ein Schreiber für Kasim gegen Bezahlung einige Gebete aus dem Koran geschrieben hatte. Zwei Flaschen von dem verbotenen Wein, ein leibaltes armenisches Brot und eine Schale mit schimmeligen Oliven, ein billiger Dolch mit schartiger Klinge. Es war Mitternacht und fast das ganze Krankenhaus schlief. Hin und wieder hörte man einen Kranken schreien oder weinen. Niemand sah, wie Rob Kasims armselige Besitztümer aus dem kleinen Raum schaffte. Als er den Holztisch hineintrug, begegnete er einem Pfleger, doch wegen des Mangels an Helfern blickte der Mann entschlossen in die andere Richtung und hastete an dem Hakim vorbei, bevor der ihm noch mehr Arbeit aufbürden konnte, als er ohnehin schon hatte. In der Kammer schob Rob unter zwei Beine des Tisches ein Brett, damit er leicht geneigt stand, und auf den Boden unterhalb des anderen Endes stellte er eine Schüssel. Er brauchte viel Licht und schlich sich durch den Maristan, bis er vier Lampen und ein Dutzend Kerzen beisammen hatte, die er um den Tisch herum aufstellte wie um einen Altar. Dann holte er Kasim aus dem Leichenhaus und legte ihn auf den Tisch. Schon als Kasim im Sterben lag, hatte Rob gewusst, dass er das Gebot brechen würde. Jetzt jedoch war der Augenblick gekommen, und er rang um Atem. Er war kein altägyptischer Einbalsamierer, der einen ehrlosen Paraschiste rufen konnte, damit dieser die Leiche öffnete und die Sünde auf sich nahm. Er allein musste es tun und die Sünde begehen, wenn es denn eine war. Er nahm ein gebogenes Chirurgenmesser mit beweglicher Klinge, ein Bisturi, und machte den einen Schnitt. Schlitzte den gesamten Unterleib von der Leiste bis zum Brustbein auf. Das Fleisch klappte mürber auseinander und Blut sickerte heraus. Er wusste nicht, wie er vorgehen sollte und löste erst einmal die Haut vom Brustbein. Dann verlor er die Nerven. In seinem ganzen Leben hatte er nur zwei enge Freunde gehabt, und beide waren sie daran gestorben, dass ihre Körperhöhle grausam verletzt worden war. Wenn man ihn erwischte, würde er ebenso sterben, doch zuvor würde man ihn noch schinden, ihn auf die schlimmste Weise martern. Er verließ die Kammer und schlich ängstlich durchs Krankenhaus, doch diejenigen, die noch wach waren, schenkten ihm keine Beachtung. Noch immer hatte er das Gefühl, der Boden unter seinen Füßen habe sich geöffnet, und er schreite auf Luft, doch jetzt glaubte er, tief in den Abgrund zu blicken. Er nahm eine feinzahnige Knochensäge mit in sein improvisiertes kleines Labor und zersägte das Brustbein, so dass es aussah wie die Wunde, die Mirdin in Indien getötet hatte. Dann schnitt er am unteren Ende der Öffnung von der Leiste zur Innenseite des Schenkels, so dass ein großer, unförmiger Lappen entstand, den er nach hinten klappen konnte. Jetzt lag die untere Bauchhöhle frei. Die Bauchdecke unter der rosigen Haut bestand aus rotem Fleisch und weißlichen Muskelfasern, und selbst bei dem mageren Kasim waren gelbe Fettkügelchen zu erkennen. Die dünne, innere Schicht der Bauchdecke sah entzündet aus und war mit einer geronnenen Substanz bedeckt. Zu Robbs Verwunderung wirkten alle Organe gesund, bis auf den Dünndarm, der an vielen Stellen gerötet und entzündet war. Selbst die kleinsten Gefäße waren so mit Blut gefüllt, dass es aussah, als hätte man rotes Wachs hineingespritzt. Ein kleiner, beutelähnlicher Teil des Darms war ungewöhnlich schwarz und klebte an der Bauchdecke fest. Als er versuchte, ihn durch vorsichtiges Ziehen zu lösen, riss er auf, und ein oder zwei Löffel voll Eiter quollen hervor, die Infektion, die Kasim solche Schmerzen bereitet hatte. Er vermutete, dass Kasims Qualen aufgehört hatten, als das kranke Gewebe aufgebrochen war. Eine dünne, dunkel gefärbte, übel riechende Flüssigkeit war aus dem Entzündungsherd ausgetreten und in die Bauchhöhle gedrungen. Er tunkte eine Fingerspitze hinein und roch interessiert daran, denn das war womöglich das Gift, das Fieber und Tod gebracht hatte. Er wollte auch die anderen Organe untersuchen, aber er hatte zu viel Angst. Er nähte die Öffnung sorgfältig zu, damit Kasim ibn Saadi, falls die heiligen Männer recht hatten, als ganzer Mann wieder auferstehen konnte. Dann überkreuzte er die Handgelenke, band sie zusammen und wickelte ein großes Tuch um die Lenden des alten Mannes. Er hüllte den Leichnam behutsam in ein Leichentuch und trug ihn zurück ins Leichenhaus. Am nächsten Morgen würde er bestattet werden. »Ich danke dir, Kasim«, sagte er traurig. »Mögest du in Frieden ruhen?« Er nahm eine Kerze und ging in die Bäder des Maristan, schrubbte sich gründlich ab und wechselte die Kleidung. Dennoch hatte er das Gefühl, der Geruch des Todes hafte nach wie vor an ihm, und so rieb er Hände und Arme mit Parfum ein. Auch draußen, dann in der Dunkelheit, wich die Angst nicht von ihm. Er konnte es selbst nicht fassen, was er getan hatte. Es dämmerte schon fast, als er sich auf sein Lager warf. Am Morgen lag er noch in tiefem Schlaf, und Marys Gesicht versteinerte sich, als sie den blumigen Duft einer anderen Frau einatmete, der ihr Haus zu verpesten schien. Ibn Sinas Irrtum Yusuf Al-Gamal winkte Rob in das gelehrte Halbdunkel der Bibliothek. »Ich möchte euch einen Schatz zeigen.« Es war ein dickes Buch, eine offensichtlich neue Abschrift von Ibn Sinas Meisterwerk »Kanon der Medizin.« »Dieser Kanon ist nicht im Besitz des Hauses der Weisheit. Die Abschrift wurde von einem Schreiber gemacht, den ich kenne. Sie steht zum Verkauf.« Rob nahm das Buch in die Hand. Es war liebevoll gearbeitet. Die Buchstaben standen schwarz und klar auf den elfenbeinfarbenen Seiten. Es war ein Kodex, ein Buch mit vielen Lagen, große Pergamentbögen, die gefaltet und so geschnitten worden waren, dass sich jede Seite einzeln umblättern ließ. Die Lagen waren mit feinen Stichen zwischen die Deckel aus weichem, gegerbtem Lammleder eingenäht. »Ist es teuer?« Yusuf nickte. »Wie viel?« »Er ist bereit. Es veracht sich, silberne Bestie zu verkaufen. Er braucht nämlich Geld.« Rob spitzte die Lippen, wohl wissend, dass er so viel nicht hatte. Mary war wohlhabend. Sie besaß das Geld ihres Vaters, aber er und Mary waren nicht mehr … Rob schüttelte den Kopf. Yusuf seufzte. »Ich dachte nur, ihr solltet es besitzen.« »Bis wann muss es verkauft werden?« Yusuf zuckte mit den Achseln. »Ich kann es zwei Wochen behalten.« »Also gut, behaltet es so lange.« Der Bibliothekar blickte ihn zweifelnd an. »Werdet ihr das Geld dann haben, Hakim?« »Wenn es Gottes Wille ist.« Yusuf lächelte. »Er! Inschallah!« Er brachte ein solides Schließband und ein schweres Schloss an der Tür zur Kammer neben dem Leichenhaus an. Außerdem schaffte er einen zweiten Tisch herbei. Einen Wetzstahl, eine Gabel, ein kleines Messer, mehrere scharfe Skalpelle und einen Stechbeitel von der Art, die die Steinmetze Meißel nennen. Ein Zeichenbrett, Papier und Kohle und Reisblei. Lederriemen, Ton und Wachs, Federkiele und ein Tuschefass. Eines Tages nahm er etliche kräftige Studenten mit zum Markt und mit vereinten Anstrengungen schleppten sie ein frisch geschlachtetes Schwein zurück. Niemand schien erstaunt, als er verkündete, er wolle es in der kleinen Kammer sezieren. Als er dann in der Nacht allein war, holte er die Leiche einer jungen Frau, die wenige Stunden zuvor gestorben war, und legte sie auf den freien Tisch. Ihr Name war Melia gewesen. Diesmal war er eifriger bei der Sache und weniger verängstigt. Er hatte über seine Angst nachgedacht und glaubte nicht, dass er durch Hexerei oder das Werk eines Dschinn zu seinen Handlungen getrieben wurde. Er war der Überzeugung, dass aus ihm ein Medikus geworden war, weil er zum Schutze der schönsten Schöpfung Gottes wirken sollte, und dass der Allmächtige nicht darüber zürnen konnte, wenn er versuchte, mehr über ein so wohldurchdachtes und interessantes Geschöpf in Erfahrung zu bringen. Er schnitt sowohl das Schwein als auch die Frau auf, um die beiden Anatomien genauestens zu vergleichen. Da er seine Doppeluntersuchung in dem Bereich begann, wo Unterleibserkrankungen am häufigsten auftraten, fiel ihm sofort etwas auf. Der Blinddarm des Schweins, der beutelähnliche Darm, aus dem der Dickdarm hervorging, war groß, fast 18 Zoll lang. Der Blinddarm der Frau war dagegen winzig, lediglich zwei oder drei Zoll lang und nicht dicker als Robbs kleiner Finger. Und siehe da, an diesem kleinen Blinddarm hing etwas. Es sah fast aus, als hätte jemand einen rosa Wurm im Garten ausgegraben und in den Bauch der Frau gelegt. Das Schwein auf dem anderen Tisch hatte kein wurmähnliches Anhängsel, und Rob konnte sich auch nicht erinnern, in den Gedärmen eines Schweins je etwas Ähnliches gesehen zu haben. Er zog keine voreiligen Schlüsse. Als erstes zog er in Erwägung, dass die geringe Größe des Blinddarms der Frau eine Anomalie sein könnte, und das wurmähnliche etwas, ein selten auftretendes Geschwür oder eine andere Wucherung. Er machte Melias Leichnam ebenso sorgfältig für die Beerdigung zurecht, wie er es mit Kasim getan hatte, und trug sie zurück ins Leichenhaus. In den darauf folgenden Nächten öffnete er die Leichen eines jungen Burschen, einer Frau mittleren Alters und eines sechs Wochen alten Knaben. Bei allen dreien war, wie er mit wachsender Aufregung feststellte, dasselbe winzige Anhängsel vorhanden. Der Wurm war ein Teil jedes Menschen. Ein winziger Beweis dafür, dass der Mensch nicht die gleichen Organe aufwies wie ein Schwein. »Oh, du verdammter Ibenziner!« »Du verfluchter Alter!«, flüsterte er. »Du irrst dich!« Im Gegensatz zu dem, was Zelsus geschrieben hatte, im Gegensatz zu dem, was seit tausend Jahren gelehrt wurde, war der Mensch einzigartig. Und wenn dem so war, wer konnte dann sagen, wie viele großartige Geheimnisse entdeckt und gelöst werden konnten, einfach, indem man sich im menschlichen Körper auf die Suche danach machte. Sein ganzes Leben lang war Rob allein und einsam gewesen, bis er Mary kennengelernt hatte. Nun war er wieder einsam und konnte es nicht ertragen. Eines Nachts, als er nach Hause kam, legte er sich neben sie zwischen die beiden schlafenden Kinder. Er versuchte nicht, sie zu berühren, aber sie fuhr herum wie ein wildes Tier. Ihre Hand klatschte mit einem wuchtigen Schlag in sein Gesicht. Sie war eine kräftige Frau und so stark, dass sie ihm wehtun konnte. Er packte ihre Hände und drückte sie herunter. »Du bist verrückt!« »Komm nicht nach deinen persischen Huren zu mir!« »Es musste das Parfum sein,« erkannte er. »Ich benutze es, weil ich im Maristan Tiere seziert habe.« Einen Augenblick lang sagte sie nichts, versuchte dann aber, sich zu befreien. Er spürte den vertrauten Körper, als sie sich losreißen wollte, und der Duft ihres roten Haars stieg ihm in die Nase. »Mary!« Sie wurde ruhiger, vielleicht weil sie auf das hörte, was in seiner Stimme mitschwang. Dennoch hätte es ihn nicht überrascht, wenn sie ihn in Mund oder Hals gebissen hätte, als er versuchte, sie zu küssen. Er brauchte einen Augenblick, bis er begriff, dass sie seinen Kuss erwiderte. Er ließ ihre Hände los und war unendlich dankbar, Brüste berühren zu können, die fest waren, aber nicht totenstarr. Er hätte nicht sagen können, ob sie schluchzte oder bloß erregt war, denn sie stöhnte leise. Er kostete ihre milchigen Brustwarzen und dipkoste ihren Nabel. Unter diesem warmen Bauch lagen hellrosa und graue Eingeweide ineinander verwunden und verschlungen wie sehungeheuer beim Geschlechtsverkehr. Doch Marys Glieder waren nicht steif und kalt, und zwischen ihren Schenkeln fanden zunächst einer, dann zwei seiner Finger Wärme und schlüpfrige Nässe, pures Leben. Als er in sie eindrang, bewegten sie sich gegeneinander wie klatschende Hände, stießen und drängten, als ob sie etwas zerstören wollten, dem sie nicht gewachsen waren. Als würden sie den Djinn austreiben. Ihre Nägel gruben sich in seinen Rücken, als sie sich ihm entgegenwarf. Es waren nur das leise Ächzen und das Klatschgeräusch ihrer Paarung zu hören, bis sie schließlich aufschrie. Und dann schrie er auf, und Tam heulte los, und Rob James erwachte mit Gebrüll, und gemeinsam lachten oder weinten sie alle vier, wobei die Erwachsenen beides zugleich taten. Schließlich kehrte Ruhe ein. Der kleine Rob James war wieder eingeschlafen, und während sie dem Säugling die Brust gab, erzählte sie Rob leise, wie Iben Sina zu ihr gekommen war und ihr gesagt hatte, was sie tun müsse. Und so erfuhr er, wie die Frau und der alte Mann ihm das Leben gerettet hatten. Er war verblüfft und bewegt, als ihm klar wurde, welche Rolle Iben Sina dabei gespielt hatte. Was den Rest anging, so verhielt es sich damit ungefähr so, wie er bereits vermutet hatte, und nachdem Tam eingeschlafen war, nahm er sie in die Arme und versicherte ihr, dass sie immer die Einzige für ihn sein würde, und streichelte ihr das rote Haar und küßte ihren Nacken, wo sich keine Sommersprosse hinwagte. Als auch sie schlief, lag er da und starrte zur dunklen Decke hinauf. In den folgenden Tagen lächelte sie viel, und es machte ihn traurig und wütend, wenn er eine unterschwellige Furcht in diesem Lächeln erkannte, obwohl er sich bemühte, ihr durch sein Verhalten Liebe und Dankbarkeit zu zeigen. Eines Morgens, als er ein krankes Kind im Haus eines Mitglieds des Hofes versorgte, sah er neben der Schlafmatte den kleinen blauen Teppich der Sammaniden liegen. Er betrachtete den Knaben und bemerkte einen dunklen Teint, schon jetzt den Anflug einer Hakennase, einen gewissen Zug um die Augen. Es war ein vertrautes Gesicht, das sogar noch vertrauter wurde, wenn er an seinen jüngsten Sohn dachte. Er unterbrach seine Arbeit, ging nach Hause, nahm den kleinen Tam auf den Arm und hielt ihn ans Licht. Die Ähnlichkeit zu dem Gesicht des kranken Kindes war unbestreitbar. Und doch sah Tam immer wieder auch Robbs verlorenen Bruder William so erstaunlich ähnlich. Bevor Ibn Sina ihn nach Idai schickte, und auch danach hatten er und Mary miteinander geschlafen. Wer konnte wissen, ob der Junge nicht vielleicht doch die Frucht seines eigenen Samens war. Er wechselte Thams nasse Windel, streichelte die kleine Hand und küßte die daunenweiche Wange und legte ihn in die Wiege zurück. In dieser Nacht liebten Mary und er sich zärtlich und rücksichtsvoll. Es war schön, aber nicht mehr so wie früher. Danach ging er hinaus in den mondbeschienenen Garten und setzte sich neben die herbstlichen Überreste der Blumen, die sie so liebevoll gepflegt hatte. Nichts bleibt, wie es ist, erkannte er. Sie war nicht mehr die junge Frau, die ihm so vertrauensvoll in ein Weizenfeld gefolgt war. Und er war nicht mehr der junge Bursche, der sie dorthin geführt hatte. Und das war nicht der geringste Teil der Schuld, die er à la Schar unbedingt zurückzahlen wollte. Der durchsichtige Mann Im Osten erhob sich eine so gewaltige Staubwolke, dass die Beobachtungsposten überzeugt waren, es sei eine riesige Karawane im Anzug, vielleicht auch mehrere große, die sich zu einem einzigen Zug zusammengeschlossen hatten. Stattdessen näherte sich ein Heer der Stadt. Als es vor den Toren stand, konnte man erkennen, dass die Soldaten Afghanen aus Gazna waren. Sie hielten vor den Stadtmauern und ihr Heerführer, ein junger Mann in dunkelblauem Gewand mit einem schneeweißen Turban auf dem Kopf, ritt in Begleitung von vier Offizieren in Isfahan ein. Es war niemand da, um ihn aufzuhalten. Alla Schars Heer war mit ihm nach Ramadan gezogen, und die Tore wurden lediglich von einer Handvoll betagter Soldaten bewacht. Alte Männer, die beim Anblick der fremden Armee flüchteten, sodass Sultan Massoud, denn er war es, in die Stadt einzog, ohne auf Widerstand zu stoßen. Vor der Freitagsmoschee stiegen die Afghanen ab und traten ein. Sprachen dort, wie man sich später erzählte, mit den versammelten Gläubigen das dritte Gebet, um sich anschließend mehrere Stunden lang mit dem Imam Musa ibn Abbas und seiner Mullah-Schar zurückzuziehen. Die meisten Bewohner von Isfahan bekamen Massoud nicht zu Gesicht, aber als bekannt wurde, dass der Sultan in der Stadt weilte, befanden sich auch Rob und Al-Yusjani unter den Leuten, die auf die Mauer stiegen, um einen Blick auf die Soldaten von Gazna zu werfen. Sie sahen zäh aus und trugen zerlumpte Hosen und lange, weite Hemden. Einige von ihnen hatten sich zum Schutz gegen Staub und Sand die Zipfel ihrer Turbane um Mund und Nase gewickelt, und hinter den kleinen Sätteln ihrer struppigen Ponys waren wattierte Schlafmatten zusammengerollt. Sie waren bester Stimmung, fingerten an ihren Pfeilen herum und rückten die Langbögen zurecht, während sie die reiche Stadt mit den schutzlosen Frauen betrachteten, so wie Wölfe ein Kaninchengehege belauern, doch sie waren diszipliniert und warteten ohne alle Ausschreitungen ab, während ihr Anführer sich in der Moschee aufhielt. Rob fragte sich, ob unter ihnen wohl auch der Afghane war, der beim Tschatir so gut mit Karim mitgehalten hatte. »Was kann Massoud wohl von den Mullahs wollen?«, fragte er Al-Josjani. »Bestimmt weiß er von seinen Spionen, welche Schwierigkeiten Allah mit ihnen hat. Ich denke, er will eines nicht zu fernen Tages hier herrschen und verhandelt jetzt, um sich des Segens und der Unterstützung der Moschee zu versichern.« So konnte es gewesen sein. Denn schon bald kehrte Massoud mit seinen Beratern zum Heer zurück, und es kam zu keinerlei Plünderungen. Der Sultan war noch jung, kaum dem Knabenalter entwachsen, aber er und Allah hätten Brüder sein können, sie hatten das gleiche stolze, grausame Raubtiergesicht. Von der Mauer aus sahen sie zu, wie er den sauberen weißen Turban abwickelte, der sorgfältig verstaut wurde, und dann einen schmutzigen Schwarzen aufsetzte, bevor er den Marschbefehl gab. Die Afghanen ritten nach Norden und folgten der Route, die auch Allahs hergenommen hatte. Der Schah hat sich geirrt, als er meinte, sie würden über Hamadan kommen. »Ich denke, die Hauptstreitmacht aus Gazna befindet sich längst in Hamadan,« sagte Al-Yusjani bedächtig. Rob erkannte, dass er recht hatte. Das Abziehen der afghanischen Heer war wesentlich kleiner als das persische, und sie hatten auch keine Kriegselefanten dabei. Es musste noch eine weitere Streitmacht geben. »Dann lässt Massoud also jetzt eine Falle zuschnappen?« Al-Yusjani nickte. »Wir könnten losreiten und die Perser warnen.« »Dazu ist es zu spät. Sonst hätte Massoud uns nicht am Leben gelassen als das persische, und sie hatten auch keine Kriegselefanten dabei. Es musste noch eine weitere Streitmacht geben.« »Dann lässt Massoud also jetzt eine Falle zuschnappen?« Al-Yusjani nickte. »Wir könnten losreiten und die Perser warnen.« »Dazu ist es zu spät. Sonst hätte Massoud uns nicht am Leben gelassen.« »Jedenfalls«, sagte Al-Yusjani mit leicht ironischem Unterton, »ist es im Grunde gleichgültig, ob Allah nun Massoud besiegt oder Massoud Allah.« »Falls der Imam Kandrassel sich wirklich zu den Seltschuken begeben hat, um sie gegen Isfahan zu führen, werden sich am Ende weder Massoud noch Allah gegen ihn behaupten können. Die Seltschuken sind furchteinflößend und so zahlreich wie Sand am Meer.« »Falls die Seltschuken kommen oder Massoud zurückkehrt, um die Stadt einzunehmen, was wird dann aus dem Maristan?« Al-Yusjani zuckte die Achseln. »Das Krankenhaus wird wohl eine Zeit lang geschlossen werden. Und wir müssen sehen, dass wir uns schnell aus dem Staub machen und uns irgendwo verstecken. Dann kriechen wir wieder aus unseren Löchern hervor und das Leben geht so weiter wie vorher. Gemeinsam mit unserem Meister habe ich bereits im Dienst von einigen Königen gestanden. »Herrscher kommen und gehen, aber die Welt wird immer Ärzte brauchen«, sagte er. Rob bat Mary um das Geld für das Buch »Und der Kanun wurde sein Eigentum.« Es erfüllte ihn mit Ehrfurcht, wenn er es nur in Händen hielt. Er hatte noch nie ein Buch besessen, aber seine Freude über diesen Besitz war so groß, dass er sich schwor, es sollte nicht das Einzige bleiben. Dennoch las er nicht allzu viel darin, denn Kasims Kammer zog ihn unwiderstehlich an. Mehrere Nächte in der Woche sezierte er, und nun benutzte er auch sein Zeichengerät. Am liebsten hätte er noch öfter dort gearbeitet, aber das ging nicht, weil er wenigstens so viel Schlaf brauchte, dass er tagsüber seine Pflichten im Maristan erfüllen konnte. Bei einem der Leichname, die er untersuchte, dem eines jungen Mannes, der bei einer Messerstecherei in einer Schenke ums Leben gekommen war, stellte er fest, dass das kleine Anhängsel am Blinddarm vergrößert und dessen Oberfläche gerötet und rauh war. Er nahm an, dass er das früheste Stadium der Seitenkrankheit vor Augen hatte, in dem der Patient die ersten vorübergehenden Schmerzen bekam. Inzwischen hatte er sich ein vollständiges Bild des Krankheitsverlaufes von den Anfängen bis zum Tode gemacht, und er beschrieb ihn in seinem Patientenbuch. Die perforierende Seitenkrankheit wurde bei sechs Patienten beobachtet, von denen alle gestorben sind. Das erste deutliche Anzeichen der Krankheit ist ein plötzlich auftretender Schmerz im Unterleib. Dieser Schmerz ist meist stark, nur selten leicht. Gelegentlich wird er von Schüttelfrost, häufiger von Übelkeit und Erbrechen begleitet. Das nächste regelmäßige Anzeichen nach dem Unterleibsschmerz ist Fieber. Beim Abtasten des rechten Unterbauches ist ein deutlich abgegrenzter Widerstand spürbar, wobei das Gebiet häufig ungemein druckempfindlich und die Bauchmuskulatur angespannt und verhärtet ist. Die Erkrankung wird durch einen Fortsatz des Blinddarms ausgelöst, einem dicken, rosafarbenen Regenwurm nicht unähnlich. Wenn dieses Organ gereizt wird oder sich entzündet, wird es erst rot und dann schwarz, füllt sich mit Eiter und bricht schließlich, sodass sich sein Inhalt in die Bauchhöhle ergießt. Ist dies der Fall, tritt der Tod rasch ein, in der Regel innerhalb einer halben Stunde bis zu 36 Stunden nach Einsätzen hohen Fiebers. Er öffnete und untersuchte nur diejenigen Körperteile, die durch das Leichentuch abgedeckt wurden. Füße und Kopf waren daher ausgeschlossen, was ihn sehr unzufrieden machte, denn er wollte sich nicht mehr damit begnügen, das Hirn eines Schweins zu studieren. Seine Achtung vor Ibn Sina blieb unangefochten, aber ihm war klar geworden, dass sein Mentor in manchen Bereichen selbst falsch unterrichtet worden war, so zum Beispiel in Bezug auf Skelett und Muskulatur, und diese irre Meinungen weitergegeben hatte. Rob arbeitete geduldig, legte Muskeln frei und zeichnete sie auf. Manche waren wie Draht, andere wie Seilstrenge. Manche hatten an Anfang und Ende ein Band, manche Muskelbänder waren flach, andere rundlich. Manche hatten nur an einem Ende ein Band, und andere, kompliziertere Muskeln, hatten zwei Köpfe, die offenbar dazu dienten, dass beim Abriss eines Bandes das andere dessen Aufgabe übernehmen konnte. Er fing als Unwissender an und eignete sich nach und nach in einem anhaltenden Zustand einer fiebrigen, traumähnlichen Anspannung immer mehr Wissen an. Er machte Skizzen von Aufbau, Form und Lage der Knochen und Gelenke und wusste, dass solche Zeichnungen bei der Ausbildung angehender Ärzte in der Behandlung von Verstauchungen und Brüchen von unschätzbarem Wert sein könnten. Wenn er mit seiner Arbeit fertig war, hüllte er die Körper in Leichentücher und brachte sie zurück. Seine Zeichnungen nahm er immer mit. Er hatte nicht länger das Gefühl, in eine tiefe Grube der Verdammnis zu blicken, aber er vergaß nie, was für ein schreckliches Ende ihn erwartete, falls er entdeckt wurde. Wenn er beim Tanzenden flackernden Lampenlicht in dem schlecht belüfteten Raum sezierte, fuhr er bei jedem Geräusch zusammen und er starrte vor Angst, wenn wirklich einmal jemand an der Tür vorbeiking. Er hatte guten Grund für seine Furcht. Als er eines Morgens in aller Frühe die Leiche einer älteren Frau aus dem Leichenhaus holte, die kurz zuvor gestorben war, sah er vor der Tür plötzlich einen Pfleger auf sich zukommen, der die Leiche eines Mannes trug. Der Kopf der Frau hing herab und ein Arm baumelte hin und her, als Rob wortlos stehen blieb und den Pfleger anstarrte, der höflich den Kopf neigte. »Soll ich euch helfen, Hakim?« »Sie ist nicht schwer.« Er wandte sich um und betrat vor dem Pfleger das Leichenhaus, wo sie die beiden Toten nebeneinander hinlegten und den Raum dann gemeinsam wieder verließen. Das Schwein, das er seziert hatte, hielt sich bloß vier Tage und hatte dann einen Fäulniszustand erreicht, der die Beseitigung des Kadavers notwendig machte. Und doch drangen aus einem geöffneten, menschlichen Bauch oder Darm wesentlich unangenehmere Gerüche als der widerlich süße Gestank des verwesenden Schweins. Trotz Wasser und Seife verpestete der Geruch den Raum. Eines Morgens kaufte er ein neues Schwein. Am selben Nachmittag kam er an Kasims Kammer vorbei und sah, dass Haji Davud Hussein an der verriegelten Tür rüttelte. »Aus welchem Grund ist die verschlossen?« »Was ist da drin?« »Das ist ein Raum, in dem ich ein Schwein seziere«, gab Rob ruhig zur Antwort. Der stellvertretende Leiter der Schule starrte ihn angewidert an. In der letzten Zeit hatte Davud Hussein ein argwöhnisches Auge auf alles, denn er war von den Mullahs beauftragt worden, im Maristan und in der Madrassa auf eventuelle Übertretungen des islamischen Gesetzes zu achten. Mehrmals im Verlauf des Tages bemerkte Rob, dass Hussein sich misstrauisch in seiner Nähe herumtrieb. An diesem Abend ging Rob früh nach Hause, und als er am nächsten Morgen ins Krankenhaus kam, sah er, dass die Tür zu der kleinen Kammer aufgebrochen worden war. Drinnen war alles so, wie er es verlassen hatte, aber eben nicht ganz. Das Schwein lag abgedeckt auf dem Tisch. Seine Instrumente waren durcheinandergebracht worden, aber keines fehlte. Sie hatten nichts Belastendes gefunden, und das Erste war er sicher. Und doch machte dieser Einbruch ihm auf beängstigende Weise deutlich, dass er früher oder später entdeckt werden würde. Aber er gewann so kostbare Erkenntnisse, und er sah so aufregende Dinge, dass er nicht bereit war, aufzuhören. Er wartete zwei Tage ab, und in dieser Zeit ließ der Hatschi ihn in Ruhe. Dann starb ein Greis im Krankenhaus, während Rob sich leise mit ihm unterhielt. In der darauf folgenden Nacht öffnete er den Leichnam, um herauszufinden, was den friedlichen Tod des Mannes herbeigeführt hatte, und stellte fest, dass die Arterie, die das Herz und die unteren Gliedmaßen mit Blut versorgte, ausgetrocknet und eingeschrumpft war, wie ein verwelktes Blatt. Beim Blick in eine Kinderleiche verstand er, woher der Krebs seinen Namen hatte, als er sah, wie die hungrige Wucherung ihre Klauen in alle Richtungen ausgestreckt hatte. In einer anderen männlichen Leiche fand er eine Leber, die nicht weich und von satter, rotbrauner Farbe war, sondern stattdessen gelblich und hart wie Holz. Eine Woche später sezierte er eine Frau, die einen mehrere Monate alten Embryo im Leibe trug, und er zeichnete die Gebärmutter in dem gewölbten Bauch wie ein umgedrehtes Trinkgefäß, in dem sich das Leben wiegte, das darin entstanden war. Er gab der gezeichneten Frau das Gesicht von Despina, die nie ein Kind zur Welt bringen würde, und nannte das Bild »die schwangere Frau«. In einer anderen Nacht saß er am Seziertisch und zeichnete einen jungen Mann, dem er Karims Gesichtszüge verlieh. Die Ähnlichkeit war zwar nicht verblüffend, aber für jeden erkennbar, der Karim geliebt hatte. Rob zeichnete die Gestalt, als wäre die Haut aus Glas. Was er selbst nicht in der Leiche auf dem Tisch sehen konnte, zeichnete er so, wie Galen es beschrieben hatte. Er wusste, dass einige dieser nicht nachgewiesenen Einzelheiten unrichtig sein mussten, aber dennoch fand selbst er die Zeichnung bemerkenswert, denn sie zeigte die Organe und Blutgefäße so, als blicke ein göttliches Auge durch das feste Fleisch des Menschen. Als sie fertig war, setzte er überschwänglich seinen Namen und das Datum darunter und gab ihr den Titel »Der durchsichtige Mann«. Das Haus in Hamadan Die ganze Zeit über waren keine Kriegsnachrichten eingetroffen. Vier Karawanen waren, wie vorgesehen, mit Nachschub für das Heer losgezogen, aber sie kehrten nicht zurück und man nahm an, dass sie Allah gefunden hatten und in die Kämpfe hineingezogen worden waren. Und dann kam eines Nachmittags, kurz vor dem vierten Gebet, ein Reiter mit der schlimmsten aller möglichen Nachrichten. Wie sie vermutet hatten, war Massouds Hauptstreitmacht zu dem Zeitpunkt, als der Sultan in Isfahan auftauchte, längst auf die Perser gestoßen und hatte sie angegriffen. Massoud hatte zwei kampferprobte Heerführer, Abu Sal al-Hamduni und Tasch Faraj, mit seinem Heer auf die erwartete Marschroute geschickt. Sie planten den Frontalangriff und führten ihn fehlerlos durch. Zunächst hatten sie ihre Streitmacht aufgeteilt und sich hinter dem Dorf Al-Karai verborgen gehalten, von wo aus sie Kundschafter entsandten. Als die Perser nah genug herangekommen waren, stürmte Abu Sal al-Hamdunis Heer von der einen Seite des Dorfes heran und die Afghanen unter Tasch Faraj kamen von der anderen Seite. Sie griffen Al-Ashahs Armee mit zwei Flügeln an, die sich rasch aufeinander zubewegten, bis das gesamte Gazna Heer in einer großen, halbrunden Schlachtenreihe stand, die sich zuzog wie ein Netz. Nach der anfänglichen Überraschung kämpften die Perser tapfer, aber sie waren zahlenmäßig und taktisch unterlegen und verloren jeden Tag mehr an Boden. Als sie dann auch noch erkannten, dass sich in ihrem Rücken ein weiteres Heer unter Führung von Sultan Massoud auf sie zubewegte, wurde der Kampf noch verzweifelter und grausamer. Aber das Ende war unausweichlich. Vor den Persern standen die überlegenen Kräfte unter den beiden Feldherren. Hinter ihnen führte die kleine, aber gefährliche Reiterei des Sultans einen Kampf, der an die historische Schlacht zwischen Römern und Persern erinnerte. Doch diesmal waren es Persiens Feinde, die blitzschnell auftauchten, zuschlugen und sich wieder zurückzogen. Immer und immer wieder griffen die Afghanen an und waren sogleich wieder verschwunden, um in einem anderen Kampfabschnitt wieder aufzutauchen. Dann, als die ausgebluteten Perser hinreichend geschwächt und verwirrt waren, ging Massoud im Schutze eines Sandsturms mit der geballten Kraft seiner drei Streitkräfte von allen Seiten zum Angriff über. Am nächsten Morgen beschien die Sonne den Sand, der über die Leichen von Menschen und Tieren hinwegwirbelte, den größten Teil der persischen Armee. Einige waren entkommen und es hieß, dass auch Al-Ashah darunter sei, erzählte der Bote, aber das war nicht sicher. »Was ist aus Ibn Sina geworden?« fragte Al-Jusjani. Ibn Sina hatte das Heer bereits verlassen, bevor es Al-Karai erreichte Hakim. Er wurde von einer schrecklichen Kolik befallen, die ihn vollkommen hilflos machte und so hat ihn der jüngste der begleitenden Feldschere, ein gewisser Bibi-Al-Guri, mit Erlaubnis des Schahs in die Stadt Hamadan gebracht, wo Ibn Sina noch immer das Haus besitzt, das einst seinem Vater gehörte. »Ich kenne das Haus,« sagte Al-Jusjani. Rob wusste, dass Al-Jusjani dorthin reisen würde. »Lasst mich mitkommen,« bat er. Einen Moment lang flackerte Eifersucht in den Augen des älteren Medikus auf, doch die Vernunft gewann rasch die Oberhand und er nickte. »Wir brechen unverzüglich auf,« sagte er. Es war eine beschwerliche und traurige Reise. Sie verlangten ihren Pferden das Äußerste ab und wussten doch nicht, ob sie Ibn Sina noch lebend vorfinden würden. Die Verzweiflung hatte Al-Jusjani verstummen lassen, was nicht verwunderlich war. Rob liebte Ibn Sina erst seit wenigen Jahren. Al-Jusjani hatte den Arzt aller Ärzte sein ganzes Leben lang verehrt. Sie mussten nach Norden ausweichen, um die Kämpfe zu umgehen, denn, soweit sie wussten, wurde in der Gegend von Hamadan noch immer gekämpft. Aber als sie die Stadt erreichten, die der Gegend ihren Namen gegeben hatte, wirkte sie verschlafen und friedlich. Und nichts deutete darauf hin, dass nur wenige Meilen entfernt ein schreckliches Gemetzel stattgefunden hatte. Als Rob das Haus sah, schien es ihm besser, zu Ibn Sina zu passen, als das große Anwesen in Isfahan. Es war aus Lehm und Steinen erbaut und erinnerte ihn an die Kleidung, die Ibn Sina trug, schlicht, abgenutzt und bequem. Doch im Innern des Hauses hing der Gestank der Krankheit. Der eifersüchtige Al-Jusjani bat Rob, vor dem Zimmer zu warten, in dem Ibn Sina lag. Augenblicke später hörte Rob lautes Stimmengemurmel und dann, zu seiner Verblüffung und Bestürzung, das unverkennbare Geräusch einer schallenden Ohrfeige. Der junge Arzt namens Bibi Al-Gur kam aus dem Zimmer. Er war weiß im Gesicht und weinte. Er drängte sich großlos an Rob vorbei und stürmte aus dem Haus. Nur wenig später trat Al-Jusjani heraus, gefolgt von einem älteren Muller. Dieser junge Scharlatan hat Ibn Sina auf dem Gewissen. Als sie hier eingetroffen sind, hat Alguri dem Meister Selleriesamen verabreicht, um die Winde der Kulik abgehen zu lassen. Doch statt zwei Donak-Samen hat er ihm fünf Dirham gegeben und seither hat Ibn Sina große Mengen Blut verloren. Ein Dirham entsprach sechs Danak und das bedeutete, dass dem Kranken das fünfzehnfache der empfohlenen Dosis dieses starken Abfüllmittels verabreicht worden war. Al-Jusjani sah ihm in die Augen. Ich habe selbst in der Prüfungskommission gesessen, die Alguri zum Medikus gemacht hat, sagte er erbittert. Ihr konntet doch nicht in die Zukunft schauen und diesen Fehler vorhersehen, meinte Rob sanft. Aber Al-Jusjani war untröstlich. Was für ein grausamer Scherz, sagte er. Ein großer Medikus kommt durch die Unfähigkeit eines Hakim zu Tode. Ist der Meister bei Bewusstsein? Der Mullah nickte. Er hat seine Sklaven freigelassen und seinen ganzen Besitz an die Armen verschenkt. Darf ich hineingehen? Al-Jusjani winkte ihn hinein. Drinnen wurde Rob von Entsetzen erfasst. In den vier Monaten, seit er ihn das letzte Mal gesehen hatte, war Ibenzinas Fleisch dahingeschmolzen. Die geschlossenen Augen lagen tief in den Höhlen. Sein Gesicht sah eingefallen aus und die Haut war wechseln. Alguri hatte ihm Schaden zugefügt, doch die falsche Behandlung hatte das ohnehin unvermeidliche Ende durch Magenkrebs nur beschleunigt. Rob nahm seine Hand und spürte so wenig Lebenskraft, dass er kein Wort herausbrachte. Ibenzinas Augen öffneten sich und blickten tief und eindringlich in seine. Rob hatte das Gefühl, dass sie seine Gedanken lasen und dass jede Heuchelei unnötig war. »Meister, warum ist es so eingerichtet«, fragte er bitter, »dass ein Arzt trotz all seiner Kunst nur ein Blatt im Winde ist und die wahre Macht allein bei Allah liegt?« Zu seiner Verwunderung erhellte ein Strahlen das eingefallene Gesicht. Und plötzlich wusste er, warum Ibenzina zu lächeln versuchte. »Ist das das Rätsel?« fragte Rob verhalten. »Es ist das Rätsel, mein Europäer. Du musst den Rest deines Lebens damit verbringen, es zu beantworten.« »Meister?« Ibenzina hatte die Augen wieder geschlossen und gab keine Antwort. Rob saß eine Weile schweigend neben seinem Lager. »Ich hätte anderswo hingehen können, ohne mich verstellen zu müssen«, sagte er in Englisch. »In das westliche Kalifat, nach Toledo, Cordoba.« Aber ich hatte von einem Mann gehört, von Avicenna, dessen arabischer Name mich gleichsam verzauberte und mich erbeben ließ wie ein Schüttelfrost. Abu Ali Al-Hussein ibn Abdullah ibn Sina. Er konnte kaum mehr als seinen Namen verstanden haben und doch öffnete er erneut die Augen und seine Hände drückten, sagte die Hände Robs. »Um den Saum eures Gewandes zu berühren, des größten Arztes der Welt«, flüsterte Rob. Er konnte sich kaum noch an den müden, vom Leben gebeutelten Zimmermann erinnern, der sein leiblicher Vater gewesen war. Der Bader hatte ihn gut behandelt, aber er war kein warmherziger Mensch gewesen. Dieser Mann war der einzige Vater, den seine Seele je gekannt hatte. Er vergaß alles, was er an ihm gering geschätzt hatte, und empfand nur noch einen Wunsch. »Ich bitte um euren Segen.« Die stockenden Worte, die ibn Sina sprach, waren reines Arabisch, aber Rob musste sie nicht verstehen. Er wusste, dass ibn Sina ihn schon vor langer Zeit gesegnet hatte. Er küßte den alten Mann zum Abschied. Als er ging, hatte sich der Mullah wieder am Bett niedergelassen und las laut aus dem Koran. Der König der Könige Rob ritt allein nach Isfahan zurück. Al-Yusjani war in Hamadan geblieben und hatte deutlich gemacht, dass er die letzten Tage allein mit seinem sterbenden Meister verbringen wollte. »Wir werden ibn Sina nie wiedersehen«, sagte Rob leise zu Mary, als er zu Hause ankam, und sie wandte das Gesicht ab und weinte wie ein Kind. Sobald er sich ausgeruht hatte, eilte er in den Maristan. Ohne ibn Sina und Al-Yusjani herrschte völlige Verwirrung im Krankenhaus, und es gab aller Orten mehr als genug zu tun. Er verbrachte einen langen Tag damit, Patienten zu untersuchen und zu behandeln, hielt eine Vorlesung über Wunden und, eine unangenehme Aufgabe, traf mit Haji Davut Hussein zusammen, um sich mit ihm über die allgemeine Verwaltung der Akademie zu beraten. Wegen der unsicheren Zeiten hatten viele Studenten ihr Praktikum unterbrochen und waren zu ihren Familien außerhalb der Stadt zurückgekehrt. »Deshalb haben wir nur noch wenige Studenten im Krankenhaus, die die Arbeit tun«, grollte der Haji. Glücklicherweise war auch die Anzahl der Patienten entsprechend niedrig, denn die Menschen fürchteten sich mehr vor der drohenden Gewalt durch das feindliche Heer als vor Krankheiten. In dieser Nacht waren Marys Augen rot und verquollen und sie und Rob klammerten sich mit einer Zärtlichkeit aneinander, die sie schon beinahe vergessen hatten. Als er am Morgen das kleine Haus in der Jehudiye verließ, lag eine Veränderung in der Luft, die er spüren konnte, so wie die Feuchtigkeit vor einem englischen Gewitter. Auf dem jüdischen Markt herrschte an den meisten Ständen ungewöhnlich wenig Andrang und Hinder war dabei, in fieberhafter Eile ihre Waren zusammenzupacken. »Was gibt es?« »Die Afghanen!« Er ritt zur Stadtmauer. Als er die Stufen hinaufstieg, fand er den Wehrgang der Mauer besetzt mit Menschen, die merkwürdig still waren, und er entdeckte auch gleich den Grund für ihre Furcht. Vor den Toren stand die gewaltige Heerschah aus Gasna. Massouds Fußsoldaten hatten die kleine Ebene vor der westlichen Stadtmauer zur Hälfte in Beschlag genommen. Die Pferde und Kamelreiter hatten ihr Lager auf den Hügeln des Vorgebirges aufgeschlagen und auf den höher gelegenen Hängen, neben den kleinen und großen Zelten der Adligen und Feldherren, deren Standarten im trockenen Wind flatterten, waren die Kriegselefanten angepflockt. Genau in der Mitte des Lagers schwebte hoch über allem das schlangenförmige Banner der Gasna-Wieden, ein schwarzer Leopardenkopf auf orangefarbenem Grund. Rob schätzte dieses Heer aus Gasna auf viermal die Größe dessen, mit dem Massoud auf seinem Weg nach Westen vor Isfahan gerastet hatte. »Warum sind sie nicht in die Stadt eingedrungen?« fragte er ein Mitglied der Ordnungskräfte des Kelontha. »Sie haben Allah bis hierher verfolgt.« Er hält sich innerhalb der Stadtmauern auf. »Und warum bleiben sie dann draußen?« Massoud verlangt, dass Allah von seinem eigenen Volk verraten wird. Er sagt, wenn wir den Schah ausliefern, werden sie uns verschonen. Tun wir das nicht, so schwört er, dass er auf dem größten Maidan einen ganzen Berg aus unserem Knochen aufhäufen wird. »Wird Allah ausgeliefert?« Der Mann funkelte ihn an und spuckte aus. »Wir sind Perser, und er ist unser Schah.« Rob nickte, aber er glaubte nicht daran. Er stieg von der Mauer und ritt zurück in die Jehudei. Das englische Schwert hatte lange verstaut gelegen, in ölige Lappen gewickelt. Er schnallte es sich um und bat Mary, das Schwert ihres Vaters bereit zu halten und die Tür hinter ihm zu verbarrikadieren. Dann bestieg er sein Pferd und ritt zum Haus des Paradieses. Auf der Allee von Ali und Fatima standen die Menschen in verängstigten Grüppchen beisammen. Auf der vierspurigen Allee der tausend Gärten waren es schon weniger, und auf den Toren des Paradieses sah er gar keine mehr. Die sonst makellos gepflegte königliche Prachtstraße zeigte Anzeichen der Verwahrlosung. In letzter Zeit hatten keine Gärtner mehr die Pflanzen gepflegt und beschnitten. Am hinteren Ende der Straße stand ein einsamer Wächter, der sich ihm, als Rob näher kam, in den Weg stellte. »Ich bin Jesse, Hakim im Maristan. Der Schar hat mich rufen lassen.« Der Wächter war fast noch ein Kind und blickte unsicher, ja ängstlich drein. Schließlich nickte er und trat beiseite, um Platz für das Pferd zu machen. Rob ritt durch den für die Könige angelegten Wald, vorbei an dem grünen Fels für das Stockballspiel, vorbei an den beiden Rennbahnen und den Pavillons. Er hielt neben dem Wohnhaus hinter den Stellen an, dass Dan Wang Galil zugeteilt worden war. Der indische Waffenschmied und sein älterer Sohn waren vom Heer mit nach Ramadan genommen worden. Rob wusste nicht, ob die beiden Männer überlebt hatten. Ihre Familie war jedenfalls nicht mehr hier. Das kleine Haus war menschenleer und jemand hatte die Lehmwände des Schmelzofens eingetreten, den Dan mit so viel Sorgfalt erbaut hatte. Er ritt über die lange, prachtvolle Auffahrt zum Haus des Paradieses. Auf den Zinnen waren keine Wächter zu sehen. Die Hufe des Braunen klapperten hohl über die Zugbrücke und er band das Pferd vor dem großen Portal an. Seine Schritte halten durch die leeren Gänge. Als er den Audienzsaal erreichte, sah er, dass Allah in einer Ecke allein im Schneidersitz auf dem Boden hockte. Vor ihm standen ein halbvoller Weinkrug und ein Brett, auf dem eine knifflige Situation im Spiel des Schars aufgebaut war. Er sah so verwildert und ungepflegt aus wie die Gärten draußen. Sein Bart war ungestutzt, unter den Augen lagen violette Schatten und er war schmaler geworden, so dass seine Hakennase noch markanter hervortrat. Er starrte zu Rob auf, der mit der Hand auf dem Schwertgriff vor ihm stand. »Nun, Demi, bist du gekommen, um dich zu rächen?« Rob brauchte einen Augenblick, bis ihm klar wurde, dass Allah das Spiel des Schars meinte und schon anfing, die Figuren aufzustellen. Er nahm seine Hand vom Schwert und drückte es so zurecht, dass er sich bequem dem Schar gegenüber niederlassen konnte. »Frische Streitkräfte«, sagte Allah sarkastisch und eröffnete das Spiel, indem er mit einem elfenbeinernen Fußsoldaten vorrückte. Rob zog mit einem schwarzen Soldaten. »Wo ist Fahad?« »Ist er im Kampf gefallen?« Er hatte nicht erwartet, Allah vollkommen allein ihn anzutreffen. Er hatte geglaubt, den Stadthauptmann zuerst töten zu müssen. »Fahad ist nicht gefallen. Er ist geflohen.« Allah schlug einen schwarzen Soldaten mit seinem weißen Reiter und sofort nahm Rob mit einem seiner Reiter aus Ebenholz einen weißen Fußsoldaten gefangen. »Kuff hätte euch nie im Stich gelassen.« »Nein, Kuff wäre nicht weggelaufen,« pflichtete Allah geistesabwesend bei. Er studierte das Brett. Schließlich nahm er den Ruckkrieger, der seine mörderischen Hände aus Elfenbein an die Lippen führte, um das Blut des Feindes zu trinken, vom Ende der Schlachtreihe und rückte damit vor. Rob stellte ihm eine Falle, lockte Allah hinein und opferte einen Ebenholzreiter für den weißen Ruck. Allah starrte aufs Brett. Danach wurden die Züge des Königs bedächtiger und er nahm sich mehr Zeit zum Nachdenken. Seine Augen glitzerten, als er den zweiten weißen Reiter schlug, blickten aber wieder kühl, als er einen Elefanten verlor. Was ist mit dem Elefanten Zee passiert? »Ach, das war ein guter Elefant. Auch ihn habe ich vor Alkarei verloren.« »Und der Mahut Harscher?« »Er war schon tot, bevor der Elefant starb, bekam eine Lanze durch die Brust.« Er trank den Wein, ohne Rob einen Schluck anzubieten, direkt aus dem Krug und verschüttete dabei etwas auf sein ohnehin schon schmutziges Gewand. Er wischte sich mit dem Handrücken über Mund und Bart. »Genug geredet,« sagte er und richtete seine Aufmerksamkeit ganz auf das Spiel, denn die Ebenholzfiguren waren leicht im Vorteil. Allah griff nun erbittert an und setzte alle Listen ein, die ihm früher stets zum Erfolg verholfen hatten. Aber Rob hatte in den letzten Jahren gegen klügere Köpfe gespielt. Mirdin hatte ihn gelehrt, wann er wagemutig und wann er vorsichtig sein musste. Und Iben Sina hatte ihm beigebracht, mit Weitblick zu spielen und so weit vorauszudenken, dass es jetzt ganz so aussah, als lenke er Allah genau auf den Weg, an dessen Ende auf die Elfenbeinfiguren die sichere Vernichtung wartete. Die Zeit verstrich und Allahs Gesicht glänzte vor Schweiß, obwohl der Raum mit den steinernen Mauern und dem Steinboden kühl war. Fast schien es, Rob, als ob Mirdin und Iben Sina im Geiste mitspielten. Schließlich standen von den Elfenbeinfiguren nur noch der König, der General und ein Kamel auf dem Brett. Und dann schlug Rob mit seinem General das Kamel, während seine Augen unverwandt auf denen des Schahs ruhten. Allah rückte seinen General vor den König, um den Angriff abzuwehren, aber Rob hatte noch fünf Figuren, den König, den General, einen Ruck, ein Kamel und einen Fußsoldaten. Er zog den unbedrohten Fußsoldaten rasch bis zur anderen Seite des Brettes vor, sodass er ihn den Regeln gemäß gegen einen Ruck eintauschen konnte, den der Schah bereits geschlagen hatte. Drei Züge später hatte er den neu gewonnenen Ruck geopfert, um den Elfenbeingeneral zu schlagen. Und nach zwei weiteren Zügen bedrohte sein eigener General den Elfenbeinkönig. Weiche, oh Schah, sagte er leise. Noch dreimal wiederholte er die Worte, während er seine Figuren so zusammenzog, dass es für Allas bedrohten König keine Ausweichmöglichkeit mehr gab. Schah trang, sagte er schließlich. Ja, der Schmerz des Schahs. Allah fegte die verbliebenen Figuren vom Brett. Jetzt musterten sie einander prüfend, und Rob's Hand lag wieder auf dem Heft seines Schwertes. Massoud hat verkünden lassen, wenn das Volk euch nicht ausliefert, werden die Afghanen mordend und plündernd in die Stadt einfallen. Die Afghanen werden mordend und plündernd in die Stadt einfallen, ganz gleich, ob sie mich ausliefern oder nicht. Es gibt nur eine Hoffnung für Isfahan. Er kam mühsam auf die Beine, und Rob stand gleichfalls auf, damit ein Untertan nicht saß, wenn der Herrscher stand. Ich werde Massoud zum Zweikampf herausfordern. König gegen König. Rob war gekommen, um den Schah zu töten, nicht um ihn zu bewundern oder zu mögen, und er runzelte die Stirn. Allah krümmte den schweren Langbogen, was nur wenigen Männern gelungen wäre, und spannte die Sehne ein. Er deutete auf das von dann Wang Galil geschmiedete Schwert aus gemasertem Stahl, das an der gegenüberliegenden Wand hing. »Hol »Hol meine Waffe, Dimi!« Rob holte das Schwert und sah zu, wie Allah es anlegte. »Wollt ihr Massoud jetzt herausfordern?« »Der Zeitpunkt scheint mir günstig.« »Wünscht er, dass ich mit euch reite?« »Nein!« Rob bemerkte die empörte Verachtung angesichts des Vorschlags, dass der Schah von Persien in Begleitung eines Juden zum Zweikampf antreten sollte. Doch er empfand keinen Zorn, sondern nur Erleichterung. Er hatte den Vorschlag unwillkürlich geäußert und im selben Augenblick bedauert, denn er fand es weder sinnvoll noch ruhmreich an der Seite von Allah Schah zu sterben. Dennoch wurde das Habichts Gesicht weich und Allah Schah verweilte kurz, ehe er sich zum Gehen wandte. »Es war ein ehrenhaftes Angebot«, sagte er. »Überleg dir, was du dir zur Belohnung wünschst. Wenn ich zurückkomme, werde ich dir einen Kalett verleihen.« Über eine schmale Steintreppe stieg Robb zu den höchsten Zinnen des Hauses des Paradieses hinauf. Von dort aus konnte er die Häuser im reichen Viertel von Isfahan sehen, die Perser, die auf den Stadtmauern standen, die Ebene dahinter und und das Lager ieren. Aber Robb konnte nicht erkennen, ob es Massoud war. Wo immer Massoud sein mochte, falls er je von dem alten Zweikampf zwischen Ardewan und Ardichir um das Recht, König der Könige zu werden, gehört hatte, er scherte sich nicht um Legenden. Ein Trupp Bogenschützen auf schnellen Pferden löste sich in gestrecktem Galopp aus den Reihen der Afghanen. Der weiße Hengst war das schnellste Pferd, das Rob je gesehen hatte, aber Allah versuchte nicht, ihnen zu entrinnen. Wieder richtete er sich in den Steigbügeln auf. Diesmal, da war Rob sicher, schleuderte er dem jungen Sultan, der nicht kämpfen wollte, Beschimpfungen und Beleidigungen entgegen. Als die Soldaten ihn fast erreicht hatten, machte Allah seinen Bogen bereit und ergriff auf seinem Schimmel die Flucht, doch es gab kaum noch Raum dafür. Im rasenden Galopp drehte er sich im Sattel um und schoss einen Pfeil ab, der den vordersten Afghanen niederstreckte, ein vollendeter Parterschuss, der den Zuschauern auf der Stadtmauer Triumphgeheul entlockte. Aber als Antwort traf ihn ein wahrer Hagel von Pfeilen. Vier Pfeile trafen auch sein Pferd. Ein roter Schwall schoss aus dem Maul des Hengstes. Der Schimmel wurde langsamer, hielt an und blieb schwankend noch einen Augenblick stehen, bevor er mit seinem toten Reiter zu Boden stürzte. Eine unvermutete Traurigkeit übermannte Rob. Er sah, wie sie ein Seil um Allas Knöchel wickelten und ihn dann zum Gasnerlager zerrten, eine graue Staubwolke hinter sich herziehend. Aus einem unerfindlichen Grund bekümmerte es Rob besonders, dass sie den König mit dem Gesicht nach unten über die Erde schleiften. Er führte seinen Braunen zur Koppel hinter den königlichen Stallungen und nahm den Sattel ab. Es war nicht leicht, das massive Tor allein zu öffnen, aber auch hier war ebenso wie im übrigen Haus des Paradieses keine Menschenseele mehr, und es gelang ihm schließlich. »Leb wohl, mein Freund«, sagte er. Er schlug dem Pferd auf die Kruppe, und als es sich zu der Herde gesellt hatte, machte er das Tor sorgfältig wieder zu. Gott allein wusste, wem der braune Morgen gehören würde. Aus einem offenen Schuppen neben der Kamelkoppel nahm er ein paar Halfter, das zwischen allerlei Geräten hing, und dann suchte er sich zwei junge starke Kamelstuten aus. Sie knieten wiederkeuend im Staub und beobachteten ihn, als er sich ihnen näherte. Das erste Tier versuchte ihm, den Arm abzubeißen, als er das Zaumzeug hob, doch Mirdin, der sanfteste von allen, hatte ihm gezeigt, wie man Kamelen Vernunft beibrachte, und er versetzte dem Tier einen so festen Schlag in die Rippen, dass der Atem zwischen den viereckigen gelben Zähnen hervorpfiff. Danach war das Kamel gefügig, und das zweite Tier bereitete keine Schwierigkeiten, als wäre es durch den Schaden des anderen klug geworden. Er ritt auf dem Größeren und führte das zweite Tier an einem Seil. Der Wächter an den Toren des Paradieses war verschwunden, und als Rob in die Stadt hineinkam, hatte es den Anschein, als wäre ganz Isfahan verrückt geworden. Überall hasteten Menschen umher, schleppten Bündel und führten Tiere, die mit ihren Habseligkeiten bepackt waren. Die Allee von Ali und Fatima war in hellem Aufruhr, ein durchgegangenes Pferd jagte an Rob vorbei und seine Kamele scheuten. Auf den Märkten hatten einige Händler ihre Waren zurückgelassen. Er bemerkte, dass die Kamele begehrlich beäugt wurden, deshalb zog er sein Schwert aus der Scheide und legte es beim Reiten quer über den Schoß. Er musste einen weiten Bogen um den östlichen Teil der Stadt schlagen, um die Yehudie zu erreichen. Menschen und Tiere stauten sich bereits eine Viertelmeile, weil alle versuchten, durch das Osttor aus Isfahan zu fliehen, um nicht dem Feind in die Arme zu laufen, der vor der westlichen Stadtmauer lag. Als er sein Haus erreichte, öffnete Mary auf seinen Rufen hin die Tür. Ihr Gesicht war aschfahl, und sie hielt noch immer das Schwert ihres Vaters in der Hand. Es geht nach Hause. Sie war zu Tode geängstigt, aber er sah, wie ihre Lippen ein Dankgebet formten. Er nahm den Turban ab, zog die persische Kleidung aus, legte den schwarzen Kaftan an und setzte den ledernen Judenhut auf. Sie packten seine Abschrift von Ibn Sinas Kanon der Medizin ein, die anatomischen Skizzen, die er zusammengerollt in ein Bambusrohr gesteckt hatte, sein Patientenbuch, seine Instrumententasche, Mirdins Spiel, Proviant und ein paar Medikamente, das Schwert ihres Vaters und eine kleine Schachtel, die ihre Barschaft enthielt. All das verstauten sie auf dem kleineren Kamel. Auf eine Seite des größeren Kamels hängte er einen Schilfkorb und auf die andere einen locker gewebten Sack. Er hatte eine winzige Menge Buing in einer kleinen Fiole bei sich, gerade genug, dass er die Spitze seines kleinen Fingers damit befeuchten und Rob James und Tam daran saugen lassen konnte. Als die Kinder schliefen, steckte er das Größere in den Korb und den Säugling in den Sack. Ihre Mutter bestieg das Kamel, um zwischen den beiden zu reiten. Es war noch nicht ganz dunkel, als sie das kleine Haus in der Yehudieh endgültig verließen, aber sie wollten nicht länger warten, weil die Afghanen jeden Augenblick über die Stadt herfallen konnten. Als er die beiden Kamele durch das unbewachte Westtor führte, war die Dunkelheit hereingebrochen. Der Pfad, dem sie über die Hügel folgten, führte so nah an den Lagerfeuern des Gasnah-Heeres vorbei, dass sie singen und brüllen und das schrille Geheul der Afghanen vernahmen, mit dem sie sich vor der Plünderung in die entsprechende wilde Stimmung brachten. Einmal schien es, als galoppierte ein johlender Reiter genau auf sie zu, doch das Hufgetrappel wurde wieder leiser. Die Wirkung des Buing ließ nach, und Rob James wimmerte zuerst leise und fing dann an zu weinen. Rob kam das Geräusch bedrohlich laut vor, aber Mary nahm den Jungen aus dem Korb und beruhigte ihn, indem sie ihm die Brust gab. Sie wurden nicht verfolgt. Bald hatten sie die Lagerfeuer hinter sich gelassen, doch als Rob sich umwandte und in die Richtung blickte, aus der sie gekommen waren, sah er tief am Horizont einen rosigen Schein, und er wusste, dass Isfahan in Flammen stand. Sie zogen immer weiter, die ganze Nacht hindurch, und als das erste schwache Morgenlicht kam, sah er, dass er sie aus den Hügeln herausgeführt hatte und dass keine Soldaten mehr in Sicht waren. Sein Körper war gefühllos, und seine Füße, er wusste, sobald er aufhörte zu gehen, würde der Schmerz ein neuer Feind sein. Mittlerweile weinten beide Kinder, und seine Frau war grau im Gesicht und ritt mit geschlossenen Augen, aber Rob machte nicht Halt. Er zwang, seine müden Beine weiter zu trotten, führte die Kamele gen Westen, in Richtung auf das erste jüdische Dorf. Siebter Teil Die Heimkehre London Am 24. März anno Domini 1043 überquerten sie den großen Kanal und landeten am späten Nachmittag in Queens Hithe. Vielleicht wäre ihr weiteres Leben anders verlaufen, wenn sie die Stadt London an einem warmen Sommertag erreicht hätten. Aber als Mary bei eisigem Frühjahrsregen an Land ging, trug sie ihren jüngsten Sohn, der wie sein Vater während der gesamten Überfahrt gewürgt und erbrochen hatte, und von diesem ersten nasskalten Augenblick an empfand sie London gegenüber nur Widerwillen und Misstrauen. Es gab kaum Platz, um von Bord zu gehen. Rob zählte allein über zwanzig furchteinflößende schwarze Kriegsschiffe, die in der Dünung vor Anker lagen, und überall waren Handelsschiffe zu sehen. Sie waren alle vier vollkommen erschöpft von der Reise und schleppten sich zu einem der Gasthöfe von Sadak, an die Rob sich erinnerte. Aber die Unterkunft war miserabel, und zu allem Elend wimmelte es auch noch von Ungeziefer. Früh am nächsten Morgen machte er sich allein auf die Suche nach einer besseren Bleibe. Er ging am Ufer entlang, dann über die Themsebrücke, die in gutem Zustand war und sich von allen Bauwerken der Stadt am wenigsten verändert hatte. London war gewachsen. Wo früher Wiesen und Obstgärten waren, sah er jetzt neue Bauten und Straßen, die genauso verwinkelt verliefen wie in der Jehudi. Das nördliche Viertel der Stadt war ihm völlig fremd, denn in seiner Kindheit war das eine Gegend mit großen, von Feldern und Gärten umgebenen Häusern gewesen, den Anwesen alteingesessener Familien. Jetzt waren viele davon verkauft, und auf dem Grundbesitz hatten sich die eher schmutzverursachenden Handwerke angesiedelt. Es gab eine Eisenhütte, und die Goldschmiede hatten eine ganze Gruppe von Häusern für sich, wo sie wohnten und arbeiteten. Auch die Silberschmiede und Kupferarbeiter hatten sich zusammengefunden. Hier wollte Rob nicht wohnen, denn die Luft war erfüllt von einer dunstigen Rauchglocke von den Holzfeuern, dem Gestank der Gerbereien, dem unablässigen Klingen von Hämmern auf Ambossen, dem Fauchen der Schmelzöfen und dem Klopfen, Schlagen und Stampfen schwer arbeitender Handwerker und Maschinen. In jedem Viertel fand er einen anderen Makel. Cripplegate lag zu nah an dem noch nicht trockengelegten Moor. Holborn und Fleet Street waren zu weit vom Zentrum entfernt, und in Cheapside mit seinen vielen Geschäften herrschte ihm zu viel Betriebsamkeit. Der tiefergelegene Teil der Stadt war sogar noch überfüllter, hatte aber in seiner Kindheit eine bedeutende Rolle gespielt, und es zog Rob zurück ans Wasser. Die Thames Street war die wichtigste Straße in London. In dem Gewirr von engen Gässchen zwischen Puddle Dock am einen Ende und Tower Hill am anderen lebten Träger, Schauermänner, Diener und andere einfache Leute, doch die lange, gerade Thames Street mit ihren Lagerhäusern war das blühende Zentrum von Ausfuhr, Einfuhr und Großhandel. An der Südseite der Straße verliefen die Flussmauer und die Kais zwangsläufig ziemlich gerade, doch auf der Nordseite war der Straßenverlauf unregelmäßig, einmal schmal, einmal breit. An manchen Stellen reckten große Häuser ihre Giebelfassaden wie schwangere Bäuche in die Luft. Manchmal ragte ein kleiner, umzäunter Garten vor, oder ein Lagerhaus war nach hinten versetzt, und die meiste Zeit war die Straße voller Menschen und Tiere, deren Körperausdünstungen und Geräusche noch in Rops Gedächtnis gespeichert waren. In einer Schenke erkundigte er sich nach freien Wohnungen, und man schickte ihn zu einem Haus in der Nähe des Walbrook. Wie sich herausstellte, lag es in der Nähe der St. Asaph Kirche, und er redete sich ein, dass es Mary dort gefallen würde. Im Erdgeschoss wohnte der Besitzer, Peter Lund. Das erste Stockwerk war zu vermieten. Es bestand aus einem kleinen Zimmer und einem großen Wohnraum. Über eine steile Treppe gelangte man auf die belebte Straße. Die Wohnung schien ungezieferfrei und der Preis klang vernünftig. Außerdem war die Lage gut, denn entlang der ansteigenden Straßen im Norden wohnten reiche Kaufleute, die dort auch ihre Geschäfte hatten. Rob verlor keine Zeit, sondern holte sofort seine Familie aus Sardag. Zwar noch kein Schmuckkästchen, aber vorläufig wird es gehen, oder? fragte er seine Frau. Marys Augen blickten furchtsam, und ihre Antwort ging in dem plötzlich einsetzenden Glockenläuten von St. Asaph unter, das sich als sehr laut erwies. Sobald sie sich ein wenig eingerichtet hatten, suchte er einen Schildermacher auf und beauftragte den Mann, ein Eichenbrett zu beschriften und die geschnitzten Buchstaben zu schwärzen. Als das Schild fertig war, befestigte er es neben der Eingangstür des Hauses in der Thames Street, damit auch jeder sehen konnte, wer hier wohnte. Robert Jeremy Cole, Medikus. Zunächst tat es Mary gut, unter Briten zu sein und Englisch sprechen zu können, obwohl sie mit ihren Söhnen weiterhin Gaelisch redete, weil sie wollte, dass sie die Sprache der Schotten lernten. Die Einkaufsmöglichkeiten in London waren verlockend. Sie suchte sich eine Näherin und gab ein Kleid aus einem schlichten, braunen Stoff in Auftrag. Sie hätte es gern in Blau gehabt, in der Farbe, die ihr Vater ihr damals geschenkt hatte, blau wie ein Sommerhimmel, aber das war natürlich unmöglich. Trotzdem wurde es ein schönes Kleid, lang, mit Gürtel, einem hohen, runden Ausschnitt und Ärmeln, die so weit geschnitten waren, dass sie in verschwenderischen Falten um ihre Handgelenke fielen. Für Rob bestellten sie eine gute graue Hose und einen Kittel. Obwohl er sich gegen die Verschwendung verwahrte, kaufte sie ihm zwei schwarze Arztgewänder, eines aus einem leichten, ungefütterten Stoff für den Sommer und ein schwereres mit einer mit Fuchsfell gefütterten Kapuze. Er musste dringend neu eingekleidet werden, denn er trug noch immer die Sachen, die sie in Konstantinopel gekauft hatten, als sie nach ihrer Reise über die jüdischen Dörfer, die ihnen nacheinander wie die Glieder einer Kette Schutz geboten hatten, dort eingetroffen waren. Er hatte seinen buschigen Bart zu einem Spitzbart gestutzt und westliche Kleidung gekauft, und als sie sich schließlich einer Karawane anschlossen, gab es keinen Jesse Ben Benjamin mehr. Stattdessen gab es nun Robert Jeremy Cole, einen Engländer, der seine Familie nach Hause brachte. Die stets sparsame Mary hatte den Kaftan aufbewahrt und aus dem Stoff Kleidung für ihre Söhne genäht. Die Sachen von Rob James hob sie für Tam auf, obwohl das mit Schwierigkeiten verbunden war, denn Rob James war groß für sein Alter und Tam kleiner als die meisten Jungen, weil er auf ihrer Reise nach Westen schwer erkrankt war. In der Bischofsstadt Freising hatten beide Kinder Rachenentzündung und wässrige Augen bekommen. Und dann wurden sie von so hohem Fieber geschüttelt, dass Mary von der entsetzlichen Angst erfüllt war, sie würde beide Söhne verlieren. Die Kinder fieberten tagelang. Danach schien Rob James alles gut überstanden zu haben, doch bei Tam hatte sich die Krankheit im linken Bein eingenistet, das blass wurde und sehr leblos wirkte. Die Familie Cole war mit einer Karawane nach Freising gekommen, die bald weiterziehen sollte, und der Karawanenmeister wollte wegen einer Erkrankung nicht warten. Fahrt zur Hölle, hatte Rob ihm erwidert, weil sein Kind Pflege brauchte und sie bekommen sollte. Er hatte heiße, feuchte Umschläge um Tams Bein gewickelt und nächtelang nicht geschlafen, weil sie unablässig gewechselt werden mussten. Immer und immer wieder hatte er das kleine Bein mit seinen großen Händen umfasst, das Knie gebeugt, die Muskeln massiert und gekniffen und gedrückt, mit Bärenfett eingerieben und geknetet. Tam erholte sich wieder, aber nur langsam. Er hatte gerade seit einem Jahr laufen können, als er krank wurde, und musste nun von neuem Krabbeln lernen. Aber als er diesmal seine ersten Schritte tat, war sein Körper aus dem Gleichgewicht, denn das linke Bein war etwas kürzer als das rechte. Sie blieben fast zwölf Monate in Freising, denn sie mussten erst auf Tams Genesung und dann auf eine geeignete Karawane warten. Obwohl Rob mit den Einheimischen nie richtig warm wurde, betrachtete er ihre Art schließlich doch mit etwas mehr Wohlwollen. Die Menschen kamen zu ihm als Arzt, obwohl er ihre Sprache nicht verstand, weil sie gesehen hatten, mit welcher Fürsorge und Zärtlichkeit er sein eigenes Kind behandelte. Er hatte sich unermüdlich um Tams Bein gekümmert, und obgleich der Junge den linken Fuß beim Gehen manchmal etwas nachzog, gehörte er bald zu den lebhaftesten Kindern. Tatsächlich fühlten sich die beiden Kinder in London wohler als ihre Mutter, denn sie konnte sich nicht anpassen. Sie fand das Wetter feucht und die Engländer unterkühlt. Wenn sie auf den Markt ging, musste sie sich beherrschen, nicht wieder in das angeregte orientalische Feilschen zu verfallen, das ihr so lieb und vertraut war. Die Menschen hier waren im Allgemeinen weniger freundlich, als sie erwartet hatte. Selbst Drop sagte, dass er den blumigen Überschwang der persischen Gespräche vermisste. Die Schmeicheleien waren zwar meistens etwas übertrieben, aber sie taten gut, sagte er wehmütig zu ihr. Was ihn anging, war sie beunruhigt. In ihrem Ehebett fehlte etwas. Eine Freudlosigkeit hatte sich eingeschlichen, die sie nicht recht benennen konnte. Sie kaufte einen Spiegel, und als sie sich darin betrachtete, stellte sie fest, dass ihre Haut unter der grausamen Sonne während der Reise ihren seidigen Glanz verloren hatte. Ihr Gesicht war schmaler als früher, und die Wangenknochen traten deutlicher hervor. Sie wusste, dass ihre Brüste sich durch das Stillen verändert hatten. Überall in der Stadt spazierten hartherzige Flittchen umher, und manche von ihnen waren schön. Würde er früher oder später zu einer gehen? Sie malte sich aus, wie er einer Hure erzählte, was er in Persien über die Liebe gelernt hatte, und die Vorstellung quälte sie, dass die beiden sich lachend im Bett wälzen würden, so wie Rob und sie es früher getan hatten. Für sie war London ein düsterer Sumpf, in dem sie beide schon knöcheltief standen. Der Vergleich war kein Zufall, denn die Stadt stank übler als jeder Morast, den sie auf ihren Reisen gesehen hatte. Die offenen Abwasserrinnen und der Schmutz waren nicht schlimmer als in Isfahan, aber hier lebten sehr viel mehr Menschen, und in manchen Gegenden wohnte man so dicht gedrängt, dass der Geruch nach Exkrementen und Abfall unerträglich war. Als sie Konstantinopel erreicht hatten und Mary sich erstmals wieder in einer Stadt befand, in der die Mehrzahl der Menschen Christen waren, hatte sie von Kirchen zunächst gar nicht genug bekommen können. Doch das hatte mittlerweile nachgelassen, und sie fand Londons Kirchen eher beängstigend. Hier gab es weit mehr Kirchen, als es in Isfahan Moscheen gegeben hatte, über einhundert. Sie überragten alle anderen Gebäude. Die Stadt war gleichsam zwischen Kirchen erbaut, und sie ließen ständig ihre dröhnenden Stimmen erklingen, die Mary zum Zittern brachten. Manchmal hatte sie das Gefühl, gleich von einem großen Kirchensturm, den die Glocken entfacht hatten, hochgehoben und fortgetragen zu werden. Obwohl die Kirche St. Asaph klein war, besaß sie große Glocken, die das Haus an der Thames Street erbeben ließen, und sie läuteten in verwirrendem Einklang mit all den anderen. Ein gewaltiger Ruf, der weitertrug als ein ganzes Heer von Muezzin. Die Glocken riefen die Gläubigen zum Gebet. Die Glocken verkündeten die Feier der Heiligen Messe. Die Glocken warnten Nachtschwärmer vor der Sperrstunde. Die Glocken erschütterten die Kirchtürme bei Taufen und Hochzeiten und erschollen düster und feierlich, jedes Mal, wenn eine Seele heimgegangen war. Die Glocken lärmten, wenn ein Feuer oder eine Unruhe ausgebrochen war, hießen jeden hochwohlgeborenen Besucher willkommen, erklangen heiter, um Feiertage anzukündigen, und dröhnten mit dumpfem Grollen, um ein Unglück bekannt zu machen. Die Glocken waren für Mary die Stadt. Und sie hasste diese vermalledeiten Glocken. Der Erste, der aufgrund des neuen Schildes bei ihnen an die Tür klopfte, war kein Patient. Es war ein schmächtiger, gebeugter Mann, der aus zusammengekniffenen Augen spähte und blinzelte. »Nikolas Hann. Medikos«, sagte er, und neigte in Erwartung einer Reaktion den Kopf mit dem schütteren Haar zur Seite wie ein Spatz. »Von der Thames Street«, fügte er vielsagend hinzu. »Ich habe euer Schild gesehen«, sagte Rob. Er lächelte. »Ihr seid an dem einen Ende der Thames Street, Master Hann, und jetzt richte ich mich an dem anderen Ende ein. Zwischen uns gibt es genug kranke Londoner, um ein Dutzend Ärzte zu beschäftigen.« Hann schniefte. »Nicht so viele Kranke, wie er vielleicht glaubt. Und die Ärzte sind nicht so viel beschäftigt. In London gibt es schon zu viele Mediziner, und meiner Ansicht nach wäre eine Stadt irgendwo auf dem Lande eine bessere Wahl für einen jungen Medikus, der gerade erst anfängt.« Als er Master Cole fragte, wo er ausgebildet worden sei, log Rob wie ein Teppichhändler und erklärte, er habe im ostfränkischen Königreich eine sechsjährige Lehre durchlaufen. »Und wie viel berechnet ihr?« »Berechnen?« »Ja, euer Honorarmann. Eure Berechnungsgrundlage.« »Das habe ich mir noch nicht richtig überlegt.« »Dann tut das aber sofort. Ich werde euch sagen, was hier üblich ist, denn es wäre nicht richtig, wenn ein Neuling weniger nehme als wir anderen.« »Die Honorare schwanken, je nachdem, wie vermögend ein Patient ist. Nach oben gibt es natürlich keine Grenzen. Aber ihr dürft niemals unter vierzig Pens für eine Venenöffnung verlangen, denn der Aderlass ist die Haupteinnahmequelle unseres Handwerks. Und auch nie weniger als sechsunddreißig Pens für eine Harnüberprüfung.« Rob blickte ihn nachdenklich an, denn diese Honorare waren maßlos überzogen. »Ihr solltet euch nicht um das Gesindel kümmern, das an beiden Enden der Thames Street haust. Wir haben ihre Baderchirurgen. Und es wäre ein fruchtloses Unterfangen, nach dem Adel zu schielen, denn der lässt sich nur von ganz wenigen behandeln. Dryfield, Hudson, Simpson und so. Aber die Thames Street ist gut bestückt mit reichen Kaufleuten. Und selbst ich habe gelernt, mich bezahlen zu lassen, bevor die Behandlung beginnt, denn dann ist die Angst der Patienten am Größten.« Er warf Rob einen durchtriebenen Blick zu. »Unsere Konkurrenz muss nicht unbedingt von Nachteil für uns sein. Ich habe nämlich festgestellt, dass es reiche Kranke sehr beeindruckt, wenn der Rat eines zweiten Medikus eingeholt wird, und so könnten wir uns gegenseitig mit einträglicher Regelmäßigkeit beschäftigen, oder?« Rob machte einige Schritte in Richtung Tür und beförderte ihn höflich, aber bestimmt nach draußen. »Ich ziehe es vor, überwiegend allein zu arbeiten,« sagte er kalt. Der andere lief rot an, denn die Ablehnung war unmissverständlich. »Damit kann ich euch dienen, Master Cole, denn ich werde dafür sorgen, dass kein anderer Medikus sich euch auch nur auf Rufweite nährt!« Er nickte knapp und war verschwunden. Es kamen Patienten, aber nicht viele. »Das war nicht verwunderlich,« redete Rob sich ein, »er war ein neuer Wolf im fremden Rudel, und es würde eine Weile dauern, bis ich seine Ankunft herumgesprochen hatte. Er wollte lieber Geduld zeigen, als mit Leuten wie Han schmutzige Spielchen spielen.« Derweil richtete er sich sein Leben ein. Mit seiner Frau und den Kindern besuchte er die Gräber seiner Familie, und die Kleinen spielten zwischen den Grabsteinen auf dem Friedhof von St. Botthoff. Inzwischen hatte er sich in seinem tiefsten Inneren eingestanden, dass er seine Schwester und seine Brüder nie wiedersehen würde. Aber er tröstete sich mit der neuen Familie, die er gegründet hatte, und auf die er stolz war. Und er hoffte, dass sein Bruder Samuel und Mom und Pa auf irgendeine Weise an ihnen Anteil nahmen. Auf dem Cornhill entdeckte er eine Schenke, die ihm gefiel. Sie hieß »The Fox« und war eine Arbeitertaverne von der Art, in die sich Rob's Vater früher immer geflüchtet hatte. Doch er miet das Methaglin und trank nur braunes Ale. Dort traf er einen selbstständigen Baumeister namens George Markham, der zur selben Zeit in der Zimmermannszunft gewesen war wie Rob's Vater. Markham war ein stämmiger, rotgesichtiger Mann mit schwarzem Haar, das an den Schläfen und am unteren Teil seines Bartes schneeweiß geworden war. Er war in einer anderen Hundertschaft gewesen als Nathaniel Cole, aber er erinnerte sich an ihn, und es stellte sich heraus, dass er ein Neffe von Richard Buckerell war, dem damaligen Zunftmeister. Er war mit Turner Horn befreundet gewesen, dem Zimmermannsmeister, bei dem Samuel gelebt hatte, bevor er am Kai überfahren worden war. »Turner und seine Frau sind vor fünf Jahren am Sumpffieber gestorben, ebenso wie ihr jüngstes Kind.« »Das war ein schrecklicher Winter«, sagte Markham. Rob erzählte den Männern im Fox, er sei jahrelang im Ausland gewesen und habe im ostfränkischen Königreich eine Ausbildung zum Arzt gemacht. »Kennt ihr einen Zimmermannslehrling namens Anthony Ute?« fragte er Markham. »Er war Geselle« und ist letztes Jahr an der Brustkrankheit gestorben. Rob nickte, und sie tranken eine Weile, ohne ein Wort zu wechseln. Von Markham und anderen Gästen im Fox erfuhr Rob, was in den vergangenen Jahren mit dem englischen Thron geschehen war. Manches hatte er schon von Bostock in Isfahan gehört, und jetzt erzählte man ihm, dass sich Harold Hereford, der Knut auf den Thron gefolgt war, als ein schwacher König erwiesen hatte, dem jedoch Godwin, der westsächsische Graf, zur Seite stand. Sein Halbbruder Alfred, der sich selbst Kronprinz nannte, war mit einem Heer aus der Normandie gekommen, und Harold's Männer hatten sie niedergemetzelt. Alfred die Augen ausgestochen und ihn in einen Kerker gesperrt, bis er unter entsetzlichen Qualen starb, weil sich seine gematerten Augenhöhlen entzündet hatten. Harold aß und trank sich rasch zu Tode, und harter Knut, ein weiterer Halbbruder von ihm, kehrte nach einem Krieg in Dänemark nach England zurück und folgte ihm auf den Thron. Harter Knut ließ Harold's Leichnam aus seinem Grab in Westminster ausgraben und in einen Sumpf in der Nähe der Isle of Torney werfen, erzählte George Markham, dessen Zunge sich vom vielen Trinken gelockert hatte. Die Leiche seines eigenen Halbbruders, wie einen Sack Scheiße oder einen toten Köter. Markham schilderte, wie der Leichnam des Mannes, der einmal König von England gewesen war, irgendwo im Schilf lag, während Ebbe und Flut über ihn hinwegströmten. Schließlich haben sich ein paar von uns heimlich dort hingeschlichen. Es war kalt in jener Nacht, und dichter Nebel verhüllte den Mond. Wir haben die Leiche in ein Boot gelegt und die Thämse heruntergebracht und die sterblichen Überreste auf dem kleinen Friedhof von St. Clement begraben. Was war unsere Christenpflicht? Er bekreuzigte sich und nahm einen tiefen Schluck aus seinem Krug. Harter Knut blieb nur zwei Jahre König und fiel eines Tages bei einem Hochzeitsbankett tot um, sodass endlich Edward an der Reihe war. Der hatte mittlerweile Godwins Tochter geheiratet, und auch er stand allzu sehr unter dem Einfluss des sächsischen Grafen, doch das Volk mochte ihn. »Edward ist ein guter König«, sagte Markham zu Rob. »Er hat eine richtige Flotte von schwarzen Schiffen bauen lassen.« Rob nickte. »Die sind mir schon aufgefallen.« »Sind sie schnell?« »Schnell genug, um die Meeresstraße Piraten freizuhalten.« Die vielen Geschichten über das Königshaus, ausgeschmückt mit Wirtshausanekdoten und Erinnerungen, ließen die Kehlen austrocknen, die wieder benetzt werden wollten. Es musste so mancher Trinkspruch auf die toten Brüder ausgebracht werden, und erst recht auch auf den noch lebenden Edward, den Herrscher über das Königreich. Und so vergaß Rob an etlichen Abenden, dass er keinen Alkohol vertrug, und kam schwankend vom Fox nach Hause getorkelt, wo Mary einen mürrischen Trunkenbold ausziehen und ins Bett verfrachten musste. Der traurige Zug in ihrem Gesicht vertiefte sich. »Liebster, lass uns von hier fortgehen«, sagte sie eines Tages zu ihm. »Warum? Und wohin?« »Wir könnten in Kilmarnock leben. Ich habe dort Land und eine große Verwandtschaft, die sich herzlich freuen würde, meinen Mann und meine Söhne kennenzulernen.« »Wir dürfen London nicht so schnell abschreiben«, sagte er sanft. Er war kein Narr, und er gelobte, zurückhaltender zu sein, wenn er im Fox war und auch seltener dorthin zu gehen. Er sagte ihr jedoch nicht, dass London für ihn zu einer Art Vision geworden war, die sich nicht darauf beschränkte, hier als Arzt zu arbeiten. Er hatte in Persien vieles gelernt und gesehen, das nun Teil von ihm geworden war, vieles, was die Menschen hier nicht wussten. Er sehnte sich nach dem regen Austausch von medizinischem Wissen, den es in Isfahan gegeben hatte. Dafür war kein Krankenhaus erforderlich, und London schien ihm ein hervorragender Standort für eine Institution wie den Maristan. In diesem Jahr ging der lange, winterliche Frühling in einen nasskalten Sommer über. Jeden Morgen lag dichter Nebel über dem Hafenviertel. Wenn es nicht regnete, brach die Sonne am späten Vormittag durch das Grau und sofort erwachte die Stadt zum Leben. In diesen Augenblicken der Wiedergeburt genoss Rob seine Spaziergänge am meisten, und an einem besonders freundlichen Tag löste sich der Nebel just in dem Moment auf, als er an einem geschäftigen Kai vorbeikam, auf dem gerade eine große Gruppe unfreier Eisenbarren zur Verschiffung aufstapelte. Es waren ungefähr ein Dutzend Stapel mit den schweren Metallbarren. Sie waren zu hoch aufgetürmt, oder vielleicht war eine der Reihen nicht gleichmäßig gestapelt. Rob freute sich gerade an dem Glitzern der Sonne auf dem nassen Metall, als der Fahrer eines Rollwagens unter lauten Rufen und mit knallender Peitsche und wildem Zerren an den Zügeln seine schmutzig-weißen Pferde zu schnell und zu weit rückwärts gehen ließ, sodass das hintere Ende des schweren Wagens mit einem dumpfen Krachen gegen einen der Stapel stieß. Rob hatte sich schon lange geschworen, dass seine Söhne niemals auf den Kais spielen würden. Er hasste Rollwagen. Jedes Mal, wenn er einen sah, musste er daran denken, dass sein Bruder Samuel unter den Rädern eines solchen Wagens zu Tode gequetscht worden war. Und nun wurde er voller Entsetzen Zeuge eines weiteren Unglücks. Der oberste Eisenbarren wurde nach vorne geschoben, sodass er kurz wippend über dem Rand hing und dann, gefolgt von zwei weiteren Barren, nach unten rutschte. Warnende Rufe erschollen, und die Menschen stoben in Panik auseinander, doch zwei der Unfreien wurden von anderen behindert. Bei ihrem Versuch zu fliehen fielen sie zu Boden, und das volle Gewicht eines Eisenbarrens stürzte auf einen von ihnen und tötete ihn auf der Stelle. Das Ende eines weiteren Barrens krachte auf den rechten Unterschenkel des anderen Mannes, und seine Schreie rissen Rob aus der Erstachung. »Los, heb das Ding herunter! Schnell und vorsichtig! Jetzt!« sagte er, und ein halbes Dutzend Unfreie hoben die Eisenbarren von den beiden Männern. Er ließ sie ein gutes Stück weiter wegschaffen, weg von dem Eisenstapel. Ein kurzer Blick genügte, und ihm war klar, dass der Mann, der das volle Gewicht abbekommen hatte, tot war. Seine Brust war eingedrückt, und er war an einer zerfetzten Luftröhre erstickt, sodass sein Gesicht sich bereits dunkel verfärbt hatte und angeschwollen war. Der andere Unfreie schrie nicht mehr, weil er das Bewusstsein verloren hatte, als man ihn hochhob. Das war auch gut so. Fuß und Knöchel waren entsetzlich zertrümmert, und Rob würde sie nicht retten können. Er schickte einen Unfreien zu seinem Haus, um sich von Mary seine Instrumententasche geben zu lassen, und während der Verunglückte noch immer ohne Bewusstsein war, schnitt er die gesunde Haut oberhalb der Verletzung ein und schälte sie ab, um einen Lappen herzustellen. Dann durchtrennte er Fleisch und Muskulatur. Von dem Mann ging ein übler Körpergeruch aus, der Rob nervös und ängstlich machte. Der Gestank eines menschlichen Tieres, das bei Schwerstarbeit Jahr um Jahr geschwitzt hatte, bis seine ungewaschenen Lumpen diesen fauligen Geruch aufgesogen hatten und damit verschmolzen waren, sozusagen zu einem greifbaren Teil seiner selbst geworden waren, wie der geschorene Sklavenkopf oder der Fuß, den Rob nun abnehmen würde. Der Geruch erinnerte Rob an die beiden ähnlich stinkenden, unfreien Schauermänner, die Pa damals von seiner Arbeit am Kai heimgebracht hatten. Heim zum Sterben. »Was zum Teufel macht ihr da?« Er blickte auf und bemühte sich, keine Miene zu verziehen, denn neben ihm stand jemand, den er das letzte Mal im Haus von Jesse Ben Benjamin in Persien gesehen hatte. »Ich verarzte einen Mann.« »Aber man sagt, ihr seid Medikus.« »Das stimmt.« »Ich bin Charles Brostock, Kaufmann und Importeur, Besitzer dieses Lagerhauses und dieses Kais. Und ich bin bei Gott nicht so verrückt, einen Medikus dafür zu bezahlen, dass er einen unfreien behandelt.« Rob zuckte mit den Achseln. Seine Tasche wurde gebracht und er hatte alles soweit vorbereitet. Er nahm seine Knochensäge und trennte den zerquetschten Fuß ab. Dann nähte er den Lappen über den blutigen Stumpf, so sorgfältig, wie Aljusjani es von ihm erwartet hätte. Bostock war noch immer da. »Ich hoffe, ich habe mich deutlich genug ausgedrückt,« sagte er. »Ich werde euch nicht bezahlen. Nicht einen halben Penny kriegt ihr von mir.« Rob nickte. Er klopfte dem Unfreien mit zwei Fingern sacht auf die Wange und der Mann fing an zu stöhnen. »Wer seid ihr?« »Robert Cole, Medikus auf der Thames Street.« »Kennen wir einander, Master?« »Nicht, dass ich wüsste, Master Kaufmann.« Er suchte seine Sachen zusammen, nickte und entfernte sich. Am Ende des Kais riskierte er einen Blick über die Schulter und sah, dass Bostock dort stand, wie jemand, der völlig versteinert oder zutiefst verwirrt ist und ihm hinterherstarrte, während Rob seine Flucht fortsetzte. Er sagte sich, dass Bostock in Isfahan einen turban-tragenden Juden mit buschigem Bart und persischer Kleidung gesehen hatte, den fremdartigen Jesse Ben Benjamin. Und auf dem Kai hatte er mit Robert Jeremy Cole, einem freien Londoner im schlichten englischen Gewand gesprochen, dessen Gesicht sich durch den gestutzten Bart völlig verändert hatte. Haben musste. Es war möglich, dass Bostock sich überhaupt nicht mehr an ihn erinnerte. Aber genauso war es möglich, dass dies doch der Fall war. Rob kaute an der Frage wie ein Hund an einem Knochen. Er hatte nicht so sehr Angst um sich, obwohl er natürlich Angst hatte, sondern er machte sich Sorgen, was aus seiner Frau und den Kindern werden würde, falls er Schwierigkeiten bekäme. Und als Mary am Abend erneut von Kilmarnock sprach, wurde ihm allmählich klar, was zu tun war. »Ich wünsche mir so sehr, dass wir dorthin ziehen«, sagte sie. »Ich sehne mich danach, über das Land zu gehen, das mir gehört, und wieder unter Verwandten und Schotten zu leben.« »Ich habe hier noch einiges zu erledigen«, sagte er langsam. Er nahm ihre Hände. »Aber ich denke, dass du mit den Kindern ohne mich nach Kilmarnock reisen solltest.« »Ohne dich?« »Ja.« Sie saß vollkommen ruhig da. Die Blässe schien ihre hohen Wangenknochen zu betonen und malte faszinierende Schatten in ihr schmales Gesicht, sodass ihre Augen noch größer schienen, als sie ihn prüfend betrachtete. Ihre Mundwinkel, diese feinsinnigen Mundwinkel, die stets ihre Gefühle verrieten, sagten ihm, wie erschreckend dieser Vorschlag für sie war. »Wenn du das wirklich möchtest, werden wir gehen«, sagte sie leise. In den folgenden Tagen änderte er seine Meinung immer wieder. Nichts geschah. Es kamen keine bewaffneten Männer, um ihn zu verhaften. Es war offensichtlich, dass Herr Bostock zwar irgendwie bekannt vorgekommen war, aber dass der Kaufmann in ihm nicht Jesse Ben Benjamin wiedererkannt hatte. »Bleibt hier«, wollte er ihr sagen. Mehrmals hätte er es auch fast gesagt, aber immer hielt ihn irgendetwas davor zurück, die Worte auszusprechen. Die Angst lastete schwer auf ihm. Und es konnte nicht schaden, wenn sie und die Jungen eine Zeit lang woanders in Sicherheit wären. Also sprachen sie erneut darüber. »Könntest du dich darum kümmern, dass wir zum Hafen von Dunbar kommen?«, fragte sie. »Warum nach Dunbar?« »Dort wohnen die McPhees, Verwandte der Cullens. Sie werden uns sicher bis Kilmarnock bringen.« Nach Dunbar zu kommen war kein Problem, wie sich herausstellte. Der Sommer war fast zu Ende, und die Schiffsbesitzer versuchten, noch möglichst viele kurze Fahrten zu unternehmen, bevor die ersten Stürme die Nordsee heimsuchten und den Schiffsverkehr für den Winter stilllegten. Im Fox hörte Rob von einem Frachtboot, das Dunbar anlaufen würde. Es hieß »Elf Gifu«, nach der Mutter von Harold Hereford, und sein Kapitän war ein grauhaariger Däne, der sich über drei Passagiere freute, die gut zahlen und wenig essen würden. Die Elf Gifu sollte in nicht ganz zwei Wochen auslaufen, und hastige Reisevorbereitungen waren erforderlich. Kleidung musste ausgebessert werden, und es galt zu entscheiden, was Mary mitnehmen würde und was nicht. Und plötzlich waren es nur noch wenige Tage bis zu ihrem Abschied. »Ich komme nach Kilmarnock nach, sobald ich kann.« »Kommst du wirklich?«, fragte sie. »Natürlich.« In der Nacht vor ihrer Abreise sagte sie, »Wenn du nicht kommen kannst, ich werde kommen.« »Aber wenn du nicht kommst, wenn das Schicksal uns für immer trennt, dann sollst du wissen, dass meine Verwandten die Jungen zu Männern erziehen werden.« Das ärgerte ihn mehr, als es ihn beruhigte. Es steigerte seine Angst sogar so sehr, dass es ihm leid tat, sie fortgeschickt zu haben. Sie berührten einander vorsichtig an all den vertrauten Stellen des Körpers, wie zwei Blinde, die die Erinnerung aneinander in ihren Händen bewahren wollten. Es war ein trauriges Liebesspiel, als ob sie wüssten, dass es das letzte Mal war. Hinterher weinte sie lautlos, und er hielt sie stumm in den Armen. Er wollte ihr manches sagen, konnte es aber nicht. Am Morgen brachte er sie beim ersten grauen Tageslicht an Bord der Elfgifu. Sie war wie ein robustes Wikinger-Schiff gebaut, aber nur sechzig Fuß lang und mit einem offenen Deck. Es gab bloß einen dreißig Fuß hohen Mast und ein großes viereckiges Segel, und der Bootsrumpf war aus dicken, einander überlappenden Eichenplanken gezimmert. Die schwarzen Schiffe des Königs würden dafür sorgen, dass die Piraten weit draußen auf dem Meer blieben, und die Elfgifu würde dicht an der Küste entlang segeln, um Waren abzuliefern oder Fracht aufzunehmen und beim ersten Anzeichen eines Sturmes einen Hafen anlaufen. Sie war ein sehr sicheres Boot. Rob stand am Kai. Mary hatte ihr versteinertes Gesicht aufgesetzt, den Panzer, den sie immer trug, wenn sie sich gegen die Gefahren der Welt wappnete. Obwohl das Boot nur in der Dünung schaukelte, war der arme Tam schon jetzt ganz grün im Gesicht und machte einen elenden Eindruck. »Du musst sein Bein weiter massieren«, rief Rob und machte dabei die entsprechenden Bewegungen. Sie nickte, um zu zeigen, dass sie ihn verstanden hatte. Ein Mitglied der Bootsmannschaft holte das Haltetau ein, und das Boot schwenkte aufs offene Wasser. Zwanzig Ruderer legten sich ins Zeug, und die Elfgifu wurde in die starke Ebbeströmung hineingezogen. Als gute Mutter hatte Mary ihre Söhne auf der Fracht mitten im Boot untergebracht, wo sie nicht über Bord fallen konnten. Sie beugte sich vor und sagte etwas zu Rob James, als gerade das Segel gehisst wurde. »Leb wohl, Pa!« erklang gehorsam die dünne, klare Stimme. »Möge Gott euch beschützen«, rief Rob. Schon bald waren sie wirklich fort, obwohl er wie angewurzelt stehen blieb und angestrengt hinter ihnen her sah. Er wollte den Kai nie mehr verlassen, denn plötzlich durchfuhr ihn die Erkenntnis, dass er wieder an demselben Punkt angelangt war, an dem er sich als neunjähriger Junge befunden hatte, allein in London, ohne Familie, ohne Freunde. Das Lyceum Am 9. November dieses Jahres wurde eine Frau namens Julia Swain als Hexe verhaftet, was sich wie ein Lauffeuer in der Stadt herumsprach. Man beschuldigte sie, ihre 16-jährige Tochter Glynna in ein fliegendes Pferd verwandelt und so grausam geritten zu haben, dass das Mädchen für immer verkrüppelt bleiben würde. »Wenn das ist, ist es widerwärtig und abscheulich, dem eigenen Kind so etwas anzutun«, empörte sich Rob's Hausherr. Rob vermisste seine eigenen Kinder schmerzlich und ihre Mutter. Der erste Meeressturm war gut vier Wochen nach ihrer Abreise aufgekommen, aber da mussten sie längst in Dunbar eingetroffen sein, und er betete, dass sie, wo immer sie sich befänden, an sicheren Orten abwarten könnten, bis die Stürme sich legten. Er wurde wieder zu einem einsamen Wanderer, der jedes Viertel von London besuchte, das er einst gekannt hatte, und all die neuen Sehenswürdigkeiten, die in den Jahren nach seiner Kindheit entstanden waren. Als er vor dem Kingshaus stand, das ihm einst als die vollkommene Verkörperung königlicher Pracht erschienen war, staunte er über den Unterschied zwischen der englischen Schlichtheit und der himmelsstürmenden Herrlichkeit des Hauses des Paradieses. König Edward hielt sich vorwiegend in seiner Burg in Winchester auf. Doch eines Morgens sah Rob ihn vor dem Kingshaus stumm mit seinen Leibwächtern und dem Gefolge spazieren gehen, nachdenklich und in sich gekehrt. Für seine 41 Jahre sah Edward alt aus. Es hieß, dass sein Haar schon in jungen Jahren weiß geworden sei, als er erfahren hatte, was Harold Hereford ihrem gemeinsamen Bruder Alfred angetan hatte. Rob fand, dass Edward eine nicht annähernd zu herrschaftliche Gestalt war wie Allah, aber er rief sich in Erinnerung, dass Allah Shah tot war und König Edward am Leben. Von Michaelis Tag an war der Herbst kalt und es wehten schneidende Winde. Anfang Winter wurde es dann warm und regnerisch. Er dachte oft an seine Lieben und hätte gern gewusst, wann sie in Kilmarnock eingetroffen waren. Aus lauter Einsamkeit verbrachte er so manchen Abend im Fox, bemühte sich aber maßvoll zu trinken, denn er wollte nicht wieder in Raufereien verwickelt werden wie in seiner Jugend. Aber das Trinken munterte ihn nicht auf, sondern machte ihn nur noch trauriger. Er spürte nämlich, wie er sich allmählich in seinen Vater verwandelte. Einen Mann, der sich stets in Wirtshäusern herumgetrieben hatte. So fiel es ihm leichter, den dirrenen und leichten Mädchen zu widerstehen, die ihm aufgrund seiner quälenden Fleischeslust noch hübscher erschienen. Verbittert sagte er sich, dass er sich trotz der Trinkerei nicht vollends in Nathaniel Cole verwandeln musste, den verheirateten Hurenbock. In der Adventszeit wurde er noch bedrückter, denn Weihnachten war ein Fest, das man nur mit der Familie wirklich feiern konnte. Am Weihnachtsabend aß er im Fox, Schweinskopf-Sülze und Hammel-Pastete, die er mit reichlich Met hinunterspülte. Auf dem Nachhauseweg wurde er Zeuge, als zwei Seeleute einen Mann zusammenschlugen, dessen Lederhut im Schlamm lag und er einen schwarzen Kaftan trug. Einer der Seeleute hielt dem Juden die Arme auf dem Rücken fest, während der andere mit den Fäusten auf ihn einschlug, was jedes Mal ein dumpfes, schauerliches Geräusch hervorrief. »Hört auf, ihr Mistkerle!« Der Schläger unterbrach seine Arbeit. »Zisch ab, Master, solange du doch kannst!« »Was hat er angestellt?« »Ein Verbrechen, das vor tausend Jahren begangen wurde, und jetzt schicken wir diesen stinkenden französischen Hebräer als Leiche zurück in die Normandie. »Lasst ihn in Ruhe!« »Wenn du so an ihm hängst, sehen wir gerne zu, wie du ihm den Schwanz lutschst!« Der Alkohol hatte in Rob schon immer eine wütende Angriffslust geweckt, und er war bereit. Seine Faust krachte in das harte, hässliche Gesicht. Der Komplize ließ den Juden los und machte einen Satz nach hinten, während der Seemann, den er niedergeschlagen hatte, schwerfällig auf die Beine kam. »Du Dreckskerl! Du wirst das Blut des Erlösers aus dem Becher dieses verfluchten Juden trinken!« Rob setzte ihnen nicht nach, als sie davonliefen. Der Jude, ein großer Mann mittleren Alters, stand mit bebenden Schultern da. Seine Nase blutete, die Lippen waren aufgeplatzt, aber der Grund für seine Tränen war wohl eher in der Demütigung, als in den Schmerzen zu suchen. »Was geht da vor?«, fragte ein Mann, der hinzugekommen war. Er hatte krauses, rotes Haar, einen ebensolchen Bart und eine große, von bläulichen Adern durchzogenen Nase. »Ist schon gut. Dieser Mann ist überfallen worden.« »Hm. Seid ihr sicher, dass er nicht der Angreifer war?« »Ja.« Der Jude hatte die Fassung wiedergewonnen und seine Sprache wiedergefunden. Es wurde deutlich, dass er seine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen wollte, aber er sprach wortreich Französisch. »Versteht ihr diese Sprache?«, fragte Rob den Rothaarigen. Der schüttelte nur verächtlich den Kopf. Rob wollte mit dem Juden in seiner Sprache reden und ihm ein friedlicheres Lichterfest wünschen, aber er wagte es nicht in Gegenwart des Zeugen. Gleich darauf hob der Jude seinen Hut auf und entfernte sich, ebenso wie der Zuschauer. Am Flussufer entdeckte Rob ein kleines Wirtshaus und belohnte sich mit Rotwein. Die Schenke war dunkel und stickig, und er nahm die Weinflasche mit auf einen Kai, um sie dort zu trinken. Er setzte sich auf einen Pfahl, den vielleicht noch sein Vater aufgestellt hatte, und ließ sich vom Regen durchnässen und vom Wind durchpusten, während die gefährlich aussehenden grauen Wellen unter ihm ans Ufer klatschten. Er war zufrieden. Gab es einen besseren Tag, um eine Kreuzigung zu vereiteln? Der Wein war nicht gerade ein edler Tropfen und brannte etwas im Hals, aber er tat ihm gut. Wenn er es sich gestattete, war er seines Vaters Sohn, der gern mal einen über den Durst trank. Nein, die Verwandlung hatte sich bereits vollzogen. Er war Nathaniel Cole, er war Paar, und er wusste, dass er auf eine seltsame Weise auch Mirdin und Karim war, und Allah, und dann Wangalil, und Abu Ali el-Hussein ibn Abdullah ibn Sina. Oh ja, vor allem war er ibn Sina. Aber er war auch der dicke Wegelagerer, den er vor Jahren getötet hatte, und dieser frömmelnde alte Arsch von Haji Davoud Hussain. Mit einer Klarheit, die ihn benommener machte als der Wein, erkannte er, dass er all diese Männer war, und dass all diese Männer Teil von ihm waren, und dass er jedes Mal, wenn er den verdammten schwarzen Ritter bekämpfte, im Grunde nur um sein eigenes Überleben rang. Allein und betrunken, wie er war, wurde ihm das zum ersten Mal bewusst. Als er den Wein getrunken hatte, ließ er sich von dem Pfahl heruntergleiten. In der Hand die leere Flasche, die schon bald irgendeine Arznei enthalten würde, oder vielleicht die Pisse eines Patienten, die zu einem angemessenen Preis untersucht werden würde, machte er sich zusammen mit all den anderen vorsichtig und unsicher auf den Weg und kehrte in die Geborgenheit des Hauses an der Thames Street zurück. Er war nicht deshalb ohne Frau und Kind zurückgeblieben, um zum Trinker zu werden, sagte er sich streng am nächsten Morgen, als sein Kopf wieder klar war. Entschlossen, sich eingehender mit der Heilkunst zu befassen, ging er zu einem Kräutergeschäft an der unteren Thames Street, um seinen Arzneimittelvorrat aufzufüllen, denn in London war es einfacher, bestimmte Kräuter käuflich zu erwerben, als sie in der freien Natur selbst zu suchen. Er hatte den Besitzer des Ladens bereits kennengelernt, einen kleinen, aufgeregten Mann namens Ralph Pollard, der ein tüchtiger Apotheker zu sein schien. »Wo kann ich mit anderen Ärzten ins Gespräch kommen?«, fragte Rob ihn. »Tja, da wäre das Lyceum, Master Cole.« »So nennt sich eine regelmäßige Versammlung der Ärzte dieser Stadt.« »Genaueres kann ich euch nicht sagen, aber bestimmt weiß Master Rufus mehr darüber,« antwortete er und deutete auf einen Mann, der am anderen Ende des Raumes gerade an einem getrockneten Portulackzweig roch, um das Aroma zu prüfen. Pollard führte Rob durch den Laden und stellte ihn Aubrey Rufus vor, einem Medikus von der Fanchurch Street. »Ich habe Master Cole von dem Lyceum der Ärzte erzählt,«, sagte er, »aber ich konnte ihm nichts Näheres darüber berichten.« Rufus, ein sachlich wirkender Mann, der rund zehn Jahre älter sein mochte als Rob, fuhr sich mit der Hand über das schüttere, rotblonde Haar und nickte recht freundlich. »Es findet an jedem ersten Montag im Monat statt, und zwar zur Abendessenszeit, in dem Raum über der Illingworth's Tavern auf dem Cornhill. Es liefert uns vor allem einen Vorwand, uns richtig den Bauch vollzuschlagen. Jeder bezahlt das, was er verzehrt, selbst.« »Braucht man eine Einladung?« »Ganz und gar nicht. Es steht allen Londoner Ärzten offen. Aber wenn ihr gern eine Einladung hättet, schön, dann lade ich euch hiermit ein,«, sagte Rufus umgänglich, und Rob bedankte sich lächelnd und verabschiedete sich. »Und so kam es, dass er am ersten Montag des nasskalten neuen Jahres zur Illingworth Tavern ging und dort an die zwanzig Mediziner antraf. Sie saßen an Tischen, tranken, plauderten und lachten, und als er eintrat, begutachteten sie ihn mit der verstohlenen Neugier, die man einem Neuling entgegenbringt. Der erste Mann, den er wiedererkannte, war Han, der, als er Rob sah, die Stirn runzelte und seinen Nachbarn etwas zutuschelte. Aber Aubrey Rufus saß an einem anderen Tisch und winkte Rob, sich zu ihm zu setzen. Er stellte seine vier Tischgenossen vor und erwähnte, dass Rob erst kürzlich in die Stadt gekommen sei und sich an der Thames Street niedergelassen habe. Auch sie beäugten ihn mehr oder weniger mit demselben Misstrauen, das Han ihm entgegenbrachte. »Bei wem seid ihr in die Lehre gegangen?«, erkundigte sich ein Mann namens Brace. »Ich war bei einem Medikus namens Heppmann in der ostfränkischen Stadt Freising.« Als sie während Thames Krankheit in Freising gewohnt hatten, war Heppmann ihr Hauswirt gewesen. »Hm«, meinte Brace, was offenbar seine Meinung über im Ausland ausgebildete Ärzte ausdrücken sollte. »Wie lange hat eure Lehre gedauert?« »Sechs Jahre.« Sein Verhör endete, als das Essen aufgetragen wurde. Es gab zu lang gebratenes Geflügel mit gebackenen Rüben und Ale, von dem Rob in Maßen trank, weil er einen klaren Kopf bewahren wollte. Nach dem Essen stellte sich heraus, dass Brace an diesem Abend der Vortragende war. Er sprach über das Schröpfen und ermahnte seine Ärzte-Kollegen, den Schröpfkopf hinreichend zu erwärmen, denn es sei die Wärme des Glases, die das schlechte Blut an die Hautoberfläche ziehe, wo es dann durch kleine Einschnitte abgezapft werden könne. »Ihr müsst den Patienten zeigen, dass ihr der festen Überzeugung seid, wiederholtes Schröpfen und häufiger Aderlass werde die Heilung herbeiführen, so dass sie eure Zuversicht teilen,« sagte Brace. Der Vortrag war schlecht vorbereitet, und bei dem anschließenden Gespräch wurde Rob deutlich, dass er schon mit elf Jahren vom Bader mehr gelernt hatte über Aderlass und Schröpfen und darüber, wann diese Methoden eingesetzt werden sollten und wann nicht, als die meisten dieser Ärzte überhaupt wussten. Das Lyzeum war also eine Enttäuschung. Es schien ihnen fast ausschließlich um ihre Honorare und ihr Einkommen zu gehen. Rufus zog sogar den Vorsitzenden, einen königlichen Medikus namens Dryfield, im Spaß damit auf, dass er jedes Jahr ein schönes Gehalt und neue Gewänder bekam. »Es ist auch möglich, gegen Gehalt als Arzt zu arbeiten, ohne für den König tätig zu sein,« sagte Rob. Plötzlich hatte er ihre volle Aufmerksamkeit. »Wie soll das angehen?«, fragte Dryfield. »Ein Arzt könnte für ein Krankenhaus arbeiten, ein Zentrum der Heilkunst, das den Kranken und der Erforschung von Krankheiten dient.« Einige blickten ihn verständnislos an, doch Dryfield nickte. »Eine Idee aus dem Orient, die allmählich Verbreitung findet. In Salerno soll ein neues Krankenhaus eingerichtet worden sein. Und in Paris gibt es schon lange das Hotel de Dieu. Aber ich muss euch warnen, man schickt die Menschen ins Hotel de Dieu, um sie zu vergessen und dort sterben zu lassen. »Es ist ein höllischer Ort.« »Krankenhäuser müssten aber nicht so sein wie das Hotel de Dieu,« sagte Rob. Es belastete ihn, dass er ihnen nichts vom Maristan erzählen konnte. Han mischte sich ein. »So etwas mag ja bei den schwierigeren Rassen funktionieren. Doch englische Ärzte sind ganz unabhängige Köpfe, und es muss ihnen möglich sein, ihre eigenen Geschäfte zu führen.« »Aber die Medizin ist doch mehr als ein Geschäft,« wandte Rob vorsichtig ein. »Sie ist weniger als ein Geschäft,« erklärte Han, »wenn man so wenig verdient und dauernd rotznasige Neulinge nach London kommen. Wie kommt ihr darauf, dass sie mehr als ein Geschäft sein soll?« »Sie ist eine Berufung, Master Han,« sagte Rob, »so wie man von manchen Menschen sagt, dass sie von Gott zum Leben für die Kirche berufen sind.« Brace lachte höhnisch auf. Aber der Vorsitzende hatte genug von der Auseinandersetzung und hüstelte. »Wer erklärt sich bereit, nächsten Monat den Vortrag zu halten?«, fragte er. Stille trat ein. »Bitte, jeder muss seinen Beitrag leisten,« sagte Dryfield ungeduldig. Es war ein Fehler, sich gleich beim ersten Treffen anzubieten, und Rob wusste es. Aber sonst meldete sich niemand, und schließlich sagte er, »Ich werde einen Vortrag halten, wenn ihr es wünscht.« Dryfield zog die Augenbrauen hoch. »Und zu welchem Thema, Master?« »Ich werde über das Thema der Seitenkrankheit sprechen.« »Über die Seitenkrankheit, äh, Master, äh, Crow war der Name?« »Cole.« »Master Cole.« »Aber ja, ein Vortrag über die Seitenkrankheit wäre ganz ausgezeichnet,« sagte der Vorsitzende und strahlte. Julia Swain, die als Hexe angeklagt worden war, hatte gestanden. Der Hexenfleck war auf der weichen, weißen Haut der Innenseite ihres Armes entdeckt worden, knapp unterhalb der linken Schulter. Ihre Tochter Glynna bezeugte, dass Julia sie festgehalten und gelacht habe, während sie von jemandem, den sie für den Leibhaftigen hielt, genommen wurde. Etliche ihrer Opfer beschuldigten sie der Zauberei. Als die Hexe gerade auf den Stuhl gefesselt wurde, um in die eisige Temse getaucht zu werden, beschloss sie endlich, alles zu gestehen, und nun arbeitete sie mit den Hexenjägern der Kirche zusammen, die sie, wie es hieß, ausführlich nach allen möglichen Auswüchsen der schwarzen Kunst befragten. Rob versuchte, nicht an sie zu denken. Er kaufte eine dickliche, graue Stute und stellte sie im ehemaligen Eggleston-Stall unter, der jetzt einem Mann namens Thorn gehörte. Sie war schon älter und auch keine Schönheit, aber, so sagte er sich, er wollte ja auch nicht mit ihr Stockball spielen. Er ritt zu seinen Patienten, wenn er gerufen wurde, andere fanden den Weg zu seiner Tür. Viele Menschen litten in dieser Jahreszeit an Krupp, und obwohl er sich gewünscht hätte, persische Arzneien wie Tamarinde, Granatapfel und zerstoßene Feigen zur Verfügung zu haben, fertigte er seine Heilmittel aus dem, was ihm zur Verfügung stand. In Rosenwasser eingelegter Portulack zum Gurgeln bei Halsentzündung, einen Aufguss aus getrockneten Feilchen gegen Kopfschmerzen und Fieber, Fichtenharz mit Honig vermischt zur Einnahme gegen Verschleimung und Husten. Einer der Patienten, die zu ihm kamen, sagte, sein Name sei Thomas Hood. Sein Haar und sein Bart waren rötlich, und er hatte eine fleckige Nase. Er kam Rob bekannt vor, und plötzlich erinnerte er sich, dass dieser Mann bei dem Zwischenfall mit dem Juden und den beiden Seeleuten hinzugekommen war. Die Symptome, die Hood ihm schilderte, deuteten auf Soa hin, aber er hatte keine Pusteln im Mund, kein Fieber, keinen entzündeten Hals, und er war viel zu munter, um ernstlich krank zu sein. Tatsächlich stellte er Rob unablaessig persoenliche Fragen. Selbst ein Blinder hatte sofort erkannt, dass der Mann kein Patient, sondern ein Schnueffler war. Rob erzählte ihm nichts, verschrieb ein starkes Abfuhrmittel, von dem er wusste, dass Hood es nicht nehmen würde, und schob ihn trotz weiterer Fragen, auf die er nicht antwortete, zur Tuer hinaus. Doch dieser Besuch beunruhigte ihn über die Maßen. Wer hatte Hood zu ihm geschickt? Für wen stellte er Nachforschungen an? Und war es reiner Zufall gewesen, dass er Rob's Zusammenstoß mit den beiden Seeleuten beobachtet hatte? Am nächsten Tag erhielt er eine mögliche Erklärung, als er zu dem Kräuterladen ging, um Zutaten für seine Arzneien zu kaufen, und erneut auf Aubrey Rufus traf, der aus dem gleichen Grund gekommen war. »Hann hetzt gegen euch, wo er nur kann«, erzählte ihm Rufus. »Er sagt, ihr wäret zuvor laut, dass ihr wie ein Raufbold und Schuft ausseht, und er bezweifelt, dass ihr wirklich Arzt seid. Er möchte durchsetzen, dass keiner am Lyceum teilnehmen darf, der nicht bei einem englischen Medicus ausgebildet worden ist.« »Was ratet ihr mir?« »Ach, tut einfach nichts«, sagte Rufus. »Offensichtlich kann er sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass er sich die Thames Street jetzt mit euch teilen muss. Hier weiß jeder, dass Han für eine Münze seinem eigenen Großvater die Eier abschneiden würde. »Man wird nicht auf ihn hören.« Etwas ruhiger geworden, kehrte Rob in das Haus auf der Thames Street zurück. Er würde ihre Zweifel mit Gelehrsamkeit ausräumen, beschloss er, und bereitete den Vortrag über die Seitenkrankheit so gründlich vor, als würde er ihn in der Madrasse halten. Am ursprünglichen Lyceum im alten Athen hatte Aristoteles gelehrt. Er war nicht Aristoteles, aber er war von Iben Sina ausgebildet worden, und er würde diesen Londoner Ärzten zeigen, wie ein medizinischer Vortrag aussehen konnte. Natürlich waren sie interessiert, denn jedes Mitglied des Lyceums hatte schon Patienten verloren, die an rasenden Schmerzen im rechten Unterbauch gelitten hatten. Aber es gab auch allgemeine Häme. »Ein kleiner Wurm?«, fragte ein schielender Arzt namens Sargent gedehnt, »ein kleiner, rosa Wurm im Bauch?« »Ein wurmähnlicher Fortsatz, Master«, erwiderte Rob förmlich, »mit dem Blinddarm verbunden und eiternd.« »Die Zeichnungen von Galen zeigen keinerlei wurmartigen Fortsatz am Blinddarm,« wandte Dryfield ein. »Celsius, Rases, Aristoteles, Dioscurides, wer von ihnen hat über einen solchen Fortsatz geschrieben?« »Keiner.« »Was aber nicht heißt, dass es ihn nicht gibt.« »Habt ihr einmal ein Schwein seziert, Master Cole?«, fragte Han. »Ja.« »Nun, dann werdet ihr wohl wissen, dass das Schwein die gleichen Innereien wie ein Mensch hat. Habt ihr jemals einen rosafarbenen Fortsatz am Blinddarm eines Schweins entdeckt?« »Es war ein Schweinswürstchen, Master«, rief ein Witzbold, was allgemeines Gelächter auslöste. »Das Innere eines Schweines ist dem des Menschen ähnlich«, sagte Rob geduldig, »aber es gibt feine Unterschiede. Einer davon ist der kleine Fortsatz am menschlichen Blinddarm.« Er entrollte seine Zeichnung »Der durchsichtige Mann« und befestigte sie mit Eisenstiften an der Wand. »Das hier meine ich. Wir sehen den Fortsatz hier im Anfangsstadium einer Entzündung.« »Angenommen, die Seitenkrankheit wird wirklich so hervorgerufen, wie ihr es beschrieben habt,« sagte ein Medikus mit starkem dänischem Akzent. »Welche Behandlung schlagt ihr dann vor?« »Ich weiß keine.« Die Zuhörer murrten. »Was spielt es denn dann für eine Rolle, ob wir die Ursache der Krankheit kennen oder nicht?« Andere äußerten laut ihre Zustimmung und vergaßen in ihrem einmütigen Bestreben, dem Neuling zu widersprechen, dass sie die Däne nicht ausstehen konnten. »Die Medizin lässt sich mit dem langsamen Errichten einer Mauer vergleichen«, erwiderte Rob. »Wir können uns glücklich schätzen, wenn wir im Laufe unseres Lebens einen kleinen Ziegelstein dazu beitragen können.« »Wenn es uns gelingt, die Krankheit zu erklären, kann vielleicht jemand, der heute noch gar nicht geboren ist, irgendwann eine Heilmöglichkeit ersinnen.« Verstärktes Murren. Sie drängten sich zusammen und studierten den durchsichtigen Mann. »Eure Zeichnung, Master Cole?« fragte Dryfield, dem die Signatur aufgefallen war. »Ja.« »Das ist eine hervorragende Arbeit,« sagte der Vorsitzende. »Welches Modell hattet ihr als Vorlage?« »Einen Mann, dessen Bauch aufgerissen war.« »Dann habt ihr ja erst einen solchen Fortsatz gesehen,« meinte Han. »Und bestimmt hat euch die Stimme des Allmächtigen, die euch zu unserer Berufung auserwählt hat, verraten, dass dieses rosa Würmchen universaler Natur ist.« Das löste weiteres Gelächter aus, und Rob ließ seiner Verärgerung freien Lauf. »Ich glaube tatsächlich, dass der Fortsatz am Blinddarm universaler Natur ist. Ich habe ihn bei mehr als einem Menschen gesehen.« »Bei wie vielen?« »Wenigstens vier?« »Bei wenigstens einem halben Dutzend.« »Jetzt starten sie nicht mehr die Zeichnungen, sondern ihn an.« »Ein halbes Dutzend, Mastercall? Wie war es euch möglich, in die Körper von sechs Menschen zu blicken?« fragte Dryfield. Einigen war bei einem Unfall der Bauch aufgerissen worden. Anderen wurde im Kampf der Bauch aufgeschlitzt. Sie waren nicht alle meine Patienten, und diese Fälle ereigneten sich in einem Zeitraum von mehreren Jahren. Selbst in seinen Ohren hörte sich das unwahrscheinlich an. »Waren auch Frauen darunter?« erkundigte sich Dryfield. »Es waren auch ein paar Frauen dabei«, sagte er zögernd. Mit einem langgezogenen »Hm« gab der Vorsitzende zu verstehen, dass er Rob für einen Lügner hielt. »Dann haben die Frauen wohl Zweikämpfe bestritten?« fragte Han zuckersüß, und diesmal musste selbst Rufus lachen. »Das nenne ich einen echten Zufall, dass ihr Gelegenheit hattet, in so viele Körper hineinzuschauen«, sagte Han, und als Rob das triumphierende Frohlocken in seinen Augen sah, begriff er, dass es von vornherein ein Fehler gewesen war, sich für einen Vortrag im Lyceum zu melden. Julia Swain entging der Thämse nicht. Am letzten Februartag versammelten sich bei Tagesanbruch über 2000 Menschen, um begeistert zuzuschauen, wie sie gemeinsam mit einem Hahn, einer Schlange und einem schweren Stein in einen Sack eingenäht und in den tiefen Flussabschnitt bei St. Giles geworfen wurde. Rob blieb dem Spektakel fern. Stattdessen ging er zu Bostocks Kai, um nach dem Leibeigenen zu sehen, dessen Fuß er amputiert hatte. Aber der Mann war nirgendwo zu finden, und von einem barschen Aufseher konnte er nur in Erfahrung bringen, dass man ihn aus London fortgeschafft hatte. Rob fürchtete das Schlimmste, denn er wusste, dass das Leben eines Unfreien von seiner Fähigkeit abhing, schwer zu arbeiten. Auf dem Kai sah er einen anderen Unfreien, dessen Rücken von tiefen Peitschensträmen überzogen war, die sich in seinen Körper zu fressen schienen. Rob ging nach Hause und rührte eine Salbe an aus Ziegenfett, Schweinefett, Öl, Weihrauch und Kupferoxid, kehrte dann zum Kai zurück und rieb die entzündete Haut des Unfreien damit ein. »Heda, was zum Teufel soll das?« Ein Aufseher kam auf sie zugelaufen, und obwohl Rob die Salbe noch nicht ganz aufgetragen hatte, floh der Leibeigene. »Das ist der Kerl von Master Bostock.« »Weiß er, dass ihr hier seid?« »Das tut nichts zur Sache.« Der Aufseher funkelte ihn zornig an, folgte ihm aber nicht, und Rob war froh, dass er Bostocks Kai unbehelligt verlassen konnte. Es kamen zahlende Patienten zu ihm. Er heilte eine blasse, weinerliche Frau von Unterleibsblutungen, indem er sie mit abgekochter Kuhmilch behandelte. Ein wohlhabender Schiffsbauer kam mit blutbesudeltem Kittel. Er hatte einen so tiefen Schnitt im Handgelenk, dass die Hand fast abgetrennt war. Der Mann gab sogleich zu, dass er sich die Wunde mit dem eigenen Messer zugefügt hatte, als er sich in einem Anfall von Verzweiflung im betrunkenen Zustand das Leben hatte nehmen wollen. Um ein Haar wäre der Schnitt, der fast bis auf den Knochen ging, auch wirklich tödlich gewesen. Rob wusste aufgrund der heimlichen Studien, die er im Leichenhaus des Maristan gemacht hatte, dass die Arterie im Handgelenk dicht neben dem Knochen lag. Hätte der Mann auch nur ein winziges Stückchen tiefer geschnitten, wäre ihm sein rauschbedingter Todeswunsch erfüllt worden. Jedenfalls hatte er die zähen Bänder durchtrennt, die für die Beweglichkeit des Daumens und des Zeigefingers zuständig waren. Nachdem Rob das Handgelenk genäht und verbunden hatte, waren diese Finger steif und gefühllos. Bekommen Sie wieder Gefühl und Beweglichkeit? Das liegt bei Gott. Ihr habt fachmännische Arbeit geleistet. Ich denke, wenn er es noch einmal versucht, wird es euch gelingen. Deshalb müsst ihr das Trinken sein lassen, wenn ihr leben wollt. Rob fürchtete, dass der Mann es wieder versuchen würde. Es war die Zeit des Jahres, in der mehr Abführmittel gebraucht wurden, weil es den ganzen Winter über kein Blatt Gemüse gegeben hatte. Und er setzte einen Sud aus Rhabarber an, den er in einer einzigen Woche aufbrauchte. Er behandelte einen Mann, der von einem Esel in den Hals gebissen worden war, öffnete mit der Lanzette zwei Vorunkel, legte einen Verband um einen verstauchten Knöchel an und richtete einen gebrochenen Finger. Einmal wurde er mitten in der Nacht von einer verängstigten Frau in einen anderen Teil der Thames Street gerufen, den Teil, den er mittlerweile als Niemandsland betrachtete, weil er genau in der Mitte zwischen seinem und Hans Haus lag. Es wäre ihm lieber gewesen, sie hätte Han gerufen, denn ihr Mann war schwer erkrankt. Er arbeitete als Knecht in Thorns Stall und hatte sich drei Tage zuvor in den Daumen geschnitten. Am Abend hatte er sich mit Schmerzen in den Lenden zu Bett gelegt. Jetzt hatte er die Maulsperre, zwischen den zusammengepressten Zähnen trat schaumiger Speichel hervor und sein Körper war wie ein Bogen gespannt. Er hatte den Rücken so stark durchgedrückt, dass er nur noch mit Fersen und Hinterkopf auflag. Rob hatte diese Krankheit noch nie zuvor gesehen, aber er erkannte sie als den von Iben Sina beschriebenen Epistotonos, den Rückwärtskrampf. Es gab keine Heilung dafür und der Mann starb noch in derselben Nacht. Die Erfahrung im Lyceum hatte bei Rob einen üblen Nachgeschmack hinterlassen. An jenem Montag zwang er sich, als stummer Zuschauer der Märzversammlung beizuwohnen, doch der Schaden war nicht mehr gut zu machen und ihm war klar, dass sie ihn für einen törichten Palhans hielten, mit dem die Fantasie durchgegangen war. Manche lächelten ihm spöttisch zu, während andere ihn mit unterkühlten Blicken bedachten. Aubrey Rufus forderte ihn nicht auf, sich zu ihm zu setzen, sondern wandte den Blick ab, als ihre Augen sich trafen, und Rob setzte sich zu Fremden an einen Tisch, die kein Wort an ihn richteten. Der Vortrag behandelte Brüche von Ober- und Unterarm und Rippen sowie Ausrenkungen von Kiefer, Schulter und Ellbogen. Er wurde von einem kleinen, rundlichen Mann namens Tyler gehalten und war eine jämmerliche Lehrstunde, die so viele Fehler im Hinblick auf Diagnose und Behandlung enthielt, dass sie bei dem Knochen-Einrichter Yalal bestimmt einen Tobsuchtsanfall ausgelöst hätte. Rob saß da und hielt den Mund. Sobald der Redner geendet hatte, sprachen sie über das Ertränken der Hexe. »Und sie wird nicht die Einzige bleiben, das sage ich euch«, bemerkte Sargent, »denn Hexen üben ihr verderbliches Handwerk stets zu mehreren aus. Wenn wir unsere Patienten untersuchen, sollten wir darauf achten, ob sie irgendwo am Körper das Teufelsmahl haben und Meldung machen.« »Wir müssen auf alle Fälle über jeden Zweifel erhaben sein«, sagte Dryfield nachdenklich. »Viele denken nämlich, dass Heilkraft und Zorberei eng miteinander verknüpft sind. Ich habe gehört, dass ein Hexer Arzt bewirken kann, dass einem kranken Schaum aus dem Mund tritt und sein Körper in Totenstarre verfällt.« Rob dachte beklommen an den Stallburschen, der an Epistotontos gestorben war, aber niemand sprach ihn an oder beschuldigte ihn. »Woran kann man einen Hexer sonst noch erkennen?«, fragte Han. »Sie sehen fast genauso aus wie andere Männer«, sagte Dryfield, »obwohl es heißt, dass sie ihr Glied beschneiden wie die Heiden.« Rob's Hodensack zog sich vor Angst zusammen. Sobald wie möglich verabschiedete er sich. Er wusste, dass er nicht wiederkommen würde. Es war viel zu gefährlich, sich an einem Ort aufzuhalten, wo er sein Leben verwirken konnte, wenn ihn ein Kollege beim Wasserlassen sah. Obgleich seine Erfahrung im Lyceum nur aus Enttäuschungen bestand und ihm einen schlechten Ruf eingebracht hatte, tröstete er sich mit dem Gedanken an seine hoffnungsvolle Arbeit und an seine robuste Gesundheit. Doch am nächsten Morgen betrat Thomas Hood, der rothaarige Schnüffler mit zwei Bewaffneten, das Haus in der Thames Street. »Was kann ich für euch tun?«, fragte Rob kühl. Hood lächelte. »Wir drei sind Boten vom bischöflichen Gericht.« »Und?«, fragte Rob, obwohl er es schon wusste. Hood geruhte, sich zu räuspern und auf den sauberen Boden der Arztwohnung zu spucken. »Wir sind gekommen, um euch zu verhaften, Robert Jeremy Cole, und euch vor das Gottesgericht zu stellen,«, verkündete er. Der graue Mönch »Wohin bringt ihr mich?«, fragte Rob, als sie unterwegs waren. »Das Gericht tritt am Südportal von St. Paul zusammen.« »Wie lautet die Anklage?« Hood zuckte mit den Achseln und schüttelte den Kopf. Als sie die St. Pauls Kathedrale erreichten, wurde er in einen kleinen Raum geführt, der mit Wartenden gefüllt war. Vor der Tür standen Wachleute. Er hatte das Gefühl, das Ganze schon einmal erlebt zu haben. Den ganzen Morgen verbrachte er in qualvoller Ungewissheit auf einer harten Bank, lauschte den Geschwätz der vielen Männer in Kirchentracht und kam sich vor wie damals im Reich des Imam Kandrassé, aber diesmal war er nicht Arzt im Dienste des Gerichts. Er fühlte sich unschuldiger, als er es je in seinem Leben gewesen war, aber er wusste, dass er nach kirchlichen Maßstäben so schuldig war wie jeder andere, der an diesem Tag verurteilt wurde. Aber er war kein Hexer. Er dankte Gott, dass Mary und die Kinder nicht bei ihm waren. Er hätte gern um Erlaubnis gebeten, in die Kapelle zu gehen und zu beten, aber er wusste, dass er diese Erlaubnis nicht bekommen würde, und so betete er leise an Ort und Stelle und flehte Gott an, ihn davor zu bewahren, mit einem Hahn, einer Schlange und einem schweren Stein in einen Sack eingenäht und in tiefes Wasser geworfen zu werden. Er grübelte darüber nach, welche Zeugen sie wohl vorgeladen hatten. Vielleicht die Ärzte, die gehört hatten, wie er davon erzählte, dass er in menschlichen Leichen herumgesucht hatte? Oder die Frau, die zugesehen hatte, wie er ihren Mann behandelte, der ganz steif geworden war und Schaum vor den Mund bekommen hatte, bevor er starb? Oder Han, diesen Dreckskerl, der zu jeder Lüge bereit war, um ihn zum Hexer abzustempeln und loszuwerden? Aber er wusste auch, dass Zeugen keine Rolle mehr spielten, wenn sie sich bereits ein Urteil gebildet hatten. Sie würden ihn ausziehen und seine Beschneidung als Beweis ansehen, und sie würden seinen Körper absuchen, bis sie der Meinung wären, ein Teufelsmal entdeckt zu haben. Bestimmt kannten sie genauso viele Methoden wie der Imam, um an ein Geständnis zu kommen. Gütiger Gott! Er hatte mehr als genug Zeit, sich in seine Angst hineinzusteigern. Es war schon früher Nachmittag, als er endlich aufgerufen wurde. Auf einem Eichenthron saß ein blinzelnder älterer Bischof, der eine verblasste Albe aus brauner Wolle, eine Stola und ein Messgewand trug. Rob hatte den Gesprächen anderer draußen vor dem Saal entnommen, dass dieser Mann Elsfig war, der Ordinarius von St. Paul und ein unbarmherziger Richter. Rechts von dem Bischof saßen zwei schwarzgekleidete Priester mittleren Alters und links von ihm ein junger Benediktiner in strengem Dunkelgrau. Ein Schreiber brachte die Heilige Schrift, und Rob wurde aufgefordert, sie zu küssen und einen heiligen Eid zu schwören, dass er die reine Wahrheit sagen würde. Es fing ganz sachlich an. Elsfig sah ihn eindringlich an. Wie ist euer Name? Robert Jeremy Cole, Exzellenz. Wohnort und Beruf? Arzt in der Thames Street. Der Bischof nickte dem Priester rechts von ihm zu. Habt ihr am 25. Dezember letzten Jahres gemeinsam mit einem ausländischen Hebräer grundlos Master Edgar Burstyn und Master William Simison, freigeborene Londoner Christen aus der Gemeinde St. Olive, angegriffen? Im ersten Moment war Rob verwirrt, und dann überkam ihn eine ungeheure Erleichterung, als ihm klar wurde, dass er nicht wegen Hexerei angeklagt war. Die Seeleute hatten ihn angezeigt, weil er dem Juden zu Hilfe geeilt war. Eine geringfügige Beschuldigung, selbst wenn er verurteilt werden sollte. Ein normannischer Jude namens David ben Aaron, ergänzte der Bischof und blinzelte dabei rasch. Seine Seekraft schien offenbar sehr beeinträchtigt. Ich habe den Namen des Juden nie zuvor gehört, so wenig wie die der Kläger. Aber die Seeleute haben den Vorfall unrichtig dargestellt. Sie waren es, die den Juden überfallen haben. Deshalb habe ich mich eingemischt. Seid ihr Christ? Ich bin getauft. Geht ihr regelmäßig zum Gottesdienst? Nein, Exzellenz. Der Bischof schniefte und nickte gewichtig. Hol den Zeugen, befahl er dem grauen Mönch. Grobs Gefühl der Erleichterung verflog sofort, als er sah, wer da als Zeuge erschien. Charles Bostock war kostbar gekleidet und trug eine schwere Goldkette um den Hals, sowie einen großen Siegelring. Als er sich vorstellte, berichtete er dem Gericht, dass er von König Hartha Knut zum Lohn für seine drei Handelsreisen in ferne Länder in den Stand eines Gefolgs Adeligen erhoben worden sei, und dass er ehrenamtlicher Kanonikus von St. Peter sei. Die Kirchenmänner behandelten ihn mit Hochachtung. Nun denn, Master Bostock, kennt ihr diesen Mann? Das ist Jesse ben Benjamin, Jude und Medikus, sagte Bostock ohne zu zögern. Die kurzsichtigen Augen ruten auf dem Kaufmann. Seid ihr sicher, dass er Jude ist? Exzellenz, vor vier oder fünf Jahren habe ich das byzantinische Patriarchat bereist, um Waren zu kaufen und um als Gesandter seiner Heiligkeit in Rom zu dienen. In der Stadt Isfahan hörte ich von einer Christin, die nach dem Tode ihres Vaters allein und schutzlos in Persien zurückgeblieben war und einen Juden geheiratet hatte. Als ich eine Einladung erhielt, konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, sie in ihrem Haus zu besuchen und den Gerüchten auf den Grund zu gehen. Und dort stellte ich zu meiner Bestürzung und Abscheu fest, dass die Geschichte der Wahrheit entsprach. Sie war die Ehefrau dieses Mannes. Zum ersten Mal meldete sich der Mönch zu Wort. Edler Herr, seid ihr sicher, dass es derselbe Mann ist? Ich bin sicher, Pater. Vor einigen Wochen tauchte er auf meinem Kai auf und versuchte mir viel Geld dafür abzuknöpfen, dass er einen meiner Unfreien verpfuscht hatte, wobei er bei mir natürlich an den Falschen geriet. Als ich sein Gesicht sah, war mir klar, dass ich ihn irgendwoher kannte, und ich habe darüber nachgedacht, bis es mir wieder einfiel. Er ist der jüdische Medikus aus Isfahan, daran besteht kein Zweifel. Ein Verführer christlicher Frauen. In Persien hatte die Christin bereits ein Kind von diesem Juden, und er hatte sie ein zweites Mal geschwängert. Der Bischof beugte sich vor. Bei eurem heiligen Eid, wie ist euer Name, Master? Robert Jeremy Cole. Der Jude lügt, sagte Bostock. Edler Herr, sagte der Mönch, habt ihr ihn in Persien nur ein einziges Mal gesehen? »Ja, bei einer Gelegenheit«, sagte Bostock widerwillig. »Und danach habt ihr ihn fast fünf Jahre nicht gesehen?« »Eher vier als fünf. Aber es stimmt. Und doch seid ihr euch sicher?« »Ja.« »Ich sagte doch schon, ich habe keinerlei Zweifel.« Der Bischof nickte. »Schön, edler Bostock. Wir danken euch.« Während der Kaufmann hinausgeleitet wurde, nahmen die Kirchenmänner Rob in Augenschein, und er versuchte, die Ruhe zu bewahren. »Wenn ihr ein freigeborener Christ seid«, sagte der Bischof tonlos, »ist es dann nicht seltsam, dass ihr uns wegen zweier verschiedener Beschuldigungen vorgeführt werdet und dass die eine besagt, ihr hättet einem Juden Beistand geleistet, und die andere, dass ihr selbst ein Jude seid?« »Ich bin Robert Jeremy Cole. Ich wurde eine halbe Meile von hier entfernt getauft, in St. Bothoff. Das Taufregister wird das bestätigen. Mein Vater war Nathaniel, Geselle in der Zimmermannszunft. Er liegt auf dem Kirchhof von St. Bothoff begraben, ebenso wie meine Mutter, Agnes, die zu Lebzeiten als Näherin und Stickerin ihr Brot verdient hat.« Der Mönch richtete kühl das Wort an ihn. »Habt ihr in St. Bothoff die Schule besucht?« »Nur zwei Jahre.« »Wer hat dort die Heilige Schrift gelehrt?« Rob schloss die Augen und runzelte die Stirn. »Das war Vater...« »Philibert.« »Ja, Vater Philibert.« Der Mönch warf dem Bischof einen fragenden Blick zu, der jedoch bloß kopfschüttelnd die Achseln zuckte. »Der Name Philibert?« »Ist mir nicht bekannt.« »Dann Latein.« »Wer hat euch Latein gelehrt?« »Bruder Hugolin.« »Ja«, sagte der Bischof. »Bruder Hugolin hat an der Schule von St. Bothoff Latein unterrichtet. Ich erinnere mich gut an ihn. Er ist schon viele Jahre tot.« Er rümpfte die Nase und betrachtete Rob aus kurzsichtigen Augen. Schließlich seufzte er auf. »Wir werden natürlich das Taufregister überprüfen.« »Ihr werdet feststellen, dass ich die Wahrheit gesagt habe, Exzellenz«, erwiderte Rob. »Nun, ich gebe euch die Gelegenheit, durch einen Eid zu bestätigen, dass ihr die Person seid, die ihr zu sein behauptet. Ihr seid angewiesen, in drei Wochen erneut vor diesem Gericht zu erscheinen, und zwölf freie Männer mitzubringen, die beschwören können, dass ihr wirklich Robert Jeremy Cole, ein Christ und frei geboren seid. Habt ihr verstanden?« Er nickte und durfte gehen. Augenblicke später stand er vor der Kathedrale und konnte es kaum fassen, dass er nicht mehr ihren scharfen und bohrenden Fragen ausgesetzt war. »Master Cole«, rief jemand, und als er sich umwandte, sah er, dass der Benediktiner ihm nacheilte. »Wollt ihr mich in eine Schenke begleiten, Master? Ich möchte mit euch sprechen.« »Was soll das werden?«, fragte sich Rob. Aber er folgte dem Mann über die matschige Straße in ein Wirtshaus, wo sie sich eine ruhige Ecke suchten. Der Mönch sagte, sein Name sei Bruder Paulinus, und beide bestellten ein Ale. »Ich denke, dass die Verhandlung ganz gut für euch ausgegangen ist.« Rob erwiderte nichts, und auf sein Schweigen hin runzelte der Mönch die Stirn. »Nun kommt schon. Ein ehrlicher Mann wird doch wohl zwölf andere ehrliche Männer finden.« »Ich bin wirklich in der Gemeinde St. Bottolf zur Welt gekommen, aber ich habe sie als Junge verlassen«, sagte Rob Düster, »um als Gehilfe eines Baderchirurgen durch ganz England zu ziehen. Es wird verflucht schwer für mich werden, zwölf Männer, ehrlich oder nicht, zu finden, die sich meiner erinnern, und bereit sind, nach London zu kommen, um das zu bestätigen.« Bruder Paulinus nippte an seinem Ale. »Wenn ihr keine zwölf Männer findet, bleibt die Streitfrage ungelöst. Dann wird euch Gelegenheit gegeben, eure Unschuld durch ein Gottesurteil zu beweisen.« Das Ale schmeckte nach Verzweiflung. Was heißt Gottesurteil? Die Kirche kennt vier Formen von Gottesurteil. Kaltes Wasser, heißes Wasser, heißes Eisen und geweihtes Brot. Ich kann euch verraten, dass Bischof Elsfick eine Vorliebe für das heiße Eisen hat. Man wird euch Weihwasser zu trinken geben und die Hand, die für das Gottesurteil verwendet werden soll, mit Weihwasser besprengen. Ihr dürft euch aussuchen, welche Hand es sein soll. Ihr werdet ein weißglühendes Eisen aus dem Feuer nehmen und es in drei Schritten neun Fuß weit tragen, um es dann fallen zu lassen und zum Altar zu eilen, wo die Hand verbunden und versiegelt wird. Drei Tage später wird der Verband abgenommen. Ist die Hand darunter weiß und rein, wird man euch für unschuldig erklären. Ist die Hand nicht rein, werdet ihr exkommuniziert und der weltlichen Gerichtsbarkeit überantwortet. Rob versuchte, seine Gefühle zu verbergen, aber er spürte, dass aus seinem Gesicht alle Farbe gewichen war. »Wenn euer Gewissen nicht reiner ist als das der meisten von Frauen geborenen Menschen, müsst ihr London wohl verlassen«, sagte Paulinus sachlich. »Warum erzählt ihr mir das alles? Und warum gebt ihr mir diesen Rat?« Sie musterten einander. Der Bart des Mannes war so dicht gelockt wie sein Haar, in das die Tonsur geschnitten war. Beides hatte die hellbraune Farbe von altem Stroh, und seine Augen waren grau wie Schiefer und wirkten ebenso hart, aber verschwiegen, so wie die Augen eines Mannes, der in sich selbst zurückgezogen lebte. Ein schmaler, selbstgerechter Mund. Rob war sicher, dass er dem Mann noch nie begegnet war, bevor er am Morgen die Kathedrale betreten hatte. »Ich weiß, dass ihr Robert Jeremy Cole seid.« »Woher wisst ihr das?« »Bevor ich in der Bruderschaft der Benediktiner zu Paulinus wurde, hieß ich Cole. Ich bin mit größter Sicherheit dein Bruder.« Rob glaubte es auf der Stelle. Er war zweiundzwanzig Jahre lang bereit gewesen, es zu glauben, und jetzt spürte er, wie ein Glücksgefühl in ihm aufstieg, das aber rasch von einer schuldbewussten Vorsicht gedämmt wurde, dem Gefühl, dass irgendetwas nicht in Ordnung war. Er wollte aufstehen, aber der andere blieb sitzen und beobachtete ihn mit berechnender Wachsamkeit, die Rob wieder zurück auf seinen Stuhl sinken ließ. Er hörte sich selbst atmen. »Du bist älter, als Roger jetzt sein muss,« sagte er. »Samuel ist tot. Wusstest du das?« »Ja.« »Dann bist du Jonathan, oder?« »Nein. Ich war William.« »William?« Der Mönch ließ ihn nicht aus den Augen. Nach Paars Tod hatte ich einen Priester namens Lovell mitgenommen. »Pater Reynolds Lovell. Er hat mich in das Kloster St. Benedict and Gerald gebracht. Er selbst hat nur noch vier Jahre gelebt, und dann wurde beschlossen, dass ich Laienbruder werden sollte.« Paulinus erzählte seine Geschichte in knappen Zügen. »Der Abt in Jarrah hieß Edmund und wurde zum liebevollen Hüter meiner Jugend. Er hat mich gefördert und geformt, so dass ich schon in jungen Jahren Novize, Mönch und Probst wurde. Ich war mehr als nur sein starker rechter Arm. Er war Abbas et Pressbüter und widmete sich mit immerwährender in Brunst dem Rezitieren des Opus Dei. Er studierte, lehrte und schrieb. Ich war der gestrenge Administrator, gleichsam Edmunds Stadthalter. Als Probst war ich nicht beliebt, er lächelte denn. Als er vor zwei Jahren starb, wurde ich nicht zu seinem Nachfolger gewählt. Der Erzbischof, der immer ein Auge auf Gerald gehabt hatte, bat mich, die Gemeinschaft zu verlassen, die meine Familie gewesen war. Ich soll nun geweiht werden und als Hilfsbischof von Worcester meinen Dienst tun. Was für ein seltsamer und liebloser Vortrag, anlässlich eines solchen Wiedersehens, dachte Rob. Die fade Darstellung einer Laufbahn mit dem unausgesprochenen Eingeständnis von hoffnungsvoller Erwartung und ehrgeizigem Streben. Da wartet ja eine große Aufgabe auf dich, sagte er ernüchtert. Paulinus zuckte mit den Achseln. Das liegt bei ihm. Zumindest muss ich jetzt nur noch elf andere Eideshelfer finden. Und vielleicht misst ja auch der Bischof der Aussage meines Bruders so viel Gewicht bei wie mehreren anderen Zeugnissen zusammen. Paulinus lächelte nicht. Als ich deinen Namen in der Anklageschrift las, habe ich Erkundigungen eingezogen. Wenn der Kaufmann Bostock eingehender befragt würde, könnte er interessante Angaben machen. Was, wenn man dich fragen würde, ob du dich als Jude ausgegeben hast, um in Missachtung des kirchlichen Verbots an einer heidnischen Akademie studieren zu können? Die Kellnerin kam zu ihnen an den Tisch, und Rob schickte sie mit einem Wink wieder weg. Dann würde ich antworten, dass es mir Gott in seiner Weisheit ermöglicht hat, ein Heiler zu werden, weil er Männer und Frauen nicht nur dazu erschaffen hat, dass sie leiden und sterben. Gott hat ein gesalbtes Heer, das auslegt, was er für den Körper und die Seele des Menschen vorsieht. Weder Baderchirurgen noch von Heiden ausgebildete Ärzte sind gesalbt, und wir haben Kirchengesetze erlassen, um dich und deinesgleichen aufzuhalten. Ihr habt es uns schwer gemacht. Manchmal habt ihr uns behindert. Ich denke nicht, dass ihr uns aufhalten könnt, William. Du wirst London verlassen. Sprichst du aus liebevoller brüderlicher Besorgnis, oder weil du fürchtest, dass ein exkommunizierter Bruder, der wegen Gotteslästerung hingerichtet wurde, den zukünftigen Hilfsbischof von Wooster in eine unangenehme Lage bringen könnte? Einen endlosen Augenblick lang sagte keiner von ihnen ein Wort. Ich habe mein ganzes Leben lang nach dir gesucht. Ich habe immer davon geträumt, meine Schwester wiederzufinden, sagte Rob verbittert. Wir sind keine Kinder mehr, und Träume sind nicht die Wirklichkeit, erwiderte Paulinus. Rob nickte. Er schob seinen Stuhl zurück. Weißt du etwas von den anderen? Nur von dem Mädchen. Wo ist sie? Sie ist seit sechs Jahren tot. Oh. Rob erhob sich mühsam. Wo kann ich ihr Grab finden? Es gibt kein Grab. Sie ist bei einem großen Feuer umgekommen. Rob nickte und verließ das Wirtshaus, ohne sich nach dem grauen Mönch umzusehen. Jetzt fürchtete er sich weniger vor einer Verhaftung als vor gedungenen Mördern, die ihn im Auftrag eines mächtigen Mannes als Störenfried aus dem Weg räumen könnten. Er eilte zu Thorns Stall, bezahlte die Rechnung und bestieg sein Pferd. Im Haus an der Thames Street verweilte er nur so lange, bis er die Dinge eingepackt hatte, die aus seinem Leben nicht wegzudenken waren. Er war es leid, in angstvoller Hast von irgendwo aufzubrechen und dann gewaltige Strecken hinter sich zu bringen, aber er war inzwischen erfahren und geschickt darin. Als Bruder Paulinus im Refektorium von St. Paul beim Abendessen saß, verließ sein leiblicher Bruder London. Rob ritt auf dem schwerfälligen Pferd über die schlammige Lincoln Road nach Norden, getrieben von Furien, denen er nicht entgehen konnte, weil er einige davon in sich trug. Eine vertraute Reise In der ersten Nacht schlief er wohlig weich in einem Heuhaufen neben der Straße. Es war noch Heu vom letzten Herbst, überreif und unter der Oberfläche verfault, deshalb grub er sich nicht tief ein. Aber es wärmte noch immer, und die Luft war mild. Als er im Morgengrauen erwachte, kam ihm als erstes der Gedanke, dass er Mirdins Spiel des Schahs in dem Haus an der Thames Street zurückgelassen hatte. Es war ihm so teuer gewesen, dass er es aus Persien um die halbe Welt geschleppt hatte, und die Erkenntnis, dass es nun für immer verloren war, traf ihn tief. Er war hungrig, wagte aber nicht in einem Bauernhaus, um etwas zu essen zu bitten, weil man sich dort an ihn erinnern würde, falls man nach ihm suchte. Und so ritt er den halben Morgen mit leerem Magen, bis er in ein Dorf kam, wo er auf dem Markt Brot und Käse kaufen konnte, genug, um seinen Hunger zu stillen und als Proviant für die Reise. Während er ritt, hing er trüben Gedanken nach. So einen Bruder zu finden, war schlimmer, als ihn nie zu finden, und er fühlte sich betrogen und verleugnet. Doch dann sagte er sich, dass er um William getrauert hatte, als sie damals auseinandergerissen worden waren, und dass er froh sein würde, diesen Paulinus mit den kalten Augen nie wieder zu Gesicht zu bekommen. »Zum Teufel mit dir, Hilfsbischof von Worcester«, rief er. Der Schrei ließ die Vögel aus den Bäumen aufflattern, und das Pferd stellte die Ohren auf und scheute. Damit aber niemand glaubte, es gebe einen Überfall, blies er das Sachsenhorn, und der altvertraute, klagende Laut erinnerte ihn an seine Kindheit und Jugend und tröstete ihn. Falls ihm Verfolger auf den Fersen waren, würden sie auf den großen Straßen nach ihm suchen. Also bog er von der Lincoln Road ab und ritt entlang der Küstenstraßen, die die Dörfer am Meer miteinander verbanden. Diese Strecke hatte er mit dem Bader mehrmals befahren. Jetzt ließ er keine Trommel ertönen, er gab keine Vorstellung, und er suchte auch keine Patienten, aus Angst, dass inzwischen überall nach einem flüchtigen Medikus gesucht wurde. In keinem dieser Dörfer erkannte jemand den jungen Baderchirurgen von damals, es wäre unmöglich gewesen, hier Zeugen zu finden, die für ihn ausgesagt hätten. Er wäre verloren gewesen. Er wusste, dass die Flucht ein Segen für ihn war, und die Niedergeschlagenheit fiel von ihm ab, als er sich klar machte, dass das Leben noch immer ungeahnte Möglichkeiten bot. Manchmal hatte er das Gefühl, etwas wiederzuerkennen. Dann fiel ihm auf, dass hier ein großes Haus oder eine Kirche abgebrannt sein musste, oder dass dort, wo man ein Gebäude errichtet hatte, der Wald gerodet worden war. Er kam quälend langsam voran, denn vielfach waren die Wege noch tiefer schlammt, und schon bald war das Pferd erschöpft. Es war das richtige Pferd dafür gewesen, ihn nachts im würdevollen Schritt zu Patienten zu bringen, aber es eignete sich nicht für offenes Gelände oder matschige Straßen, denn es war alt, verbraucht, müde. Er tat sein Bestes für das Tier, hielt oft an, um sich an einem Fluss auszustrecken, während das Pferd das frische Frühlingsgras naschte und sich ausrohte, aber auch das würde es nicht wieder jung oder zu einem flotten Reittier machen. Rob ging sparsam mit seinem Geld um. Wann immer er die Erlaubnis bekam, umsonst oder gegen Geld, schlief er in Scheunen, im warmen Stroh, und mied die Menschen. Aber wenn es nicht anders ging, übernachtete er in Gasthöfen. Als er eines Abends in einer Schenke in der Hafenstadt Middlesborough saß, beobachtete er, wie zwei Seeleute Unmengen von Ale in sich hineinschütteten. Einer von ihnen war untersetzt und breit und hatte schwarzes Haar, das halb unter einer Pudelmütze verschwand. Er schlug mit der Forst auf den Tisch. »Wir brauchen noch einen Mann für unser Boot. Wir segeln die Küste hoch zum Hafen Emmeth in Schottland, und unterwegs gehen wir auf Heringsfang. Ist einer da, der mitkommt?« Die Schenke war halb voll, aber nun trat Stille ein. Einige kicherten, aber keiner rührte sich. »Soll ich?«, überlegte Rob. »Es würde so viel schneller gehen.« »Alles, selbst das Meer, war besser, als sich weiter mit dem Pferd durch den Schlamm zu quälen,« beschloss er, und stand auf und ging zu den beiden. »Gehört euch das Boot?« »Ja. Ich bin Nie, der Kapitän, und das ist Aldous.« »Ich bin Johnson,« sagte Rob. Der Name war so gut wie jeder andere. Nie blickte zu ihm hoch. »Ein Riesenbursche.« Er nahm Rob's Hand, drehte sie um und drückte verächtlich auf die weiche Innenfläche. »Ich kann arbeiten.« »Das werden wir ja sehen,« meinte Nie. Noch am selben Abend verschenkte Rob das Pferd an einen Fremden in der Schenke, weil er am nächsten Morgen keine Zeit mehr haben würde, es zu verkaufen, und das Tier ohnehin nicht viel gebracht hätte. Als er das verwitterte Heringsboot sah, fand er, dass es ebenso alt und jämmerlich aussah wie das Pferd. Aber Nee und Aldous hatten den Winter gut genutzt. Die Bootsfugen waren sorgsam mit Werk und Teer abgedichtet, und es lag gut im Wasser. Sie waren erst kurze Zeit unterwegs, als ihm schlecht wurde. Er hing über der Reling und erbrach sich, während die beiden Fischer ihn verwünschten und damit drohten, ihn ins Meer zu werfen. Trotz der Übelkeit und des ständigen Brechreizes zwang er sich zur Arbeit. Innerhalb von einer Stunde hatten sie das Netz ins Wasser gelassen und zogen es hinter dem Boot her, um es dann zu dritt wieder einzuholen, leer und triefend nass. Sie ließen es erneut ins Wasser und zogen es immer und immer wieder hoch, aber stets waren nur wenige Fische darin. Nie wurde je zornig und gemein. Rob war überzeugt, dass ihn nur seine Körpergröße davor schützte, misshandelt zu werden. Das Abendessen bestand aus hartem Brot, geräuchertem Fisch voller Gräten und Wasser, das nach Hering schmeckte. Rob versuchte, ein paar Bissen hinunterzuwirken, aber sie kamen ihm sofort wieder hoch. Zu allem Überfluss bekam Aldis Durchfall, und schon bald war der Latrineneimer eine Zumutung für Augen und Nase. Jemanden, der in einem Krankenhaus gearbeitet hatte, ließ das natürlich kalt, und Rob leerte den Eimer und spülte ihn mit Meerwasser aus, bis er sauber war. Vielleicht überraschte es die beiden Männer, dass er diese unangenehme Aufgabe erledigte, denn danach verwünschten sie ihn nicht mehr. In der Nacht, während das Boot schaukelnd und schwankend durch die Dunkelheit fuhr, lag Rob da und froh und war verzweifelt. Zudem musste er immer und immer wieder zum Bootsrand kriechen, bis er nichts mehr in sich hatte, was er noch erbrechen konnte. Am Morgen fing die Arbeit wieder wie üblich an. Doch als sie das Netz zum sechsten Mal einzogen, bemerkten sie eine Veränderung. Sie zerrten, und es schien sich irgendwo verfangen zu haben. Langsam, mühsam holten sie es ein, und schließlich ergoss sich ein silbriger, zappelnder Strom über das Deck. »Das nenne ich Heringe fangen!« jubelte Nhi. Dreimal holten sie das volle Netz ein, dann wurden die Fischmengen allmählich geringer, und schließlich, als sie im Boot keinen Platz für weitere Fische hatten, steuerten sie vor dem Wind in Richtung Land. Am nächsten Morgen wurde ihnen der Fang von den Händlern, die ihnen entweder frisch oder sonnengetrocknet oder geräuchert verkaufen würden, förmlich aus der Hand gerissen, und sobald Nies Boot entladen war, stachen sie wieder in See. Robbs Hände bekamen Blasen, sie schmerzten und wurden schwielig. Das Netz zerriss, und er lernte, wie man die Knoten knüpfte, um es auszubessern. Am vierten Tag, zunächst fast unmerklich, verschwand die Seekrankheit. Sie kam auch nicht wieder. Das muss ich Tam erzählen, dachte er dankbar, als es ihm bewusst wurde. Jeden Tag gelangten sie ein Stückchen weiter die Küste hinauf nach Norden, und jedes Mal fuhren sie einen neuen Hafen an, um den frischen Fang zu verkaufen, bevor er schlecht wurde. Manchmal, in mondhellen Nächten, sah Nhi Fische, so winzig wie Regentropfen aus dem Wasserschießen, um den hungrigen Heringsschwärmen zu entfliehen. Dann warfen sie das Netz aus, zogen es, den Mondlichtstreifen folgend durch das Wasser und hieften schließlich das Geschenk des Meeres an Bord. Nhi lächelte jetzt oft, und Robb hörte ihn zu Aldous sagen, dass Johnson ihnen Glück gebracht habe. Wenn sie nun abends einen Hafen anliefen, spendierte Nhi seiner Mannschaft Ale und ein warmes Essen, und die drei saßen lange zusammen und sangen. Und so gehörten zu den Kenntnissen, die Robb als Seemann erwarb, auch etliche schmutzige Lieder. »Aus dir könnte ein richtiger Fischer werden«, sagte Nhi. »Wir werden fünf, sechs Tage in Ameth bleiben und die Netze flicken. Dann geht es wieder runter nach Middlesboro. So machen wir das immer, pendeln zwischen Middlesboro und Ameth hin und her und fangen Heringe. Willst du bei uns bleiben?« Robb war stolz darauf, dass ihm das Angebot gemacht wurde, und dankte Nhi, erwiderte aber, dass er sie in Ameth verlassen würde. Wenige Tage später kamen sie dort an. Sie segelten in einen geschäftigen, hübschen Hafen, und Nhi zahlte Robb mit ein paar Münzen und einem Klaps auf den Rücken aus. Als Robb erwähnte, dass er ein Pferd brauche, führte Nhi ihn durch die Stadt zu einem ehrlichen Händler, der ihm zwei seiner Tiere empfahl, eine Stute und einen Wallach. Die Stute war bei weitem hübscher. »Ich hatte einmal einen Wallach, mit dem ich sehr zufrieden war«, sagte Robb und beschloss es wieder mit einem Wallach zu versuchen. Dieser war kein Araber, sondern ein struppiges englisches Pferd mit kurzen, zotteligen Beinen und einer verfilzten Mähne. Er war zwei Jahre alt und stark und munter. Robb verstaute sein Bündel hinter dem Sattel, saß auf und verabschiedete sich von Nhi. »Allzeit reichen Fang«. »Ehm mit Gott, Johnson«, sagte Nhi. Der senige Wallach machte Robb Freude. Er war besser, als er aussah, und Robb beschloss ihn, Al-Borak zu nennen, nach dem Pferd das, wie die Moslems glaubten, Mohammed von der Erde in den siebten Himmel getragen hatte. Jeden Nachmittag, wenn es am wärmsten war, suchte Robb einen See oder Fluss, wo er Rast machte und Al-Borak badete. Er gab sich alle Mühe, die verfilzte Mähne mit den Fingern zu entwirren und bedauerte, dass er nicht einen kräftigen Holzkamm zur Hand hatte. Das Pferd schien nie müde zu werden, und die Straßen waren inzwischen trockener, sodass er gut vorankam. Das Heringsboot hatte ihn über die Gegenden hinausgetragen, die ihm vertraut waren, und jetzt war alles reizvoller, weil es neu war. Fünf Tage lang folgte er dem Verlauf des Flusses Tweed, bis dieser sich nach Süden wandte und Robb nach Norden weiterzog. Er kam in das Hochland, das zunächst aus Hügelketten bestand, die zu niedrig waren, als dass man sie schon hätte Berge nennen können. An manchen Stellen wurde die wellige Moorlandschaft von felsigen Klippen durchbrochen. Um diese Jahreszeit rauschte noch immer das Wasser der Schneeschmelze die Hänge hinunter, und jede Flussdurchquerung war ein Abenteuer. Es gab nur wenige Bauernhöfe, und sie lagen weit auseinander. Manche waren große Besitzungen, andere eher bescheidene Karten. Ihm fiel auf, dass die meisten gut gepflegt waren und eine Schönheit und Ordnung ausstrahlten, die sich nur in harter Arbeit gewinnen ließ. Sein Sachsenhorn ertönte häufig. Die Kleinbauern waren wachsam und auf der Hut, aber niemand versuchte ihm zu schaden. Die Beobachtung von Land und Leuten ließ ihn zum ersten Mal auch gewisse Eigenarten von Mary besser verstehen. Er hatte sie viele Monate lang nicht gesehen. Würde seine Reise vergebens sein? Vielleicht hatte sie mittlerweile einen anderen Mann, vielleicht diesen verdammten Vetter? Das Land war ein schöner Anblick, aber eigentlich eher für Schafe und Kühe bestimmt. Die Hügelkuppen waren meist kahl, doch die unteren Hänge boten reiches Weideland. Sämtliche Schäfer hatten Hunde dabei, die Rob das Fürchten lehrten. Einen halben Tagesritt hinter Kamnock hielt er an einem Bauernhof, weil er um Erlaubnis bitten wollte, bei ihnen im Heu zu übernachten. Dort erfuhr er, dass der Bäuerin am Vortag von einem der Hunde eine Brust abgerissen worden war. Gelobt sei der Herr, flüsterte ihr Mann, als Rob ihm eröffnete, dass er Medikus war. Sie war eine kräftige Frau mit erwachsenen Kindern, und sie schien vor Schmerzen fast außer sich. Der Hund hatte sie so übel zugerichtet, als wäre sie von einem Löwen angefallen worden. »Wo ist der Hund?« »Ein Hund gibt es nicht mehr«, sagte der Mann grimmig. Sie flößten ihr Kornschnaps ein. Er raubte ihr zwar den Atem, aber er half, als Rob das zerfetzte Fleisch zurechtschnitt und nähte. Er war überzeugt, dass sie auch ohne ihn überlebt hätte, aber zweifellos ging es ihr mit seiner Hilfe besser. Er hätte sich nur ein oder zwei Tage lang um sie kümmern müssen, aber er blieb eine Woche, bis ihm eines Morgens klar wurde, dass er nur deshalb noch bei ihnen war, weil er nicht mehr weit von Kilmarnock entfernt war und Angst davor hatte, ans Ziel seiner Reise zu gelangen. Der Bauer beschrieb ihm den besten Weg. Die Verletzungen der Frau kamen ihm zwei Tage später wieder in den Sinn, als sich ein großer Hund knurrend vor ihm aufbaute und dem Pferd den Weg versperrte. Er hatte sein Schwert schon halb gezogen, als jemand das Tier zurückrief. Der Schäfer sprach Rob unfreundlich auf Gaelisch an. Ich verstehe eure Sprache nicht. Ihr seid auf dem Land der Cullens. Da wollte ich auch hin. Aus welchem Grund? Das werde ich Mary Cullen sagen. Rob musterte den Mann, der noch jung war, aber wettergegerbt aussah, graues Haar hatte und so misstrauisch reinblickte wie sein Hund. Wer seid ihr? fragte er den Mann. Der Schotte erwiderte seinen abschätzenden Blick und schien nicht recht zu wissen, ob er antworten sollte oder nicht. Craig Cullen, sagte er schließlich. Mein Name ist Cole, Robert Cole. Der Schäfer nickte, offenbar weder überrascht noch erfreut. Am besten folgt ihr mir, sagte er und ging voran. Rob hatte nicht gesehen, ob er dem Hund ein Zeichen gegeben hatte, aber das Tier blieb zurück und hielt sich dicht hinter dem Pferd, so dass er zwischen Mann und Hund ritt, als wäre er ein Landstreicher, den sie in den Hügeln aufgestöbert hatten und nun ablieferten. Haus und Scheune waren vor langer Zeit aus gutem Stein erbaut worden. Kinder starrten ihn an und tuschelten, als er in den Hof ritt, und es dauerte einen Augenblick, bis er begriff, dass seine Söhne unter ihnen waren. Tam sagte leise etwas auf Gälisch zu seinem Bruder. Was hat er gesagt? Er hat gefragt, ist das unser Paar? Und ich habe Ja gesagt. Rob lächelte und wollte sie umarmen, aber sie liefen kreischend mit den anderen Kindern davon, als er sich aus dem Sattel schwang. Tam hinkte noch immer, aber er konnte gut laufen, wie Rob voller Freude feststellte. Sie sind bloß schüchtern. Sie kommen wieder, sagte Mary von der Tür her. Sie hielt das Gesicht abgewandt und sah ihm nicht in die Augen. Er dachte, sie würde sich nicht freuen, ihn wiederzusehen. Doch dann lag sie in seinen Armen und fühlte sich so gut an. Wenn sie wirklich einen anderen Mann hatte, dann musste der Bursche hier im Hof sich seinen Teil denken. Als er sie küßte, entdeckte er, dass ihr ein Zahn fehlte, vorne rechts im Oberkiefer. Ich wollte eine Kuh in den Stall buxieren und bin ausgerutscht und gegen ihr Horn gefallen, sie weinte. Ich bin alt und hässlich. Ich habe keinen verdammten Zahn zur Frau genommen. Sein Ton war rau, aber er legte sanft die Fingerspitze in die Lücke und spürte die nasse, warme Geschmeidigkeit ihres Mundes, als sie an seinem Finger saugte. Ich habe keinen verdammten Zahn in mein Bett geholt, sagte er, und obwohl ihre Augen immer noch feucht glänzten, lächelte sie. In dein Weizenfeld, berichtigte sie, mitten in den Dreck zwischen Mäusen und Ungeziefer, wie ein Bock, der ein Schaf bespringt. Sie wischte sich über die Augen. Du musst müde und hungrig sein, sagte sie, nahm seine Hand und führte ihn in eine große Küche. Es war ein merkwürdiges Gefühl für ihn, dass sie hier so zu Hause war. Sie setzte ihm Haferkuchen und Milch vor, und er erzählte ihr von dem Bruder, den er gefunden und wieder verloren hatte, und von seiner Flucht aus London. Wie seltsam und wie traurig für dich. Wenn das nicht geschehen wäre, wärst du zu mir gekommen? Früher oder später. Sie lächelten einander immer wieder an. Das ist ein schönes Land, sagte er, aber rau. Wenn das Wetter wärmer wird, ist es lieblicher. Ehe wir es uns versehen, ist es schon Zeit zum Pflügen. Er bekam die Haferkuchen nicht mehr herunter. Jetzt ist es Zeit zum Pflügen. Sie wurde noch immer schnell rot. Das war etwas, das sich nie ändern würde, stellte er mit Befriedigung fest. Als sie ihn zum Haupthaus führte, versuchten sie einander umschlungen zu halten, aber das führte nur dazu, dass sie sich gegenseitig auf die Füße traten und in die Hüften stießen, so dass sie schallend lachen mussten, und er schon fürchtete, es würde sie beim Lieben stören. Doch diese Furcht war grundlos. Lammzeit Am nächsten Morgen ritten sie beide, jeder mit einem Kind vor sich, im Sattel, über den riesigen, hügeligen Besitz, und Mary zeigte ihm alles. Überall gab es Schafe, die schwarze Gesichter, weiße Gesichter und braune Gesichter aus dem frischen Gras hoben, wenn die Pferde vorbeitrabten. Sie führte ihn weit herum und war voller Stolz. Um den großen Landbesitz herum waren siebenundzwanzig kleine Höfe angesiedelt. Und alle Kleinbauern sind meine Verwandten. Wie viele Männer sind es insgesamt? Einundvierzig. Ist eine ganze Familie hier versammelt? Hier sind die Cullens. Die Tedders und die McPhees sind auch mit uns verwandt. Zu den McPhees braucht man einen halben Tagesritt durch die niedrigen Hügel nach Osten. Zu den Tedders gelangt man in einem Tagesritt nach Norden, durch die Schlucht und über den großen Fluss. Wie viele Männer haben alle drei Familien zusammen? Rund hundertfünfzig. Er spitzte die Lippen. Ein richtiges Heer. Ja, das ist beruhigend. Es kam ihm vor, als ob er auf ein endloses Meer von Schafen blickte. Wir halten die Herden wegen der Wolle und wegen der Häute. Das Fleisch verdirbt rasch, deshalb essen wir alle davon. Bald wirst du Hammelfleisch satt haben. Noch an diesem Morgen wurde er in das Familienhandwerk eingeführt. Die Frühjahrsgeburten haben schon begonnen, sagte Mary, und da muss jeder Tag und Nacht den Muttertieren helfen. Einige Lämmer müssen zwischen dem dritten und zehnten Lebenstag getötet werden, weil dann das Fell am weichsten ist. Sie ließ ihn bei Craig und ritt davon. Nach einigen Stunden hatten die Schäfer ihn bereits akzeptiert, weil sie sahen, dass er bei schwierigen Geburten einen kühlen Kopf bewahrte und wusste, wie man Messer wetzte und gebrauchte. Ihre Methode, die männlichen Lämmer zu kastrieren, entsetzte ihn. Sie bissen einfach die zarten Keimbrüsen ab und spuckten sie in einen Eimer. Warum macht ihr das? fragte er. Craig grinste ihn mit blutigem Mund an. Die Eier müssen weg. Zu viele Böcke wollen wir nicht, klar? Und warum macht ihr das nicht mit dem Messer? So haben wir das schon immer gemacht. Geht am schnellsten und tut den Lämmern am wenigsten weh. Rob ging zu seinem Bündel und holte das Skalpelle aus gemasertem Stahl hervor, und schon bald mussten Craig und die anderen Schäfer, wenn auch widerwillig, zugeben, dass sein Verfahren auch nicht schlecht war. Er erzählte ihnen nicht, dass er sich diese Schnelligkeit und Geschicklichkeit vor allem deshalb angeeignet hatte, um Männern Schmerzen zu ersparen, die er zu Enochen gemacht hatte. Er erkannte rasch, dass die Schäfer unabhängige Männer waren und dass sie über unentbehrliche Fähigkeiten verfügten. Kein Wunder, dass du mich genommen hast, sagte er später zu Mary. In diesem verdammten Land bist du ja mit jedem Mann verwandt. Sie schenkte ihm ein müdes Lächeln. Sie hatte den ganzen Tag Schafe gehäutet. Der Raum stank nach Schafen, aber auch nach Blut und Fleisch, Gerüche, die ihm nicht unangenehm waren, weil sie ihn an den Maristan und die Krankenzelte in Indien erinnerten. Jetzt, wo ich da bin, brauchst du einen Schäfer weniger, sagte er zu ihr und ihr Lächeln erlosch. Psst, sagte sie scharf. Bist du verrückt? Sie nahm ihn bei der Hand und führte ihn hinaus zu einem weiteren, aus Steinen erbauten Nebengebäude. Es wies drei weißgetünchte Räume auf. Der eine war ein Studierzimmer, der andere war offensichtlich als Untersuchungszimmer eingerichtet worden, mit Tischen und Schränken, so wie der Raum, den er in Isfahan benutzt hatte. Und im dritten Raum standen Holzbänke, auf denen die Patienten sitzen würden, während sie darauf warteten, dass der Medikus sie hereinrief. Allmählich lernte er die Leute besser kennen. Ein Mann namens Ostrick war der Musikant. Ein Abdeckmesser war abgerutscht und hatte in Ostriks Unterarm eine Arterie durchtrennt. Rob brachte die Blutung zum Stillstand und schloss die Wunde. »Werde ich denn wieder Dudelsack spielen können?«, fragte Ostrick ängstlich. »Das ist nämlich der Arm, auf dem das Gewicht der Pfeifen ruht.« »In ein paar Tagen ist das wieder in Ordnung«, beruhigte Rob ihn. Als Rob einige Tage später durch den Gerbschuppen ging, in dem die Felle getrocknet wurden, sah er Craig Cullens alten Vater Malcolm, einen Vetter von Mary. Er blieb stehen, musterte die klumpigen, geschwollenen Fingerspitzen des Mannes und stellte fest, dass die Fingernägel seltsam krumm wuchsen. »Ir habt seit langem schlimmen Husten und immer wieder Fieber«, sagte er leise zu dem Alten. »Wer hat euch das gesagt?«, wollte Malcolm Cullen wissen. Ibn Sina hatte diese Erscheinung als hippokratische Finger bezeichnet, und sie deutete auf eine Lungenkrankheit hin. »Das sehe ich an euren Händen. Eure Zehen sehen auch so aus, stimmt's?« Der alte Mann nickte. »Könnt ihr etwas für mich tun?« »Ich weiß es nicht.« Er legte ein Ohr an die Brust des Alten und hörte ein Knistern wie von kochendem Essig. »Ihr seid voller Wasser. Kommt an einem der nächsten Tage morgens zu mir in die Praxis. Ich werde ein kleines Loch zwischen zwei Rippen bohren und das Wasser abzapfen. Jedes Mal ein wenig. Außerdem werde ich euren Harn untersuchen und den Fortgang der Krankheit beobachten, und ich werde euch Inhalationen geben und auf Schonkost setzen, um euren Körper auszutrocknen.« Am Abend fragte Mary ihn lächelnd, »Hast du den alten Malcolm verhext? Er erzählt überall herum, dass du magische Heilkräfte hast.« »Ich habe noch gar nichts für ihn getan.« Am nächsten Morgen war er allein in der Praxis. Weder Malcolm noch sonst jemand hatte den Weg zu ihm gefunden. Und so war es auch am Morgen darauf. Als er sich Mary gegenüber beklagte, schüttelte sie den Kopf. »Sie werden erst kommen, wenn die Lammzeit zu Ende ist. So sind sie nun einmal.« Es stimmte. Noch weitere zehn Tage lang kam niemand zu ihm. Dann brach die ruhigere Zeit zwischen dem Lammen und dem Scheren an, und eines Morgens öffnete er die Tür zum Wartezimmer, und alle Bänke waren besetzt. Der alte Malcolm wünschte ihm einen schönen Tag. Danach kamen sie bereitwillig jeden Morgen, denn in den Schluchten und Tälern zwischen den Hügeln hatte es sich herumgesprochen, dass Mary Cullens Mann ein wahrer Heiler war. Es hatte in Kilmarnock noch nie einen Medikus gegeben, und ihm wurde klar, dass er Jahre brauchen würde, um die Folgen ihrer Eigenbehandlungen auszumerzen, zumindest teilweise. Zudem brachten sie ihm ihre kranken Tiere, und wenn das nicht möglich war, hatten sie keine Hemmungen, ihn in ihre Stelle zu holen. Er wurde ein Fachmann für Fußfäule und Maulseuche, wenn sich die Gelegenheit, dass er Jahre brauchen würde, um die Folgen ihrer Eigenbehandlungen auszumerzen, zumindest teilweise. Zudem brachten sie ihm ihre kranken Tiere, und wenn das nicht möglich war, hatten sie keine Hemmungen, ihn in ihre Stelle zu holen. Er wurde ein Fachmann für Fußfäule und Maulseuche. Wenn sich die Gelegenheit ergab, sezierte er eine Kuh oder ein Schaf, um mehr über ihre Anatomie herauszufinden. Dabei stellte er fest, dass ihr Inneres völlig anders war als das beim Schwein oder beim Menschen. In der Dunkelheit ihrer Schlafkammer, wo sie sich so manche Nacht mit Freude der Aufgabe widmeten, ein weiteres Kind zu zeugen, wollte er sich bei Mary für die Praxis bedanken, die sie, wie man ihm erzählt hatte, nach ihrer Rückkehr nach Kilmarnock als erstes eingerichtet hatte. Sie beugte sich über ihn. »Wie lange würdest du wohl noch bei mir bleiben ohne deine Arbeit, Hakim?« In ihren Worten lag keine Bitterkeit, und sie küsste ihn, kaum dass sie sie ausgesprochen hatte. Ein gehaltenes Versprechen Rob streifte mit seinen Söhnen durch Wälder und Hügel auf der Suche nach Pflanzen und Kräutern, die er benötigte. Gemeinsam sammelten sie die Heilpflanzen und brachten sie nach Hause. Manche wurden nur getrocknet, andere zu Pulver verrieben. Er unterrichtete seine Söhne mit großer Sorgfalt, zeigte ihnen jedes Blatt und jede Blüte. Er brachte ihnen bei, welche Kräuter gegen Kopfschmerzen und welche gegen Krämpfe halfen, welche Fieber bekämpften und welche den Katar, welche gut gegen Nasenbluten waren, welche gegen Übelkeit und welche gegen Gliederschmerzen. Craig Cullen war eigentlich Löffelmacher. Aber er stellte Rob sein handwerkliches Können zur Verfügung und fertigte für ihn Holzkistchen mit Deckel, in denen sich die Heilkräuter sicher und trocken aufbewahren ließen. Die Kistchen waren, wie auch Craigs Löffel mit eingeschnitzten Nymphen, Kobolden und wilden Geschöpfen aller Art verziert. Als Rob das sah, kam er auf die Idee, einige Figuren aus dem Spiel des Schars aufzuzeichnen. »Könntest du so etwas Ähnliches machen?« Craig blickte ihn fragend an. »Warum denn nicht?« Also zeichnete Rob jede Figur auf, sowie das schwarz-weiß gemusterte Brett. Und ohne viel Anleitung zu benötigen, schnitzte Craig alles, sodass Rob und Mary schon bald so manche freie Stunde mit einem Spiel verbrachten, das ihn ein toter König gelehrt hatte. Rob war fest entschlossen, Gaelisch zu lernen. Mary besaß keine Bücher, aber sie erteilte ihm Unterricht, und er fing mit dem aus 18 Buchstaben bestehenden Alphabet an. Mittlerweile wusste er, wie man sich eine fremde Sprache am besten aneignete, und den ganzen Sommer und Herbst über lernte er angestrengt, sodass er zu Beginn des Winters bereits kurze gälische Sätze schreiben konnte und zur Erheiterung der Schäfer und seiner Söhne auch versuchte, sie auszusprechen. Wie er vermutet hatte, war der schottische Winter hart. Die bitterste Kälte setzte kurz vor Marie Lichtmess ein. Damit brach dann die Zeit der Jäger an, denn der schneebedeckte Boden half ihnen, die Spur von Wild und Wildvögeln zu verfolgen und Luchse und Wölfe zu erlegen, die Schaden unter den Herden anrichteten. An den Abenden versammelten sich immer Leute in der Halle um den großen Kamin. Craig schnitzte meist, andere besserten die Pferdegeschirre aus oder verrichteten sonst eine Arbeit, die sich im warmen Haus im großen Kreis erledigen ließ. Manchmal spielte Ostrick auf dem Dudelsack. In Kilmarnock wurde ein beruehmter Wollstoff hergestellt, fuer den man die beste Wolle mit einem Fuerbemittel, das aus Flechten von den Felsen hergestellt wurde, in der Farbe des Heidekrauts fuerbte. Am Webstuhl war man allein, doch zum Walken, dem Verdichten des Stoffes, versammelten sich die Frauen in der Halle. Dann wurde das nasse Tuch, das zuvor in Seifenlauge eingeweicht worden war, am Tisch von Frau zu Frau weitergereicht, und jede klopfte und rieb es. Die ganze Zeit ueber sangen sie dabei ihre Walklieder, und Rob fand, dass ihre Stimmen und Ostrick's Dudelsack einen einzigartigen Klang ergaben. Die naechste Kirche war einen Drei-Stunden-Ritt entfernt, und Rob dachte sich, dass es nicht besonders schwierig sein wuerde, Priestern aus dem Wege zu gehen. Doch eines Tages, waehrend seines zweiten Frühlings in Kilmarnock, erschien ein kleiner, dicklicher Mann mit einem müden Lächeln auf dem Gesicht. »Pater Domnell! Pater Domnell ist da!« rief Mary und eilte ihm entgegen, um ihn willkommen zu heißen. Alle drängten sich um ihn und begrußten ihn herzlich. Mit jedem wechselte er ein paar Worte, stellte lächelnd eine Frage, tätschelte einen Arm, sprach ein paar aufmunternde Sätze. »Wie ein guter Grundherr, der zwischen seinen Bauern umhergeht«, dachte Rob verdrießlich. Der Pater kam zu Rob und musterte ihn von oben bis unten. »Aha. Ihr seid also Mary Cullens Mann?« »Ja.« »Versteht ihr etwas vom Fischen?« Die Frage verblueffte ihn. »Ich habe oefter Forellen gefangen.« »Darauf hätte ich gewettet. Ich würde gerne morgen früh mit euch Lachse fischen gehen«, sagte er, und Rob antwortete, dass er dabei sein würde. Am nächsten Tag machten sie sich in der Morgendämmerung zu einem kleinen, sprudelnden Fluss auf. Domnell hatte zwei dicke Angelruten dabei, die bestimmt zu schwer waren, und langschenkelige, federige Köder, in deren verlockender Mitte sich tückische Widerhaken verbargen. »Wie manche Menschen, die ich kennengelernt habe,« kommentierte Rob. Domnell nickte und warf ihm einen neugierigen Blick zu. Er zeigte ihm, wie er den Köder auswerfen und mit kurzen, ruckartigen Bewegungen durchs Wasser ziehen sollte, so wie kleine Fische durchs Wasser jagen. Das machten sie immer und immer wieder, aber ohne Erfolg. Rob kümmerte es nicht, denn er war ganz vom Rauschen des Wassers erfüllt. Inzwischen stand die Sonne am Himmel. Er beobachtete einen Adler, der hoch über ihm auf dem Nichts dahin zu gleiten schien, und irgendwo in der Nähe ertönte der Schrei eines Moorhuhns. Mit einem kräftigen Schlag seiner Schwanzflosse, bei dem das Wasser hoch aufspritzte, schnappte der große Fisch den Köder von der Wasseroberfläche. Und sofort zog er flussaufwärts. »Ihr müsst auf ihn zu, sonst hält die Leine nicht, oder er reißt den Haken heraus,« rief Domnell. Rob lief bereits platschend in den Fluss, stolperte dem Lachs hinterdrein. Bei der ersten wütenden Kraftanstrengung hätte der Fisch ihn beinahe besiegt, denn Rob fiel etliche Male in das eiskalte Wasser, wurde über den steinigen Boden gezogen und den tiefe Tümpel hinein und wieder hinausgezerrt. Der Fisch kämpfte und zog Rob den Fluss hinauf und hinab. Domnell hatte ihm zuerst Anweisungen zugerufen, doch auf einmal hörte Rob ein Platschen, schaute auf und sah, dass Domnell nun selbst in Schwierigkeiten steckte. Auch er hatte einen Fisch an der Angel, und auch er wurde durch den Fluss gezogen. Rob versuchte mit aller Kraft, den Fisch in der Mitte des Flusses zu halten. Schließlich schien der Lachs aufzugeben, obwohl er sich bedrohlich schwer anfühlte. Kurz darauf gelang es Rob, den nur noch schwach kämpfenden Fisch, was für ein Riese, in kiesiges, flacheres Wasser zu ziehen. Als er die Schenkel des Köders packte, bäumte sich der Lachs ein letztes Mal krampfhaft auf, und der Haken riss heraus. Ein blutiger Gewebestreifen aus dem Hals des Fisches hing daran. Einen Augenblick lang blieb der Lachs bewegungslos auf der Seite liegen, und dann, just in dem Augenblick, als Rob eine dickflüssige Wolke Blut dunkel aus den Kiemenquellen sah, schnellte er zurück ins tiefe Wasser und war verschwunden. Rob stand zitternd und angewidert da, denn der Blutschwall hatte ihm angezeigt, dass er den Fisch getötet hatte, und nun war alles umsonst gewesen. Fast willenlos und ohne rechte Hoffnung ging er am Fluss entlang. Doch kaum hatte er ein paar Schritte getan, da sah er einen silbrigen Fleck vor sich im Wasser und wartete darauf zu. Zweimal verlor er diesen blassen Fleck wieder aus den Augen, als der Fisch weiterschwamm oder vom Wasser weitergetragen wurde, doch dann hatte er ihn. Der Lachs, der immer noch am Leben, aber schon sehr entkräftet war, wurde von der starken Strömung gegen einen Felsen gedrückt. Rob musste ganz untertauchen, um den Fisch in beide Arme nehmen zu können und ihn dann ans Ufer zu tragen, wo er ihn mit einem Stein von seinen Schmerzen erlöste. Er wog mindestens zwei Stone. Domnell brachte gerade seinen Fisch, der nicht annähernd zu groß war, an Land. »Euer Fisch hat genug Fleisch für uns alle, was?« fragte er. Rob nickte, und Domnell brachte seinen Lachs zurück in den Fluss. Er hielt ihn behutsam fest, damit das Wasser seine Arbeit verrichten konnte. Die Flossen bewegten sich träge, als wäre der Fisch nicht gerade im Überlebenskampf, und dann fingen die Kiemen an zu pumpen. Rob bemerkte, dass der Schauer des Lebens den Fisch durchlief, und noch während er zusah, wie der Lachs sich von ihnen wegbewegte und in der Strömung verschwand, wusste er, dass dieser Priester sein Freund werden würde. Sie schälten sich aus ihren durchnässten Kleidern und breiteten sie zum Trocknen aus. Dann legten sie sich auf einen großen, sonnengewärmten Felsen. Domnell seufzte. »Das ist etwas anderes als Forellenfischen,« sagte er, »wie der Unterschied zwischen Blumenpflücken und Baumfällen.« Von seinen Stürzen im Fluss hatte Rob zahllose blutende Schürfwunden und Blutergüsse an den Beinen. Sie grinsten sich an. Domnell kratzte sich das rundliche Bäuchlein, das so weiß wie ein Fischbauch war, und verfiel in Schweigen. Rob hatte mit Fragen gerechnet, aber jetzt bemerkte er, dass es die Art des Priesters war, aufmerksam zuzuhören und abzuwarten. Eine Geduld, die ihn zu einem ungemein gefährlichen Gegner machen würde, falls Rob ihm das Spiel des Schahs beibrachte. In den Augen der Kirche sind Mary und ich nicht verheiratet. Wisst ihr das? Ich habe so etwas gehört. Nun, wir waren all die Jahre wirklich verheiratet, aber die Ehe wurde lediglich mit Handschlag besiegelt. Domnell gab ein grunzendes Geräusch von sich. Rob erzählte dem Geistlichen ihre Geschichte. Er sparte seine Schwierigkeiten in London weder aus, noch spielte er sie herunter. Ich möchte euch bitten, uns zu trauen, aber ich muss euch darauf aufmerksam machen, dass ich möglicherweise exkommuniziert worden bin. Sie trockneten träge in der Sonne und bedachten die Sache von allen Seiten. Falls es diesem Hilfsbischof von Wooster möglich war, wird er die Sache vertuscht haben, meinte Domner. Einem so ehrgeizigen Mann ist ein vermisster und vergessener Bruder bestimmt lieber als ein nahe Verwandter, der schändlich aus der Kirche ausgeschlossen wurde. Rob nickte. Aber wenn es ihm nicht gelungen ist … Der Priester runzelte die Stirn. Einen sicheren Beweis für die Exkommunikation habt ihr nicht … Rob schüttelte den Kopf. Nein, aber es besteht die Möglichkeit. Möglichkeit? Ich kann meinen Dienst als Geistlicher doch nicht euren Befürchtungen anpassen. Mann, Mann, was haben eure Ängste mit Christus zu schaffen? Ich bin in Prestwick geboren. Seit der Priesterweihe bin ich nicht mehr aus dieser Pfarrei hier in den Bergen herausgekommen und ich gehe davon aus, dass ich noch immer hier Pastor sein werde, wenn ich sterbe. Abgesehen von euch habe ich in meinem ganzen Leben noch nie jemanden aus London oder aus Wooster kennengelernt. Ich habe noch nie eine Botschaft vom Erzbischof oder seiner Heiligkeit empfangen, sondern nur von Jesus. Glaubt ihr wirklich, es wäre der Wille des Herrn, dass ich aus euch vieren nicht eine christliche Familie mache? Rob lächelte und schüttelte den Kopf. Ihr ganzes Leben lang sollten sich die beiden Söhne an die Hochzeit ihrer Eltern erinnern und sogar noch ihren Enkelkindern davon erzählen. Die Trauung in der Halle der Cullens fand im engsten Kreise statt. Mary took ein Kleid aus hellgrauem Stoff, eine Silberbrosche und einen rehledernen, silberbesetzten Gürtel. Sie war eine gelassene Braut, aber ihre Augen strahlten, als Pater Domnal erklärte, dass sie und ihre Kinder von nun an unter dem heiligen Schutz der Kirche unauflöslich mit Robert Jeremy Cole verbunden seien. Anschließend schickte Mary Einladungen an alle Verwandten, damit sie ihren Mann kennenlernten. An dem festgesetzten Tag kamen die McPhees aus dem Osten über die niedrigen Hügel, und die Tedders überquerten den großen Fluss und kamen durch die Schlucht nach Kilmarnock. Sie brachten Hochzeitsgeschenke mit, Obstkuchen und Wildpasteten, Fässer mit starken Getränken und die großen Würste aus Fleisch und Hafermehl, die sie so gern aßen. Auf dem Hof drehten sich langsam ein Ochse, ein Stier, acht Schafe, ein Dutzend Lämmer und eine Menge Geflügel auf Spießen über dem offenen Feuer. Harfen, Dudelsäcke, Violen und Trompeten erklangen, und als die Frauen sangen, stimmte Mary mit ein. Den ganzen Nachmittag gab es sportliche Wettkämpfe, und Rob lernte dabei Cullens und Tedders und McPhees kennen. Einige mochte er auf der Stelle, andere nicht. Er versuchte, die zahllosen Vättern nicht allzu genau unter die Lupe zu nehmen. Die Männer wurden allmählich betrunken, und manche wollten den Bräutigam zum Trinken nötigen, aber er trank nur auf seine Braut, seine Söhne und die Familie. Ansonsten beließ er es bei einem freundlichen Wort und einem Lächeln. Während die ausgelassene Feier noch in vollem Gang war, ging er vom Hof, vorbei an den Pferchen und hinaus in die Dunkelheit. Es war eine schöne, sternenklare Nacht, aber es war noch immer kalt. Er konnte den Duft des Stechginsters riechen, und als der Festlärm schwächer wurde, konnte er die Schafe und das Viren eines Pferdes hören, den Wind in den Bergen und das Rauschen der Bäche. Und fast kam es ihm vor, als spüre er, wie Wurzeln aus seinen Fußsohlen wuchsen und sich tief in den kargen, steinigen Boden gruben. Der Kreis schließt sich. Es war ein vollkommenes Rätsel, warum eine Frau neues Leben in sich aufnahm oder nicht. Nachdem Mary zwei Söhne zur Welt gebracht hatte und dann fünf Jahre lang unfruchtbar gewesen war, trug sie jetzt nach der Hochzeit wieder ein Kind unter dem Herzen. Sie sah sich bei der Arbeit vor und bat nun häufiger einen der Männer, ihr zur Hand zu gehen. Die beiden Jungen waren ständig bei ihr und übernahmen leichtere Arbeiten. Es war unverkennbar, wer von beiden der geborene Schafzüchter war. Mitunter schien die Arbeit auch Rob James Spaß zu machen, aber Tam konnte nie genug davon bekommen, die Lämmer zu füttern, und er bettelte darum, einmal beim Scheren mithelfen zu dürfen. Und noch eine Begabung zeigte sich bei ihm, wenn er mit einem Stock grobe Umrisse in die Erde kratzte. Doch dann gab sein Vater ihm Kohle und ein Kiefernholzbrettchen und brachte ihm bei, wie man Gegenstände und Menschen zeichnen konnte. Dass man die Makel dabei nicht weglassen sollte, musste Rob dem Jungen gar nicht erst sagen. An der Wand über Tams Bett hing der Teppich der Sammanidenkönige, und jeder wusste, dass dies das Geschenk eines persischen Freundes der Familie war und Tam gehörte. Nur ein einziges Mal sprachen Mary und Rob die Frage an, die sie verdrängt und aus ihren Gedanken verbannt hatten. Rob hatte beobachtet, wie Tam hinter einem verirrten Mutterschaf herlief, und ihm wurde klar, dass es für den Jungen kein Segen sein würde, wenn er erfuhr, dass er ein ganzes Heer von persischen Brüdern hatte, die er nie kennenlernen würde. Wir werden es ihm niemals sagen. Er ist dein Sohn, sagte sie. Sie wandte sich um und schloss ihn in die Arme, und zwischen ihnen befand sich der anschwellende Bauch, in dem Jura Agnes ihre einzige Tochter heranreifte. Rob lernte die neue Sprache schnell, denn sie wurde überall um ihn herum gesprochen, und er gab sich große Mühe. Pater Domner lieh ihm eine Gälische Bibel, die von irischen Mönchen geschrieben worden war, und so, wie er das Persische anhand des Koran gelernt hatte, so lernte er nun das Gälische anhand der Heiligen Schrift. In seinem Arbeitszimmer hingen der durchsichtige Mann und die schwangere Frau, und er fing an, seinen Söhnen die anatomischen Zeichnungen zu erklären und ihre Fragen zu beantworten. Oftmals, wenn er gerufen wurde, um einen kranken Menschen oder ein krankes Tier zu versorgen, begleitete ihn einer oder alle beide. An einem solchen Tag saß Rob James hinter seinem Vater auf Alboraks Rücken. Sie ritten zu einer Karte in den Hügeln, in der es nach Tod roch, denn Ostricks Frau Ardis lag im Sterben. Der Junge sah zu, wie sein Vater einen Aufguss abmaß und in ihr einflößte, und dann goss Rob etwas Wasser auf ein Tuch und reichte es seinem Sohn. Tupfe ihr das Gesicht damit ab. Rob James ging behutsam zu Werke und gab sich besondere Mühe bei den aufgesprungenen Lippen der alten Frau. Als er fertig war, ergriff Ardis tastend die Hände des Jungen. Rob sah, wie sich das liebevolle Lächeln im Gesicht seines Sohnes jäh veränderte. Er erlebte die Verwirrung der erstmaligen Erkenntnis, das Erbleichen, die Entgeisterung, mit der der Junge ihre Hände wegstieß. Ist schon gut, sagte er. Er legte den Arm um die schmalen Schultern und drückte Rob James an sich. Es ist gut. Er ist sieben Jahre alt. Zwei Jahre jünger, als er selbst gewesen war. Voller Staunen erkannte Rob, dass sich der große Kreis seines Lebens schloss. Er tröstete und versorgte Ardis. Als sie draußen waren, ergriff er die Hände seines Sohnes, damit Rob James die Lebenskraft seines Vaters spüren und sich beruhigen konnte. Er blickte ihm tief in die Augen. Was du bei Ardis gefühlt hast und das Leben, das du jetzt bei mir wahrnimmst. Diese Dinge empfinden zu können, ist eine Gabe. Ein Geschenk des Allmächtigen. Ein gutes Geschenk. Es ist nicht böse. Du brauchst es nicht zu fürchten. Versuche jetzt nicht, es zu verstehen. Die Zeit wird kommen, wo du es verstehst. Aber hab keine Angst davor. Das Gesicht seines Sohnes nahm wieder Farbe an. Ja, Pa. Rob stieg aufs Pferd, zog den Jungen hoch, setzte ihn hinter sich und brachte ihn nach Hause. Acht Tage später war Ardis tot. Monatelang kam Rob James nicht in die Praxis und er bat seinen Vater auch nicht, ihn begleiten zu dürfen, wenn er Krankenbesuche machte. Rob drängte ihn nicht. Selbst bei einem Kind, so dachte er, musste es eine freiwillige Handlung sein, sich mit dem Leiden der Welt auseinanderzusetzen. Rob James versuchte, sich damit zufrieden zu geben, gemeinsam mit Tam die Schafe zu hüten. Als ihm das zu langweilig wurde, zog er allein los und sammelte stundenlang Kräuter. Ein verwirrter Junge. Aber er hatte tiefes Vertrauen zu seinem Vater. Und es kam der Tag, an dem Rob James hinter Rob herlief, als der gerade vom Hof ritt. Pa, kann ich mitkommen? Das Pferd halten und so? Rob nickte und zog ihn hinter sich in den Sattel. Ab und an kam Rob James dann wieder in die Praxis und sein Unterricht wurde fortgesetzt. Und als er neun Jahre alt war, fing er auf eigenen Wunsch an, seinem Vater täglich als Lehrling zu assistieren. Ein Jahr nach der Geburt von Jura Agnes brachte Mary einen dritten Knaben zur Welt, Nathaniel Robertson. Im Jahr darauf hatte sie eine Totgeburt, einen Jungen, den sie auf den Namen Carrick Lion Cole tauften, bevor sie ihn beerdigten. Danach folgten hintereinander zwei schwierige Fehlgeburten. Obwohl Mary noch immer im gebärfähigen Alter war, wurde sie danach nicht mehr schwanger. Rob wusste, dass sie darüber betrübt war, denn sie hatte ihm viele Kinder schenken wollen, aber er war froh, dass sie allmählich wieder zu Kräften kam und ihren alten Schwung wiederfand. Eines Tages, als ihr jüngstes Kind im fünften Lebensjahr war, kam ein Mann nach Kilmarnock geritten, der einen staubigen schwarzen Kaftan und einen glockenförmigen Lederhut trug. Er zog einen Packesel hinter sich her. »Friede sei mit euch«, sagte Rob in der Sprache der Juden. Der Mann starrte ihn verblüfft an, als er seine Sprache vernahm, und antwortete, »Friede auch euch!« Der Mann war muskulös, hatte einen langen, ungekämmten braunen Bart, und seine Haut war von der langen Reise sonnenverbrannt. Die tiefen Linien um seine Mundwinkel und die Fältchen um die Augen zeugten von seiner Erschöpfung. Er hieß Dan Ben Gamliel und kam aus dem fernen Rouen. Rob versorgte seine Tiere und brachte ihm Wasser zum Waschen. Dann trug er im Speisen auf die Koscherwaren. Er stellte fest, dass er die Sprache der Juden nur noch schlecht beherrschte, weil er erstaunlich viel vergessen hatte, aber er sprach den Segen über das Brot und den Wein. »Seid ihr denn Jude?«, fragte dann Ben Gamliel mit großen Augen. »Nein, wir sind Christen.« »Warum tut ihr das für mich?« »Wir haben eine große Schuld zu begleichen«, sagte Rob. Seine Kinder saßen am Tisch und starrten den Mann an, der ganz anders aussah als alle Männer, die sie bislang gesehen hatten, und sie lauschten verwundert, als ihr Vater mit ihm gemeinsam seltsame Gebete sprach, bevor sie aßen. »Vielleicht möchtet ihr nach dem Essen mit mir studieren.« Rob spürte, wie eine fast vergessene Begeisterung in ihm aufstieg. »Vielleicht können wir uns zusammensetzen und die Gebote studieren«, sagte er. Der Fremde beäugte ihn misstrauisch. »Es tut mir leid. Nein, ich kann nicht.« Dann Ben Gamliels Gesicht war bleich. »Ich bin kein Gelehrter«, murmerte er. Rob gab sich Mühe, seine Enttäuschung zu verbergen und führte den Reisenden zu einem guten Schlafplatz, so wie es in einem jüdischen Dorf üblich gewesen wäre. Am nächsten Tag stand er früh auf. Zu den Dingen, die er aus Persien mitgenommen hatte, gehörten der Judenhut, der Gebetsschal und die Gebetsriemen, und er ging zu Dan Ben Gamliel, um mit ihm das Morgengebet zu sprechen. Dan Ben Gamliel staunte, als Rob sich die kleine schwarze Schachtel auf die Stirn band und den Lederriemen um den Arm schlang, sodass er die Buchstaben des Namens des Unaussprechlichen bildete. Der Jude sah zu, wie er vor- und zurückschwankte und lauschte seinen Gebeten. »Ich weiß, was ihr seid«, sagte er mit belegter Stimme. »Ihr wart Jude und seid vom Glauben abgefallen. Ein Mann, der seinem eigenen Volk und unserem Gott den Rücken zugewandt und seine Seele Andersgläubigen verschrieben hat. »Nein, so ist es nicht«, erwiderte Rob und stellte mit Bedauern fest, dass er den anderen in seiner Andacht gestört hatte. »Ich werde es euch erklären, wenn ihr geendet habt«, sagte er und zog sich zurück. Aber als er wiederkam, um den Mann zum morgendlichen Mahl zu rufen, war Dan Ben Gamliel nicht mehr da. Das Pferd war verschwunden. Das schwere Lastenbündel war aufgehoben und mitgenommen worden, und sein Gast war lieber geflohen, als sich der schrecklichen Gefahr auszusetzen, von einem Abtrünnigen angesteckt zu werden. Dieser Mann war Robs letzter Jude gewesen. Nie wieder sah er einen, und nie wieder sprach er ihre Sprache. Er spürte, dass auch sein Persisch immer schlechter wurde, und eines Tages beschloss er, bevor er es völlig verlernt haben würde, den Kanun ins Englische zu übertragen, damit er auch in Zukunft beim Arzt aller Ärzte nachschlagen konnte. Er brauchte eine Ewigkeit dafür. Immer und immer wieder sagte er sich, dass Ibn Sina den Kanon der Medizin in kürzerer Zeit geschrieben haben musste, als Robert Cole für die Übersetzung brauchte. Manchmal bedauerte er es voller Wehmut, nicht wenigstens einmal alle Gebote gelernt zu haben. Er dachte oft an Jesse Ben Benjamin, aber ganz allmählich schloss er Frieden mit dessen Ableben. Es war wirklich schwer, Jude zu sein, und er sprach fast nie von vergangenen Zeiten und fernen Ländern. Einmal, als Tom und Rob James an einem Wettrennen teilnahmen, mit dem jedes Jahr das Fest des heiligen Kolumb in den Hügeln gefeiert wurde, erzählte er ihnen von einem Läufer namens Karim, der ein langes und wundersames Rennen gewonnen hatte, das Tschattir hieß. Und ganz selten, für gewöhnlich dann, wenn er mit alltäglichen Aufgaben beschäftigt war, die den gleichmäßigen Rhythmus der schottischen Tage bestimmten, wie die Pferche ausmisten oder Schneeschaufeln oder Feuerholz hacken, erinnerte er sich plötzlich an den Geruch der Wüste bei Nacht. Oder an den Anblick von Pharah Ascari, die die Schabbatkerzen anzündete. Oder an das Wüten der Trompeten eines Elefanten, der in die Schlacht stürmte. Oder an die atemlose Erregung, auf einem langbeinigen Rennkamel dahin zu fliegen. Aber mit der Zeit schien es, als wäre Kilmarnock schon immer sein Leben gewesen, und als wäre alles, was davor geschehen war, bloß ein Märchen, das man sich am Feuer erzählte, wenn kalte Winde wehten. Seine Kinder wuchsen heran und veränderten sich. Seine Frau wurde im Alter nur noch schöner. Und während die Jahreszeiten dahin gingen, blieb nur eines unwandelbar. Dieses besondere Gespür, diese Empfindsamkeit des Heilers, verließ ihn nie. Ob er nun mitten in der Nacht an ein einsames Bett gerufen wurde oder morgens in seine überfüllte Praxis eilte, immer konnte er die Schmerzen seiner Patienten fühlen. Und in seinem unermüdlichen Kampf war ihm eines stets bewusst, so wie es ihm vom ersten Tag im Maristan an bewusst gewesen war. Die dankbare Verwunderung darüber, dass er auserwählt worden war, dass er es war, den Gottes Hand berührt hatte, und dass die Fähigkeit zu heilen und zu dienen einem Badergehilfen geschenkt worden war.